Silber im Saum von Katja von Glahn Erschienen 2002 bei Nymphenburger in der F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung, München Erstes Kapitel Ein Reich ohne König, aber mit einer Königswahl März 1198, einige Tagesreisen vor Braunschweig Die Stimmen kamen immer näher Doch sie wollte nicht gestört werden, noch nicht Erwachen bedeutete, deutlich zu fühlen Das war unangenehm, denn da war nur Dunkelheit und Feuchtigkeit um sie herum Sie lag auf dem Bauch und ihre Finger waren in den schlammigen Waldboden gekreilt Es war so kalt, viel zu kalt Hier liegt jemand, rief eine raue Stimme Eine Fackel blendete sie und eine ungeduldige Schuhspitze bohrte sich in ihre Seite Sie wollte empört aufspringen, aber ihre Beine gehorchten ihr nicht Jemand zerrte sie am Arm hoch Ein vor Nässe triefender Mantel fiel um ihre Schultern Sein Gewicht zog sie fast wieder nach unten Sie blinzelte und versuchte etwas zu erkennen Die schmale Mondsichel wurde immer wieder von Wolkenschleiern verdeckt Die Gestalten hatten Schattengesichter und große, schwielige Hände Sie griffen nach ihr und sie wich erschrocken zurück Wer bist du? Wer schickt dich? Brüllte einer der Schattenmänner Das Mondlicht kämpfte sich erneut durch die Wolken Die Gestalten nahmen menschliche Züge an Zerklüftete Gesichter mit gierigen Augen und spröden Lippen Einer kam ganz nah Er hatte schwarze Zahnstümpfe und sie konnte seinen fauligen Atem riechen Sie waren vermodernde Schlammgeister auf der Suche nach unschuldigen Seelen Er wurde schwindelig und sie begann zu zittern Nimm dich zusammen, befahl sie sich streng Sie musste sich unbedingt erinnern Es war schwierig nachzudenken, wenn ein Haufen unheimlicher Kerle dabei zusah Sie könnten die Spießgesellen eines Raubritters sein, der im Wald lagerte Vielleicht waren sie entflohene Leibeigene, die sich den Winter hier durchgeschlagen hatten Als sie so hartnäckig schwieg, wurden die Männer unruhig Sie ist gekleidet wie eine Dame von Stand Wer trägt sonst schon so einen Mantel? Adelige Damen sind nicht unsere Angelegenheit Soll er sich darum kümmern? Bringen wir sie zu ihm, blaffte der Kerl mit den modrigen Zähnen Sie bekam einen Stoß in den Rücken und wurde in die Dunkelheit geschubst Fast hätte sie das Gleichgewicht verloren und wäre vornüber gekippt Sie stolperte eine Zeit lang durch die Nacht Es wurde immer gleichgültiger, wohin sie gebracht wurde und wer diese Männer waren Die aufblitzenden Dolche vereitelten jeden Gedanken an Flucht Wohin hätte sie auch fliehen sollen? Sie würde niemals allein aus diesem schwarzen, schlammigen Wald finden Sicher gab es Wölfe und Bären, Nebelgeister und Zauberwesen Der Wald würde sie für immer verschlingen Sie näherten sich den flackernden Lichtern eines Lagers Weiße Zeltbahnen schaukelten im fahlen Mondlicht Große Fahnen streckten sich herausfordernd in den Nachthimmel Pferde wierten und irgendwo sang jemand zur Laute Ihr haust keine Räuberbande, dachte sie erleichtert Fahnengeschmückte Zelte, viele Pferde und wohlklingende Musik führen nur Ritter mit sich Eine reisende Rittergesellschaft war besser als der feuchte Waldboden Und viel besser als eine Horde roher Gesellen In der Mitte des Lagers brannte ein großes Feuer Es warf lange Schatten auf die Zeltbahnen und sprühte Funken Da sie so froher, wünschte sie sich nichts mehr, als sich dort zu wärmen Die Kerle schubsten sie am Feuer vorbei Zu einem der größeren Zelte, das ein brüllender Löwe schmückte Der Löwe wurde zurückgeschoben und sie bekam einen Stoß Sie taumelte ins Zelt und musste die Augen zusammenkneifen Unzählige Kerzen blendeten sie Viele waren zu winzigen Stummeln abgebrannt und nur in den Waldboden gesteckt worden An einem zusammenklappbaren Reisetisch saß ein junger Mann Stützte sein Kinn in die Hände und betrachtete konzentriert ein Schriftstück Er sah müde auf und seine Augen weiteten sich vor Erstaunen Wir fanden sie am Waldrand Sie lag bewusstlos kopfüber im Schlamm und rührte sich nicht Was soll mit ihr geschehen? Fragte der Kerl mit den schwarzen Zähnen Der junge Mann musterte sie schmunzelnd und pustete sich eine blonde Haarsträhne aus den Augen Wer hat sie gefunden? Wir gehören zu Gottfrieds Leuten und waren auf Nachtwache Sie wusste nicht, ob es ein guter Tausch war Aber Gottfrieds Mann wurde mit einem Kopfnicken entlassen Hoffentlich bemerkte der Mann am Tisch nicht, wie kalt und elend sie sich fühlte Er sollte bloß nicht denken, dass sie vor Angst zitterte Ihre Zähne schlugen aufeinander, weil sie so froh Aus keinem anderen Grund Sie biss sich auf die Unterlippe und das laute Zähneklappern hörte auf Dafür zitterten ihr nun die Hände Sie krallte die Fingernägel in ihre Handballen, legte möglichst viel Gelassenheit in ihren Blick und wartete Er würde Fragen stellen Sie konnte fast sehen, wie sich hinter seiner gerunzelten Stirn die Fragen zusammenbrauten Ein Berg von Fragen, die alle berechtigt waren Wo kommt ihr her? Was tut ihr mitten in der Nacht allein im Wald? Wo sind eure Leute? Wie lautet euer Name? Zu gern hätte sie selbst die Antworten auf alle diese Fragen gewusst Der Mann stand nun vor ihr, streckte plötzlich die Hand aus und wollte nach ihrem Mantel greifen Sie wich erschrocken zurück Gute Qualität, meinte er Natürlich müsste man ihn ausbürsten und trocknen Sie wusste zunächst nicht, wovon er sprach und blickte an sich hinunter Er sprach über den moosgrünen Wollmantel, der über ihren Schultern lag Das Ding war schwer und verfilzt und der Saum schleifte auf dem Boden Der Mantel eines Mannes, dachte sie irritiert Eine bunte Stickerei schmückte den Stoff Sie versuchte sie zu erkennen und beugte sich darüber Da tropfte das Wasser aus ihren Haaren und eine kleine Pfütze bildete sich zu ihren Füßen Ein leises Lachen ließ sie hochfahren Er amüsiert sich, dachte sie entrüstet und funkelte ihn zornig an Sie vergaß, dass er noch keine Fragen gestellt hatte und sie nicht in der Position war, Forderungen zu stellen Das lag sicher daran, dass ihre Füße in den nassen, dünnen Lederschuhen langsam zu Eisklumpen wurden Und ihr Magen sich ganz flau anfühlte Was war das überhaupt für ein Kerl? Sie musterte ihn abschätzend Die schlichte Kleidung schien kostbar und gepflegt zu sein Er hatte einen Tintenfleck am Kinn Und seine blonden Haare waren so zerwühlt, als hätte er sich gerade von seinem Lager erhoben Und dann dieses unverschämte, vergnügte Blitzen in den leuchtend blauen Augen Nein, der war bestimmt kein vornehmer Herr Ein Ritter schon gar nicht Er war irgendein niederer Dienstmann, der hier nachts über den Pergamenten hockte, während sein Herr längst schlief Er hatte kein Recht, sie so zu behandeln Was bildete er sich ein? Empört sagte sie Ich friere und ich habe Hunger Was habt ihr mit mir vor? Als sie sah, wie sein Gesicht plötzlich ernst und abweisend wurde, bereute sie ihre Worte Vielleicht war er doch nicht so unbedeutend Was ich mit euch vorhabe Das kommt darauf an, antwortete er betont langsam War da nicht ein drohender Unterton? Oh ja, ganz sicher In Ketten legen, den Wölfen zum Fraß vorwerfen und auspeitschen Schienen auf einmal nicht so abwegige Möglichkeiten zu sein Hätte sie bloß den Mund gehalten Er sah gar nicht mehr jungenhaft und harmlos aus Entschlossen trat er einen Schritt vor Er stand nun direkt vor ihr und flüsterte Es kommt darauf an Ob ihr mit den Wölfen oder den Staufern im Bunde steht Was redete er da von Wölfen und Staufern? Sie starrte ihn an und konnte kein Wort herausbringen Er ballte die Fäuste und zischte Ihr seid mir eine ehrliche Antwort schuldig Bevorzugt ihr einen König aus dem Geschlecht der Wölfen oder der Staufer? Was war das für eine Frage? Sie gehörte eindeutig nicht zu den Fragen, die sie erwartet hatte Wieso sollte sie einen König aus irgendeinem Geschlecht bevorzugen? Sie versuchte in sich hineinzuhören Ob der Klang eines der Namen etwas auslöste Doch da war nichts Fieberhaft überlegte sie, welche Antwort ihr einen warmen Platz am Feuer und etwas zu essen sichern würde An die Folgen einer falschen Antwort wollte sie lieber nicht denken Plötzlich war ihr, als hätten die Wölfen ein Löwenwappen und die Staufer einen Adler Ein Löwe schmückte den Zelteingang Also war der junge Mann Welfen treu Oder war es umgekehrt? Hatten die Staufer einen Löwen und die Welfen einen Adler? Sie versuchte Zeit zu gewinnen und sagte möglichst ruhig Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht Ich bin nur eine Dame, die sich im Wald verirrt hat Jedenfalls nahm sie das an Erinnern konnte sie sich an nichts So klang es jedoch wunderbar unschuldig und hilflos Was verstand ein zartes Fräulein von der großen Politik? Er seufzte, setzte sich auf den kleinen Reisetisch, der sich unter seinem Gewicht bog Verschränkte die Arme vor der Brust und räusperte sich wichtig-torisch Seit dem plötzlichen Tod Kaiser Heinrichs VI. im September Kämpfen zwei mächtige alte Geschlechter um den Thron Zum einen gibt es das Geschlecht der Staufer, dessen letzter Spross Philipp von Schwaben ist Er ist der jüngste Bruder des verstorbenen Kaisers Heinrich VI. und viele halten ihn für den rechtmäßigen Thronerben Aber der Kaiser selbst hatte noch zu Lebzeiten bestimmt, dass sein kleiner Sohn Friedrich sein Nachfolger werden solle So ist Philipp aufgebrochen, um seinen dreijährigen Neffen Friedrich aus Italien zur Krönung ins Reich zu holen Doch es gibt eine Gruppe von wahlberechtigten Reichsfürsten, die Philipp selbst und kein kleines Kind als Heinrichs Nachfolger auf den Thron wünschen Hört sich vernünftig an, dachte sie erleichtert Also, Staufisch Der blonde junge Mann mit dem Tintenfleck am Kinn ist eindeutig von der Staufischen Seite Doch gerade als sie das gedacht hatte, fuhr er fort Zum anderen gibt es aber eine weitere Gruppe von wahlberechtigten Reichsfürsten, die einen Spross der Welfen auf dem Thron wünscht Die Welfen stehen durch die Heirat Heinrichs des Löwen mit Mathilde, der Tochterkönig Heinrichs des Zweiten von England In engen verwandtschaftlichen Beziehungen zur englischen Krone Heinrich der Löwe selbst hatte als Enkelkaiser Lothars des Dritten einen berechtigten Anspruch auf die Reichskrone Und so haben ihn auch seine Söhne Der Ältere ist noch in Syrien auf dem Kreuzzug Nur sein jüngster Sohn Otto steht als Kandidat für die Königswahl zur Verfügung Das heißt, er wird bald zur Verfügung stehen, wenn unsere Reisegruppe ihn sicher nach Braunschweig gebracht hat Könnt ihr mir folgen? Nein, dachte sie verwirrt In ihrem Kopf ging alles durcheinander Nur so viel hatte sie verstanden Der Mann ihr gegenüber war kein Anhänger der Staufer, sondern ohne Frage welfentreu Eine Antwort auf die Frage, welfentreu oder stauferpartei, schien nicht mehr von Bedeutung zu sein Wichtig war nur noch, dass sie seinen Belehrungen folgen konnte So waren sie, die Männer Wenn es galt, eine Frau mit ihrem Wissen zu beeindrucken, vergaßen sie alles andere Der blonde junge Mann schien in dieser Hinsicht ein besonders eifriges Exemplar zu sein Er blühte richtig auf Rote Flecken hatten sich auf seinen Wangen gebildet Und Schweißperlen standen auf seiner Stirn Mit einem verschwörerischen Blick beugte er sich vor und flüsterte Ja, ihr habt richtig gehört Der Sohn Heinrich des Löwen, Otto von Braunschweig, Herzog von Akitanien, Graf von Poitou und Neffe von Richard Löwenherz Befindet sich in diesem Zeltlager Nur wenige Zelte entfernt von diesem Reisetisch schläft der angehende König des Reiches Ihr glaubt mir nicht? Ich führe euch zu ihm und ihr könnt durch die Zeltbahn spähen Dann könnt ihr ihn sehen Da er seine Jugend bei seinem Onkel Richard Löwenherz in England verbracht hat, weiß niemand, wie er aussieht Doch wenn er erst einmal zum König gewählt worden ist, werden seine Gesichtszüge aus dem Dunkel der Geschichte treten Unsere Reisegruppe, bestehend aus einem angesehenen Reichsfürsten und seinem Sohn sowie aus einer Handvoll Ministerialen, Ritter und Ratgeber vom Hof in Braunschweig, hat Otto aus der Normandie geholt Eine Gruppe welfentreuer Fürsten gab uns den Auftrag, den jüngsten Sohn Heinrichs des Löwen zur Königswahl ins Reich zu holen Nun sind es nur noch wenige Tage, bis Otto in Braunschweig sein wird Glaubt mir, bald kennt jeder im Reich sein Gesicht Das Gesicht des Königs, und wenn der Papst in Rom ihn erst einmal gekrönt hat Das Gesicht des deutschen Kaisers Seine Stimme überschlug sich bei seinen letzten Worten fast vor Begeisterung und seine Augen hatten einen glasigen Glanz Er war ganz berauscht von der Wichtigkeit seines Auftrags Ein günstiger Moment, um Fragen zu stellen, dachte sie, und fragte möglichst harmlos Und ihr? Wer seid ihr? Der Dienstmann eines Ritters? Oder ein Ratgeber vom Braunschweiger Hof? Bei ihren Worten schien ihm plötzlich einzufallen, dass er schon viel zu viel gesagt hatte Müde ließ er die Arme sinken und fragte Ihr habt euch also verlaufen? Bei der heiligen Jungfrau habe ich das gesagt? Ich erinnere mich gar nicht daran An gar nichts Weder an meinen Namen noch an meinen Stand oder meine Familie Ich bin im Schlamm erwacht, ohne zu wissen, wie ich dort hingekommen bin sagte sie kleinlaut und nieste zweimal kurz hintereinander in ihre offene Hand Dann schniefte sie möglichst mitleiderregend Er nahm mit einem Ruck seinen Hintern vom Reisetisch und brachte das Tischchen zum Schwanken Ein paar Schreibfedern glitten zu Boden und die Kerzen flackerten Plötzlich kam er ganz nah und sagte spöttisch Vielleicht vom Himmel gefallen? Für einen zur Erde gestürzten Engel seht ihr allerdings reichlich verschnupft aus Sein warmer Atem kitzelte auf ihrer feuchten Wange Er roch aufdringlich nach Schweiß und Tinte Ihr wurde ganz schwindlig davon Vor ihren Augen hob und senkte sich der Stoff seines Gewandes Die vielen Kerzen bildeten kleine, schwankende Lichtpunkte Der Reisetisch, die Pergamente und die Falten in seinem Gewand gerieten in Bewegung Sie wandte den Kopf und versuchte mit ihren Augen das Tintenfass festzuhalten Es entglitt ihr und wie ein dumpfes Echo halten die Worte in ihrem Kopf Aus dem Dunkel der Geschichte Nur wenige Zelte entfernt Ein bedeutender Auftrag Das Gesicht des deutschen Kaisers So viel Bedeutendes und so viel Männerschweiß auf einmal Das war zu viel Sie bekam keine Luft mehr und er wurde schwarz vor Augen Als sie wieder zu sich kam, waren seine blauen Augen direkt über ihr Er hielt ihr einen silbernen Becher vor den Mund Und sie schmeckte einen hervorragenden Rotwein Lombardei, mindestens 15 Jahre alt, brachte sie zwischen den Schlucken hervor Der Beste, den ihr hier bekommen könnt Ich hoffe, er hat euch eure Erinnerungen wiedergebracht Er klang nun freundlicher Meine Zunge erinnert sich In Gedanken fügte sie hinzu Seine Kleidung ist aus gutem, flandrischen Leinentuch Die Stickerei auf seinem Gürtel sieht französisch aus Vielleicht eine Arbeit aus der Provence Doch woher wusste sie all diese Dinge? Er strich sich eine Haarsträhne aus der Stirn und nahm einen kräftigen Schluck aus dem Becher Bevor es morgen wird, solltet ihr euch besser auch an alles andere erinnern Ich halte nichts von den üblichen Methoden, jemanden zum Reden zu bringen Doch die Ritter sind vielleicht anderer Meinung Der reibungslose Ablauf unserer Reise ist von großer Wichtigkeit Die Herren werden euch verdächtig finden Weshalb? Weil ihr etwas über die Kölner wissen könntet, die wir hier seit zwei Tagen erwarten Die edlen Herren in unserer Reisegesellschaft werden langsam ungeduldig Otto versichert ihnen zwar immer wieder, dass sein Onkel aus England große Mengen Silber schicken wird Doch die Herren wollen sicher gehen Immerhin geht es um die zukünftigen Geschicke des Reiches Und der Weg aus England ist lang Wer weiß, wann das englische Silber im Reich eintrifft? Seht nicht so verwirrt drein Es ist doch ganz einfach Die Kölner Kaufleute haben einen Teil des Stadtschatzes Und einen großen Betrag Silber versprochen, um Ottos Wahl voranzutreiben Sie rechnen sich Handelsvorteile mit England aus Wenn sie einen von England gewünschten König unterstützen Solange das englische Silber noch nicht da ist, ist das Kölner Silber sehr wichtig Wir benötigen es, um die noch zögernden Reichsfürsten so schnell wie möglich durch Geldgeschenke zu überzeugen Einem großzügigen Mann sind sie zu Dank verpflichtet Und geben ihm ihre Stimme bei der Wahl Denkt nach Wisst ihr etwas über das Kölner Silber? Warum sollte ich etwas darüber wissen? Weil eure Sprache rheinländisch klingt Außerdem könnte das Wappen auf eurem Mantel das Zeichen eines Kölner Kaufmannes sein Jeder zu Geld gekommene Mann denkt Er könne sich mit einem Wappen schmücken, wie es nur den Rittern ansteht Mit einer verächtlichen Handbewegung wies er auf die Stickerei auf ihrem Mantel Erschrocken starrte sie auf das kleine Wappen Etwas unbeholfen hatte jemand ein kleines Schiff gestickt, über dem ein Eber zum Sprung ansetzte Das plumpe Tier hatte so etwas wie ein Weinblatt im Mund Sie tastete mit zitternden Fingern über die Stickerei Und war sich plötzlich sicher, dass sie dieses Zeichen schon oft gesehen hatte Vor ihrem inneren Auge tauchte der springende Eber über dem kleinen Schiff Auf Kacheln, Kissen, Pergamenten und Fässern auf Er hat recht, dachte sie erschrocken Sie musste etwas mit den Kölnern zu tun haben Wenn sie sich doch nur daran erinnern könnte Es war auf alle Fälle sicherer, so zu tun, als sei ihr das Kaufmannswappen völlig fremd Ich habe dieses Zeichen noch nie zuvor gesehen Er seufzte, stellte den Becher ab und bot ihr seinen Arm an, um sie hochzuziehen Ihre schmutzigen Finger hinterließen schwarze Flecken auf seinem wertvollen Gewand Er sah sie ernst und besorgt an Ihr müsst morgen früh Antworten haben Denkt an die Ritter Sie sind ungeduldig und schlecht gelaunt Herzog Otto am allermeisten Nehmt euch in Acht Doch heute Nacht seid ihr mein Gast Ihr habt meinem schmerzenden Kopf eine Pause verschafft Dafür bin ich dankbar Ich rufe Arno Er soll euch ins Proviantzelt zu Martha bringen Sie wird euch etwas Trockenes und Standesgemäßes zum Anziehen suchen Bald darauf erschien ein etwa zwölfjähriger Junge mit wachen, interessierten Augen Er nahm aufmerksam die geflüsterten Anweisungen seines Herrn entgegen und führte sie zielstrebig über den dunklen Platz Sie bemühte sich Schritt zu halten und fragte keuchend Wieso bist du um diese Zeit so munter? Gehörst du nicht längst ins Bett? Der Junge grinste fröhlich und antwortete Ich schlafe im Vorzelt meines Herrn und bin immer sofort zur Stelle, wenn er mich braucht So, so, immer sofort zur Stelle, murmelte sie und betrat ein großes Zelt, in dem sich Truhen, Kisten und Säcke unordentlich stapelten Aus einer geöffneten Truhe quollen gelbe Stoffbahnen und überall waren Zwiebeln verstreut Fleckige Äpfel lagerten in Körben und krumme Würste ringelten sich um ein Brett Jemand hatte eine angefangene Näharbeit auf einen umgestürzten, dreibeinigen Topf gelegt Ein Körbchen mit Nüssen stand daneben und leere Nussschalen hatten sich in der Wolle verfangen Der Anblick kam ihr tröstlich und vertraut vor Der Junge verschwand in diesem Gewühl und rief Martha, wach auf! Ich bringe eine fremde Dame! Eine knurrige, verschlafene Stimme antwortete etwas Unverständliches Und kurz darauf erschien eine dicke, kleine Frau Beim Allmächtigen, sagte sie entsetzt und schien plötzlich hellwach zu sein Ihr werdet euch den Tod holen in diesem nassen Zeug Ich suche euch ein passendes Kleid Sie wühlte in einer Truhe und holte ein Unterkleid mit langen, trichterförmigen Ärmeln und ein blaues Überkleid mit Schleppe hervor Das wird doch in Ordnung sein, fragte sie unsicher Es schien eher ein Sonntagskleid zu sein und hatte ganz offensichtlich schon bessere Tage gesehen Arno zuckte mit den Schultern und schielte nach dem Korb mit den Äpfeln Nimm dir einen und dann ab ins Bett mit dir Arno griff sich den schönsten Apfel, rief Danke Martha und verschwand Martha setzte sich auf die große Truhe und musterte die Unbekannte neugierig aus kleinen, runden Augen Es war nicht angenehm, so angesehen zu werden Tropfnass und mit wirren Haaren wurde niemand gern einer Prüfung unterzogen Sie knetete ihre kalten, schmutzigen Hände Was wurde nun von ihr erwartet? Sie tastete nach der silbernen Spange, die ihren Gürtel zusammenhielt Sie konnte sich nicht erinnern, die Spange mit den ineinander verschlungenen Schlangen jemals zuvor geöffnet zu haben Sie löste die silbernen Schlangen und bei der Bewegung rutschte ihr der Mantel von der Schulter Die dicke Frau sprang auf, um ihn aufzuheben und winkte sie zu einer kleinen Feuerstelle Ich bin Martha, die Quartiermeisterin, Köchin, Ratgeberin und Ersatzmutter des jungen Herrn, verkündete die Frau und begann geschäftig im Zelt herumzulaufen Sie nahm einen Topf vom Feuer, goss heißes Wasser auf eine Schale mit Kräutern und schnitt Brot und Schinken ab Warme Decken häufte sie zu einem Lager am Feuer zusammen Jeder würde sich inmitten so vieler Annehmlichkeiten wohlfühlen, dachte die junge Frau müde und zufrieden Die wohlige Wärme am Feuer drang langsam durch ihre feuchten Kleider Das eng geschnittene Oberteil klebte an ihr wie eine zweite Haut Die Schnürungen an den Seiten scheuerten unangenehm Die trockenen Kleider, die weit geschnitten schienen und keine Schnürungen besaßen, lagen neben ihr Sie legte die schöne Schlangenspange daneben und betrachtete sie nachdenklich Woher hatte sie diese Gürtelspange? Wenn die Schlangen doch sprechen könnten Sie könnten ihr sicher sagen, wie sie hieß und wie sie in diesen Wald gekommen war Martas tiefe Stimme unterbrach ihre Gedanken Ihr müsst mir nicht sagen, wer ihr seid Wenn er euch zu mir schickt und nicht zu Raimund von der Heide, dann werdet ihr ihm gefallen haben Seine Freunde sind auch die meinigen, fuhr Marta herzlich fort und reichte ihr einen Becher mit dampfendem Kräutertee Sie nahm vorsichtig den heißen Becher Während sie darauf achtete, dass nichts verkleckerte, fragte sie Wer ist Raimund von der Heide? Marta sah sie erstaunt von der Seite an und rief Ihr kennt die von der Heides nicht? Sie sind eine angesehene Familie und stimmberechtigte Fürsten bei der Königswahl Raimund von der Heide war der Anführer unserer Reisegruppe, bis der andere kam Letzteres sagte sie etwas mürrisch Die junge Dame pustete den heißen Dampf von ihrem Tee und fragte Der andere? Meinst du Herzog Otto, den Welfensohn, den sie aus der Normandie geholt haben, um ihn nach Braunschweig zu bringen? Der Welfe, der von den Reichsfürsten zum König gewählt werden soll? Da wisst ihr mehr als ich Ich weiß nur, dass der englische Lord alles durcheinander bringt Versteht ja kaum Deutsch und scheucht uns mit seinen seltsamen Sitten und Vorlieben Tag und Nacht durchs Lager Gott sei unserem Reich gnädig Marta hatte anscheinend ihre eigenen Ansichten zu Otto und die junge Frau beschloss, lieber den Mund zu halten Sie trank vorsichtig einen Schluck Kräutertee Er schmeckte nach feuchtem Stroh und bitteren Nüssen Betrocknete Blätter und Stängel schwammen darin herum, sodass sie sich fast verschluckt hätte Doch erwärmte angenehm und beruhigte ihren Magen Versöhnlich sagte sie Du bist so freundlich Ich würde gern meine Geschichte erzählen Doch ich kenne sie selbst nicht Sie haben mich ohne Erinnerung aus dem Schlamm gezogen Jesus Christus, erbarme dich Die Welt wird immer verrückter Der Schlaf ist der beste Vater der Erinnerungen Im Traum erscheint uns das Vergangene und die Zukunft wird uns gewiesen Schlaft erst mal Morgen früh werdet ihr euch erinnern Marta stellte den Teller mit dem Brot und dem Schinken neben den Haufen Decken, den sie für ihren Gast am Feuer bereitgelegt hatte Dann zog sie sich in eine dunkle Ecke auf ihr Lager zurück Bald waren nur noch ihre gleichmäßigen Atemzüge zu hören Die junge Frau wischte sich, so gut es ging, ihre immer noch eiskalten Hände am nassen Rock ab Und versuchte dann die Schnüre zu lösen Es dauerte eine Ewigkeit Und als sie endlich aus den nassen Kleidern schlüpfen konnte Entdeckte sie etwas Hartes im viel zu breiten Rocksaum Sie begann mit zittrigen Fingern die mit groben Stichen genähte Naht aufzutrennen Mit großem Erstaunen zog sie einen schweren Lederbeutel hervor und schüttete seinen Inhalt in ihren Schoß Ein großer Haufen Silbermünzen glänzte im Feuerschein Wie schön, dachte sie wie verzaubert von dem überraschenden Anblick Sie nahm eine Münze in die Hand und betrachtete sie genauer Ein schlanker Löwe war von lateinischen Buchstaben eingerahmt Den Namen der Stadt Venedig konnte sie entziffern Das half ihr allerdings auch nicht weiter Sie hatte diese Prägung schon oft gesehen Jedoch nicht auf so vielen Münzen auf einmal Die würden sicherlich ausreichen, um eine ganze Schar von Rittern für den Kreuzzug auszurüsten Glänzende Schwerter und prächtige Kettenhemden Sie konnte die Ritter vor sich sehen, wie sie einen Hügel emporstürmten Wütende Ritter mit Schwertern auf der Suche nach Beute, auf der Suche nach Silber Sie kam wieder zu sich Das Silber funkelte und sein Glanz kam ihr gefährlich und bedrohlich vor Manch einer würde schon für eine von diesen Silbermünzen töten Was hatte der junge blonde Mann mit dem Tintenklecks am Kinn noch erklärt? Sie warteten auf das Bestechungssilber für die noch zögernden Reichsfürsten Silber der Kölner Kaufleute, um den Welfen Otto auf den Thron zu bringen Vor ihr lag offensichtlich das Kölner Bestechungssilber Das Königsmachersilber Heilige Margareta steh mir bei, flehte sie Und strich über den noch feuchten Stoff ihres Kleides Welche Hände hatten es dort eingenäht? Ihre eigenen? Nehmt euch in Acht, hatte der junge Mann gesagt Er hatte Recht Es ging immerhin um eine Königswahl Von dem Silber in ihrem Saum hingen also die Geschicke des Reiches ab Bei dem Gedanken bildete der Kräutertee in ihrem Magen einen scharfen Sud, der ihre Kehle hinaufkam Sie musste ein paar Mal heftig schlucken Ihr Herz raste und mit zitternden Händen füllte und verschnürte sie den Beutel wieder Mit dem Schlangengürtel befestigte sie den Schatz an ihrem Körper und zog das Überkleid darüber Sie vergrub sich in die Decken am Feuer und versuchte zu schlafen Doch ihre Gedanken hetzten von einer Richtung in die andere Bilder jagten durch ihren Kopf Die Buchstaben der Münzen tanzten vor ihren Augen und der Löwe riss sein Maul auf Er wurde zu dem großen Löwen auf der Zeltbahn und sprang ihr entgegen Der Löwe hatte plötzlich die klugen blauen Augen des jungen Mannes Er fauchte sie an und überall flackerten Kerzen Endlich versank sie in einen unruhigen, traumschweren Schlaf März 1198 auf der Burg Triefels Weiter im Süden des Reiches war am nächsten Morgen ein fahrender Sänger unterwegs Er war noch unschlüssig, welchen Weg er einschlagen sollte Zögernd stand er an einer Weggabelung Der eine Weg führte direkt zur Burg Triefels hinauf Der andere zu einer kleinen Handwerkersiedlung zu ihren Füßen Erfürchtig schaute er zu der mächtigsten Burg auf, die er je gesehen hatte Die dicken grauen Türme ragten drohend in den leuchtend blauen Himmel hinein Die Zinnen spießten ein paar zerfetzte Federwolken auf Triefels war eine riesige Festung Und mit Sicherheit kein Ort, der einen Dichter zu fröhlichen Gesängen inspirierte Diese Mauern sollten Heere abschrecken und Feinde einschüchtern Richard Löwenherz war in dieser staufischen Burg gefangen gehalten worden Der junge Sänger schauderte, wenn er an die dunklen Kerker dachte Es war sicher nicht klug, den Türwächter zu belästigen Vernünftiger wäre es, sich erst einmal in der Siedlung umzuhören Doch er hatte versprochen, der Schwester seines letzten Herren eine Nachricht zu bringen Er war kein guter Herr gewesen Ein geiziger Mann, der ihn nach einem Winter voller Lieder und Dichtung Nur mit einem schäbigen Mantel entlohnt hatte Die zerfallene Burg mit den krummen Bretterverschlägen Würde im nächsten Winter einen anderen Sänger beherbergen Sollte sich ein anderer in den schlecht geheizten Sälen die Füße abfrieren Er hatte sich geschworen, den nächsten Winter an einem großen Hof zu verbringen Der junge Sänger warf sich seine Laute über den Rücken und schlug den Weg zur Burg ein Wenn er schon eine Nachricht für eine Dame hatte, dann wollte er zusehen, dass sie ihm im Gegenzug einen Platz bei Hofe beschaffte Er würde in den Dienst des Herzogs Philipp von Schwaben treten Jeder sprach davon, dass der Bruder des verstorbenen Stauferkaisers nach Italien aufgebrochen war Um seinen kleinen Neffen zur Krönung zu holen Wenn der kleine Friedrich erst Kaiser wäre, würde die ganze Macht in der Hand der Staufer liegen Es war also klug, sich in ihren Dienst zu stellen Sicher hielt sich die Herzogin in der Burg auf Und wenn ihr Gemahl in Sizilien war, würde sie die musikalische Zerstreuung begrüßen Hier würde es bestimmt reichen Lohn geben Vielleicht mit goldbestickte Kleider und sogar Schnabelschuhe Nach dem steilen Anstieg überquerte der Sänger die knarrende Zugbrücke und klopfte an ein riesiges Tor Das Mannloch wurde geöffnet und ein einäugiger Torwächter musterte ihn abfällig Der einäugige kniff sein gesundes Auge zu einem winzigen Schlitz zusammen und knurrte Jeder, der in die Festung will, muss sich durchsuchen lassen Auch so eine Filzlaus wie du Anordnung seit dem Tode des Kaisers Der junge Sänger presste seine Laute an sich und brachte kein Wort heraus Der Torwächter geriet in Wut und brüllte Guck nicht so blöde! Denkst du, wir lassen einen Meuchelmörder zum Herzog? Staufisches Blut ist kostbar geworden Was willst du auf der Burg? Ey, bist ein Welfenschwein Sehe ich dir doch an Schicken die abtrünnigen Reichsfürsten und das Kölner Kaufmannspack schon ihre Spione zum Herzog? Ist der Herzog nicht schon fort, nach Italien aufgebrochen? Er hätte lieber den Mund halten sollen, denn nun verlor der Einäugige die Geduld So, hab ich's doch gewusst Ein Spion ist er Hey, hier ist wieder einer, der unsere schöne Festung von innen kennenlernen will Wie gefiele dir der Kerker, in dem Richard Löwenherz gesessen hat, hm? Auf englische Speichellecker wie dich haben wir gerade noch gewartet Alles englisches Gesindel, die Welfenkriecher Pack ihn, den Welfenlecker Der Soldat, der nun aus dem Torhaus trat, hatte Arme wie Baumstämme Hände wie Löwenpranken bohrten sich in die Schultern des jungen Mannes Die Laute polterte zu Boden und gab einen Klagelaut von sich Nein, lasst mich los, es ist ein Irrtum, ich bin Herzog Philipp treu ergeben Gott schütze die Staufer, so glaubt mir doch, ich bin nur ein Fahrender Will einer Dame ein Ständchen bringen, lasst mich zu ihr Beide Wachsoldaten lachten amüsiert Der Mann mit den riesen Händen stieß den Gefangenen vor sich her und beachtete seine Proteste gar nicht Eine Treppe führte in ein schwarzes Loch Mit jeder steilen Stufe, die sie hinunterstiegen, wurde es kälter Der junge Sänger machte noch einen letzten verzweifelten Versuch Er warf sich herum und schrie Meine Laute, gebt mir meine Laute wieder! Da raste eine Faust auf ihn zu und eisige Kälte umfing ihn In der Festung ahnte die junge Dame nichts von den Ereignissen am Tor Sie ahnte auch nichts von der Nachricht ihres Bruders Erst recht ahnte sie nichts von den Welfen, die den Staufern im Ringen um die Krone zuvorkommen wollten Sie schlief Dame Johanna schlief gern und oft Normalerweise wagte es niemand, ihren Schlaf auf einer der gepolsterten Fensterbänke oder am Kamin zu stören Sie war eine zierliche Frau und schlafend sah sie noch zerbrechlicher aus Das hellbraune Haar lag in Wellen um das blasse Gesicht und ihre langen Wimpern zitterten ganz leicht Dame Giselle Bertha hatte heute jedoch kein Gespür für diesen wundervollen Anblick Sie stürzte rücksichtslos ins Schlafgemach und rüttelte und schüttelte Johanna nicht gerade sanft Johanna zog sich ihr Schaffell über den Kopf und versuchte verzweifelt sich unsichtbar zu machen Vor Dame Giselle Bertha gab es kein Entkommen Sie konnte sehr hartnäckig sein, wenn sie einen Skandal witterte Das Fell wurde zur Seite gezogen und ein Riesenbusen schwebte über Johanna Giselle Bertha war außer Atem und ihre Fleischmassen wogten auf und ab Dame Johanna, da sitzt ein Mann in Richardskerker Ihr müsst sofort kommen Johanna zog sich das Fell wieder über und murmelte müde Was geht mich das an? Ständig werfen sie irgendeinen armen Wurm ins Verlies Was hat der Kerl getan? Den Einäugigen beleidigt? Johanna sehnte sich danach, die Augen zumachen zu können und zu schlafen Schlaf erschien ihr im Moment das Kostbarste auf der Welt zu sein Sie hatte die ganze Nacht am Bett der kranken Maria gesessen Kranke Kinder konnten sehr anstrengend sein Kranke Herzogstöchter, die erst zwei Jahre alt waren, im Besonderen Giselle Bertha schnaufte empört Habt ihr mich nicht gehört? Ihr müsst sofort kommen Erst haben sie am Tor gedacht, er sei ein Spion der Welfen Doch der Fremde behauptet, er hätte eine Botschaft für euch Mit einem Mal war Johanna hellwach Sie setzte sich im Bett auf und starrte in das breite, glänzende Gesicht Giselle Bertha faltete triumphierend die Hände vor ihrem Bauch Sie genoss es sichtlich, nun ihre volle Aufmerksamkeit zu haben und fuhr fort Sie haben ihn übel zugerechtet, den armen Kerl Er schreit so laut euren Namen, dass der Einäugige nicht einmal sein Frühstück zu sich nehmen kann Johanna sprang aus dem Bett, schlüpfte in ihre Schuhe und suchte nach ihrem Unterkleid Während sie es ungeduldig über ihren Kopf zerrte, rasten ihre Gedanken Eine Botschaft für sie Sie wollte zur Tür, doch Giselle Berthas Blick ließ sie innehalten Wollt ihr wirklich so unter die Soldaten? fragte die dicke Hofdame entsetzt Johanna griff nach ihrem Gebände, das sie eigentlich nur sonntags trug Sitzam band sie die langen weißen Bänder um ihr Kinn und warf sich noch ihren dicken Wollmantel über Giselle Berthas Doppelkinn waberte missbilligend hin und her Sie rührte sich jedoch nicht vom Fleck Giselle Bertha war offensichtlich zu erschöpft, um den Weg über den Burghof ein zweites Mal zurückzulegen Johanna verzichtete nur zu gern auf ihre Begleitung, obwohl Sitte und Anstand es erfordert hätten, die sie sonst streng beachtete Wenn eine junge Frau nichts anderes besaß als ihren tadellosen Ruf, dann sollte sie ihn verteidigen wie eine Löwin ihr Junges Doch nun war sie zu abgelenkt Ihre Gedanken kreisten um die Botschaft Sie hatte so lange auf Nachricht gewartet, dass sie nun keinen Augenblick verlieren wollte Johanna verließ die beheizte Keminate und überquerte hastig den belebten Burghof Beinahe wäre sie mit einer Mark zusammengestoßen, die ein dampfendes Tablett balancierte und nur mit Mühe konnte sie dem singenden Hofkaplan ausweichen Sie flog fast die steile Treppe zum Kerker hinunter und kam erst im Wachraum zum Stehen Nach atemringend blickte sie sich um Sie war schillernde Wandteppiche, dicke Kissen und glänzende Leuchter gewöhnt In ihrem Schlafgemach roch es nach Bienenwachs und Rosenöl Der Vorraum zum Kerker war ein dämmeriges Loch, in dem es nach Urin und Erbrochenem stank Ein paar Fackeln steckten in den Wandhaltern, sonst gab es kein Feuer Die Kälte kroch unter Johannas Wollmantel und stach unter ihre dünnen Schuhsohlen Ihre Augen wanderten über die feuchten Wände und glitten über Blutflecke und Kotspuren hinweg Schließlich blieben sie an den drei Wachsoldaten hängen Sie lehnten an der fleckigen Wand und grinsten anzüglich Niemand hatte das Recht, sie so anzusehen Wer sie entehrte, entehrte ihre Herrin Stolz reckte sie ihr Kinn in die Luft und sah den Einäugigen tadelnd an Wo ist der Mann? Ich will ihn sofort sprechen Der Einäugige war sichtlich beeindruckt So einen Ton hatte er ihr wohl nicht zugetraut Er murmelte Sofort, hohe Dame, sofort Und verschwand eilig in dem dunklen Gang Seine Männer musterten sie schweigend Der Bullige rollte langsam seine Zungenspitze ein und aus Johanna hatte noch nie gesehen, dass jemand dieses Kunststück beherrschte Und sah ihm fasziniert zu Eine Ewigkeit schien zu vergehen Hätte es sich nicht um so etwas Wichtiges gehandelt Dann wäre sie davongelaufen Doch die Nachricht konnte ihr Leben verändern Als der Einäugige endlich zurückkam Stieß er einen dreckigen, nackten Mann vor sich her Der junge Mann blinzelte verwirrt Und hielt sich schützend die Hände vor den Unterleib Sein Gesicht war völlig zerschunden Wir brauchen auch ab und zu unseren Spaß Erklärte der Einäugige entschuldigend Und der große Kerl wackelte bestätigend mit der Zunge Dem Herzog wird das nicht gefallen Er ist ein gerechter Mann und duldet keine Gewalttaten Wo ist seine Kleidung? Fragte Johanna aufgebracht Sie drehte den Kopf zur Seite Um den blau gefrorenen, zitternden Nackten nicht mehr ansehen zu müssen Der Einäugige wühlte in einem Haufen Lumpen Und zog gestreifte Beinlinge, einen abgewetzten Mantel Und ein zweifarbiges Gewand heraus Wie es nur Fahrende und Spielleute tragen Beides warf er dem Gefangenen vor die Füße Johanna sah aus den Augenwinkeln Wie der Nackte sich zitternd danach bückte Er wisperte kaum hörbar Mein Gürtel, meine Laute Der Einäugige warf ihm den Gürtel und das Instrument vor die Füße Und sah abschätzig zu, wie der Mann sich anzog Erst als der Fahrende vollständig gekleidet vor ihr stand Richtete Johanna das Wort an ihn Ich bin Dame Johanna Schickt euch mein Bruder Habt ihr eine Nachricht für mich? Der junge Mann tastete in seiner Gürteltasche Und rief erschrocken Sie ist fort Die kleine Briefrolle, die ich euch geben soll Sie ist nicht mehr da Johanna sah den Einäugigen fragend an Doch der zuckte nur mit den Schultern und knurrte Sie muss verloren gegangen sein Ich kann mich nicht um jeden Kleinkram kümmern Eine Botschaft, die ihr Leben verändern würde nannte der Kerl Kleinkram Johanna funkelte ihn wütend an Der Einäugige hob abwehrend die Hände und sagte etwas freundlicher Ich habe verstanden Ich werde sie suchen müssen Der Zungenakrobat ließ seine Zunge in den Mund zurückschnellen Johanna nickte und winkte dem Boten ihres Bruders, ihr zu folgen Der Fahrende war noch etwas wackelig auf den Beinen Die Treppe strengte ihn sichtlich an Johanna war zwischen den Regeln des Anstands und dem Bedürfnis, ihm zu helfen, hin- und hergerissen Doch keuchend und japsend schaffte er es schließlich allein die Treppe hinauf Über dem Burgplatz wehte ein frischer Wind Johanna atmete erleichtert auf Obwohl Wolken aufgezogen waren, erschien ihr hier oben alles herrlich hell und sauber Die Sonnenstrahlen brachen durch die Wolkendecke und spiegelten sich auf den blankgelaufenen Steinen Ein mit Kesseln und Körben behängter Wagen polterte vorbei Ein Trupp Soldaten mit Köcher und Bogen folgte seinem Waffenmeister über den Platz Plötzlich umringte eine lärmende Kinderschadensänger Sie schrien und lachten und zeigten auffordernd auf seine Laute Er lächelte müde und hob abwehrend die Hände Doch sie krallten sich an sein Gewand und zerrten an den Bändern seiner Laute Erst nachdem er versprochen hatte, ein Lied für sie zu singen, ließen sie von ihm ab Bei den ersten Klängen klatschten und hüpften die verdreckten Kinder Der Sänger musterte sie schmunzelnd, dann begann er zu singen Johanna beobachtete erstaunt, wie der ganze Kerker mit den ersten Tönen von ihm abzufallen schien Der junge Mann trug noch die Spuren der groben Misshandlung im Gesicht Doch seine Augen blitzten fröhlich Es war ein kurzes, lustiges Lied über einen verzauberten Froschteich Und die Kinder quakten an den passenden Stellen mit Beim letzten Quark schlug der Sänger mit der Hand auf die Seiten und rief Nun lasst mich mit der Dame allein, dann singe ich heute Abend für euch im Kräutergarten Die Kinder jubelten und waren genauso schnell wieder verschwunden, wie sie aufgetaucht waren Es tut mir leid, überall wo ich hinkomme, rennen mir die Kinder nach und betteln um ein Lied Es war sehr hübsch Johanna wollte jedoch nicht über Froschlieder reden, sie wollte alles über ihren Bruder erfahren Und so sagte sie schnell Wart ihr den Winter über bei meinem Bruder? Wie geht es ihm? Eurem Bruder geht es gut Diesen Mantel hat er mir zum Dank für meine Lieder geschenkt Der Frühling kommt, es gibt viel Arbeit auf der Burg Niemand braucht Unterhaltung Nur die Botschaft, die wollte ich euch bringen Konrad, habe ich mir gesagt Das ist ein Zeichen des Allmächtigen Gott will, dass du beim Herzog Philipp von Schwaben vorsingst Leider haben die Torwächter das anders gesehen Johanna hörte schon nicht mehr richtig zu Sie konnte an nichts anderes als an die Briefrolle denken Was hatte ihr Bruder geantwortet? Vielleicht war er gar nicht mehr so geizig Immerhin hatte er diesen Konrad großzügig mit einem Mantel beschenkt Johanna sah sich den Mantel genauer an Und erkannte darin das schäbige Ding, das der Stallmeister ihres Vaters getragen hatte Er war so alt, dass er mit Flicken und Flecken übersät war Das war ein schlechtes Zeichen Niemals würde ihr Bruder ihrer Bitte nachkommen Wenn er einen Sänger so schlecht entlohnte Sie war sich gar nicht mehr sicher, ob sie sich über die Nachricht freuen würde Doch solange der Einäugige die Briefrolle nicht fand, konnte sie noch hoffen März 1198, einige Tagesreisen vor Braunschweig Im Zeltlager wurde seit dem frühen Morgen alles für die Weiterreise vorbereitet Es herrschte ein wohldurchdachtes Durcheinander Jeder wusste, was er zu tun hatte Und jeder Handgriff saß Die Mägde, Knappen, Soldaten und Schreiber waren das viele Reisen gewohnt Alle waren es leid, bei regnerischem und kühlem Wetter im Wald zu lagern Und auf irgendwelche Gesandte zu warten Nach ein paar lautstarken Auseinandersetzungen am frühen Morgen Während derer jeder auf Zehenspitzen um das prächtige Zelt von Herzog Otto herumgeschlichen war ging es nun endlich weiter Keiner hatte verstanden, worüber sich die edlen Herren so aufregten Mehrmals waren die Worte Überfall und Verrat durch die dünnen Zeltbahnen gedrungen Den eigentlichen Grund für den plötzlichen Aufbruch wollten die Mägde und Knappen jedoch gar nicht wissen Sie freuten sich auf die große Stadt mit all ihren Vergnügungen Es war die Stadt Heinrichs des Löwen, der zu Lebzeiten dafür gesorgt hatte, dass sie besaß, was eine prächtige Stadt ausmachte Eine mächtige Stadtmauer, eine herrliche Burg, einen fast fertigen Dom und nicht zu vergessen Handwerkersiedlungen, Wirtshäuser und Marktplätze Beim Gedanken an die Wirtshäuser summten die Knechte beim Zusammenlegen der Zeltbahnen vor sich hin Und die Mägde träumten beim Wasserholen am Bach von den bunten Waren der Straßenhändler Martha freute sich auf ihre Cousine Viltrudis, die in der Burgküche unentbehrlich war Sie kannte wundervolle Gerichte und beim Gedanken an ihre Salbei-Torte lief Martha das Wasser im Mund zusammen Davon angespornt begann sie noch emsiger die Truhen zu packen und Bündel zu schnüren Arno half ihr mit gelangweiltem Gesicht Er kannte niemanden in der Stadt und konnte Reisevorbereitungen nicht ausstehen Martha wusste das und versuchte ihn aufzuheitern Sie flüsterte dabei, um die Schlafende nicht zu wecken Obwohl im ganzen Lager Aufbruchstimmung herrschte, rührte sich die junge Dame nicht Die lag mit geschlossenen Augen da und gab vor zu schlafen Martha und Arno sprachen offensichtlich über sie und sie bemühte sich gleichmäßig zu atmen Nein, sie muss von Adel sein Ein Kleid, das so eng anliegt Und dieser weite Rock Nur den edlen Herrschaften ist so unpraktisches Zeug erlaubt Und hast du nicht ihre zarten Hände gesehen? Wörte sie Martha flüstern Die hat noch nie in ihrem Leben hart gearbeitet Warum spricht sie so komisch? Viel zu laut Damen benehmen sich anders Sie macht außerdem viel zu große Schritte, fast wie ein Mann Widersprach Arno Gegessen hat sie jedenfalls so gesittet wie eine Frau Nicht so geschlungen, wie du das immer tust Ich hab halt immer Hunger Jetzt isst sie auch noch die Vorräte weg Denkst du, sie kann bezahlen? Oder bist du wieder mildtätig? Versuchte er sie zu provozieren Es wird schon nützlich sein, sie durchzufüttern, wenn er es so bestimmt hat Antwortete Martha gleichmütig Er ist auf ihr hübsches Gesicht hereingefallen und auf ihr helles Haar Dabei trägt sie noch nicht einmal ein ordentliches Gebände um den Kopf Was für eine Sorte Frau soll das schon sein? Die Lauscherin zuckte zusammen und musste das Verlangen, niederkämpfen, aufzuspringen und sich zu verteidigen Martha zischte Was versteht so ein rohes Ei wie du schon davon? Machst dir zu viele Gedanken für dein junges Alter? Sie war so aufgebracht, dass ihr der Deckel der Truhe aus der Hand rutschte und mit einem lauten Knall zuschlug Nun konnte niemand mehr vorgeben zu schlafen Die Dame streckte die Arme in die Luft und gähnte herzhaft Jetzt hast du unserer Schöne geweckt Na, dann gib ihr mal was zu tun für ihre zarten Hände Ich muss zum Herrn Desperte Arno und lief hinaus Martha beobachtete, wie sich die junge Dame reckte Dann füllte sie eine Holzschale mit Wasser aus einem Krug Die Dame tauchte einen Zipfel ihrer Decke hinein und wischte sich damit über die Augen Während sie sich das Überkleid auszog, um nun auch das Unterkleid darunter zu tragen Tastete sie unauffällig nach dem Silberbeutel Ja, er saß noch fest am Gürtel und fühlte sich genauso schwer an wie gestern Nacht Martha reichte ihr mit der Aufforderung Hundert Striche für hundert Heilige Einen groben Kamm Beim Kämmen der langen Strähnen ging der Dame das belauschte Gespräch durch den Kopf Was hatte der junge Arno gegen sie? Machte sie ein fehlendes Gebände zu einer unsittlichen Frau? Wieso trug sie nur einen Silberreif im Haar und kein Gebände? Vage konnte sie sich an das Gefühl unter dem Kinn erinnern, wenn es zu stramm gebunden war Ihr fiel plötzlich ein, dass sie einen wertvollen Kamm aus Walrostzahn besessen hatte Er hatte sehr kleine Zinken und war ständig hängen geblieben Wo war dieser Kamm nun? Nachdenklich starrte sie auf Marthas einfachen Holzkamm Und stellte sich vor, wie ihr Kamm in irgendeinem Schmuckkasten lag und auf sie wartete Wir müssen uns beeilen, sie laden schon auf, drängelte Martha Wieso brechen wir auf? Es geht nun endlich weiter nach Braunschweig Sind die Gesandten aus Köln eingetroffen? Fragte die junge Frau aufgeregt Wenn die Kölner eingetroffen waren, dann hatte die Ungewissheit über ihre Herkunft ein Ende Sie würde ihnen das Silber aus ihrem Saum geben und ihre Angehörigen in die Arme schließen Doch plötzlich kamen ihr Zweifel Was wäre, wenn sie die Kölner nicht erkannte? Besorgt beobachtete sie Martha, die im Zelt herumhuschte, um die letzten Dinge zu verstauen Nun sah die dicke kleine Frau auf und murmelte Gesandte aus Köln? Nein, niemand ist eingetroffen Aber es hat heute Morgen einen Streit zwischen Raimund von der Heide und Otto von Braunschweig gegeben Herzog Otto will nicht länger warten und hat auf dem Aufbruch bestanden Gott sei Dank Die Dame setzte sich auf eine der Truhen und betrachtete nachdenklich ihre weißen, makellosen Finger Nein, nicht makellos Sie entdeckte einen schwarzen Fleck an der Stelle, wo eine Schreibfeder gehalten wurde Unter dem Tintenfleck war die Haut verhornt und hart Das konnte nur die Folge von viel Schreibarbeit sein Arno hatte Unrecht, wenn er behauptete, sie hätte noch nie im Leben gearbeitet Offensichtlich misstraute er ihr, aber Martha war da anders Deshalb entschied sie, Martha zum Dank für ihre Freundlichkeit später den hübschen Silberring zu schenken, der an ihrem Ringfinger steckte Schon kurze Zeit später setzte sich der Zug aus Wagen, Reitern und Fußsoldaten auf dem holprigen Waldweg in Bewegung Die Wagen hatten eine lange Reihe gebildet und schlängelten sich durch das Unterholz Die Ritter zu Pferde zogen mit ihren Knappen vorweg und zwischen den Wagen marschierten die Einfachen Soldaten Der schlammige Pfad war so schmal, dass die Wagen kaum an den Zweigen der Bäume vorbeikamen Immer wieder streiften Äste die Planen Und Zweige verfingen sich in den Umhängen der Soldaten Es war, als würde eine Schlange durchs Gehölz kriechen Nur, dass der Zug nicht gleichmäßig dahin glitt, sondern immer wieder zum Stehen kam Einmal brach ein Rad, dann scheute ein Packpferd vor einem Tannenzweig Und beim nächsten Halt versperrte ein umgestürzter Baum den Weg Jedes Mal brach Tumult aus Ritter brüllten Befehle und Fußsoldaten liefen aufgeregt nach vorn Die Dame war erleichtert, dass niemand sie beachtete Anscheinend war der blonde junge Mann zu beschäftigt, um das Gespräch von gestern Nacht fortzusetzen Vielleicht hatte man sie in der Aufbruchsstimmung auch nur vergessen Es war das Beste, sich zwischen die Mägde zu mischen und den Mund zu halten Sie saß neben Martha auf dem Proviantwagen und hatte sich den Mantelkragen schützend über den Kopf gezogen Die jungen Mägde hinten im Wagen erhielten gerade von Martha Anweisungen zur Zubereitung von Kapaun in weißem Pudding Während Martha die Zügel hielt, drehte sie sich immer wieder um Und rief etwas von Zickleingekröse und Soße aus Sauerwein über ihre Schulter Endlich verließ der Zug den dichten Wald und gelangte auf ein offenes Feld Die Vorhut schwenkte in einen breiteren Weg ein und die Dame konnte einen Blick auf die Reiter werfen Sie nahm an, dass der große dunkle Mann, der ganz vorne ritt, Otto war Sie kniff die Augen zusammen, um ihn besser erkennen zu können Er hatte dichtes schwarzes Haar, alles an ihm schien groß und gedrungen zu sein Die Stickerei auf seinem ockerfarbenen Mantel glitzerte in der Sonne Und seine violetten Beinlinge glänzten wie nasse Seide Mehr konnte sie aus der Entfernung nicht erkennen Enttäuscht wanderten ihre Augen zu den anderen Rittern, die direkt hinter Otto ritten Sie schienen in ein ernstes Gespräch vertieft zu sein Sie sahen wichtig und bedeutend aus Die mit weit blau gefärbten Mäntel wurden von goldenen Spangen gehalten Ein Ritter hatte eine kupfern-schillernde Borte am Saum und ein anderer Pfauenfedern an der Kappe Nur ein Reiter hielt sich etwas abseits und beteiligte sich nicht am Gespräch Er trug nur einen einfachen schwarzen Mantel und aus seiner Satteltasche ragten Pergamentrollen und Federn hervor Arno folgte ihm auf einem Maultier Es gab keinen Zweifel, es war der blonde Mann, dem sie in der Nacht gegenüber gestanden hatte Der Herr, für dessen Abendessen Martha gerade eine Ingwersoße zum Hasen in Erwägung zog Sie musste Martha nach dem Stand ihres Herren fragen Immerhin konnte sich nicht jeder Ingwersoßen leisten Einfache Schreiber gönnten sich höchstens eine Pfeffersoße Doch bevor sie auch nur den Mund aufmachen konnte Hatte sich Martha gegen die Ingwersoße entschieden Klatschte in die Hände und stimmte ein Lied an Die Mägde im Wagen fielen ein Es war ein Lied über eine fröhliche Pilgerreise, bei der am Ende Gottes Gnade errungen wurde Die Morgensonne schien der Dame ins Gesicht und ließ die kleinen Knospen am Wegrand hellgrün und zartgelb leuchten Ein kleiner Weidenzweig hatte sich in Marthas Haube verfangen Sie zupfte ihn ab und streichelte die weichen Kätzchen Sie fühlt es genau wie ich, dachte die Dame Der Frühling verwandelt alles Es ist die Zeit der Auferstehung Christi und der Himmelfahrt Alles roch nach Aufbruch und Leben Und der Dame schien dies ein guter Moment, um Dankbarkeit zu zeigen Sie versuchte, ihren Ring abzuziehen, um ihn Martha zu schenken Er saß fester, als sie gedacht hatte Und hinterließ einen roten Abdruck am Finger Für die freundliche Aufnahme, als Dank, sagte sie und drückte den Ring in Marthas Hand Diese hielt den Ring verwundert zwischen den pummeligen Fingern und betrachtete ihn Wisst ihr genau, dass ihr das Recht habt, ihn vorzugeben? Vielleicht bindet er euch an etwas, fragte sie zögernd Und hielt sich den Ring dicht vor die zusammengekniffenen Augen Sie schien etwas entdeckt zu haben Da steht etwas geschrieben, könnt ihr lesen? Darf ich? fragte sie aufgeregt und studierte interessiert den Ring Doch ehe sie etwas erkennen konnte, trafen die Räder des Wagens auf ein Schlagloch Und der Ring fiel ihr aus der Hand Er hüpfte auf den Rand des Wagens und verschwand Oh nein, rief sie und schlug die Hände vor das Gesicht Ihre gute Stimmung war wie weggeblasen Und sie musste sich zusammennehmen, um nicht in Tränen auszubrechen Martha tätschelte tröstend ihre Schulter und murmelte Seid ruhig, mein Kind, wird nicht wichtig gewesen sein Oft ziert so ein Ringlein nur ein frommer Spruch Was soll ich jetzt zum Dank geben? Erwiderte die Dame verzagt Betet für mich Wenn wir in Braunschweig sind, sprecht ein paar Ave Marias in der Burgkirche Sagte Martha Ich bin nicht gut darin zu beten, antwortete sie schniefend Braunschweig, dachte sie Was interessiert mich Braunschweig? Sollen sie doch hinziehen, wohin sie wollen Sie wollte ihren Ring wiederhaben So, ihr könnt nicht gut beten? Daran erinnert ihr euch also? Martha hob verwundert die Augenbrauen Danach saßen sie schweigend nebeneinander Das Wetter war umgeschlagen und ein heftiger Märzwind zerrte an ihren Kleidern Die Augen der Dame suchten immer wieder den schwarzen Mantel des blonden Mannes zwischen den Rittern Sie wagte nun nicht mehr Martha auszufragen Es hätte sicher nur ihr Misstrauen geweckt Wer selbst keine Fragen beantworten konnte, sollte lieber nicht zu viele Fragen stellen Es war besser abzuwarten, bis die Erinnerung zurückkam Am späten Nachmittag machten sie Halt vor einem Lehnshof Alles wirkte heruntergekommen und verlassen Schiefe Zäune umgaben das Hauptgebäude Und in seinem Windschatten duckten sich ein paar Lehmhütten Ein Greis lehnte am Gatter Und wurde von den Rittern im barschen Ton nach seinem Lehnsherrn gefragt Die blauen geschmückten Mäntel schüchtern ihn ein, dachte die Dame Und musterte seine grauen, zerschlissenen Beinlinge und den steifen Kittel Sein verfilster Bart zitterte, als er stotternd erklärte Dass der Herr in der Stadt sei und alle Kräftigen auf dem Feld Er hob beschwörend seine krallenartigen Hände und flehte sie an, das Dorf zu verschonen Die Ritter lachten und befahlen, das Zeltlager vor dem Dorf aufzuschlagen Als die Wagen entladen und die Pferde versorgt waren, traute sich eine Gruppe alter Frauen und Kinder heran Sie musterten verstohlen die schwere Ausrüstung Ein zerlumpter Junge fuhr mit seiner Hand an einem Schwertknauf entlang Grob wurde er von einer alten zurückgerissen Die Alte hatte einen roten Ausschlag im Gesicht und fauchte das Kind an Martha nahm einen Apfel aus einem Korb und bot ihn der Alten versöhnlich an Die starrte sie aus misstrauischen Augen an, nahm das Kind auf den Arm und trug es fort Der kleine Junge schaute mit sehnsuchtsvollem Blick dem Apfel hinterher Warum hat sie ihn nicht genommen? Sie sehen doch halb verhungert aus, fragte die Dame leicht empört Ja, Hunger haben sie, aber auch Angst Herumziehende Heerhaufen bedeuten nichts Gutes Oft wird geplündert und die Frauen werden fortgeschleppt Die Achtung vor dem Lehnsherrn bedeutet einem betrunkenen Ritter nicht viel Die Dame wollte lieber nicht daran denken, was geschehen wäre, wenn sie Martha nicht gefunden hätte Gott hatte doch gut für sie gesorgt Sie war in Sicherheit und fühlte sich im Proviantzelt schon fast heimisch Am Abend saß sie zwischen den jungen Mägden und zupfte grüne Triebe und Tannnadeln aus dem Wollmantel, dessen Wappen sie noch immer beunruhigte Die Mägde waren voller Bewunderung für die fremde Dame und umschwirrten sie wie Bienen Sie baten, ihr hellblondes Haar kämmen zu dürfen, berührten den Haarreif und wollten ihre Lederschuhe mit den Zierriemen anprobieren Martha goss Kopfschüttelnd einen Schwall Wasser über Kräuter in einem dreibeinigen Topf Es zischte und der Duft von Kamille, Minze und Melisse zog durch das Zelt Als der Kräutertee in den Bechern dampfte, hockten die Frauen am Feuer und sprachen über die anstehende Frühjahrsschuhe und die Verarbeitung der Wolle Die Dame kannte sich zu ihrer eigenen Überraschung erstaunlich gut mit Stoffen aus Da wurde plötzlich die Zeltplane zurückgeschlagen Arno kam mit ernstem Gesicht direkt auf sie zu und sagte Man wünscht euch sofort zu sehen Jetzt haben sie sich doch an mich erinnert, dachte die Dame erschrocken Jetzt werden sie Fragen stellen Oh Gott, hilf mir Langsam und unsicher stand sie auf Martha nahm ihr den heißen Becher ab und reichte ihr den grünen Mantel Auf ihrer Stirn standen plötzlich Sorgenfalten Der junge blonde Mann war diesmal nicht allein Im Zelt hatten sich mehrere Männer um seinen Reisetisch versammelt Etwas abseits saß der dunkelhaarige, mächtige Mann breitbeinig auf einem Hocker Und spielte gelangweilt mit ein paar Knochenwürfeln Der ockerfarbene Mantel lag auf seinen Knien und er trug ein mit brüllenden Löwen besticktes Gewand Ein großes goldenes Kreuz hing ihm vom Hals und schaukelte zwischen seinen Knien Er ließ die kleinen Würfel von einer Hand in die andere rollen und gähnte Unter dem Abzug brannte ein Feuer und unruhige Schatten flackerten über sein Gesicht Dieser Otto hat intelligente Gesichtszüge, entschied die Dame Doch er kam ihr leicht reizbar und noch sehr jung vor Wie ein junger Stier, der nur zufrieden war, wenn er sich im Kampf austoben konnte Alles andere langweilte ihn offensichtlich Umso besser, dachte die Dame Spiel du nur mit deinen Würfeln Und war erleichtert, dass sich der angehende König nicht für sie interessierte Der dreiarmige Leuchter auf dem Reisetisch erhellte die Gesichter der anderen Ritter im Zelt Sie hatten nun ihre Mantel abgelegt Und die hellen Gewänder fielen in eleganten Falten über die bunten Beinlinge Die breiten, mit Edelsteinen geschmückten Gürtel und die spitzen Schuhe Wiesen sie als Männer von hohem Stand aus Der blonde Mann hielt sich im Hintergrund Er trug einen schlichten Ledergürtel an dem Griffel und eine kleine Wachstafel hingen Es war das Handwerkszeug eines Schreibers Die Dame blickte sich um Und fragte sich, ob letztes Mal auch so viele Pergamentrollen und Urkunden herumgelegen waren Vielleicht hatte sie die vielen Schriftstücke in ihrer Aufregung übersehen Die Männer beachteten sie zunächst gar nicht Sie unterhielten sich angeregt und ziemlich laut miteinander Arno kündigte die fremde Dame an und verschwand dann sofort wieder Sie wünschte, er wäre geblieben Nun starten sie fünf Augenpaare neugierig an Nur der angehende König würdigte sie keines Blickes Er warf die Würfel in die Luft und fing sie mit einer einzigen Handbewegung wieder auf Das goldene Kreuz schaukelte zwischen seinen Knien und der Mantel rutschte zu Boden Sie zwang sich ruhig zu bleiben Vornehm grüßend senkte sie den Kopf Ein grauhaariger Ritter erwiderte den Gruß und bot ihr höflich den einzigen Hocker an Doch sie wollte auf gleicher Höhe mit ihnen sein Der Grauhaarige sagte höflich Ich bin Raimund von der Heide und führe Herzog Otto und sein Gefolge nach Braunschweig Man hat uns gerade von eurem seltsamen Geschick berichtet Wer hatte berichtet, fragte sich die Dame und blickte sich um Natürlich der blonde Schreiberling, der ihr so freundlich seine Gastfreundschaft angeboten hatte Verräter Nun stand er da und kaute nachdenklich auf einer Schreibfeder herum Eine eisige Stimme riss sie aus ihren Gedanken Man hat euch rufen lassen, um eurem Gedächtnis ein wenig auf die Sprünge zu helfen Sie wandte sich sofort der Stimme zu Sie gehörte einem sehr gut aussehenden Ritter Er hatte ohne Frage genau die edlen Gesichtszüge, die in den Liedern besungen wurden Die glänzenden braunen Locken hingen ihm bis zur Schulter und rahmten sein Gesicht ein Sie konnte kaum den Blick von ihm lösen Bedauerlicherweise musterte er sie sehr verächtlich Raimund von der Heide machte eine beschwichtigende Geste und fuhr fort Habt ihr uns etwas mitzuteilen oder zu überbringen? Wir erwarten dringend eine Sendung Habt ihr etwas bei euch? Sie soll den Mantel ablegen, dann werden wir ja sehen Sagte der braun gelockte Ritter und kam auf sie zu Er streckte den Arm aus und fuhr prüfend über das kleine Wappen mit dem springenden Eber Ha! stieß er erfreut hervor und drückte mit seinen Fingerspitzen anklagend gegen ihre Schultern Sie taumelte zurück und starrte ihn erschrocken an Er schnalzte genüsslich mit der Zunge und fuhr im selben Ton fort Das Zeichen kenne ich Jeder, der Umgang mit den mächtigen Kaufmannsfamilien der Stadt Köln pflegt, kennt es Es ist das Familienwappen des Verräters Lommersbacher Ein springender Eber über einem Rheinschiff Handel mit Kölner Schwertern und französischem Wein Kontakte zu Frankreich und Liebäugeln mit den Staufern Der alte Lommersbacher hat damit angefangen, gegen den Strom zu schwimmen Und sein Sohn setzt es fort Gegen die Interessen der Stadt paktiert er mit den Staufern Er hat gedroht, die Übergabe des Kölner Silbers zu verhindern Jedem in Köln ist das bekannt Schweigen breitete sich zwischen den Rittern aus Alle sahen die junge Frau an Sie versuchte zu begreifen, was sie eben gehört hatte Lommersbacher? Der Name kam ihr bekannt vor Genauso wie das Zeichen auf dem Mantel Für einen Moment hörte sie Kinderstimmen in ihrem Kopf, die riefen Lommersbacher, Witwenmacher, Kummerslacher, Fang uns Münzenbacher Das Kinderkreischen entfernte sich Und da war wieder die frohlockende Stimme des Ritters Da haben wir die Erklärung, warum das Kölner Silber nie zu uns gelangt ist Nur die Lommersbacher konnten dahinter stecken Sie haben ihre Drohung wahrgemacht und das Silber an sich gebracht Der Mantel ist der Beweis Es ist der Mantel eures Gatten Ihr seid seine Frau Marianne Eine Frau, deren Ruf statt bekannt ist Ein raffgieriges, unersättliches Weib Habt ihr euren Mann in eurer Habgier nach Braunschweig getrieben? Ihn überredet das Silber und den Stadtschatz an sich zu bringen? Was haben euch Philips Männer dafür versprochen? Oder waren es gar nicht die Anhänger der Staufer? Haben die Franzosen selbst ihre Finger im Spiel? Phil, redet endlich! Nein, ich Statterte sie hilflos und wusste nicht, was sie sagen sollte Es ging einfach alles zu schnell Wie sollte sie ihre Erinnerungen ordnen, wenn sie alle anstarrten? Sogar Otto hatte die Würfel aus seiner Hand rollen lassen Und sah zu ihr herüber Dunkle, fragende Augen Und ein breiter Mund, der es gewohnt war, Befehle zu erteilen Hilfesuchend sah sie zu dem blonden Schreiber hinüber Der nahm gelassen die Feder aus dem Mund Strich sich eine Haarsträhne aus der Stirn und fragte ruhig Seid ihr Marianne Lommersbacher? Was, dachte sie empört Sie sollte ein raffgieriges, intrigierendes Weib sein? Wie konnte er so etwas annehmen? Wut und Verzweiflung stiegen in ihr auf und sie schrie Nein! Und mit einer einzigen Bewegung warf sie sich den Mantel von der Schulter Dieser verfluchte, moosgrüne Mantel Sie trat nach ihm und rief Ich weiß nicht, wem der Mantel gehört Er ist mir zu groß und das elende Wappen geht mich nichts an Ich habe bestimmt nichts mit den Lommersbachern zu tun Otto räusperte sich und bückte sich nach den Würfeln Der braun gelockte Ritter sah schnell zu ihm hinüber und wiederholte seinen Vorschlag Sie soll sich ausziehen Dann werden wir ja sehen, ob sie irgendetwas versteckt Er will nur Otto beeindrucken, dachte die junge Frau Und schlang schützend ihre Arme um sich Sie kaute nervös auf ihrer Unterlippe Eine innere Stimme sagte streng Kind, hör auf dich wie ein Bauernmädchen zu benehmen Erschrocken presste sie die Lippen aufeinander Nun sprach endlich wieder der ernste blonde Mann Lasst sie mit nach Braunschweig kommen Dort halten sich immer Kölner Kaufleute auf Es gibt doch dieses Gasthaus, in dem sie sich treffen Der goldene Löwe Jemand wird sie erkennen Die anderen Männer nickten zustimmend Nur der hübsche Braunhaarige verzog das Gesicht und zischte In Ketten Lasst sie in Ketten nach Braunschweig bringen Eine Marianne Lommersbacher findet immer einen Weg, ihre Intrigen weiter zu spinnen Fallt nicht auf ihr hübsches Gesicht rein Das Weib ist ein Teufel Mächtigen Kaufleuten hat sie das Fürchten gelehrt Gerissen und voll weiblicher List betört sie jeden Sicher lauert ihr Gatte mit dem gestohlenen Silber vor der Stadt Und wartet nur auf eine Gelegenheit, es den Staufern nach Triefels zu bringen Sie wird versuchen, zu ihm zu gelangen Legt sie in Ketten Ich werde nicht weglaufen, beeilte sie sich zu versichern Ich werde mich den Kölnern in Braunschweig stellen Und sie werden euch versichern, dass ich nicht Marianne Lommersbacher bin Das schwöre ich bei Gott Raimund von der Heide nickte und Otto gähnte herzhaft Der blonde junge Mann blinzelte ihr verschwörerisch zu Und der braungelockte Ritter schnaufte empört Raimund von der Heide sagte forsch Es wäre entschieden Nun zum nächsten Punkt Der Kölner Erzbischof Adolf hat uns seine volle Unterstützung zugesichert Er ist bereit, die Krönung in Aachen zu vollziehen Aber er hat noch einige Bedingungen, die unsere Aufmerksamkeit erfordern Es geht um das Münzrecht Plötzlich hielt er inne, beugte sich vor und flüsterte ihr zu Ihr könnt gehen Sie lief aus dem Zelt, ohne sich die Zeit zu nehmen, den Mantel aufzuheben Sie rannte ein gutes Stück an den Zelten entlang Bis sie zitternd und keuchend stehen blieb Und sich mit klopfendem Herzen an einen der Wagen lehnte Atemlos blickte sie sich um In der Dunkelheit wirkte das Lager bedrohlich und beängstigend Die vereinzelten Feuer mit den Wachsoldaten davor Machten es nur noch schlimmer Die Zelte sahen aus wie schattige Ungeheuer Und die Fahnen auf ihren Spitzen wie große Vögel Flatternde Raubvögel, die sich auf sie stürzen wollten Nimm dich zusammen, Kind Mahnte die vertraute Stimme in ihrem Kopf Zu wem gehörte diese Stimme? Wieso konnte sie sich nicht daran erinnern? Wie sollte sie entscheiden, was wichtig war und was nicht? Sie schloss die Augen, um besser nachdenken zu können Der Name Lommersbacher kreiste in ihrem Kopf herum Sie rieb ihre zitternden Hände und starrte in die Dunkelheit War sie Marianne Lommersbacher? Alles sprach dafür, sogar der Tintenfleck auf ihrem Zeigefinger Und ihr Wissen über Wein und Stoffe All das konnte nur eine Kaufmannsgattin wissen Eine, die emsig im Kontor mitmischte Doch etwas in ihr wehrte sich entschieden gegen die Vorstellung Die Frau eines stadtbekannten Verräters zu sein Ein raffgieriges, teuflisches Weib Niemals war sie diese Person Trotzdem sprach jedes Stückchen Erinnerung, das wiederkam, dafür Und dann das Silber Das Silber hatte sie ja fast vergessen Erschrocken tastete sie nach dem Beutel unter ihrem Gürtel Plötzlich packte sie eine kräftige Hand am Arm und wirbelte sie herum Sie blickte in ein bekanntes Gesicht Wie schon einmal beleuchtete der Mond einen Kerl mit schwarzen Zahnstümpfen Es war der Schattenmann, der sie im Schlamm gefunden hatte Na, meine Schöne, erinnert ihr euch an mich? Fragte er grinsend Lass mich sofort los, oder ich schreie Keuchte sie Ich bin Gunther Nun seht ihr netter aus als in der Regennacht Sein Blick wanderte zu dem Silberreif um ihren Kopf Und blieb an der glänzenden Gürtelspange hängen Er ließ ihren Arm los und hielt ihr seine geschlossene Faust vor das Gesicht Ich habe etwas, was euch gehört Was gebt ihr mir dafür? Fragte er herausfordernd Wie kannst du etwas haben, was mir gehört? Unsinn, lass mich in Ruhe Ihre Hand fuhr zur Gürtelspange und ihre Finger strichen nervös über die silbernen Schlangen Unter dem Überkleid war der Beutel mit dem Silber versteckt Er öffnete langsam die Hand Und dort blitzte ihr Silberring im Mondlicht Sie wollte ihn nehmen Doch er schloss seine Hand blitzartig wieder zur Faust Ich will einen Kuss dafür Sagte er und beugte sein raues Gesicht zu ihr Gunther, was tust du da? Sagte eine ruhige, drohende Stimme hinter ihm Er fuhr zurück und sie erkannte dankbar Marthas rundes Gesicht Weibsbilder Er schlenderte betont langsam davon und drehte sich noch ein paar Mal um Am nächsten Morgen wachte die Dame im Morgengrauen auf Noch immer schauderte ihr bei der Vorstellung, dass der Schattenmann sie beinahe geküsst hätte Sie war allein und ohne Schutz Nur der blonde Schreiber hatte im Zelt das Wort für sie ergriffen Ein seltsamer Schreiber Einer mit einem Gefolge und einer Vorliebe für Ingwersoße Sobald Martha aufgewacht war, bedrängte sie sie mit Hunderten von Fragen Bei welchem Ritter steht dieser Gunther im Dienst? Ich werde sofort zu ihm gehen und eine Bestrafung für rohes Benehmen einer Dame gegenüber verlangen Martha rieb sich die Augen und knurrte Lass das Mann lieber bleiben Unter den Rittern findet sich nur wenig von der vielbesungenen Ritterlichkeit Gunthers Herr ist da nicht besser Herzog Otto ist sein Vorbild Der Herzog weiß besser mit dem Schwert als mit der Laute umzugehen Martha klopfte ihren Rock aus und griff nach einem Korb Sie lächelte der Dame aufmunternd zu und rief Kommt mit, die Morgenluft bringt euch auf andere Gedanken Die Dame dachte an ihre vielen Fragen und folgte ihr aus dem Zelt Sie umkreisten die Lehmhütten und folgten einem schmalen Weg Hinter einer Anhöhe wurde ein Stück Wald sichtbar Die Dame hob ihr Kleid und achtete darauf, nicht in Pfützen zu treten Sie musste die ganze Zeit an Marthas letzte Bemerkung über Herzog Otto denken Wieso sprach Martha immer so abschätzig von ihrem zukünftigen König? Sie beeilte sich mit Martha Schritt zu halten und fragte Herzog Otto, er hat doch sicher in England am Hof seines Onkels Richard Löwenherz eine gute Erziehung genossen Ist er vorbereitet auf die Aufgaben eines Königs? Das weiß Gott allein Ich weiß nur, dass man einem Mann nicht trauen kann, der wegen eines angebrannten Puddings ein Reisezelt umwirft und brüllt wie ein wütendes Tier Er pisst vor allen Mägden in hohem Bogen an die Zeltplanen und stolziert dann wie ein Gockel davon Ein Ritter sollte sich anders benehmen Die Dame runzelte die Stirn und lehnte sich an den größten Stein einer kleinen Gruppe von moosüberwucherter Felsen Aber sein Onkel Richard Löwenherz ist doch ein Anhänger der hohen Minne, forschte sie weiter Oh ja, Bertrand de Born, ein berühmter Troubadour ist sein Gefährte Otto hat sich anscheinend nie besonders für diese hohe Kunst interessiert Vor ein paar Tagen hat er mit einem Becher nach einem Lautenspieler geworfen Ein angehender König Doch es steht mir nicht zu, meine Meinung zu äußern, fügte Martha leicht bedauernd hinzu Sie bückte sich und sammelte Tannennadeln und Moospolster Manchmal grub sie eine Wurzel aus Sie summte dabei eine kleine Melodie und fragte beiläufig Könnt ihr ein Instrument spielen? Ohne nachzudenken antwortete die Dame Ein wenig die Flöte, noch besser die Laute Martha richtete sich auf und rief Das wisst ihr? Aber an euren Namen könnt ihr euch nicht erinnern? Das soll ich glauben? Heilige Mutter Gottes, steh mir bei Sie klemmte sich den vollen Korb unter den Arm und wischte sich die erdigen Hände an ihrem Umhang ab Mit energischen Schritten verließ sie den Wald und ging den Abhang wieder hinunter Warte, es tut mir leid Die Dame bemühte sich hinterherzukommen Sie stolperte über eine Wurzel und fiel hin Martha kam zurück und half ihr hoch Sie fragte besorgt Habt ihr euch wehgetan? Wird wohl nichts mit Laute spielen in der nächsten Zeit Versuchte die junge Frau zu scherzen und rieb sich die Hand Dann bemerkte sie den Riss im Ärmel Martha untersuchte den Ärmel und sagte versöhnlich Das Kleid hat Anselms Mutter gehört Ich weiß gar nicht, warum es in dieser Truhe war Ich werde es wieder herrichten Die Dame zupfte verlegen an dem ruinierten Ärmel Anselm hieß er also Endlich hatte der Mann mit den ernsten blauen Augen einen Namen Er war sehr nett zu mir, sagte sie leise Nett? So! Es war sehr viel mehr als nett, was er für euch getan hat Rief Martha empört aus Eine Welle der Dankbarkeit für diesen Mann ergriff die Dame Erzähl mir von ihm, bat sie Offensichtlich liebte Martha es, über Anselm zu sprechen Als hätte sie seit langem darauf gewartet, holte sie Tiefluft Anselms Vater war ein unfreier Dienstmann bei Heinrich dem Löwen Er war ein guter und fähiger Berater Manches von der erfolgreichen Politik des Löwen war seinem klugen Kopf entsprungen Sein Sohn ist ihm im Amt als Ministeriale gefolgt Unfrei ist er wie sein Vater Doch er kennt sich in Rechtsfragen aus Das tut er, erklärte Martha und ihre Stimme klang sehr stolz Er ist ein unfreier Ministeriale? Warum hat er dann den Reichsfürsten von der Heide begleitet, um Otto aus der Normandie zu holen? Sollte ein deutscher König sich mit englischen Ratgebern umgeben? Das wäre nicht sehr passend Mein Anselm wird Ottos Angelegenheiten so geschickt regeln wie kein zweiter Ihr werdet sehen Jeder Rechtsstreit löst sich in Wohlgefallen auf Wenn mein Anselm nur eine Nacht darüber brütet Endlich hat er als Ratgeber eines Königs die Gelegenheit, zu Ruhm und Ansehen zu gelangen Rasch ausschreitend machte sie sich nach diesen Worten auf den Rückweg zum Zeltlager und summte vor sich hin Die junge Frau seufzte und folgte ihr nachdenklich Der blonde Schreiber war ein unfreier Mann Da fiel ihr ein, dass die Ritter im Zelt auf seinen Rat und nicht auf den Vorschlag des braun gelockten Ritters gehört hatten Der Gedanke gefiel ihr und summend folgte sie Martha zu den Zelten Sie zogen an diesem Tag nicht weiter, da Otto sein prächtiges englisches Schwert vermisste Er brüllte, dass er nicht eher weiterziehen würde, bis es wieder an seinem Schwertgurt hinge Seit seiner Schwertleite hätte es im Schwertgurt gehangen Ein Geschenk von Onkel Richard, gesegnet mit keltischen Flüchen Eingerieben mit dem Öl der schottischen Distel Und von einem Waliser Waffenschmied geschmiedet, der danach sein Leben hatte lassen müssen Den ganzen Vormittag durchsuchten die Soldaten die Lehmhütten, Ställe und Verschläge Sie trieben die Dorfbewohner vor sich her und ließen sich jeden Winkel zeigen Sie kröelten und drohten, sie schlugen die Männer mit Stöcken, zerschmissen Tonkrüge und steckten Strohballen in Brand Die Ritter hatten sich in ein Zelt zurückgezogen, anscheinend waren sie über das weitere Vorgehen uneinig Otto hockte schmollend in der prallen Sonne vor dem Zelt und starrte vor sich hin Die Frauen hatten sich im Proviantzelt verkrochen Von draußen drangen Schreie, Klirren und Knallen in unregelmäßigen Abständen zu ihnen herüber Martha hackte auf eine Zwiebel ein und sagte kein Wort Als es gegen Mittag seltsam still wurde, sprang die Dame auf und wollte hinauslaufen Martha, die gerade dabei war, das Feuer zu schüren, hielt erschrocken inne Die Dame achtete nicht auf sie und schlüpfte so, wie sie war, aus dem Zelt Sie konnte die Ungewissheit nicht mehr ertragen Vorsichtig drückte sie sich an der Wand des großen Lehnshauses entlang und später auf den Platz vor den Lehmhütten Sofort bereute sie, dass sie nicht im Zelt geblieben war Es war nur die Ruhe vor dem Sturm gewesen und nun wagte sie nicht mehr zurückzuschleichen Die Soldaten hatten sich im Kreise um den Greis aufgestellt, der bei ihrer Ankunft am Gatter gelehnt hatte Die Bewohner der Hütten kauerten am Boden und wagten es nicht, sich zu rühren Einer der Soldaten trat vor und nahm seinen Nierendolch aus dem Gürtel Alle Augen waren auf ihn gerichtet Die Dame erkannte Gunther Er riss seinen Dolch hoch, packte mit der freien Hand den verfilzten Bart des alten Mannes und setzte den Dolch an dessen Kehle Die junge Frau kauerte sich wimmernd an der Wand zusammen Es soll aufhören, dachte sie Ich will, dass er damit aufhört Gunther rührte sich nicht Eine der Frauen aus der Menge begann wild zu schreien Sie warf sich vor Gunther auf den Boden und kreischte Der Dame an der Wand wurde schwindlig Die Schreie brachten etwas in ihrem Kopf zum Wirbeln Sie setzten sich darin fest, lösten sich auf und wurden von anderen Schreien beantwortet Das Echo der Schreie kam von ganz tief unten Keuchen schloss sie die Augen Ihr war als ob in ihrem Kopf Truhen weggeschoben und Fässer zur Seite gerollt wurden Irgendwo da hinten lagerte ihre Erinnerung Die Erinnerung an ganz ähnliche Schreie Die hohen Schreie einer Frau in einem dunklen Wald Schreie, die von einer Männerstimme durchbrochen wurden Er rief ihr zu Lauf, lauf weg Und sie war gelaufen Gelaufen und gelaufen, bis sie jemand gepackt hatte Da war es plötzlich so dunkel geworden, als hätte ihr jemand einen Sack über den Kopf geworfen Ihr Magen zog sich bei der Erinnerung daran zusammen Sie fiel auf die Knie und presste sich die Hände auf die Ohren Sie wollte die Schreie der Frau auf dem Platz nicht hören Sie wollte sich nicht erinnern Die Frau hörte endlich auf zu schreien Die Dame nahm die Hände von den Ohren Stützte sich auf dem Lehmboden ab und öffnete die Augen Die schreiende Frau lag bewusstlos am Boden Gunther zog blitzschnell den Dolch über die Kehle des alten Mannes und ließ den Bart los Das Blut spritzte in alle Richtungen und der alte Mann sackte nach vorn Gunther wischte seinen Dolch sorgsam an seinen ledernen Beinlingen ab Dann hielt er in der Bewegung inne Fiel auf die Knie und beugte grüßend den Kopf Die Soldaten folgten seinem Beispiel Otto schlenderte über den Platz Er warf einen kurzen Blick auf den Toten Sah aber gleich wieder weg Er stellte sich breitbeinig vor die Leute Warf die Arme in die Luft und rief Praise the Lord Meine Brave Schwert hat sich wiedergefunden Es war hinter die Truhe Liebevoll tätschelte er das Schwert an seiner Hüfte Dann machte er einen Schritt vor und trat in eine Blutlache Er wandte sich verärgert zu den wie erstarrt dastehenden Soldaten um und brüllte Schaff das da weg! Die Anblick stört den Tag! Gunther zerrte den Alten an seinen Füßen über den Platz Otto bückte sich und streichelte einem verstörten Mädchen über die zerzausten Haare Dann wandte er sich zum Gehen Es war alles so schnell gegangen, dass die Dame an der Wand fast vergessen hatte, Luft zu holen Sie presste beide Hände vor die Brust und atmete tief durch Dann erhob sie sich langsam und stolperte davon Als sie beim Bach angelangt war, hockte sie sich ins feuchte Gras Nach einer Weile beugte sie sich vor, bildete mit den Händen eine Schale und füllte sie mit kaltem Wasser Immer wieder schöpfte sie Wasser und klatschte es sich mit einer heftigen Bewegung ins Gesicht Doch das Bild vom Nierendolch an der Kehle des alten Mannes ließ sich nicht fortwaschen Gegen Abend erst ging sie mit tropfnassen Haaren und blau gefrorenen Händen zurück zum Zeltlager Martha kam gerade von den Lehmhütten zurück Sie hatte den verängstigten Menschen geholfen, ihre Habe zusammenzusuchen Stunde um Stunde hatte sie Verletzungen behandelt und tröstende Worte gefunden Erschrocken bemerkte sie den aufgelösten Zustand der Dame Zog sie mit sich und murmelte etwas von warmem Kräutertee Als sie ins Zelt traten, fuhr Martha zusammen Zwei Männer warteten dort Die Dame erkannte Gunther sofort Als der andere aus dem Schatten trat, klirrten Eisenringe Der braun gelockte Ritter trug ein Kettenhemd unter dem weißen Gewand und ein Schwertgehänge Breitbeinig baute er sich vor den Frauen auf und knurrte Na endlich! Wir wollen die Dame allein sprechen Es wird nicht lange dauern Martha reagierte sofort auf seinen Befehl und verließ das Zelt wieder Beide Männer hatten nun die Hände herausfordernd in die Seiten gestemmt Die junge Frau fühlte, wie sich ihr der Hals zusammenschnürte Wie konnte Martha so einfach gehen? Der braun gelockte Ritter trat auf sie zu und beugte sein ebenmäßiges Gesicht ganz nah zu ihrem herunter Drohend flüsterte er Ottos Schwert ist wieder da Nur, wo steckt das Silber aus Köln? Die braunen Locken fielen ihm ins Gesicht und seine Haarspitzen berührten ihre Wangen Sie schauderte und konnte kein Wort herausbringen Hilfesuchend blickte sie sich um, aber da war nur Gunther, der ganz offensichtlich sein Knappe war Er verzog den Mund, zeigte seine schwarzen Zähne und sagte entschuldigend Ich musste ihm den Ring geben Der Ritter beugte sich noch ein Stück über sie und zischte Und der Ring beweist alles Kaufmannsmütze Sein warmer Atem brannte auf ihrer Wange Er roch nach Zwiebeln und Lauch Sie fröstelte und wollte sich eine nasse Strähne aus dem Gesicht streichen Der braun gelockte Ritter packte blitzschnell ihr Handgelenk Und seine nächsten Worte wurden von einem feinen Spuckeregen begleitet Im Ring steht geschrieben Gott mit den Lommersbachern Gott mit den Lommersbachern an eurem Finger Ihr seid Marianne Lommersbacher Und ihr wisst ganz genau, was mit dem Kölner Silber geschehen ist Ihr werdet es mir jetzt sagen, sonst Er ließ ihr Handgelenk los, richtete sich auf und nickte Gunther zu Vor dem Zelt waren lachende Knappen zu hören Gunther zog ganz langsam seinen Nierendolch aus seinem Gürtel Es war derselbe Dolch, mit dem er dem Greis die Kehle aufgeschlitzt hatte Es klebten getrocknete Blutreste daran Sie fasste sich mit der noch schmerzenden Hand an die Kehle Mit einem seltsamen Krächzen sagte sie Das ist nicht mein Ring Der Ritter zog schmunzelnd einen Ring von seinem kleinen Finger Und drehte ihn zwischen seinen Fingern Es war der Silberring, der an ihrem Ringfinger gesteckt hatte Da gab es keinen Zweifel Das ist aber nicht mein Ring, wiederholte sie trotzig und wich zur Seite Der Ritter schnaufte und Gunther kam mit dem Dolch näher In diesem Moment stürmte Arno lachend ins Zelt Ein dicker Junge mit einem Krug Wasser verfolgte ihn Gunther senkte den Dolch und der Ritter fluchte leise Schimpfend lief Martha hinter den Jungen her Das ist mein bester Tonkrug Er hat mehr Pfennige gekostet, als du je besessen hast Arno hat angefangen Schrie der Junge, als ihre Hand Drohnen zum Schlag ausholte Er rannte in den gelockten Ritter hinein Und der Krug fiel ihm aus der Hand Alle Blicke folgten stumm dem braunen Krug Der über den lehmigen Boden rollte Schließlich blieb er vor Marthas Füßen liegen Und zerbrach mit einem leisen Plink in zwei Teile Die Dame nutzte die Verwirrung, um aus dem Zelt zu laufen Sie rannte so schnell sie konnte und ohne nachzudenken In die beginnende Dämmerung hinein Doch schon bald musste sie kurz innehalten Um sich die feuchte Schleppe unter den Arm zu klemmen Sie verfluchte die weiten Prunkärmel Deren klamme Stoffbahnen zwischen ihre Beine gerieten Und hatte Mühe, den kleinen Hang hinaufzukommen Als sie den Waldrand erreichte, hatte sie bereits rotglühende Wangen Und die Schapel war ihr in die Stirn gerutscht Sie schob den Silberreif zurück ins Haar Und versuchte verzweifelt sich zu erinnern, wo sie mit Martha gewesen war Da fiel ihr Blick auf die kleine Felsengruppe Und sie beschloss, hinter dem größten Stein Schutz zu suchen Er bildete eine Nische, in der sie sich wie ein kleines ängstliches Tier zusammenkauerte Sie lieb sich fröstelnd die Oberarme und nieste ein paar Mal hintereinander Es klang furchtbar laut und sie presste erschrocken die Hände vor den Mund Hätten sie es wirklich gewagt, ihr die Kehle durchzuschneiden? Sie wollte es lieber nicht wissen Erschöpft schloss sie die Augen und bemühte sich, ruhig zu atmen Nun ist alles in Ordnung, versuchte sie sich einzureden Niemand ist ihr gefolgt, alles ist still Sie wischte sich mit ihrem weiten Ärmel über das Gesicht Der Stoff streifte sie sanft und erinnerte sie an die Berührung der braunen Locken auf ihrer Wange Wahrscheinlich lässt er sich die Locken jeden Morgen von seinem Knappen mit der Brennschere machen Dachte sie verärgert Er war vielleicht eitel, aber dumm war er nicht Immerhin hatte er die Inschrift im Ring gelesen Und lesen konnten nicht alle Ritter Er hatte Gunther nur den Ring finden können War er hinten im Zug geritten und hatte ihn auf dem Weg glitzern sehen? Sie spreizte die Finger ihrer linken Hand und starrte auf die leere Stelle an ihrem Ringfinger Gott mit den Lummersbachern Was hatte die Inschrift zu bedeuten? War sie wirklich Marianne Lummersbacher? Diese Vorstellung gefiel ihr gar nicht Niemals war sie diese Frau Doch wer war sie dann? Wenn sie sich doch nur an irgendeinen anderen Namen erinnern könnte Sie klopfte mit der geballten Faust auf ihr Knie und probierte versuchsweise ein paar Namen Elisabeth, Katharina, Maria Aber keiner schien zu passen Sie versuchte sich bequemer hinzusetzen Sie hockte zwar auf dem Moosboden, doch würde es bald zu kalt werden Immerhin war es erst März und in den Nächten wurde es noch bitterkalt Sicher hatte sie schon blaue Lippen, sie fühlten sich ganz taub an Nicht mit den Zähnen klappern, befahl sie sich Denk nach, denk nach Eine kluge Frau konnte überall Entscheidungen treffen und in jedem Zustand Und auch wenn sie alles andere vergessen hatte Eine kluge Frau, das war sie mit Sicherheit Sie legte einen kleinen runden Stein auf das Moos vor sich hin und sagte leise Dort liegt Braunschweig Dann legte sie einen größeren Stein in einige Entfernung Und dort liegt Köln Sie griff nach einem Stock und steckte ihn vor den Braunschweiger Stein Da befinde ich mich Martha hat gesagt, es ist noch eine Tagesreise Sie starrte auf die Steine im Moos und nahm dann den großen Kölner Stein in die Hand Sie war Kölnerin, so viel stand fest Zumindest deutete ihre rheinländische Melodie darauf hin Und sie kannte sich aus im Handel mit Waren Anselm vermutete, dass sie jemand im Gasthof der Kölner Kaufleute erkennen würde Vielleicht hatte sie als Handelsvertreterin Waren von Köln nach Braunschweig begleitet Ein glücklicher Vater würde bald seine im Wald geraubte Tochter in die Arme schließen Oder ein Ehemann würde seine verträumte Frau tadeln, die sich beim Wasserholen am Bach verirrt hatte Alles würde in Ordnung kommen Zufrieden legte sie den Kölner Stein zurück und betrachtete den Braunschweiger Stein In seiner grauen Oberfläche glitzerten kleine Metallsplitter Es erinnerte sie an das Silber unter ihrem Gürtel Erschrocken fiel ihr ein, dass das Silber alles änderte Warum sollte eine verlorene Tochter oder eine verirrte Ehefrau so viel Silber mit sich herumtragen? Trotz der Kälte brach ihr der Schweiß aus Keine harmlose Kölner Kaufmannsfrau hatte einen Beutel Silber im Saum Woher kam das viele Silber? Es konnte sich nur um das Kölner Silber handeln Doch wem stand es zu? Anselms Reisegruppe und dem englischen Otto? Oder den Staufern? Wem sollte das Silber dienen, um die wahlberechtigten Reichsfürsten zu überzeugen? Welche Seite hatte mehr Anspruch auf die Reichskrone? Wie sollte sie das entscheiden? Das Wohl des Reiches hing von dem Silber unter ihrem Gürtel ab O heilige Margareta, steh mir bei Sie legte ihre Hände auf die kleine Erhöhung unter ihrem Überkleid Und wünschte, sie könnte das Silber einfach im Bach versenken Aber das Silber war nicht ohne Grund in ihrem Saum versteckt gewesen Sicher erwartete jemand von ihr, dass sie das Richtige tat Noah was? Was war das Richtige? Sie entschied, dass sie zuerst einmal herausfinden musste, auf welcher Seite sie stand War sie den Welfen oder den Staufern verpflichtet? Wenn es die Staufer waren, dann hatte sie ein Problem Und wenn die Kölner in Braunschweig in ihr Marianne Lummersbacher erkannten Lieber nicht daran denken Unglücklich fuhr sie mit ihrem Finger über den Braunschweiger Stein Irgendetwas sagte ihr, dass sie dringend nach Köln musste, um herauszufinden, wer sie wirklich war Aber wie sollte sie allein bis nach Köln gelangen? Es blieb ihr nichts anderes übrig, als weiter mit Otto und seinen Rittern nach Braunschweig zu reisen Allerdings würde sie sich nicht von dem braun gelockten Ritter in Ketten vor die Kölner Kaufleute zerren lassen Sie würde vorher fliehen und sich in Braunschweig umhören Vielleicht könnte sie jemand unauffällig mit nach Köln nehmen In Köln würde sie sicher sein Sie richtete sich auf und sagte Zuerst nach Braunschweig, aber dann so schnell wie möglich nach Köln Ihre Stimme klang sehr einsam in der dunklen Nacht Ihre Gelenke waren so steif gefroren, dass sie sich kaum bewegen konnte Ein heftiger Nieser schreckte ein Tier im Unterholz auf Sie musste schnell zurück ins Lager, sonst würde sie sich hier den sicheren Tod holen Nur das Silber! Was sollte sie bloß mit dem Silber tun? Es brachte sie in Gefahr Das Silber musste verschwinden, bevor Gunther und der braun gelockte Ritter es bei ihr fanden Sie konnte es später holen, wenn sie einen Weg gefunden hatte, unerkannt nach Köln zu reisen Sie nahm den Stock und begann ein Loch zu graben Zum Glück war der Waldboden feucht und lehmig Bald passte der Lederbeutel hinein und sie bedeckte ihn mit Moos Die beiden Steine legte sie als Markierung darauf und wischte die lehmigen Finger im Moos ab Nun kann er mir die Kleider vom Leib reißen und er wird nichts finden, dachte sie zufrieden Dennoch war ihr gar nicht wohl, als sie vorsichtig den Weg zum Lager zurückging Er würde es wieder versuchen und Martha konnte ihr auch nicht helfen Am nächsten Morgen lag ein feiner, feuchter Nebel über dem Land Und Arno fröstelte, als er aus dem Zelt trat Wieder musste er diese Fremde holen, dabei schlief sie doch immer so lange Er dachte daran, dass er im Proviantzelt sicher etwas Leckeres als zusätzliches Frühstück bekommen würde Seine Laune wurde gleich besser und er kickte beim Gehen kleine Steine zur Seite Als er die Zeltbahn zurückschlug, kam ihm der Geruch von heißem Haferbrei und geröstetem Brot entgegen Er überlegte, ob der Herr irgendetwas von Beilen gesagt hatte Und konnte sich nur an »Ich kann nicht selbst gehen, das wäre nicht anständig« erinnern Arno hatte daraufhin gemurmelt Der Ritter war da gestern weniger zimperlich Und hatte dann die ganze Geschichte mit dem Krug erzählen müssen Er ließ sich neben den beiden Frauen nieder und beschloss, erst einmal nur zu essen Martha füllte ihm eine große Portion Haferbrei auf und sagte freundlich »Als Dank dafür, dass du uns gestern geholfen hast« Mit vollem Mund brachte er nur ein »Ach, das« hervor Die junge Frau blickte verlegen in die Richtung des Abfalls Dort lagen zwischen den Küchenabfällen die Teile des zerbrochenen Krugs »Er hatte sowieso schon einen Sprung«, sagte Martha tröstend »Doch nun müsst ihr erzählen, was er eigentlich gewollt hat« »Ja, wir möchten alles wissen«, fügte Arno hinzu und musste laut aufstoßen Die Dame runzelte irritiert die Stirn und sagte ausweichend »Sie haben mich mit einem Nierendolch bedroht« »Er hat sich aufgeführt wie ein Raubritter« »Wer ist er eigentlich? Gehört er zu Raimunds Leuten?« Arno verschluckte sich und musste husten Martha lachte »So könnte man sagen, Gottfried ist sein Sohn« »Das erklärt einiges«, sagte die Dame »Oh, ehe ich es vergesse, mein Herr wünscht euch zu sehen«, sagte Arno Er stand auf und wischte sich den Mund mit dem Ärmel ab Die Dame stand hastig auf und folgte ihm ohne zu zögern Sie hoffte, den jungen blonden Mann allein anzutreffen Anselm saß an seinem aufgeklappten Reisetisch und schrieb Er entließ Arno mit einem kleinen Wink und schaute dabei noch nicht einmal auf Anscheinend wollte er seinen Satz noch zu Ende bringen Die Feder kratzte hektisch über das Pergament Die Haare hingen ihm unordentlich vor den Augen Und die Zungenspitze schaute aus dem Mundwinkel hervor Sein Anblick kam ihr seltsam vertraut vor Er wirkte immer ernst und abwesend Und doch hatten die anderen Ritter auf seinen Vorschlag gehört Entspannt blickte sie sich um Alles schien hier seine Ordnung zu haben Ihr Blick wanderte über die Pergamente und Siegel auf dem Tisch Und blieb an einer mit Bändern geschmückten Laute hängen Sie griff nach den langen blauen und gelben Bändern Und berührte einen der mit Goldfäden gestickten Löwen Der Braunschweiger Löwe, sagte Anselm Sehr hübsch Könnt ihr auf ihr spielen? Fragte sie neugierig und fuhr mit den Fingerspitzen über die Seiten Nicht so gut wie Bertrand de Born Aber gut genug, um mir die Zeit zu vertreiben Zeit vertreiben? Ihr seht immer sehr beschäftigt aus Darf ich? Mit diesen Worten nahm sie die Laute von der Wand Setzte sich auf den Hocker Und spielte vorsichtig eine kleine Melodie Er hörte still zu und beobachtete sie dabei Sie hielt den Kopf leicht schräg Und ihr Mund formte unhörbar Worte Lange hellblonde Strähnen Hingen vor ihren mandelförmigen braunen Augen Er fand sie wunderschön Dann bemerkte er die schwarzen Ränder Unter ihren Fingernägeln Schlagartig kam er zu sich Und nahm ihr die Laute vom Schoß Ich habe nach euch geschickt Um nach euren Erinnerungen zu fragen Nun hörte ich allerdings Dass mir Gottfried zuvor gekommen ist Was hat er gewollt? Fragte er ernst Als sie schwieg Stellte er die Laute an die Wand Und nahm den moosgrünen Mantel aus einer Truhe Er wies auf den springenden Eber und fragte Er wollte wissen Ob ihr Marianne Lomasbacher seid, nicht wahr? Schweigend folgten ihre Augen dem hin- und herschaukelnden Eber auf dem Mantel Das Tier sah aus, als sprenge es munter hin und her Sie hatte den Mantel im Zelt zurückgelassen und seitdem gefroren Sie hasste dieses scheußliche Ding mit dem Eber Trotzdem war es der einzige Mantel, den sie im Moment ihr eigen nennen konnte Aber wenn sie nicht auf den Mantel verzichten konnte Auf den scheußlichen Namen Marianne konnte sie verzichten Anselm legte den Mantel sorgsam über den Rand der Truhe und sagte Selbst wenn ihr nicht diese Frau seid So könntet ihr doch etwas wissen Was ist im Wald geschehen, bevor wir euch fanden? Wisst ihr etwas über das Kölner Silber? Er begann auf- und abzugehen Sein Ton war nun eindringlich, fast verzweifelt So versteht doch Das Reich ist in größter Gefahr Ein Krieg zwischen Welfen und Staufern könnte das Land in große Wirren stürzen Ein Spalt würde durch die Ritterschaft gehen Städte entzwein und Familien auseinanderreißen Das Reich wäre anfällig für Feinde von außen Wir brauchen einen starken König Einen König, hört ihr? Die Reichsfürsten müssen sich auf einen einigen Und dafür brauchen wir überzeugende Mittel Geldmittel Jede Silbermark könnte die Wahl entscheiden Wir brauchen Englandssilber und das Silber der Kölner Kaufleute Anselm blieb stehen und sah sie fragend an Als sie immer noch schwieg, zuckte er mit den Achseln und sagte seufzend Otto selbst hat es noch nicht begriffen Seit Tagen versuche ich ihn zu überzeugen Er will nicht hören Er verkennt den Ernst der Lage Er hofft, dass es genügt, den Reichsfürsten das Silber aus England in Aussicht zu stellen Er erwartet große Summen 150.000 Silbermark auf 50 Rossen Niemand weiß jedoch, ob Richard Löwenherz Wort hält und wann es eintrifft Bis dahin bleibt uns nur das Silber aus Köln Die Staufer haben den Reichsschatz auf Triefels Der mit dem Reichtum Siziliens und dem Lösegeld für Richard Löwenherz angereichert wurde Sie haben somit alle Mittel, um die Wahl ihres Kandidaten voranzutreiben Für uns ist es schwierig, die zögernden Reichsfürsten mit Versprechungen hinzuhalten Was wisst ihr über den Verbleib des Silbers? Das Kölner Silber ist Bestechungsgeld Ja, sicher Habt ihr es bei euch? Nein Ich trage kein Silber bei mir Erleichtert stellte sie fest, dass sie die Wahrheit gesagt hatte Wie kam er darauf, dass sie das Kölner Silber mit sich herumtragen könnte? Misstraute er ihr? Enttäuscht senkte sie die Augen Und ihr Blick fiel auf ihre schmutzigen Fingernägel Schnell verschränkte sie die Hände hinter dem Rücken Er pustete sich eine Haarsträhne aus der Stirn Und stellte seufzend die Laute an ihren Platz Sie sagte gereizt Ihr stellt die gleichen Fragen wie Ritter Gottfried Auch wenn ihr nicht seine Methoden benutzt Warum sollte ich etwas über das Kölner Silber wissen? Sie vergaß die Hände zu verstecken Und drehte ihre Handflächen nach oben Als wollte sie zeigen, dass sie leer waren Er griff nach ihren Händen und drehte sie um Fragend blickte er auf die schwarzen Ränder Ich bin in den Schmutz gefallen Erklärte sie verlegen Als Gottfried euch bedrohte? Sie nickte nur ganz leicht mit dem Kopf In Gedanken versprach sie Für diese Notlüge der heiligen Margareta Drei Kerzen zu opfern Anselm hielt ihre Hände viel länger fest als notwendig Dann reichte er ihr den Mantel Und seine Stimme klang ganz rau In dieser Jahreszeit ist es besser Einen guten, warmen Mantel zu haben Egal, wie man zu ihm gekommen ist Ich werde mit Ritter Gottfried sprechen Ich fürchte jedoch, dass es nicht viel nützen wird Er scheint entschlossen zu sein, Otto seine Treue zu beweisen Seit Otto mit uns reist, tut er alles, um ihn zu beeindrucken Er hofft durch das Auffinden des Kölner Silbers Otto für sich einzunehmen Ihr habt ihn einfach unter ungünstigen Umständen kennengelernt Glaubt mir, Gottfried von der Heide kann ein umgänglicher Mann sein Er ist sehr klug, gewinnt schnell Freunde und weiß eine Situation für sich zu nutzen Otto braucht solche Männer an seiner Seite, wenn er erst König ist Und solche treuen, fleißigen Männer wie euch Sagte sie lächelnd und griff nach dem moosgrünen Mantel Als er ihr half, den Mantel über ihre Schultern zu legen Blickte sie sich um und fügte hinzu Ihr scheint der Einzige zu sein, der mir glaubt Aber nein Die Ritter Bernhard von Paderborn und Dietrich von Utrecht Waren ebenfalls anwesend, als ihr eure Unschuld beteuertet Sie halten Gottfrieds Verdacht für übertrieben und unangemessen Es gibt besonnene Männer unter Ottos Anhängern Nicht jeder will euch in Ketten legen Seltsamerweise beruhigte sie das nicht Sie dachte an Otto, wie er breitbeinig neben dem toten Greis auf dem Platz des Lienshofes gestanden hatte War er ein besonnener Mann? Hatte er das Kölner Silber im Felsenversteck verdient, um König zu werden? Oder sollte ein dreijähriger Junge König werden? Anselm lächelte ihr aufmunternd zu und sagte Ihr werdet in Braunschweig eure Angehörigen treffen, ganz sicher Es geht alles viel zu schnell Ich wünschte, ich könnte mich daran erinnern, was im Wald geschehen ist Ich erinnere mich an Schreie und einen Mann, der mir zuruft Lauf! Doch dann ist alles dunkel Ein Überfall? Vielleicht Und was geschieht, wenn ich im Gasthaus genau den Männern gegenüberstehe Die meine Leute im Wald überfallen haben? Daran habe ich noch gar nicht gedacht Er rieb nachdenklich seine Nasenspitze Sie überlegte, ob es ein günstiger Zeitpunkt war, ihn um Hilfe zu bitten Er kannte sich in Braunschweig aus, während es für sie völlig fremd war Mit seiner Hilfe könnte sie in der Stadt untertauchen Sie suchte seinen Blick und sagte eindringlich Helft mir, bitte Ich brauche Zeit Lasst nicht zu, dass Gottfried mich in das Gasthaus bringt Bevor ich mich an die Ereignisse im Wald erinnert habe Sie versank fast in seinen ernst blickenden blauen Augen, als er flüsterte Ich werde euch auf der Burg verstecken, bis eure Erinnerung zurückgekehrt ist Dafür segne euch Gott und alle seine Heiligen mögen euch beschützen Mit seiner Hilfe wird alles gut werden Sie versuchte ein zuversichtliches Lächeln, aber es geriet etwas schief Am nächsten Morgen sagte Martha zufrieden Am Abend werden wir in Braunschweig sein Sie verschnürte einen Ballen und stemmte ihn dann auf den Wagen Die Dorfbewohner hatten sich in einiger Entfernung versammelt, um den Aufbruch zu beobachten Martha blickte zu ihnen hinüber Sie sind erleichtert, dass wir weiterziehen Gott möge uns gnädig sein Wir haben nur Tod und Verderben über sie gebracht Wer ist der Herr über diesen Lehnshof? Wird er wegen des getöteten Mannes Genugtuung fordern? Immerhin war er sein Leibeigener, fragte die Dame besorgt Martha zuckte nur mit den Schultern Als ihr Zug sich in Bewegung setzte, warf Otto den Dorfbewohnern ein paar verbeulte Blechpfennige zu Niemand bückte sich Die Dame wandte sich ab Sie wünschte nie wieder an diesen furchtbaren Ort zurückkehren zu müssen Dann fiel ihr jedoch das Silber ein, das zwischen den Felsen vergraben lag Die Sonne steht schon recht hoch Wir werden uns beeilen müssen, wenn wir vor dem Schließen der Stadttore da sein wollen sagte eine freundliche Stimme neben ihrem Wagen Der bärtige Raimund ritt neben ihnen Ist es eine schöne Stadt? fragte die Dame Sie klang etwas geistesabwesend, da sie sich auf den Weg konzentrierte, um ihn sich einzuprägen Es gab nur Wiesen und Felder, nichts, woran das Auge hängenbleiben konnte und woran es sich erinnern würde Keinen Hügel, nicht die kleinste Erhebung und erst recht keinen Berg kam Ihr Blick irrte über niedriges Buschwerk und aufgewühlten Ackerboden Der alte Ritter lachte und rief Die Stadt ist wunderschön, es ist die Stadt Heinrichs des Löwen Sein Geist ist überall lebendig Sein Tod vor drei Jahren hat daran nichts geändert Er ließ die prächtige Burg dank Waderode bauen und förderte die Stadt und ihr Recht Braunschweig wird euch gefallen Sie machte ein skeptisches Gesicht Es würde nicht Köln sein Was hatte sie also schon zu erwarten? Er sprach unbeeindruckt weiter Braunschweig wird die wichtigste Stadt im Reich werden Die große Zeit der Welfen kommt wieder Wir bringen Otto, den Sohn des Löwen, zurück Bei den letzten Worten bekam er ein Glitzern in den Augen, das ihn viel jünger erscheinen ließ Die Welfen haben viele Gegner, fühlte sie sich genötigt einzuwerfen Nicht nur die Staufer und die Franzosen, auch viele der anderen deutschen Fürsten Als sie den erstaunten Ausdruck auf seinem Gesicht sah, bereute sie ihre Worte sofort Eine vertraute Stimme ertönte in ihrem Kopf Eine Frau keifte Eine Dame prallt nicht mit ihrem Wissen Und sie spricht niemals über Politik Woher kam diese Stimme und wann hatte sie diese gehört? War es die Stimme ihrer Mutter? Der Ritter fragte nicht, woher sie all diese Dinge wusste Er schwieg nur und wechselte das Thema In der Stadt gibt es viele Menschen, die eure rheinländische Melodie sprechen Sicher wird euch jemand erkennen Ihr war, als hörte sie einen leicht drohenden Unterton Glaubte er etwa auch, wie sein Sohn Gottfried, dass sie Marianne Lommersbacher war? Sie versuchte ein charmantes Lächeln und flötete möglichst damenhaft Das wäre wirklich wunderbar Dann könntet ihr mich mit meinem Taufnamen ansprechen Das blieb nicht ohne Wirkung Egal welcher Name es ist, er steht euch bestimmt gut Bemerkte er galant und trieb sein Pferd an Dummes Geschwätz, murmelte Martha, als er weg war Welchen Teil meinst du? Den über Braunschweig oder den über meinen Namen? Martha machte ein verschlossenes, unergründliches Gesicht März 1198 auf der Burg Triefels Auf der staufischen Festung blieb die Briefrolle unauffindbar Jeden Winkel im Kerker hatten die Männer des Einäugigen durchsucht Uralte Knochen von vergessenen Gefangenen und unbekannte Gänge waren entdeckt worden Danach hatten sie damit begonnen, auf dem Burggelände zu suchen Sie kämpften sich durch die Abfallberge des Küchentrakts Durchstöberten die Waffenkammern Schreckten die Pferde in den Ställen auf Und suchten sogar auf der Baustelle des neuen Westturmes Erst als sie vom wütenden Baumeister vertrieben wurden, gab der Einäugige auf Johanna hatte sich ruhig seinen Bericht angehört Und ihn dann aufgefordert, weiterzusuchen Der Einäugige war schlecht gelaunt davongeschlurft Und hatte etwas von Weiberlaunen gebrummelt An diesem Morgen ging Johanna grübelnd durch den Küchengarten Und befand sich in einem entsetzlichen Zustand zwischen Hoffen und Bangen Oh, er durfte nicht ablehnen, dachte sie verzweifelt Er hatte kein Recht dazu Es war immerhin ihre Mitgift Seit dem Tod ihres Vaters fehlte es an Geld Und ihr Bruder wirtschaftete schlecht Hatte die falschen Berater um sich Immer gab es auf seiner Burg nur Dinkelbrot und Bohnen Niemals Schweinefleisch, niemals Gans oder Huhn Auf ihrer Burg würde es anders sein Dafür würde ihr zukünftiger Mann schon sorgen Johanna hätte bei diesem Gedanken fast einen undamenhaften Hüpfer gemacht Aber eine zornige Stimme ließ sie innehalten Teufelsbrut, Elende, ein altes Weib so zu narren Benehmen soll ihnen beigebracht werden Und was tun sie? Spannen eine Schnur über den Weg Und bringen ehrliche Leute zu Fall Das Pagen packt das Eine uralte Magd saß im feuchten Gras Und schüttelte empört den Kopf Als sie Johanna kommen sah, wurde sie noch wütender Und schrie ihr entgegen Ha? Da haben wir ja eine von den Damen, die ihre Pflichten vernachlässigen Die Pagen richten unheil an, anstatt die Tischregeln zu lernen Aus diesen Früchtchen werden niemals gute Knappen Die Jugend heutzutage ist verroht Verdorben Der Teufel soll sie holen Ich kümmere mich nicht um die Pagen Meine Aufgabe besteht darin, die kleine Tochter der Herzogin Versuchte Johanna sich zu verteidigen Doch dann hielt sie verwirrt inne Schuldete nicht eine Küchenmarkt einer Dame Respekt? Was nahm das alte Weib sich heraus? Es war unerhört Die Alte untersuchte ihren Knöchel Und verzog den zahnlosen Mund zu einer schmerzverzerrten Grimasse Bei ihrem Anblick vergaß Johanna, dass sie eine Hofdame war Und kniete sich neben die Magd, um ihre Hand auf die geschwollene Stelle zu legen Es fühlte sich ungewöhnlich heiß an Als sie die Hand wieder fortziehen wollte Presste die Alte eine krallenartige Hand darauf und zischte Ihr habt die Gabe Oh, der Herr sei gepriesen Spürt ihr es? Spürt ihr die Kraft? Ich kann den heilenden Strom fühlen Es ist ein Geschenk Gottes Nur wenige sind auserwählt Schließt die Augen und leitet den Strom Johanna starrte entsetzt auf die schrumpelige und braun gefleckte Hand der Alten Sie konnte es spüren, ganz deutlich Heilige Jungfrau, hilf! Das war Hexerei Verdammenswert und sündig Sie wollte sich dagegen wehren, doch es war unmöglich Da war nur noch der Knöchel, pulsierende Wärme und ein Rauschen in ihrem Kopf Sie blickte auf und sah erschöpft in das zerknitterte Gesicht der Alten Magd Die wackelte mit dem Knöchel und sah Johanna mitfühlend an Ihr fühlt euch müde, das ist ganz normal Heilen ist sehr anstrengend Es raubt dem Heiler alle Kräfte Kommt mit in die Küche Ich bereite euch einen Stärkungstrunk Johanna stolperte benommen hinter der Alten Heer Zum Glück war es zum Küchentrakt nicht weit Denn sie hatte bei jedem Schritt das Gefühl An ihren Füßen hingen Eisenketten Kurz darauf saß Johanna in der Kräuterküche und nippte vorsichtig an einem dampfenden Becher Das Gefühl, unzählige Ameisen würden auf ihrer Zunge krabbeln und eine bittere Flüssigkeit verteilen, ließ sie innehalten Sie verzog das Gesicht, aber die alte Magd lächelte ihr aufmunternd zu Als sie tapfer noch einen Schluck von der brennenden Medizin versuchte, griff die Alte zufrieden nach einem gelben Kräuterbündel Sie murmelte etwas Unverständliches und hackte mit dem Messer auf das Büschel ein Ein frischer Geruch nach Senf, Klee und Dill erfüllte die Küche Johanna erkannte viele Kräuter, die man für die Gesichtspflege verwendete Diese Mischung hatte sie jedoch noch nie gerochen Sie holte tief Luft und spürte, wie sich der milde, würzige Duft in ihrer Nase festsetzte Sie wagte nicht, einen erneuten Schluck zu trinken Ihre Augen wanderten ziellos in der Küche umher Große, struppige Kräuterbündel hingen von den Wänden Violette Blütenblätter häuften sich in einem Korb Und über dem Feuer hing ein dampfender Kupferkessel Die Alte warf ihr seltsames Kraut hinein Es dampfte und zischte Mit einem riesigen Holzlöffel rührte sie um Und verschwand fast völlig in dem aufsteigenden gelben Nebel Johanna fühlte sich wie ein Eindringling in einem verbotenen Zauberreich Unruhig rutschte sie auf der Küchenbank hin und her Und wünschte, sie könnte den Ameisentrunk heimlich in den brodelnden Topf kippen und sich davonschleichen Wie wenn die alte Magd ihre Gedanken gelesen hätte, fragte sie Spürt ihr schon die Wirkung? Ihr habt etwas rosigere Wangen Ich bin Gunda, die Kräuter Gunda Nicht verwechseln mit der Locken Gunda für die Wäsche Es schmeckt scheußlich Muss ich wirklich alles austrinken? Gunda nickte streng und ließ ein Messer auf die Kräuter sausen Johanna kniff die Augen zusammen und trank den Becher in einem Zug aus Danach zog sie die Schultern hoch und schüttelte sich Ein ganzer Ameisenhaufen schien sich die Kehle hinabzustürzen Als sie die Augen wieder aufschlug, stand ihr ein Mann gegenüber Johanna starrte den Fahrenden, der in Richards Keller gesessen hatte, überrascht an Ohne Schwellungen und blaue Flecken sah er eigentlich ganz gut aus Er hatte glattes braunes Haar, das ihm bis zur Schulter reichte, und ein schmales Gesicht Wie hieß er noch? Edzard? Edelrad? Nein, Konrad Er hieß ganz sicher Konrad Die Wirkung des Stärkungsmittels setzte ganz plötzlich ein Sie bekam Herzklopfen und japste nach Luft Konrad drehte sich um und rief durch die Küchentür Ich habe sie gefunden, sie ist hier Sofort kam der Einäugige in die Küche gestürmt Sein Auge schweifte suchend durch die Küche Er hielt eine zerknitterte Briefrolle in der Hand Johanna musste sich beherrschen, um nicht aufzuspringen und ihm das Pergament zu entreißen Der Wachsoldat verbeugte sich höflich und reichte ihr die Rolle Mit zitternden Händen entrollte sie das Schreiben Ihr Herz raste und sie flehte sämtliche Heilige um ihren Beistand an Die Schrift verschwamm und die einzelnen Buchstaben tanzten vor ihren Augen Sie blinzelte und versuchte sich auf das erste Wort zu konzentrieren Dort stand Nehmt Aale, überbrüht sie und schneidet sie in dicke Scheiben Nehmt besonders fetten Käse und stellt die Aalstückchen aufrecht darüber Danach wieder eine Schicht Käse Johanna hob den Kopf, blickte in die erwartungsvollen Gesichter und las nun laut weiter Dann eine Schicht Krebshälse und so weiter im Wechsel bis die Zutaten zur Neige gehen Danach nehmt Milch Safran, Ingwer, Paradieskörner und Nelken und verrührt sie mit der Milch Es geht noch endlos so weiter Es ist ein Rezept Sie war so enttäuscht, dass sie fast in Tränen ausbrach Wie dumm sie gewesen war Erst jetzt bemerkte sie, dass die Briefrolle fleckig und unversiegelt war Es, es muss dem Truch Sess gehören Leider kann ich nicht lesen Sonst hätte ich die Dame selbstverständlich nicht damit belästigt Entschuldigte sich der einäugige Wachsoldat Er nahm verlegen die Briefrolle, stopfte sie sich in den Gürtel und verließ die Küche Konrad schnaufte verächtlich So ein Mistkerl Er hat mir fünf Pfennige versprochen, wenn ich die Dame Johanna für ihn finde War eigentlich klar, dass so einer sein Wort nicht hält Ihr zittert ja Kommt, ich begleite euch in die Frauengemächer Sie traten zusammen in den Küchengarten hinaus Schweigend betrachtete Johanna die schwarzen gehagten Beete Hier und da schaute schon ein grüner Stängel aus dem Boden In nur wenigen Wochen würden sie zu blühenden Pflanzen emporgewachsen sein Bald würden hier Leinkraut für die Schönheit Thymian für Soßen und Hornklee zur Heilung wachsen Beim Anblick der zarten jungen Triebe vergaß sie ihre Enttäuschung über die falsche Briefrolle Konrad beugte sich vertraulich zu ihr und flüsterte Die grantige Hexe da drinnen kann mich nicht leiden Sie misstraut dem fahrenden Volk Hat mich wüst beschimpft Dabei hatte ich nur um etwas Salbe gebeten Oh, ihr irrt euch Die alte Gunda ist eine gottesfürchtige Frau Sie kann nicht zaubern, aber sie weiß alles über die Wirkung der Kräuter Johanna wunderte sich, warum sie die Alte in Schutz nahm Immerhin waren der gelbe Nebel und der Ameisentrunk doch sehr verdächtig Und dann war da noch der geheilte Knöchel Der beunruhigte sie am meisten Wenn sich herumsprach, dass Dame Johanna heilende Hände hatte, dann war ihr Ruf für immer ruiniert Auf der Burg verbreiteten sich solche Gerüchte wie ein Lauffeuer Sicher würden sie bald kranke Kinder und hysterische Mägde zu ihr bringen Sie wollte nicht die Gehilfin einer Kräuterhexe, sondern die Frau eines angesehenen Ritters werden Nachdenklich blieb sie stehen und betrachtete eine Reihe herzförmiger Blättchen in einem runden Beet Andererseits Vielleicht könnte die alte Gunda ihren Bruder behexen Bevor sie diesem sündigen Gedanken weiter nachhängen konnte, begann Konrad ein lustiges Lied zu singen Es kamen so viele Krebs, Hälse und Aalschwänze darin vor, dass Johanna gegen ihren Willen lächeln musste März 1198 in Braunschweig Je näher die Stadt kam, desto größer wurde das Gewimmel auf der Straße Regen setzte ein und am Horizont wurde ein kleiner schwarzer Punkt sichtbar Langsam nahm die undeutliche Masse Formen an Zuerst zeichneten sich am grauen Himmel die Kirchtürme ab Nach und nach konnte man die Türmchen der Stadttore und die aufgeschichteten Häuserdächer darüber erkennen Niemand schien Otto, den zurückkehrenden Sohn der Stadt, zu erkennen Keiner beachtete die Löwen auf den Fahnen, Mänteln und Pferdedecken Man schien sie für einen gewöhnlichen Trupp Reiter zu halten, der auf dem Weg zur Burg war Was die Menschen wohl tun würden, wenn sie wüssten, wer da ihrem Reisezug voranritt? Würden sie in lauter Jubelrufe ausbrechen? Ihre Mützen schwenken? Die Dame beobachtete das bunte Gemisch der bepackten Bauern, müden Pilgergruppen mit Holzkreuzen und Spielleuten mit Glöckchen an den Kappen Der Anblick gefiel ihr Sie alle wollten in die Mauern der Stadt, um sicher zu sein vor Raubrittern und Gesindel Als der Tross vor einem der Stadttore Halt machte, kam ihr die Stadtmauer jedoch nur noch wie eine Gefängnismauer vor In diese undurchdringliche Festung ritt sie mitten hinein Anselm hatte versprochen, ihr zu helfen Sie schickte ein kurzes Gebet zur heiligen Margareta, er möge sein Versprechen halten Am Stadttor waren sie anscheinend erwartet worden, denn die Torwächter gingen vor Ottos Hengst in die Knie Die Dame beobachtete die erstaunten Gesichter in der Menge, sah, wie sie die Köpfe zusammensteckten und flüsterten Was raunten sie sich zu? Sie überlegte, dass es ein trüber Tag war, um nach so vielen Jahren in der Fremde zurückzukehren Warum zog Otto nicht feierlich mit Trommeln und Trompeten in die Stadt ein? Warum schlich er im Regen in die Stadt? Fürchtete er sich vor Braunschweig genau wie sie? Der Reisetross überquerte eine Brücke und die Dame blickte hinunter in den Fluss Die feinen Regentropfen brachten das Flusswasser in Bewegung Martha rief ihr durch den Regenschleier zu Das ist die Oka Gleich kommt die Altstadt Dahinter liegt die Burg Meine jüngste Schwester wohnt dort drüben Marthas Stimme war kaum zu verstehen Die Luft schwirrte vom Lärm der rasselnden Räder, Hufschläge und Rufe Überall drängten sich die Menschen Sie drückten sich an die Hauswände und beobachteten sie mit schmutzigen Gesichtern Ein Windstoß brachte einen eindringlichen Gestank aus den Gassen herauf Es war eine Mischung aus Fäulnis und Moder, Gerbstoffen und verbranntem Holz Die Dame hielt sich ihren Mantel schützend vor das Gesicht Köln war da sicher nicht besser Nur ergaben die Winkel und Gassen dort wahrscheinlich einen Sinn für sie Als sie die Altstadt hinter sich ließen, wurde es ruhiger Die Braunschweiger Burg dank Waderode erhob sich hinter grünen Wiesen, auf denen Schafe grasten Sie lag auf einer kleinen Insel und wieder mussten sie den Fluss überqueren Die Dame kaute nervös auf ihrer Unterlippe und fragte sich, ob Anselm einen Weg finden konnte, sie zu verstecken Was würde geschehen, wenn Ritter Gottfried schneller handelte? Wenn er sofort die Wachen rief und sie in Ketten legen ließ? Während sie durch das mächtige Steintor ritt, schaute sie sich unruhig um Und als sie auf dem gepflasterten Burghof anlangten, hatte sie eine Gänsehaut auf dem Rücken Martha schien von ihrer Unruhe nichts zu bemerken Sie sprang vom Wagen und rief Das ist die Stiftskirche St. Blasius und Johannes Viele große und wundertätige Reliquien befinden sich dort Martha bekreuzigte sich andächtig und erklärte Sie sollen noch zwei Türme bekommen Die Kirche ohne Türme beherrschte fast den ganzen Platz Leitern und Gerüste kletterten an ihrem Por wie Ranken an Mauerwerk Die Dame wandte sich um zur Burg Wollte Anselm sie hier verstecken? Die Pfalz sah nicht aus wie eine Wehrburg mit hohen Zinnen Es war die Pfalz einer mächtigen Sippe, die auf die Stärke der Stadtmauern vertraute Ein lang gestrecktes Gebäude lehnte sich an die dicke Kirchenmauer Mächtige sandfarbene Steinquader stützten die Rundbögen, die eine große Halle zu tragen schienen Daran schloss sich ein mehrsteckiger Wohnbereich an, zu dem eine breite Treppe führte Die Dame blickte an der schlanken Säule in der Mitte des Platzes hoch Ein großer Löwe, wie konnte es auch anders sein, thronte auf ihr und brüllte Das Untier sah aus, als würde es genau wissen, wer sie war Um sich daran zu erinnern, dass er nur aus Bronze war und gar nichts wissen konnte Fragte sie Martha möglichst unbefangen Was bedeutet dieser Löwe hier? Ihr kennt unseren Löwen nicht? Er steht schon seit dreißig Jahren hier Ich glaube, ein Goldschmied aus Italien hat ihn gearbeitet und ein Glockengießer aus der Altstadt fertiggestellt Man spürt noch etwas von der Kraft des Mannes, den sie den Löwen nannten Gleich springt der Löwe von der Säule und zerreißt mich, dachte die Dame Sie vermiet es noch einmal hochzusehen Kurz darauf brach das übliche Durcheinander einer Ankunft aus Aufgeregte Wachsoldaten begrüßten die Ritter und Mägde liefen herbei Die Stalljungen kümmerten sich um die Packtiere und nahmen die Pferde mit Während Martha eine Frau umarmte, die genauso dick war wie sie selbst Verkroch die Dame sich hinter den Wagen und beobachtete beunruhigt das Treiben Anscheinend hatte sich schnell herumgesprochen, wen die Ritter mitgebracht hatten Ein dicker Kämmerer kam die breite Treppe heruntergelaufen Er zupfte an seinem Gewand, verbeugte sich vor Otto und schien eine Begrüßungsrede halten zu wollen Ein Mann mit einem hohen goldenen Kelch folgte Die Dame vermutete, dass es sich um den Truchsess handelte, der Otto nun den Willkommenskelch reichte Otto streifte sich einen seiner Lederhandschuhe ab und streckte die Hand nach dem Kelch aus Doch Ritter Gottfried kam ihm zuvor Er sprang hervor und nahm den Kelch an sich, um den Rand mit dem Saum seines Gewandes zu reinigen Lächelnd nahm Otto den Kelch und umschloss ihn mit seiner breiten von blauen Adern durchzogenen Hand Gottfried beugte demütig den Kopf und die feuchten Locken fielen ihm auf die Schultern Es wirkte formvollendet elegant Am französischen Hof konnte es nicht vornehmer zugehen Die Dame war so versunken, dass sie heftig erschrak, als jemand grob ihre Hand packte Bevor sie protestieren konnte, hatte Anselm sie mit sich gezogen Im Laufschritt umrundeten sie eine der Säulen des Längsbaus Er duckte sich, drückte eine unscheinbare Tür auf und schob sie hindurch Kommt schnell! Vom großen Saal erreichen wir die Frauengemächer, dort seid ihr sicher Sie hasteten eine steile Treppe hinauf und durchquerten einen unscheinbaren Vorraum Ihre Hand schmerzte und ihr Herz klopfte wild Er sollte aufhören, so zu ziehen Endlich ließ er sie los, weil er beide Hände benötigte, um einen schweren Samtvorhang zur Seite zu ziehen Dahinter lag eine prächtige Flügeltür Sie stolperte in ein Meer aus dunkelroten Wellen und goldglänzenden Bögen An einer hohen Decke funkelten mächtige Kerzenleuchter Der zweistöckige Saal schien auf ein königliches Fest zu warten Die Dame hatte noch nie etwas Ähnliches gesehen, da war sie sich ganz sicher Die Kapitelle mit den funkelnden Blattmustern und die Rundbögen, zwischen denen Vögel mit gespreiztem Gefieder hockten, nahmen ihr den Atem Während Anselm wieder ihre Hand nahm und sie über den glatten Holzboden hinter sich herzog Rauschte der Saal wie ein Ort aus einer längst vergessenen Sage an ihr vorbei Die vielen geschwungenen Borten, verschlungenen Muster und goldenen Wesen verschmolzen in ihren Augenwinkeln zu einer einzigen Bewegung Plötzlich rutschte sie aus und wäre fast gestürzt Er ließ ihre Hand nicht los und zog sie mit so viel Schwung wieder hoch, dass sie mit einem kleinen Aufschrei in seine Arme flog Für einen kurzen Moment grub sich ihre Nase in die Kuhle unter seinem kleinen Schulterknochen Sie konnte seine Wärme spüren und es lebendig an seinem Hals pochen sehen Doch schnell drückte er sie weg und sie hasteten weiter Am Ende des Saals knallte Anselm mit der flachen Hand gegen einen Holzvorsprung Nach einer Weile öffnete sich die Tür und eine winzige uralte Magd linste heraus Sie schien nicht überrascht zu sein Prüfend hielt sie die Kerze hoch und krächzte Anselm, der Schreiberling! Bringt er den Engländer? Nein! Eine Dame! Tch 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 Hinter ihr tauchte ein schmaler Gang mit unverputzten fleckigen Wänden aus der Dunkelheit auf Es schien der Dame, als sollte sie nun vom goldenen Paradies in eine schwarze Unterwelt eintauchen Begleite die Dame zur verborgenen Kammer, sagte Anselm mit gedämpfter Stimme Die schrumpelige Frau murmelte Die verborgene Kammer tch 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 Schien mir bis jetzt nicht der Mann zu sein, der Zeit für Liebesabenteuer hatte Dann trat sie zur Seite, um sie durchzulassen Die Dame zögerte Anselm drückte sanft ihren Arm und flüsterte Folgt ihr! Es ist nicht das beste Versteck Vorerst muss es jedoch genügen Ich muss mit den alten Edelfräulein sprechen Geduldet euch! Ehe sie etwas erwidern konnte, war er in der Dunkelheit verschwunden Sie presste ihre Hand auf die Stelle, an der er sie berührt hatte Und fragte sich beunruhigt, wer die alten Edeldamen waren Und was die verborgene Kammer bedeutete Sie folgte der alten Magd den Gang hinunter Es schien endlos, um Kurven und Winkel zu gehen Die Luft war feucht und kalt Es tat beim Atmen weh Und die Dame hatte es satt, immer nur hinter jemandem herzuhetzen Ohne zu wissen, wo es hinging Wie von Zauberhand schlug knarrend eine grob gemaserte Holzklappe zurück Und die Magd nickte auffordernd Die Dame nahm ihr die Kerze aus der Hand und trug sie vor sich her Die verborgene Kammer war ein unfreundlicher, dunkler Ort Es gab nur ein schmales Fenster mit geschlossenem Holzladen Obwohl es keinen Kamin gab, war es trotzdem nicht kalt Die Dame musste an den riesigen Kaminschacht denken Der sich sicher hinter einer der Wände befand Er musste an die Kammer grenzen und heizte sie mit Es roch muffig und abgestanden nach ranziger Milch und ungewaschenen Tüchern Die Magd öffnete den Fensterladen und ließ das letzte Licht des Tages herein Ein großes Bett war in die Mauern geschlagen worden Ein blassroser Überwurf mit ausgefransten Rändern deutete darauf hin Dass die Kammer mal bessere Zeiten gesehen hatte Die alte Magd zupfte ein paar Spinnengewebe vom Überwurf Und klopfte ein staubiges Kissen auf Kleine Staubwolken stiegen aus dem roten Samt auf In der verborgenen Kammer hatte sich anscheinend lange keiner mehr versteckt Mit Bestimmtheit sagte die Dame Ich brauche Kerzen, Wasser zum Waschen und etwas zu essen Die Magd verzog ihr runzliges Gesicht Tü 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 Ehe die Dame wusste, ob das Ja bedeuten sollte, war die Magd verschwunden Vorsichtig stellte sie die Kerze auf den Boden Setzte sich auf die Bettkante und starrte müde in die Flamme Sie musste kurz eingeschlafen sein Denn schon wenige Augenblicke später schlug knarrend die Klappe zurück Eine junge, rothaarige Magd erklärte wortreich, dass die Edeldamen sie erwarten würden Die Dame wunderte sich, dass die Alte nicht zurückgekommen war Die neue Magd war weniger unheimlich und sehr geschwätzig Während sie durch die dunklen Gänge eilten, erzählte sie ununterbrochen Ihre Stimme schallte vom Gemäuer wieder Es wird euch gefallen Die Edeldamen freuen sich immer über Abwechslung Die Schwägerin des Löwen wird allerdings langsam vergesslich Ihre Cousine ist immer an ihrer Seite, doch die ist auch nicht mehr die Jüngste Angeblich hatte sie ein besonders enges Verhältnis zu Heinrich dem Löwen An dieser Stelle drehte sie sich um und blinzelte vertraulich Die Dame hinter ihr zuckte irritiert zusammen Die Magd fuhr unbeeindruckt fort Es ist wirklich ein Kreis liebenswürdiger alter Damen, unverheiratete Schwestern, verarmte adelige Witwen und ehemals schöne Kurtisanen mit ihren Töchtern Die besten Zeiten des Frauengemachs sind lange vorüber Warum sind sie vorbei? Oh, vielleicht kommen sie wieder Heute soll der jüngste Sohn des Löwen auf der Burg eingetroffen sein Er wird heiraten und dann zieht eine junge Herzogin ins Frauengemach ein Es gehen Gerüchte, dass er schon bald mit Maria von Brabant verlobt werden soll Doch die unsichere Lage im Reich Es wird wohl bis zur Hochzeit noch einige Zeit vergehen Sie klang so enttäuscht, als wäre sie die wartende Braut Die mitteilsame Magd schob einen schweren Wandteppich zur Seite Dahinter lag ein heller Raum mit zwei großen Bogenfenstern Den Fenstern gegenüber befand sich eine Flügeltür Sie war wunderschön bemalt und zeigte einen heiligen Georg zu Pferd Die junge Dame sah, dass es auf der anderen Seite noch einen breiten Gang mit Bogenfenstern gab Der zur Tür führte Sie hatten offensichtlich einen Geheimgang benutzt Die Magd öffnete vorsichtig einen der holzernen Flügel und steckte ihren Kopf hindurch Es ist alles in Ordnung Die edlen Damen erwarten euch, flüsterte sie zufrieden Die Dame holte tief Luft und versuchte einen würdevollen Gesichtsausdruck anzunehmen Wieder hörte sie die vertraute Stimme einer Frau, die sich um ihre Haltung sorgte Sie sagte ganz deutlich Kind, nimm die Schultern zurück Steh nicht so krumm Aus dir wird nie eine elegante Erscheinung Die in der Cheminate versammelten Damen waren alle elegante Erscheinungen Sie saßen in aufrechter Haltung vor großen Stickrahmen Und hatten die Falten ihrer Gewänder sitzam um sich drapiert Ein Rad aus Kerzen hing von der Decke herab Und tauchte alles in ein weiches, warmes Licht Aus silbernen Schüsseln und zierlichen Krügen auf einbeinigen Tabletts Entströmte der Duft von süßen Früchten und schwerem roten Wein Die stickenden Damen bewegten ihre schlanken Finger leise auf und ab Dabei lächelten sie vor sich hin Als hätte gerade jemand etwas Angenehmes gesagt Inmitten der Stickrahmen thronten zwei weißhaarige und zerknitterte Edelfräulein Ihre durchsichtigen weißen Hände lagen untätig im Schoß Aber sie nickten unablässig mit ihren kleinen Köpfen Als wäre alles genau so, wie sie es schon immer erwartet hatten Jede tiefe Furche in ihren Gesichtern ließ die alten Edeldamen nur noch würdevoller und erhabener aussehen Kaum ein Mensch erreichte ein so hohes Alter Gott musste es sehr gut mit ihnen gemeint haben Endlich versank die Dame in einen tiefen Knicks und beugte dabei demütig ihren Kopf Ihre Augen waren nun den schillernden, tannengrünen und eidottergelben Stoffen sehr nah Sie musste das Verlangen unterdrücken, die Finger auszustrecken Und über die feinen Bordüren aus Blütenblättern und Flügelschwingen zu streichen Lange Zahlenreihen tauchten vor ihr auf Und sie musste innehalten, um nicht den Wert der Stoffe und Borden zu errechnen Plötzlich fiel ihr eine Frau auf, die sie misstrauisch musterte Sie stand an einem der hohen Fenster, aus dem sie gerade in den Hof herabgesehen haben musste Und schien die Aufsicht über die Frauengemächer zu führen Ihr Gewand war schlicht und alles an ihr erinnerte an eine lauernde Katze Nun schlich sie lautlos näher und blinzelte aus zusammengekniffenen Augen Gleich faucht sie und zerkratzt mir das Gesicht, dachte die junge Dame Und zuckte zusammen, als die Frau leise sagte Warum kommt Otto nicht selbst herauf? Warum schickt er nur seine Mätresse? Das letzte Wort hatte sie laut gesprochen Und hinter ihr brach eine der jüngeren Damen in wieandes Gegacke aus Ein paar Damen stimmten mit ein Die beiden sehr alten Damen kicherten Die junge Frau rief empört Ich bin nicht Ottos Mätresse Ich bin mit ihm gereist und Weiter kam sie nicht Denn ihre Worte lösten eine große Unruhe unter den Damen aus Einige sprangen auf Andere klatschten in die Hände Und alle riefen wild durcheinander Kommt näher und erzählt Wie sieht Otto aus? Stampft er noch vor Wut mit dem Fuß auf Wie er es als kleiner Junge getan hat? Unsinn, das war Wilhelm Otto war der, der so laut brüllen konnte, dass die Milch sauer wurde Ich erinnere mich, wie er den Welpen zertreten hat Dieser schlimme Junge Sprich nicht so über ihn Er soll doch König werden Ich dachte, der schöne Philipp von Schwaben Wird als Platzhalter König für seinen unmündigen Neffen Dieser blasse Staufer? Der schwache Schönling? Wo hast du deinen Verstand, Agnes? Agnes, du weißt doch Der Staufer ist beim Papst in Ungnade Der Papst wird unseren Otto zum Kaiser krönen Kommt, kommt näher Erzählt uns von Otto Plötzlich erhob sich eine der uralten Damen aus ihrer Mitte Die bis dahin geschwiegen hatten Und kam zitternd heran Sie verschwand fast hinter ihrem Buckel Und obwohl sie nun aufrecht war Reichte sie der jungen Dame nur bis zur Hüfte Pergamentartige Finger griffen nach der jungen Dame Und zogen sie zum Kreis der anderen Ihr wurde rasch ein Hocker hingeschoben Und die runzlige Hand ließ sie los Sie setzte sich Links und rechts von ihr kauerten die beiden Greisinnen auf ihren Bänken Und betrachteten sie aus freundlichen, feuchten Augen Endlich beugte sich die Bucklige vor und krächzte Hört nicht auf das dumme Geschwätz Sie können seit Tagen an nichts anderes mehr denken als an diesen Wie hieß er noch? Ich vergesse immer seinen Namen Otto, sagte eine der anderen Edeldamen hastig Er ist der jüngste Sohn Die Alte machte eine wegwerfende Handbewegung Wie auch immer, Otto, Heinrich oder Lothar Die Söhne des Löwen, sie taugen alle nichts Die Edeldamen schwiegen betreten, aber keine wagte zu widersprechen Die beiden Greisinnen mussten eine hohe Stellung unter ihnen haben Plötzlich presste die andere Greisin ihre Fingerkuppen vor die Lippen und kicherte mädchenhaft Mit brüchiger, zarter Stimme sagte sie Sie hat durchstochene Ohren Genau wie die Ungläubige, die uns Heinrich von seinem letzten Kreuzzug mitgebracht hat Hieß sie nicht Sansibar? Unsinn, krächzte die andere Du verwechselst sie mit der Tänzerin aus dem Süden Sie stampfte mit den Füßen beim Tanzen Dabei klapperten ihre Fußreifen so hübsch Aber sie hat dieselben mandelförmigen braunen Augen wie Sansibar Sie guckt auch genauso geheimnisvoll und stolz Beharrte die Bucklige und fügte nachdenklich hinzu Meine kleine Sansibar Starb sie nicht in diesem besonders kalten Winter Als der Schnee fast bis zum Löwen reichte Die fremde Dame hatte fasziniert zugehört Erst nach einiger Zeit fiel ihr auf, dass sie über sie sprachen Und das Wort an sie richteten Hat das arme Kind denn Hunger? Es gibt gleich zarte Lammkolchen in würziger Soße Aber vielleicht vorweg etwas Süßes? Ein Stück von Viltrudis gutem Früchtekuchen Das Rezept ist aus England Die Greisin nahm ein Stück Kuchen von einem Tisch Und hielt es ihr mit ausgestrecktem Arm genau vor den Mund Nun beiß schon hinein, meine Kleine Darf ich Sansibar sagen? Fragte sie und ihr bittender Blick hatte etwas Kindliches und Rührendes Sie nahm gehorsam einen Bissen von dem Kuchen aus der Hand der Greisin Und nickte kauend Ein süßes Gemisch von zähen Rosinen und altem Honig verklebte ihre Zähne Sie kaute und kaute und der Brei wurde immer klumpiger Vorsichtig schluckte sie und sah sich unsicher um Alle anderen Damen schienen zufrieden mit diesem Verhalten Sie war nun Sansibar und nichts weiter Die anderen Damen lächelten ihr zu und beugten sich über ihre Stickarbeit Doch ehe sie einen Stich vollenden konnten, betrat eine Magd den Saal Und verkündete, dass das Abendessen nun bereit sei Die beiden uralten Edeldamen nahmen sie in die Mitte Und hängten sich beim Gehen bei ihr ein Die fremde Dame fühlte sich wie in einer Zange Die knorrigen Finger bohrten sich in ihre Schulterblätter Und ein unangenehm süßlicher Geruch ging von den beiden aus Am anderen Ende des Saals wurde nun auf zwei Holzböcke Ein beladenes Holzbrett gestellt Es war voll mit dampfenden Schüsseln und großen Kelchen Der süße Rosinenklumpen lag ihr noch schwer im Magen Die gefüllten Fasane, die auf einem Meer von Pilzen und Äpfeln schwimmenden Fischleiber Und die wackelnden weißen Puddingberge machten es nicht besser Alle Damen nahmen auf der langen Holzbank Platz Für eine zusätzliche Dame gab es an der Tafel keinen Platz Von einer knorrigen Hand wurde sie resolut auf den Fußboden gedrückt Ihr weiter Rock breitete sich wie eine Wolke um sie aus Sie wurde immer zorniger und konnte sich nur noch mit Mühe beherrschen Von Zeit zu Zeit schob ihr eine der alten Damen ein Stück Fisch oder Obst in den Mund Dabei kleckerte Saft und Soße auf ihr Kleid und hinterließ hässliche Flecken Auch der Kelch wurde ihr hin und wieder an die Lippen gehalten Sie schmeckte einen süßlichen Burgunder Irgendwo stand ein Lautenspieler und zupfte ungeschickt an seinem Instrument Sie konnte aus ihrer Position nur seine rot gestreiften Beinlinge sehen Sein elendes Gezupfe machte alles noch schlimmer Zum Glück war das Essen schnell vorüber und alle Damen erhoben sich Die bucklige kleine Greisin tupfte ihr liebevoll mit einem fettigen Ärmel den Mund ab Hat es dir geschmeckt, meine kleine Sansibar? Kannst du immer noch so gut Schach spielen? Du hast mich immer geschlagen, du freches Ding, sagte sie kichernd Ich kann überhaupt nicht Schach spielen Aber besser die Laute spielen als dieser Stümper Oh, sie hat recht, er hat heute grauenhaft gespielt Wahrscheinlich wieder Liebeskummer Meine süße Sansibar kann Laute spielen? Sie hielt einen Moment irritiert inne Aber ja doch, das hatte ich sicher nur vergessen Spiel uns doch bitte etwas aus deiner Heimat vor Die katzenhafte Frau überreichte ihr das Instrument Und der getadelte Spieler machte ein beleidigtes Gesicht Er setzte sich in eine Fensternische und starrte herausfordernd zu ihr herüber Die Damen setzten sich wieder an ihre Stickarbeiten Doch hinter ihren ernsten Minen spiegelte sich das erste Mal Neugierde und Interesse Sie nahm die reich verzierte Laute und überlegte, was sie spielen sollte Wie schade, dass Martha und Anselm nicht da waren Martha wäre überrascht gewesen, wie gut ihre Fingerspitzen sich an das vertraute Instrument erinnern konnten Ohne nachzudenken spielte sie eine Melodie Und ihre Stimme setzte fast automatisch an der richtigen Stelle ein Sie war selbst ein bisschen überrascht, wie schön und eindrucksvoll ihre Stimme klang Die Zuhörerinnen hoben die Köpfe von der Stickarbeit Und lauschten ergriffen der Geschichte von König Arthus und seinen edlen Rittern Selbst der junge Spieler riss überrascht die Augen auf Als das Lied zu Ende war, wischten sich ein paar der grauhaarigen Damen verstohlen die Tränen aus den Augenwinkeln Die Bucklige klatschte begeistert in die Hände Nun musste ihr junger Gast den ganzen Abend spielen Am Ende küßte die alte Dame sie mit trockenen, schmalen Lippen auf die Wange und sagte Dich hat der Himmel geschickt, um mir meine alten Tage zu versüßen Als die rothaarige Magd sie wieder mit einer Kerze voran den Gang entlang führte, fühlte sich die Dame sehr müde Sie hörte der aufgeregt schwatzenden Magd gar nicht zu Als sie endlich allein in der verborgenen Kammer stand, blickte sie sich um Die kleine flackernde Kerze auf dem Boden tauchte den blassrosa Überwurf in ein schwaches Licht Das Bett sah schrecklich muffig und staubig aus Ihre Finger brannten vom vielen Spielen und morgen würde sie sicher Blasen haben Sie massierte ihre Finger und dachte daran, dass Anselm Wort gehalten hatte Er hatte sie versteckt Doch das Versteck war ein Albtraum Eine Gefangene war sie Und keiner interessierte sich im Frauengemach dafür, wo sie herkam oder wer sie war Sie überlegte, ob es dann nicht doch besser wäre, Ottos Mätresse zu sein Sie strich nachdenklich über die von Tinte schwarz gefärbte Stelle am Finger Ob es Anselm und den anderen Ratgebern vom Braunschweiger Hof wohl gelang, den launischen Mann zu mäßigen? Wo steckte Anselm überhaupt? Gerade als sie das dachte, schob die Magd von außen die Holzklappe zurück und er stand vor ihr In der düsteren Kammer wirkten seine Gesichtszüge abgespannt und müde Ehe sie Mitleid mit ihm bekommen konnte, stemmte sie die Hände in die Hüften und sagte vorwurfsvoll Na endlich, das nennt ihr ein gutes Versteck? Frauengemächer, pah! Ein Haufen verdrehter und über die Jahre seltsam gewordener Weibsbilder Die Magd starrte sie verwundert an Du kannst gehen, es ist alles in Ordnung, sagte Anselm höflich zur Magd Die Magd schnaubte empört Als sie fort war, ließ sich Anselm erschöpft auf das Bett fallen Eine Staubwolke stieg aus dem rosa Überwurf auf und er musste husten Als er wieder Luft bekam, sagte er Ich bin stundenlang unterwegs gewesen Alle Orte habe ich aufgesucht, an denen sich Kölner aufhalten Marktplätze, Gasthäuser und Kirchen Keiner weiß etwas über das Kölner Silber Natürlich nicht, dachte sie Über das Kölner Silber weiß nur ich etwas Es liegt eine Tagesreise vor der Stadt im Lehmboden vergraben Sie kam sich plötzlich ganz schlecht und gemein vor Sie nahm die Hände von den Hüften und lächelte entschuldigend Er lächelte zurück und sagte erleichtert Ihr seid nicht mehr erbost, das ist gut Ihr werdet euch einleben Es ist doch nur so lange, bis ihr eure Erinnerungen wiedergefunden habt Ich habe die Kölner unauffällig gefragt, ob eine junge Frau vermisst wird Aber keiner wusste etwas Man hat mir den alten Cousinos empfohlen Er kennt alle großen Kölner Kaufmannsfamilien Ich werde ihn herbringen, vielleicht erkennt er euch Nein, tut das nicht? Er sah sie erstaunt an und fragte Warum fürchtet ihr euch? Er ist ein alter, angesehener Kaufmann und kein Raubritter Plötzlich krachte es Gedämpftes Gepolter und Gedröhn war hinter der Wand zu hören Erschrocken fragte sie Was ist das? Das ist Otto Er tobt im knappen Saal und wirft Tische und Bänke gegen die Wand Aber wieso? Hat er den Verstand verloren? Es krachte wieder Anselm seufzte Er hat soeben schlechte Neuigkeiten erhalten Der Staufer Philipp ist aus Italien zurückgekehrt Er musste ohne seinen Neffen aus Mittelitalien fliehen Dort sind Aufstände ausgebrochen Vor wenigen Tagen wurde er in Thüringen zum König gewählt Otto ist furchtbar wütend Der Staufer ist uns zuvor gekommen Sie setzte sich neben ihn Das Poltern und Dröhnen schien noch lauter zu werden Überrascht fragte sie Dann ist es also vorbei? Philipp wird König und das Kölner Silber wird nicht mehr benötigt? Anselm sprang auf und begann in der Kammer auf und ab zu gehen Das Poltern hatte nun aufgehört Die Stille war fast noch unheimlicher Es ist nicht vorbei Es fängt gerade erst an Eine Wahl bedeutet noch keine Krönung Und auch Otto wird sich wählen lassen Nun brauchen wir das Silber von Richard Löwenherz Und das Silber der Kölner Kaufleute dringender als je zuvor Die Zeit drängt Selbst wenn wir das Silber haben Wird es dauern, bis wir alle uns gewogenen Wahlberechtigten Fürsten bestochen haben In Thüringen waren nur die ostdeutschen Fürsten versammelt Doch nun kann Philipp nach der Krone greifen Und alle unsere Pläne zerschlagen Hört mit dem Hin- und Herlaufen auf und setzt euch Noch ist nichts verloren Noch ist Philipp nicht König Außerdem habe ich gehört, dass der Papst ihn nicht zum Kaiser krönen wird Hatten die Edeldamen heute nicht so etwas erwähnt? Anselm blieb stehen und fragte skeptisch Ihr meint wegen der Streitigkeiten um seinen Besitz in Italien Sie könnten sich einigen Aber vielleicht habt ihr recht Ich werde in Ottos Namen einen Brief an den Papst aufsetzen In dem Otto ihm all seine Ansprüche in Italien zusichert Und die Rechte der Kirche ausweitet Vielleicht sollten wir auch versprechen, das Spulienrecht auf Bischofsnachlässe fallen zu lassen Seine Stimme hatte schon wieder diesen belehrenden Ton Hastig warf sie ein Anselm Wieso habt ihr im Frauengemach behauptet, dass ich Ottos Maitresse wäre? Das habe ich nicht Ich war gar nicht im Frauengemach Ich habe die beiden alten Herzoginnen in ihrer Cheminate aufgesucht Sie sind zwar etwas vergesslich Doch sie wussten noch sehr gut, dass ich ihnen einmal bei einem Rechtsstreit um ihren Besitz geholfen habe Mein Plan war doch erfolgreich? Jedenfalls sprechen sie schon in der Küche von der Fremden mit der schönen Stimme Er schwieg Was sah er sie so erwartungsvoll an? Langsam begriff sie, dass er von ihr gelobt werden wollte Typisch Mann Erwartete er nun auch einen Kuss von ihr? Als sie nichts sagte, drehte er sich enttäuscht zur Holzklappe und öffnete sie Als er schon halb draußen war, rief sie Danke für alles Er drehte sich um, deutete eine Verbeugung an und lächelte verlegen Dann ging er hinaus Sie flüsterte das erste Gebet, das ihr in den Sinn kam Es war ein sehr langes Gebet und die lateinischen Worte wirkten sehr beruhigend und einschläfernd Sie war noch nicht am Ende angekommen, da sackte ihr Kopf nach vorn und sie war eingeschlafen Am nächsten Morgen wachte sie auf, als die rothaarige Magd mit einem lauten Knall die Holzlade vor dem Fensterschlitz zurückzog Ein eisiger Morgenwind fegte durch das Zimmer Die Magd bemerkte kopfschüttelnd die heruntergebrannte Kerze Wo ist der junge Herr? fragte die neugierige Magd Sie klang fast enttäuscht, ihn nicht neben der Dame im Bett vorzufinden Hm, machte die Dame schläfrig und streckte sich Wir sollten euch besser herrichten Ihr werdet im Frauengemach erwartet Heute ist Badetag Ich bringe euch noch schnell was aus der Küche sagte die Magd nun freundlicher und lief hinaus Die Dame versuchte mit den Fingern ihre zerzausten Haare zu ordnen Sie brauchte dringend einen Kamm Wo war nur ihr schöner, zierlicher Walrostzahnkamm? Alles war so viel einfacher, wenn eine Frau ihren Kamm bei sich hatte Sie gähnte herzhaft und stellte sich an das schmale Fenster Der Fensterschlitz lag in einem Winkel der Burg verborgen und es gab nur Mauern zu sehen Wie konnte sich hier eine Möglichkeit zur Flucht ergeben? Die Magd kam mit einem Krug Wasser und einem dampfenden Topf zurück Da ihre Hände voll waren, schlug sie die Holzklappe mit dem Fuß zu Aus dem Topf lief ein dunkler Brei und tropfte auf den Boden Es roch säuerlich und angebrannt Ihr müsst euch beeilen Sie haben schon die Zuber geholt und erhitzen das Wasser Sie blickte auf das zerknitterte Kleid und die unordentlichen Haare der Dame und seufzte Sie werden wohl ohne eure musikalische Begleitung anfangen müssen? Ich soll gleich singen? Warum kann dieser Jüngling nicht spielen? Meine Finger brauchen eine Pause Die Dame betrachtete besorgt ihre Hände Was ist ein Bad ohne Musik? Das ist nur der halbe Spaß Die Damen haben ausdrücklich nach euch verlangt Die Magd reichte ihr den Topf mit Brei und löste einen kleinen Holzkamm von ihrem Gürtel Während sie begann, das hellblonde Haar zu frisieren, plapperte sie wieder fröhlich drauf los Alle sprechen von nichts anderem als von eurer zauberhaften Musik Ihr seid von Gott mit einer großen Gabe gesegnet Und dann der hübsche junge Mann? Ihr seid wirklich zu beneiden Nennt er euch eigentlich auch Sansibar? Fragte sie kichernd Autsch, du tust mir weh Sei endlich still Ich muss darüber nachdenken, was ich spielen werde Die Frage der Liedauswahl wurde schnell geklärt Sie bekam die Laute gereicht und wurde gebeten, noch einmal das Arthuslied zu spielen Die Badezuber waren nebeneinander aufgereiht und heißer Dampf erfüllte den Raum Hinter den weißen Nebelschleiern konnte sie die Köpfe der Damen erkennen Sie trugen ihre Löckchen unter Schleiern und waren mit Schmuck behängt Sonst waren sie nackt und sehr entspannt Die fröhliche Stimmung und die wohlige Wärme im Raum waren angenehm Auf den Badezubern standen Holzbretter mit köstlichen Leckereien und glänzenden Kelchen Die kichernden Damen hatten anscheinend schon zu dieser frühen Stunde reichlich vom Wein gekostet Vielleicht war es jedoch auch der Duft der Fichtennadeln und der schweren Gewürze, die dem Badewasser hinzugefügt worden waren Sie blickte benommen auf die Laute In der dampfenden Luft fiel es schwer zu atmen Die ersten Töne der Laute klangen seltsam dumpf Die Damen hatten die Lautenspielerin nun bemerkt Die alte Herzogin streckte ihren dürren Arm aus dem Wasser und winkte sie zu sich Mein Kätzchen, komm zu uns! Spiel für uns! Überspring das Kampfgetöse! Wiederhole die Stelle, in der die Helden ihren Sieg feiern Ich werde anweisen, dass noch ein Kessel erhitzt wird Wenn wir hier fertig sind, kannst du hinein Es ist sehr angenehm, sagte die alte Edeldame freundlich Die Dame setzte sich auf einen Hocker zwischen die Badezuber Sie schloss die Augen und versuchte, die feuchten Körper und wohligen Gerüche zu vergessen Nur ein paar Sätze und sie tauchte ein in den Siegestaumel einer längst vergangenen Zeit Das Kichern der Frauen und das Plätschern des Wassers hörte sie nur noch wie aus weiter Ferne So sang und spielte sie eine ganze Weile Gleich kam ihre Lieblingsstelle Doch in diesem Moment begannen die jüngeren Damen ausgelassen mit Wasser zu spritzen Die ersten Spritzer, die sie trafen, weckten sie aus ihrer Versunkenheit Die alte Herzogin klatschte energisch in die Hände und erklärte das Bad für beendet Die Mägde reichten vorgewärmte Tücher und halfen den Damen aus den Zubarn Spiel weiter, Süße, es ist ganz wundervoll, sagte die Bucklige, während sie von ihrer alten Magd eingeölt wurde Doch nun war sie unkonzentriert und nicht mehr bei der Sache Sie klimperte nur noch eine kleine Melodie Keiner schien es zu bemerken Einer Magd war ein Tiegel aus der Hand gerutscht Und ein eindringlicher Blütenduft erfüllte den Raum Als das aufgeregte Treiben zu Ende war, ging ein zufriedener und gut gepflegter Haufen Damen durch die große Tür zum Saal Die Mägde begann aufzuräumen Sie spielte nun eine traurige Weise und summte dazu Bald kam die geschwätzige, rothaarige Magd mit einem Eimer aus dem Dampf aufstieg und goss ihn in einen der Zuber Das Wasser ist schon sehr abgekühlt Ein Eimer noch oder vielleicht zwei, dann könnt ihr hinein Die Dame begann die Schnürungen ihres Kleides zu lösen Die Magd goss den letzten Eimer mit kochendem Wasser in den Zuber und fühlte die Temperatur Sie nickte zufrieden und half ihr aus dem Kleid Als sie sich schließlich ins Wasser sinken ließ, konnte sie einen wohligen Seufzer nicht unterdrücken Es war ein wundervolles Gefühl Nach dem aufregenden Morgen kam dieser Genuss gerade recht Im Kelch vor ihr war noch ein Rest Wein und es gab noch kandierte Früchte Sie knabberte vergnügt an einer unbekannten Leckerei und schloss genüsslich die Augen Es war herrlich, so verwöhnt zu werden Ein bequemes Leben mit vielen Annehmlichkeiten Vielleicht sollte sie einfach hier bleiben Die Stimme der Magd riss sie aus ihren Träumereien Heute Nachmittag sollt ihr die Schachpartie begleiten Diesmal wollen sie etwas Erbauliches hören Welches Öl wünscht ihr nach dem Bad? Ich kann dieses empfehlen Es enthält viele gute Zutaten nach einem Geheimrezept Natürlich aus dem Land der Ungläubigen Die Herzogin bevorzugt es seit Jahren Die Magd hielt ihr den Tiegel unter die Nase Ein aufdringlicher Geruch stieg hoch und sie schob ihn gereizt zur Seite Weißt du, ob es ein gutes Frauenkloster in der Gegend gibt und wie ich da hinkomme? fragte sie ungeduldig Die Magd stellte enttäuscht den Tiegel weg und antwortete zögernd Das Benediktinerinnenkloster Heiligkreuz liegt auf dem Rennlberg vor der Stadt Das ist viel zu weit Fragt lieber im Kollegiatstift nach erbaulichen Liedern Da müsst ihr nur über den Burgplatz Das Wasser begann sich abzukühlen Die Magd nahm ihr Schleier und Schapel ab Und rieb ihr eine klebrige grüne Paste in das offene Haar Es war schwer bei dem Gerubbel nachzudenken Würden sie im Kloster einer mittellosen und namenlosen Frau ohne Vormund zu einer Reise nach Köln verhelfen? Sicher nicht Vielleicht gab es fahrende Spielleute in der Stadt, die sie als Sängerin mit nach Köln nehmen würden Auch diese Möglichkeit erschien ihr unwahrscheinlich Aber vielleicht konnte sie bei ihnen unterschlüpfen und abwarten, bis sich etwas ergab Trotz aller Annehmlichkeiten erschien ihr das besser, als Sansibar im Frauengemach zu sein Und vom alten Cousinus als Stauferanhängerin und Verräterin, ja vielleicht sogar als Diebin des Silbers entlarvt zu werden Jetzt, wo sich Philipp zum König hatte wählen lassen, würden sie noch gründlicher nach dem Silbersuchen Wenn ihre Erinnerungen weiterhin nur so langsam zurückkamen und vor allem so ungeordnet, dann musste sie etwas unternehmen Sie tauchte ihren Kopf unter Wasser, um ihr Haar zu spülen Die grüne Paste blieb in schwimmenden Flöckchen auf der Wasseroberfläche zurück Sie erhob sich aus dem Badezuber und das Wasser lief an ihrem Körper herunter Dann folgte die umständliche Prozedur des Einölens und Ankleidens Die Dame beschloss, sich für die Flucht ein praktischeres Kleid zu besorgen Eines, das sie schnell ohne die Hilfe einer Magd anziehen konnte Nur wo sollte sie ein sauberes und sitzames Kleid finden, ohne Verdacht zu erregen? Diese Frage beschäftigte sie den ganzen Morgen Ihre Haare waren noch nass, und so trug sie ein Tuch wie einen Turban um den Kopf geschlungen Die Magd hatte ihr empfohlen, die Haare in der Frühlingssonne zu trocknen Im Küchengarten fand sich sicher ein ungestörtes Plätzchen Als sie sich den Wirtschaftsgebäuden näherte, sah sie einige Mägde mit großen Wäschekörben Die Mägde hingen die nasse Wäsche zum Trocknen auf Holzbalken in die Sonne Sie wartete, bis die Mägde weg waren Dann ging sie zu den aufgehängten Wäschestücken Sie musterte alles mit Interesse Da hingen fein gewebte Tücher und verfilzte Wollhosen Das Unterkleid einer Dame, ein schäckiger blauer Umhang Und ein Babyhemdchen mit einem Riss am Kragen Richtig wertvolles war natürlich nicht darunter Das wurde oft nur ausgebürstet, da die Stickerei empfindlich war Die Dame ging durch die Reihen und hielt hin und wieder an, um ein Stück genauer zu betrachten Endlich hatte sie gefunden, was sie suchte Sie griff nach einem schlichten grauen Unterkleid und einem abgetragenen braunen Oberkleid Beides rollte sie zu einer dicken, nassen Rolle zusammen Und hoffte inbrünstig, dass Gott dafür Verständnis hätte Sie musste bei der nächsten Beichte daran denken, ihn um Vergebung zu bitten Nach einer endlos langen Schachpartie schlich sich die Dame unbemerkt wieder in den Küchengarten Eine alte Magd kroch in den Beeten herum, murmelte versonnen vor sich hin und beachtete sie nicht Die Sonne stand schon ziemlich tief und malte lange Schatten über die schmalen Wege Sie hatte die Kleidungsstücke zum Trocknen in einen Baum gehängt Und sah schon von Weitem die dunklen Stoffbahnen flattern Die alte Magd kicherte verschwörerisch, steckte sich einen Stängel in den Mund und humpelte davon Auf der Burg dank Waderode schienen alle verrückt zu sein Die Dame kam vorsichtig näher und versuchte nicht auf die Schatten auf dem Weg zu treten Das brachte Unglück Dann nannte sie sich selbst ein dummes Ding und trat absichtlich auf die Schatten Nach diesem Nachmittag war sie anscheinend auch schon so weit, den Verstand zu verlieren Sie musste so schnell wie möglich weg von hier Den ganzen Nachmittag hatte sie geistige Lieder gespielt Als sie alles gesungen hatte, was sie kannte, hatte sie einfach jedes Lied wiederholt Die adeligen Damen waren so in das Schachspiel vertieft gewesen, dass niemand es bemerkt hatte Am Ende hatte die alte Herzogin ihren Kopf getätschelt und gesagt Sieht unsere kleine Eleonore nicht genauso aus wie ihre verstorbene Mutter? Eine großartige Troubadourin Und ist ihre Musik nicht genauso schön? Aber wieso ist ihr südfranzösischer Akzent verschwunden? Er war doch immer so entzückend Die anderen Damen hatten verständnisvoll gelächelt Oh nein, nicht auch noch Eleonore, dachte die Dame Und bekam bei der Erinnerung daran eine Gänsehaut Entschlossen nahm sie die Kleider aus den Ästen Der grobe Stoff fühlte sich noch leicht klamm an Es würde unangenehm sein, sie anzuziehen Dennoch war es das Beste, noch vor Anbruch der Dunkelheit wegzugehen Der Nachmittag war schon fortgeschritten Und sie beeilte sich mit dem Umziehen Sie fand sich scheußlich in dem abgetragenen braunen Stoff Die Besitzerin musste ziemlich rundlich sein Der Stoff warf nach dem Gürten steife Faltenberge an der Hüfte Ich sehe unmöglich aus, dachte sie unglücklich Und griff bedauernd nach ihren eigenen schönen weichen Kleidern Hastig rollte sie alles zusammen Sie faltete noch den moosgrünen Mantel zusammen Dann schlug sie alles in ein unauffälliges Wolltuch Und verknotete es sorgsam mit einem alten Strick Es schien ihr wichtig, diese Stücke aus ihrer Vergangenheit mitzunehmen Nun musste sie nur noch ihre Frisur verändern Schleier und Schapel waren ihrem neuen Stand nicht angemessen Doch offenes Haar, das Zeichen der Jungfrau Würde sie neugierigen Blicken aussetzen Nur wo sollte sie ein ehrbares Gebände hernehmen Auch das Barfußlaufen war äußerst schmerzhaft Denn ihre Füße hatten immer in dünnen Lederschuhen gesteckt Um nicht erkannt zu werden, blieb ihr jedoch keine andere Wahl In ihrer Verkleidung ging sie über den Burgplatz zum steinernen Tor Hier waren noch viele Leute unterwegs Und der Lärm der Stimmen war bedrohlich laut und wirr Eine Gruppe Mägde schimpfte Lautheit über einen misslungenen Braten Ein paar aufbrechende Reiter grölten Trinklieder Und Pagen jagten kreischend einen kleinen, kläffenden Hund herum Es war kühl geworden Und ein eisiger Wind fegte über den Platz Er wehte ihre Haare aus ihrem Gesicht Und schnitt in ihre Wangen Sie beugte ihren Kopf und ließ die Haare wie einen Vorhang vor ihr Gesicht fallen Um nicht erkannt zu werden Doch als sie am Löwenstandbild vorbeikam, konnte sie nicht widerstehen Sie sah auf und flüsterte Sei ein braves Tier, verrat mich nicht In diesem Moment sah sie Arno auf sich zukommen Und ließ die frisch gewaschenen Haare wieder vor ihr Gesicht fallen Als sie an dem Jungen vorbeikam, verlangsamte er seine Schritte Sie hatte das Gefühl, er würde sie anstarren Vielleicht kam ihm das hellblonde Habe Kant vor Ihr Herz schlug bis zum Hals Sie konnte erst wieder freier atmen Als sie die Burgwache am Tor hinter sich gelassen hatte Nun war sie auf dem Weg in die Altstadt Hier war es still Die Weiden, links und rechts, wirkten einsam und leergefressen Die Abendkühle kribbelte in ihrer Nase Und die Ziegeldächer in der Ferne Sahen in der beginnenden Dämmerung wie zusammengekauerte, schuppige Drachen aus Vielleicht hätte sie doch im Frauengemach bleiben sollen Anselm hatte sie beschützt und nun lief sie davon Die innere Stimme sagte tadelnd Eine Dame, die sich nicht standesgemäß benimmt, ist Gott ein Gräuel Sie ist Gott ein Gräuel, ist ein Gräuel Ja, Tante, es tut mir leid Erschrocken fuhr sie zusammen Tante? Die Stimme in ihrem Kopf gehörte einer Tante? Tante was? Tante Lommersbacher? Ihr wurde ganz schwindelig Sie dachte daran, zurückzurennen Doch da kamen die ersten Häuser der Stadt in Sicht Die letzten Strahlen der Abendsonne lagen über den roten Dächern Sie waren nun gar nicht mehr bedrohlich Es war nicht Köln, aber immerhin der vertraute Anblick einer Stadt Was ihr Mut machte und ihre Schritte beschleunigte Bald war sie mitten im geschäftigen Treiben der Altstadt Jeder schien es eilig zu haben Denn bald würden die Stadttore schließen und allen Geschäften ein Ende machen Sie sprang über Pfützen, wich den störrischen Ochsen eines Bauernkarrens aus Und stieß mit einem verkrüppelten Bettler zusammen Fast hätte ihr ein kleiner Junge ihr Bündel gestohlen Aber sie reagierte schnell und stieß ihn fort Sie wurde hin und her gestoßen Und hatte keine Zeit darüber nachzudenken, was sie als nächstes tun sollte Endlich gelangte sie auf einen freien Kirchplatz Hier gab es viele Verkaufsstände Und es roch nach ranzigem Fisch Eine Menschenmenge drängelte sich um einen bunt gekleideten Sänger Ein zerzaustes Kind spielte Flöte Die Dame trat neugierig näher Fahrende kamen im Reich herum Sie wussten immer als Erste, wenn es Neuigkeiten gab Vielleicht wussten sie ein Lied über eine vermisste Kölnerin Oder es gab schon ein Preislied über den zukünftigen König Otto Sie schob sich zwischen die Leute und reckte den Hals Der Sänger hüpfte im Kreis und sang ein scherzhaftes Lied über einen Pfaffen Der einer Magd nachstellte Immer wieder machte er obszöne Gesten Und die Menge grölte vor Lachen Der Text wurde immer frecher Der Sänger brachte den Papst ins Spiel Und wechselte ins Lateinische Am Schluss verbeugte er sich schelmisch und sagte Der Pfaffe verstand kein Latein So waren die Ermahnungen des ehrwürdigen Vaters in den Wind gesprochen Armes Pfaffenseelchen Der Sänger deutete mit einer Handbewegung an, was der Pfaffe weitertrieb Die Menge schwankte bei jeder Bewegung vor Begeisterung mit Die verkleidete Dame kaute verlegen auf ihrer Unterlippe Sie hatte sich geirrt Hier gab es keine Neuigkeiten, sondern nur ein schmutziges Vergnügen am Ende des Tages Sie wandte sich schnell ab, doch ihre hastigen Schritte zogen die Aufmerksamkeit der lauernden Menge auf sich Alle Gesichter wandten sich nun ihr zu Zwei große Kerle traten vor und stellten sich ihr lüstern grinsend in den Weg Die aufgeheizte Menge umringte sie mit gierigen Augen Sie wollten offensichtlich etwas zu sehen bekommen Jemand lachte nervös und die erwartungsvollen Grimassen kamen noch näher heran Als einer der Kerle den Mund aufmachte, erwartete sie, dass er sie gleich verschlingen würde Na, kleines Täubchen, wohin so schnell? Gefällt es dir etwa nicht? Fragte er mit zuckersüßer Stimme Sein Gesicht war von Narben zerfurcht und glänzte vor Schweiß Er genoss es sichtlich, dass er die Aufmerksamkeit der Menge hatte Niemand würde eingreifen, niemand würde helfen Weglaufen, dachte sie panisch, weg von hier Sie wollte sich durch die Menge drängeln, doch niemand ließ sie durch Der andere Kerl packte sie am Arm Fast hätte sie ihr Bündel fallen lassen Ängstlich presste sie es vor ihre Brust Als könnte dieser Rest aus ihrem alten Leben sie irgendwie retten Er beugte sich vor und sein heißer Atem, der nach Kräuterbier stank, brannte an ihrem Hals Sie schloss die Augen und flehte die heilige Margarete an, ihr eine erlösende Ohnmacht zu schicken Aber die heilige Margarete hielt sich nie an konkrete Bitten So wählte sie auch diesmal einen anderen Weg Erschrocken riss die Dame ihre Augen auf, als eine tiefe Stimme plötzlich lospolterte Lass sie los! Das ist Griet, meine Küchenmarkt Dreckskerl, lass deine schmutzigen Pranken von ihr Schmieriges Söldnerpack, sollst deinen Spaß haben Hier und da! Breite Lederstiefel wirbelten durch die Luft Sie schienen auf einmal überall zu sein und Tritte auszuteilen Es klatschte und knirschte unangenehm Die Hand ließ ihren Arm los und ballte sich zur Faust Doch bevor die Faust zuschlagen konnte, traf der Stiefel Mit einem Aufschrei fuhr sich der Mann mit der Hand zwischen die Beine Aufjaulend und würgend hielt er sich die Stelle, wo der große Stiefel getroffen hatte Die Menge wich zurück, der Stiefel trat weiter, bis sich das Narbengesicht wimmernd am Boden zusammenkrümmte Griet, dachte die verkleidete Dame verwirrt und starrte auf den immer wieder zutretenden Lederstiefel Griet hieß sie ganz bestimmt nicht Breitstiefel musste sie verwechseln Doch er war ein eindrucksvoller Retter mit grauen Fäden im Bad und vielen Falten um die Augen Die Stiefel waren mit wertvollem Pelz gefüttert Seine Kleider waren von guter Qualität und die silberne Kette kennzeichnete ihn als wohlhabenden Bürger Die heilige Margaretha hatte sich mächtig angestrengt und einige Dankgebete verdient Die Gesichter um sie herum weideten sich noch einen Augenblick an den Schmerzen von Narbengesicht und seinem Kumpanen Dann zerstreuten sie sich Komm Griet, die Hausfrau wartet Das Abendessen muss zubereitet werden Sagte die Stimme über den kostbaren Lederstiefeln Griet, die eigentlich nicht Griet hieß, folgte ihrem Retter über den nun fast menschenleeren Kirchplatz und murmelte ein schnelles Dankgebet Der wohlhabende Bürger mit dem zielsicheren Stiefel hatte einen zügigen Schritt Er wählte ohne zu zögern die Richtung, in welcher der Abendhimmel sich gerade rot-orange färbte Die falsche Griet deutete dies als gutes Zeichen Unauffällig versuchte sie noch weitere beruhigende Anzeichen zu entdecken Hatte sein Bart nicht etwas Väterliches und die Falten um den Mund nicht einen gütigen Zug? Ihr hättet euch als Junge verkleiden sollen, dann wäre das nicht passiert So auffälliges Haar schneidet man besser ab, knurrte der Mann plötzlich Sie fuhr erschrocken zusammen Wieso verkleiden? Wieso glaubt ihr, ich wäre verkleidet? Ich dachte, ihr hieltet mich für eure Küchenmarkt Griet? fragte sie schüchtern Ich kenne doch meinen Haushalt, eine Griet gibt es dort nicht Ihr könntet eine sein, sieht genauso aus wie eine blonde Griet Und das sind die Kleider einer Magd, aber ihr seid nicht das, was ihr vorgebt Keine einfache Magd, versteht Latein Ihr seid an der richtigen Stelle zusammengezuckt Niemand sonst hatte die Anspielung verstanden, antwortete der grauhaarige Städter Niedergeschlagen senkte sie den Blick auf den Weg vor ihr Sie hatte sich wahrlich nicht besonders geschickt angestellt Sie überquerten eine alte Holzbrücke In der Ferne konnte sie eine Wassermühle rauschen hören Es knarrte bei jedem Schritt Und die Abendsonne malte orangene Kringel auf das unruhige Wasser der Oker Es war nun richtig kalt geworden und sie wünschte, sie könnte den moosgrünen Mantel ausrollen und überziehen Doch sie musste vorsichtig sein, immerhin hatte er sie sofort durchschaut Dumm war er nicht Was habt ihr nun mit mir vor? Werdet ihr mich melden? fragte sie zögernd Ich denke nicht, dass ihr eine geflohene Leibeigene seid Ihr seid eine freie Dame und braucht euch nicht ein Jahr und einen Tag vor einem Herrn verstecken Als sie nicht antwortete, fasste er dies als Zustimmung auf Lasst mich raten Ihr seid vor einer unliebsamen Verheiratung geflohen Nein, das ist es sicher nicht Ah, ich weiß es Euer Vater wollte euch ins Kloster bringen Ihr wolltet nicht das Gelübde ablegen Habe ich recht? fragte er lächelnd So ungefähr, murmelte sie Er freute sich anscheinend über seine Fähigkeit, Menschen zu beurteilen Und setzte eine selbstgefällige Mine auf Erst jetzt fiel ihr auf, dass sie sich immer weiter von der Altstadt entfernten Sie hatten plötzlich eine Stadtmauer vor sich und mussten durch ein großes Stadttor Die Burg lag zu ihrer linken und die Häuser waren nun neuer und in einem anderen Stil gebaut Sie kamen ihr fröhlicher und unbeschwerter vor Statt strenger, dunkler Farben hatten sie gelbe und grüne Holzläden Wo bringt ihr mich hin? Gehört dieser Teil auch noch zu Braunschweig? fragte sie Das ist der Hagen, hier bin ich zu Hause Wieso sieht es hier so anders aus? Sie betrachtete interessiert die kleinen, winkeligen Häuser mit den verzierten Giebeln Hinter den kleinen Fenstern schimmerte warmes Licht und es qualmte aus unzähligen Schornsteinen Kein Ort, an dem man sich fürchten musste Wir sind Holländer Mein Vater kam mit uns nach der großen Julianenflut vor mehr als 30 Jahren Heinrich der Löwe benötigte uns für die Trockenlegung des Morastes vor der Stadt Als Dank gab er uns das Hagenrecht Er tat gut daran, unsere Tuchweberei zu fördern Wohlstand und Ansehen haben wir der Stadt gebracht, erklärte er stolz Könnt ihr euch noch an die Flut in Holland erinnern? Es schien eher beruhigend, wenn jemand Ordnung in seinen Erinnerungen hatte Der große Mann kratzte sich am Kopf und seufzte Das Meer hat sich zurückgeholt, was ihm gehörte Ich war damals acht Jahre alt Manchmal sehne ich mich noch nach den Gerüchen des Meeres und dem Wind, der einem das Haar zerzaust Warum nehmt ihr mich mit? Natürlich, weil ihr Latein könnt Meine Söhne werden von einem nichtsnutzigen Schularen unterrichtet Ich dachte schon daran, einen jungen, mittellosen Kleriker aus dem Stift zu holen Werdet ihr sie unterrichten? Es sind faule Jungen, die den ganzen Tag mit ihrer Angel an der Oka herumlungern Wir werden ihnen erzählen, dass Base Griet aus Holland gekommen ist, um sie zu unterrichten Was wird eure Frau dazu sagen? Wird sie nicht misstrauisch werden? Überlass das mir Ich bin Jan van Cleven und es ist mein Haus Aber ihr dürft nicht mehr allein zum Markt Und auch keinen unstadthaften Sängern mit liederlichen Liedern mehr lauschen Sagte Jan van Cleven und hob drohend den Zeigefinger Nein, keine liederlichen Lieder mehr Das verspreche ich, erwiderte sie lächelnd Bei van Clevens würde es ihr sicher gefallen Mit faulen Jungen würde sie besser fertig werden als mit kindischen Greisinnen Und sicher würde sich als Griet eine Möglichkeit finden, nach Köln zu reisen Zufrieden wechselte die falsche Griet das schwere Bündel auf die andere Seite Und hob froh den Blick zum Himmel Die ersten Sterne waren schon zu sehen Bald würde es ganz dunkel sein Doch sie hatte ein sicheres Dach über dem Kopf Und musste sich nicht vor der Nacht fürchten Und schickte ein weiteres Dankgebet zur heiligen Margareta März 1198 auf der Burg Triefels Auf der staufischen Burg begann der nächste Tag für Dame Johanna mit Sorgen Wie hielt man ein kleines Mädchen im Zaum, wenn der kleine Wildfang alle betörte? Angefangen von der Küchenmarkt bis zum Edelknappen konnte ihr niemand etwas verwehren Dem Stallmeister erging es da nicht besser Johanna faltete die Hände vor der Brust und beobachtete die beiden mit wachsender Unruhe Mehr, mehr, ma, ja, will, mehr, kreischte Maria und der Stallmeister versuchte noch schneller zu laufen Das kleine Mädchen auf seinen Schultern krallte sich in seine Haare und jauchzte Der Stallmeister imitierte ein springendes Pferd Gleich fällt sie herunter, dachte Johanna besorgt Gleich wird ein Unglück geschehen Wie sollte sie bloß eingreifen? Nervös lief Johanna hinter ihnen her und überlegte verzweifelt, was dieses Spiel unterbrechen könnte Da fiel ihr Blick auf Konrad, der mit seiner Laute über den Burgplatz schlenderte Konrad musste ihr helfen Sie rannte zu ihm, packte ihn am Arm und bat ihn, die Kleine mit einem Lied zu beruhigen Konrad lächelte amüsiert und kam mit Der Stallmeister fiel nun vom wilden Galopp in einen gemächlicheren Trab Wahrscheinlich wurde ihm das Spiel zu anstrengend Er trabte auf die beiden zu und blieb schnaufend vor ihnen stehen Maria machte noch einen letzten Versuch und brüllte Mehr Pärtken, mehr Pärtken spielen Doch da streckte Konrad bereits die Arme nach ihr aus und hob sie herunter Der Stallmeister hatte es plötzlich sehr eilig, zu den Ställen zu kommen Bevor Maria protestieren konnte, forderte Konrad sie zu einem lustigen Lied im Stall auf Sie müsste nur seine Laute zum Stall tragen Maria war sofort einverstanden und griff ehrfürchtig nach der Laute Sie kamen jedoch nicht weit Kurz bevor sie die Stelle erreichten, kam Dame Giselbertha über den Burgplatz gerannt Sie wedelte mit ihren fleischigen Armen und schrie Sie haben ihn zum König gewählt, Sie haben ihn gewählt Wen haben sie gewählt? Kommt erst einmal zu Atem, versuchte Johanna sie zu beruhigen Giselbertha hob protestierend die Hände Doch als Konrad sie in den Stall zog, sank sie erleichtert ins Stroh Hier war es dämmerig und es roch nach Pferdemist Keine passende Umgebung für eine bedeutende Nachricht Aber die erschöpfte Giselbertha war offensichtlich froh zu sitzen Maja, Lied, Will, quengelte Maria und zupfte Konrad ungeduldig am Mantel Doch Giselbertha lächelte ihr zu und zwitscherte Dein Vater wird König und du eine echte Prinzessin Na, wie gefällt dir das? Will, Lied, nuschelte Maria beleidigt Johanna versuchte zu begreifen, was sie da eben gehört hatte Unser Herzog? Philipp von Schwaben wurde zum König gewählt? Seid ihr ganz sicher? Er ist doch aufgebrochen, um seinen Neffen Friedrich zur Krönung nach Aachen zu holen Etwas abwesend versuchte sie, Maria daran zu hindern, Konrads Laute auf den Boden zu werfen Giselbertha winkte ab Dieses Kind in Italien ist kaum älter als Maria Die anwesenden Fürsten haben Philipp in Thüringen einstimmig zum König gewählt Ein Bote hat es gerade der Herzogin berichtet Oh, ihr könnt euch nicht vorstellen, was passiert ist Sie legte eine Pause ein und rieb sich vergnügt die Hände Was? fragte Johanna gereizt Unsere Herzogin Irene aus Byzanz ist ja so sensibel Ein zartes Geschöpf aus dem Osten Was für ein Anblick Das aufgelöste Haar, die süßen Tränen Die Engel im Himmel werden vor Verzücken innegehalten und zur Erde geblickt haben Was ist passiert? Die Herzogin Irene ist ohne Mantel in den Burghof gestürzt Dort hat sie sich den Schleier vom Kopf gerissen und die Haare gerauft Sie hat geschrien und geweint, dass sich nun ihre schrecklichen Träume bewahrheiten würden Die Zeit des Niedergangs sei nah Seit sie die Festung das erste Mal betreten hat Erscheint ihr jede Nacht der Geist von Richard Löwenherz Und schwört Rache für seine Kerkerhaft auf Triefels Er weiß, sagt ihr, dass das Geschlecht der Staufer stirbt und ein englischer Wölfe den Thron besteigt Sobald ein Staufer aus Triefels die Hand nach dem Thron ausstreckt, erfüllt sich der Fluch Johanna dachte daran, dass die Herzogin ständig von Albträumen geplagt wurde Wenn sie wieder einmal schlecht geträumt hatte, dann durfte die kleine Maria nicht zu ihr Wo ist die Herzogin jetzt? Die hat sich mit heftigen Kopfschmerzen in ihre Gemächer zurückgezogen Konrad nahm Maria die Laute weg und sagte ernst Ihre Träume könnten sich bewahrheiten Richard Löwenherz saß ein ganzes Jahr lang als Gefangener des Kaisers hier im Kerker Es könnte wohl sein, dass er den Staufern immer noch übel gesinnt ist Man sagt, dass Richard alles daran setzt, um seinen Lieblingsneffen Otto auf den Thron zu bringen Er soll sogar große Mengen Silber versprochen haben, um dessen Wahl zu unterstützen Und nun haben sie Philipp von Schwaben zum König gewählt Das wird Ärger geben, vielleicht einen Krieg Einen Krieg zwischen Welfen und Staufern Einen Krieg zwischen Engländern und Franzosen Einen Krieg quer durch die Reiche und zwischen allen Geschlechtern Die dicke Giselberta sprang erstaunlich schnell auf Sie schüttelte missbilligend den Kopf Das Stroh flog aus ihren Haaren und die Fleischwulste an ihrem Hals wackelten hin und her Etwas eingeschnappt sagte sie Was schwatzt er von Krieg? Wir werden Hofdamen der Königin und nach der Krönung in Rom Hofdamen der Kaiserin Ich muss weiter und den Damenengel Trud und Richilde davon berichten Giselberta machte einen Satz, der wie eine Art Anlauf aussah Und sie fast umgeworfen hätte Dann rannte sie aus dem Stall Im Dunkeln wierten ein paar Pferde Und wo sie gesessen hatte, war eine große Kuhle ins Stroh gedrückt worden Konrad lächelte Maria aufmunternd an und rief Wir feiern die Königswahl mit einem Lied über einen großen König Einen gerechten und guten Herrscher Wie wäre es mit Arthus und seinen Rittern der Tafelrunde? Er hockte sich mit der Laute ins Stroh und Maria nickte hoheitsvoll Johanna zog sie an sich und bettete den dunklen Lockenkopf in ihren Schoß Konrad sang von Heldenmut und Verrat, Liebeswerben und Eifersucht Johanna lauschte seinem Lied und dachte daran, wie schnell sich die Nachricht über ihre Heilkraft herumgesprochen hatte Gunda hatte sie immer öfter geholt, wenn sie nicht mehr weitergewusst hatte Da waren die kranken Kinder der Leibeigenen gewesen Die Knappen, die sich bei Kampfübungen verletzt hatten Hustende Pagen und Mägde mit Gelenkschmerzen Schließlich hatte auch Vater Ambrosius davon erfahren und Johanna streng getadelt Für den braven Kirchenmann handelt es sich eindeutig um Teufelswerk und Hexerei Johanna hatte ihm versprechen müssen, dass sie ihre Hände nicht mehr zum Heilen benutzen würde Wenn es nun jedoch Krieg gab, dann lagen die Dinge anders Dann wurden ihre heilenden Hände gebraucht Alle Hilfe wurde gebraucht, wenn Gottes Ordnung durcheinander geriet Und sie wollte auch besser nicht daran denken, was wäre, wenn die Herzogin bald nach ihr rufen ließ Um die Schmerzen mit ihren Händen zu heilen Was sollte sie dann tun? Gegen Vater Ambrosius Mahnungen ihre Hände benutzen? Konnte sie der Herzogin etwas abschlagen? Sie war verpflichtet, ihrer Herrin zu dienen Galt das auch, wenn es ihr Seelenheil gefährdete? Konrad hatte aufgehört zu singen und klimperte nur noch eine leise Melodie Maria war eingeschlafen Das kleine Mädchen hatte den Mund leicht geöffnet und atmete ruhig und gleichmäßig Konrad beugte sich über das Kind und flüsterte Sie sieht aus wie ein Engel Niemand würde vermuten, was für ein wildes, kleines Ding sie ist Er streckte die Hand aus, als ob er das Mädchen streicheln wollte Zog sie dann jedoch wieder zurück Ein Lichtstrahl fiel durch die offene Stahltür Johanna bemerkte, dass seine Hand mit kleinen Narben bedeckt war Sie schlängelten sich wie Echsen den Handrücken hinauf Konrad bemerkte ihren Blick und sagte leise Der ganze Rücken sieht so aus Es sind die Andenken an eine harte Knappenausbildung Ihr solltet zum Ritter erzogen werden? Warum ist nichts daraus geworden? Ich bin weggelaufen Hab es nicht mehr ausgehalten Verachtenswert und feige, nicht wahr? Johanna verspürte den Drang, seine Narben zu berühren Ein Schauer überlief sie Da stand plötzlich Gunda vor ihr und sagte Dame Johanna, ihr sollt sofort zur Herzogin kommen Johanna blickte sie verwundert an So schnell schon? Wurden ihre Befürchtungen so schnell Wirklichkeit? Sie flehte zu Gott, dass es etwas anderes sei, das die Herzogin wünschen würde Während sie das schlafende Kind in Konrads Arm legte Wusste sie bereits, dass es nichts anderes war Es waren ihre heilenden Hände, die verlangt wurden Sie klopfte seufzend das Stroh aus ihren Rücken Und eilte im Laufschritt über den Burghof In den Frauengemächern war es sehr still Niemand wagte es, die Stimme zu erheben Alle schlichen geduckt durch die abgedunkelten kühlen Kammern Johannas Schritte heilten auf den Steinen und ihr Atem wirkte unglaublich laut Die schweren Teppiche vor den Fenstern schaukelten sacht und ließen immer wieder für einen kurzen Moment trübes Licht aufscheinen Im Schlafgemach der Herzogin tropften mächtige gelbe Kerzen von den Wandhaltern und hinterließen aufgeschichtete Berge aus Wachs auf dem Boden Unter dem Kerzenlicht drängten sich schweigend die griechischen Hofdamen Sie hatten dunkle ernste Gesichter und musterten Johanna vorwurfsvoll aus schwarzen glühenden Augen Jeder wusste, dass die Griechinnen den staufischen Hof hassten Sie hielten dieses kühle Reich für die Vorhölle, die ihre Herrin umbringen würde Alles in diesem Land, in das ihre byzantinische Prinzessin geheiratet hatte, war schändlich und unrein und brachte schreckliche Träume Die Herzogin lag ausgestreckt auf ihrem großen Bett und hatte die Augen geschlossen Ihr schwarzes Haar lag wie eine Wolke um sie ausgebreitet Sie hatte Schweißperlen auf der Oberlippe und ihre langen Wimpern zitterten Sie war schön wie eine gefrorene Rose mit schwarzen, samtenen Blättern Johanna blieb stehen und wisperte Oh nein, ich kann das nicht tun Mein Beichtvater hat es verboten Vater Ambrosius hat mein Versprechen In diesem Moment stöhnte die Herzogin und richtete sich halb auf Sie presste den Handballen gegen ihre Stirn und rief mit einer kühlen, zitternden Stimme Die Zeit des Niedergangs ist nah Richard Löwenherz ist mir wieder erschienen und hat mich gewarnt Gerade nach der Nacht, in der ich träumte, wie das Reich in Blut versank, kam die Nachricht aus Thüringen Richards Fluch vergiftet mich, er schickt mir Visionen so grauenhaft, dass mir der Kopf zerspringt Kommt näher Gunda sagt, ihr habt Heilkräfte in euren Händen Teuflisch oder gesegnet? Ich will gar nicht wissen, welche Mächte euch dabei zur Seite stehen Die letzten Worte hinterließen eine bedeutungsvolle Stille im Raum Teuflisch oder gesegnet, dachte Johanna Wenn ich es doch nur selbst wüsste Unsicher trat sie ans Bett Die griechischen Damen wichen zurück und murmelten fremde Worte Johanna schloss die Augen und bat Gott inständig um seinen Beistand Dann legte sie ihre Hand auf die blasse, kühle Stirn der Herzogin Es war, als würde sie in ein Nest aus Dornen fassen Richards Fluch ergriff auch sie und malte Schreckensbilder Herzog Philipp lag von einem Schwert durchbohrt auf seinem Lager Das Blut tropfte aus seinem Mund und er röchelte Ein Schatten kam heran Dicke Finger griffen nach seinem Hals und umschlossen ihn Philipps Augenlider flackerten, die Hände ließen ab und sein Kopf sank zurück Dann erlosch das Bild Ein Reiter erschien Er sprengte mit seinem Pferd durch die Pfützen aus Blut Eine zerfetzte Fahne flatterte in den Rauchschwaden, die ihn umgaben Hinter ihm brannte eine Stadt Die Flammen erleuchteten den diesigen Himmel Der Reiter lachte höhnisch und gab seinem Pferd die Sporen Johannas Hände zuckten Sie keuchte und öffnete die Augen Die Herzogin lächelte und flüsterte Ihr könnt es sehen, nicht wahr? Richards Fluch Dann entspannten sich ihre Gesichtszüge Sie schloss zufrieden die Augen Und bald waren nur noch ihre gleichmäßigen Atemzüge zu hören Johannas Hand fühlte sich kalt und taub an Sie versuchte, die steifen Finger zu bewegen Ihr war, als hätten die Träume der Herzogin ihr alle Wärme entzogen Sie war völlig erschöpft und musste sich auf die Bettkante setzen Beunruhigt blickte sie von einer griechischen Dame zur anderen Und dann trafen ihre Augen auf ihr Vertraute Gunda war gekommen Doch auch das Misstrauen war aus den Blicken der griechischen Damen verschwunden Sie sahen sie fast ehrfürchtig an Ihr dürft es nicht weiter erzählen Schwört es, flüsterte sie ängstlich Erst als alle Hofdamen zustimmend genickt hatten Ließ sie sich von Gunda aus dem Gemach führen Die Alte tätschelte ihre Schulter und murmelte versöhnlich Gottes Wege sind unergründlich Vater Ambrosius kann sich irren Warum kann ich ihre Träume sehen? Wie flüssiges Gift flossen ihre Träume in meine Hände Und immer diese Erschöpfung nach dem Heilen Müsste eine von Gott gesegnete Tat nicht eher warm und erfrischend wirken? Was soll ich nur bei der Beichte erzählen? Flüsterte Johanna und wischte sich den kalten Schweiß von der Stirn Ihr werdet gar nichts erzählen Was habt ihr denn getan? Eine Kranke getröstet Das ist alles Johanna schien es unmöglich, zu Maria zurückzukehren Ihr war, als würde sie das Kind vergiften Gunda sah sie besorgt an Kommt, ich bereite euch etwas Warmes, Stärkendes in der Küche Diesmal werde ich etwas ganz Neues ausprobieren Entschied sie und zog Johanna fort Kurz darauf saß Johanna elend und zusammengesunken auf der Küchenbank Sie sah zu, wie die alte Frau verschiedene Flüssigkeiten in den Topf über dem Feuer goss Es dampfte und brodelte Die alte kicherte vergnügt und Johanna fragte Ist sie ihm je begegnet? Ich meine Richard Löwenherz Gunda blickte auf und legte den Kopf schief Nach einer Weile sagte sie Nein, niemals Seine Geiselhaft auf Triefels ist vier Jahre her Ich kann mich noch gut daran erinnern Im Februar des Jahres 94 haben sie ihn gegen ein hohes Lösegeld freigelassen Irene aus Byzanz ist erst zwei Jahre später nach Triefels gekommen Doch sie konnte ihn noch überall spüren In jeder Ecke und in jedem Winkel der Festung Philipp hat ihr immer wieder versichert, dass Richard Löwenherz während seiner Haft nicht gelitten hat Er hat weder in Ketten gelegen noch gehungert Das sind alles Gerüchte Der englische Ritter genoss eine Ehrenhaft Und hat sogar bei den Verhandlungen um seine Person mitgemischt Ich kann mich noch gut an den großen, schlanken Engländer erinnern Wie war er? War er rachsüchtig und voller Zorn? Gunda rührte im Topf herum, beugte sich vor und schnupperte Sie nickte zufrieden und sagte Nein, überhaupt nicht Vielleicht ein bisschen ungestüm Wie junge Ritter halt sind Und die Träume? Was haben sie zu bedeuten? Die alte goss mit Schwung etwas in den brodelnden Sud Dabei murmelte sie unablässig vor sich hin Schließlich blickte sie auf Ja, ja, die Träume Die Träume bringen wir immer mit Nicht der Ort verursacht sie Erweckt sie nur Sie schlummern schon im Dunkel unserer Seele Erneut goss sie etwas in den Topf Ein eigentümlicher Geruch durchzog den Raum Er erinnerte an abgekochtes Blut mit Pfeffer, Brennnesselsud und geronnener Milch Alles nur kein Ameisentrunk, dachte Johanna besorgt Auch nichts, was die Gedanken einnebelte Besorgt richtete sie sich auf Bitte keinen Mohn Ich will nicht wieder den halben Tag schlafen Aber nein, im Gegenteil Es wirkt belebend und erfrischend Ihr werdet nie mehr etwas anderes trinken Sagte Gunda und grinste geheimnisvoll Schon beim ersten Schluck fühlte Johanna, wie er leichter ums Herz wurde Als der Becher geleert war, hatte sie ein merkwürdiges Gefühl im Kopf Er war mit Schmetterlingen angefüllt, die in einem verrückten Tanz herumwirbelten Alle Dinge um sie herum schienen zu schweben Vorsichtig erhob sie sich und musste sich wieder hinsetzen Ihr war etwas schwindlig Gunda beobachtete sie besorgt Ich habe die Mischung wohl zu stark gemacht Bei Frauen wirkt es vielleicht anders als bei Männern Was für ein Teufelszeug war das schon wieder? Willst du mich umbringen? Johanna schwankte bedenklich In diesem Moment betrat Konrad die Küche Er sah sie verwundert an Johanna versuchte sich nichts anmerken zu lassen und fragte möglichst ruhig Wo, wo ist Maria? Oh, ich habe sie der freundlichen Dame Engeltrud überlassen Warum seht ihr so blass aus? Ist euch nicht gut? Es ist meine Schuld Ich habe den Stärkungstrunk zu stark gemacht Ich nahm anscheinend zu viel Brandwein, um den Geschmack der Zutaten zu verdecken Erklärte Gunda zerknirscht Konrad nahm den Becher und roch daran Er verzog sofort das Gesicht Euch wird furchtbar übel werden Ihr müsst sofort nach draußen Johanna antwortete mit einem lauten Hicks Konrad zog sie von der Bank und führte sie in den Küchengarten Dort lehnte sie sich an die alte Eiche und vergrub die Finger in der Rinde Es wird schon besser, wenn der Baum nur ruhig stehen würde Ich kann ihn ja kaum festhalten, flüsterte sie und machte wieder laut Hicks Sie lehnte die Stirn gegen die Baumrinde und schloss die Augen So stand sie eine ganze Weile still da Als sie dachte, es sei vorüber, überkam es sie wieder mit Macht Sie lehnte sich nach vorn und erbrach sich auf Konrads Schuhe Sie konnte gar nicht mehr aufhören und wurde von Würgekrämpfen geschüttelt Er hielt ihre Stirn und wischte ihr zwischendurch mit seinem Ärmel den Mund ab Sie fühlte sich elend und flehte alle Heiligen an, die sie kannte Erst als sie beim Heiligen Sebastian ankam, war es vorüber Winselnd kauerte sie sich unter die Eiche Lasst mich allein Er beachtete sie gar nicht und zog seine verschmierten Schuhe aus Sie waren sowieso schon alt Niemand trägt mehr solche Schuhe Schon seit langem wünsche ich mir welche mit längeren Spitzen Sie blinzelte verwirrt und putzte sich ihre Nase im Ärmel Es stank entsetzlich und der Geruch allein genügte, dass ihr schon wieder schlecht wurde Wenigstens drehte sich nicht mehr alles Sie sah angeekelt auf ihren Rock Konrad sprang auf und rief hilfsbereit Ich hole Wasser Sie wünschte, er würde für immer verschwinden Als er wieder da war, nahm Johanna einen Schluck Wasser aus ihrer hohlen Hand Dann wischte sie ihren Rock ab Es ging ihr schon viel besser Statt Schwindel hatte sie nur noch ein seltsames Dröhnen in ihrem Kopf Ich stehe in eurer Schuld, sagte sie mit Blick auf seine ruinierten Schuhe Nein, nein, meine Schuld ist viel größer Ähm, weiß gar nicht, wie ich beginnen soll Schon lange versuche ich es zu sagen, doch ich schaff's nicht Das Dröhnen in ihrem Kopf wurde stärker Was redete er da für wirres Zeug, dachte sie benommen Sie nahm den verklebten Schleier ab Warf ihn in den Wassereimer und löste ihr Haar Es fiel in langen braunen Wellen herunter Zu spät wurde ihr bewusst, wie verführerisch diese Geste war Sie versuchte sich zu erinnern, welche Bedeutung sie in der Minna hatte Konrad starrte sie an und seufzte Ihr seid so wunderschön Ihr seid es wert, besungen zu werden Es dröhnte nun so laut, dass Johanna ihre Fingerspitzen gegen die Schläfen presste Warum sah er sie so an? Das war gegen die Regeln der Minna Er musste erst darum bitten, ihr minniglich dienen zu dürfen Außerdem sollte er die Herzogin wählen und nicht deren Dame Sie hatte wirklich keine Zeit für die komplizierten Spielregeln der Minna Vor allem war ihr im Moment nicht nach Liebesgeflüster Konrad holte Tiefluft und sagte kleinlaut Wie hätte ich das ahnen können? Ich wollte euch nicht verletzen Ich wollte nur den Einäugigen dafür bestrafen, dass er mich so grob behandelt hat Er hatte es verdient, nach einer Briefrolle zu suchen Die gar nicht existiert Was? Was redet ihr da? Keine Briefrolle? Es gibt keine Briefrolle? Ihr habt gesagt Es war gelogen Ihr kommt gar nicht von meinem Bruder Ihr seid ein Betrüger Rief Johanna empört und richtete sich auf Nein, so ist das nicht Ich soll euch eine Nachricht bringen In meinen eigenen Worten Ich habe mich nur nicht getraut, weil Ich habe mein Herz verloren Und anstatt es der Angebeteten zu Füßen zu legen Muss ich das Ihre brechen Der Inhalt der Briefrolle hat euch so viel bedeutet Jeder konnte das sehen Das Nein eures Bruders hat mir unendliche Qualen bereitet Nein? Einfach nur Nein? Ihre Wut über die erfundene Briefrolle wurde von diesem harten und nüchternen Nein abgekühlt Nein, nein, nein Gnadenlos und endgültig Sie war sicher, noch nie ein so furchtbares Wort gehört zu haben Es stand für den Geiz und den Hochmut ihres Bruders Es stand für viele weitere Jahre im Dienst der Herzogin Und es bedeutete die endgültige Ehelosigkeit Es geht um Geld, nicht wahr? Fragte Konrad leise Ich fürchte, ihr werdet ein Spottlied daraus machen Geld ist kein Grund zum Spotten Es ist eine ernsthafte Angelegenheit Es macht die Menschen hart Es bricht Herzen Und es zerstört die Liebe zwischen Bruder und Schwester Vor Monaten habe ich ihn in einem Brief gebeten, mir meinen Anteil am Erbe zu schicken Nie habe ich meinen Bruder etwas gekostet Eine entfernte Cousine meiner Mutter hat mich der Herzogin als Hofdame empfohlen Jahrelang konnte er wirtschaften, wie er wollte Doch nun brauche ich meine Mitgift Der edelste Ritter aus Philipps Gefolge hat sich mit mir verlobt Aber warum ging der edle Ritter nicht selbst zu eurem Bruder und bat ihn darum, wunderte sich Konrad Das konnte er nicht Er ist eilig mit Philipp nach Italien aufgebrochen, um Philipps Neffen nach Aachen zur Krönung zu holen Dann ist er bereits zurück und in Thüringen, wo die Wahl stattgefunden hat Er wird bald wiederkommen und euren Bruder aufsuchen Ihr werdet heiraten, das ist gut Der Minnedienst erfordert eine verheiratete Frau Ich werde euch auf seine Burg folgen und euch mein Leben lang besingen Ihr kennt meinen Bruder nicht Wenn er einmal Nein gesagt hat, dann bleibt es auch bei Nein Erklärte sie müde und legte den Kopf auf ihre Knie Das Dröhnen war schwächer geworden, stellte sie erleichtert fest Ihr Blick fiel auf Konrads verschmierte Schuhe Es war sicher sein einziges Paar und er würde barfuß laufen müssen Die Vorstellung quälte sie Er war ein netter Junge und konnte nichts für die schlechte Nachricht, die er ihr hatte bringen müssen Sie nahm sich vor, den Abend damit zu verbringen, die Schuhe wieder herzurichten April 1198 auf der Burg Triefels Maria hatte Konrads Lied so sehr gefallen, dass sie von da ab andauernd nach ihm fragte Er erfand die verrücktesten Lieder für sie Es wimmelte in ihnen nur so von Fröschen in Milchsuppe, verliebten Mäusen und hustenden Hähnen Johanna vergaß dabei ständig, dass sie für Maria ein Vorbild an Sitzamkeit sein musste Und hatte oft Bauchschmerzen vor Lachen Die ruinierten Schuhe wurden nicht mehr erwähnt Er hatte sich Lederlappen um die Füße gebunden Sie schämte sich furchtbar, da sie die Schuhe an jenem Abend endgültig ruiniert hatte Der Versuch, den Geruch mit Zitronensaft und Essig zu vertreiben, war gründlich gescheitert Das Leder hatte sich völlig aufgelöst Zum Schluss hatte sie nur noch die schlaffen Fetzen in den Händen gehalten Gute Männerschuhe würden auf dem Markt mehr kosten, als sie besaß Seit Tagen grübelte sie darüber nach, wie sie den Schaden wiedergutmachen konnte Sie wusste, dass sie die Herzogin um Geld bitten konnte Fürchtete sich jedoch so sehr vor diesem Gang, dass sie ihn tagelang hinauszögerte Als Johanna ihre Herren endlich aufsuchte, kam ihr der abgedunkelte Raum etwas freundlicher und wärmer vor Jemand hatte kleine Schalen unter die tropfenden Kerzen gestellt Und im Kamin brannte ein großes Feuer Die Herzogin saß inmitten ihrer griechischen Hofdamen an einem Stickrahmen Sie hatte unnatürlich wirkende rote Flecken auf den Wangen Und ihr Haar war zu Locken gedreht Als sie sich umwandte, funkelte ihre edelsteinbesetzte Schapel in allen Farben des Regenbogens Ihre Augen schweiften unruhig im Raum umher Als sie Johanna erkannte, lächelte sie vielsagend und senkte den Blick wieder auf die Stickerei Johanna kam leise näher und betrachtete die zierlichen, ineinander verwobenen Stängel und Blätter An denen die Herzogin stickte Die Herzogin hatte einen blutroten Faden gewählt und die Nadel durchstach das weiße Seidentuch wie ein kleines Schwert Johanna sank auf die Knie und flüsterte schüchtern Herrin, gewährt mir einen Moment Johannas Herz schlug entsetzlich laut, doch sie konnte nichts dagegen tun Sie wagte es nicht, sich zu rühren Jede heftige Bewegung konnte die so zerbrechlich erscheinende Irene von Byzanz in ihrem Innersten erschüttern Die Herzogin sah auf Erhebt euch, Dame Johanna Ihr seid die Frau mit den heilenden Händen Seit ihr bei mir wart, schläft Richards Fluch Die Stimme klirrte wie gefrorenes Wasser in einem Krug Johanna stand wieder auf und zog fröstelnd die Schultern hoch Es war unmöglich, dieses blumenhafte, blasse Wesen um etwas zu bitten Und dann noch um Geldmünzen für einen Fahrenden Dieses Vorhaben erschien ihr plötzlich undurchführbar Die Herzogin stach wieder mit dem roten Faden durch den Stoff und sprach, ohne sie anzusehen, weiter Ich habe entschieden, euch in den Kreis meiner Damen aufzunehmen Ich benötige eure Dienste hier in meinem Gemach Die Worte schwebten durch den Raum Johanna hauchte Aber eure Tochter ist an mich gewöhnt Und der Herr hat es so angeordnet Gleich würde die Herzogin die Nadel heben Und sie würde für diese Unverschämtheit zu Stein werden Eine meiner Damen wird sich um das Mädchen kümmern Während sie dies sagte, stach sich die Herzogin mit der Nadel in den Finger Und sofort sprangen ihre Hofdamen auf und umschwirrten sie aufgeregt Johanna beachtete niemand Ihr stiegen Tränen in die Augen und sie starrte auf die blutverschmierte Seide Ihr Blut ist rot, genau wie meines, dachte sie, seltsam unberührt von allem, und taumelte hinaus Im Gang legte sie die zitternden Hände auf die kalte Wand Sie war selbst schuld Hätte sie doch niemals ihre Hände benutzt Das war Gottes Strafe Hätte sie bloß auf Vater Ambrosius gehört Der engste Kreis der Damen um die Herzogin Eine persönliche Hofdame kam gleich nach dem Kämmerer Wichtig und unentbehrlich war sie geworden Niemals würde sie die Erlaubnis erhalten zu heiraten Verzweifelt suchte sie nach einem Ausweg Sie presste die flachen Hände gegen die Wand und flehte Gott an Doch sie schien keine andere Wahl zu haben Dann trat sie zurück in das Gemach und hockte sich vor die Herzogin, die ihren Finger in einen Kelch getaucht hatte und aussah, als würde sie gleich ohnmächtig werden Johanna dachte an die Worte der Herzogin, schluckte und nahm allen Mut zusammen Darf ich noch um den Lohn für einen Fahrenden bitten, der eure Tochter jeden Tag unterhält? Sie versuchte daran zu denken, dass ihr Blut auch rot war Wenn sie schon ihren Verlobten aufgeben sollte, so wollte sie doch wenigstens diese Bitte gewährt bekommen Dame Alexandra soll euch drei Silberstücke aus der kleinen Truhe geben, murmelte die Herzogin müde Und eine der griechischen Damen sprang auf, um dem Befehl nachzukommen Johanna umschloss einen Augenblick später die kalten, glänzenden Silberstücke in ihrer Faust Es war ganz leicht gewesen Ihr Gehorsam war gekauft worden Ihre Gabe verlieh ihr Macht Ihr Lohn für die verschwundenen Träume Sie durfte nun bitten, sie war unersetzlich Die Summe war viel zu hoch Kein Fahrender erhielt so viel Geld Doch sie würde alles Konrad geben Er brauchte dringend neue Schuhe Johanna suchte den ganzen Nachmittag nach dem fahrenden Sänger Dabei verfolgte sie die Erinnerung an die blutende, blasse Herzogin Nach einem kurzen Nieselregen war die Sonne hervorgekommen Und die Burgmauern glänzten wie frisch gewaschen Im Gras glitzerten dicke Tropfen Und nichts erinnerte an die dunklen Gemächer der Herzogin Und das Lachen der Stallburschen klang viel wirklicher Die Stallburschen behaupteten Der Fahrende sei schon weitergezogen Eine Magd meinte, ihn an der Waschstelle gesehen zu haben Endlich fand Johanna Konrad im Kräutergarten Es sah alles so bunt und lebendig aus Dass ihre dunklen Gedanken sich endgültig auflösten Der Regen hatte alle Farben intensiver gemacht Und es tropfte von den Schlingpflanzen Von Knospen und aus zarten Blütenkelchen Sie hätte gleich hierher kommen sollen Anscheinend mochte Konrad den Platz bei der alten Eiche genauso gern wie sie Die Sonne schien durch die Äste Warf zuckende Schatten auf sein grün gestreiftes Gewand Und verfing sich in seinem feuchten Haar Er saß an den Stamm gelehnt Und versuchte die Lederstreifen besser um seinen Fuß zu wickeln Als er sie sah, ging ein überraschtes Lächeln über sein Gesicht Doch sie lächelte nicht zurück Sie sagen, ihr wollt weiterziehen? Fragte sie ohne eine Begrüßung Er wickelte die Bänder um sein Handgelenk und erklärte verlegen Die anderen Fahrenden sind schon lange fort Ich werde den Reisenden Hof suchen Ihr wollt Herzog Philipp eure Dienste anbieten? Ja, dem gewählten König Und wenn er mich nicht will, dem anderen, dem Welfen Habt ihr es schon gehört? Was gehört? Sie haben Richards Neffen Otto aus der Normandie geholt Er soll sich in Braunschweig aufhalten Und es wird nicht lange dauern Und er wird sich in den Süden aufmachen Nach Aachen, der Krönungsstadt Dann wird es ein Sommer, über den die Sänger dichten können Bis ihnen der Mund trocken wird Denn es wird einen Thronstreit geben Die besten deutschen Sänger werden da mitmischen Sie werden ihren Mann Lob preisen, bis es dem Papst selbst zu Ohren kommt Und ich werde unter ihnen sein Von ihnen kann ich viel lernen Als sie schwieg, wickelte er die Bänder wieder schwungvoll ab und rief Aber ich werde wiederkommen Alle meine neuen Lieder werden für euch sein Versteht doch Ich muss fort, um euch noch besser dienen zu können Sie widerstand der Versuchung, sich neben ihn in das feuchte Gras zu setzen Eine persönliche Hofdame der Herzogin lief nicht mit Grasflecken im Kleid herum Sie blieb in den dunklen Gemächern und stickte Johanna bückte sich und nahm ihm ein Lederband aus der Hand Während sie es glatt strich, sagte sie mit leicht zufriedenem Unterton Ohne eure Schuhe könnt ihr nicht fort Ich wollte euch noch um die Schuhe bitten Aber wenn ihr sie verloren habt, so kann ich auch barfuß gehen Die Tage werden nun wärmer Johanna warf das Lederband zusammen mit den drei Silbermünzen in seinen Schoß Mein Lohn! Wie überaus großzügig von der Herzogin! Rief er überrascht und klimperte fröhlich mit den Münzen Wenn ihr wiederkommt Kommt ohne neue Liebeslieder Macht Lieder über Eilschwänze und tanzende Mäuse Bringt mich zum Lachen Sie würde das Lachen bitter nötig haben Wenn die blutigen Träume der Herzogin in ihre Hände zogen und sie gefrieren ließen Konrad lachte Wie die hohe Dame befiehlt Lieder über Getier und andere Verrücktheiten Er schleuderte die Fußlappen zur Seite und ging singend davon Johanna runzelte die Stirn Es klang wie Die Igel-Frau will Hochzeit halten Der Pfau legt seinen Schweif in Falten Zweites Kapitel Ein Reich ohne König, aber mit einer weiteren Königswahl April 1198 in Braunschweig Die falsche Griet gewöhnte sich nach ein paar Tagen an ihren neuen Namen Wenn ein Mitglied der Familie van Cleven im Braunschweiger Hagen nach Griet rief, hob sie sofort den Kopf An alles andere konnte sie sich nur schwer gewöhnen Es war ein sauberes Haus und es waren vernünftige Menschen Aber irgendwie fühlte sie sich ständig beobachtet Vielleicht lag es daran, dass Ursula van Cleven das Gesicht einer kleinen Maus hatte Mit stechenden grauen Äuglein und hervorstehenden Vorderzähnen Sie bewegte ihre winzige Nase, als würde sie andauernd etwas wittern Ursula van Cleven huschte durch das Haus und tauchte gerade dann aus einer dunklen Ecke hervor, wenn man es am wenigsten erwartete Natürlich aß man im Hause van Cleven Käse, das tat man überall Dennoch war es verwunderlich, dass die Hausfrau ständig ein kleines Käsemesser am Gürtel trug Und es bei jeder Gelegenheit aus einer Lederscheide am Gürtel zog Ursula van Cleven hatte genau das getan, als ihr Mann die fremde Griet ins Haus gebracht hatte Ihre grauen Augen hatten sich zu kleinen Schlitzen verengt Und sie hatte das Messerchen an ihrem Rock auf- und abgerieben Jan van Cleven hatte seinen jungen Gast auf die Bank am Küchentisch gedrückt Und ihr einen großen, runden Käse hingestellt Seine Frau hatte sich über Griets Schultern gebeugt Und mit dem Messerchen den Käse in tausend Scheibchen zerstückelt Griet war sich ganz sicher gewesen, dass Jans Frau nicht den Käse gemeint hatte Sondern ihren ungebetenen neuen Gast Aus Höflichkeit hatte sie den ganzen Käse gegessen Und die Frau hatte sie dabei nicht aus den Augen gelassen Griet dachte nicht gern an das Gefühl im Magen zurück Mit dem sie an diesem Abend zu Bett gegangen war Es gab vieles bei van Cleven, an das sie nicht gern dachte Vor allem nicht an die endlosen Lateinstunden mit den beiden pickligen, aufgeschossenen Söhnen Sie waren in dem Alter, in dem ein Knappe seinen Dienst antrat Mit ihren zwölf und dreizehn Jahren hatten sie schlachsige Arme und ungelenke, knochige Finger Sie wussten nichts mit sich anzufangen Und schon gar nicht wussten sie, was sie von ihrer neuen Lehrerin halten sollten In den Lateinstunden waren sie wortkarg Und betrachteten sie mit einer Mischung aus Abscheu und Bewunderung Ihre Lateinkenntnisse hätten den erfahrensten Klosterschularen zur Verzweiflung gebracht An einem Abend war es besonders schlimm Stumpfsinn und Langeweile hockten auf dem kümmerlichen Tintenfass Dem zerfledderten schwarzen Rechnungsbuch Und dem kleinen Holzkasten mit Stoffproben auf der Fensterbank Lateinische Deklinationen zogen sich wie geschmolzener Käse in lange Fäden Und wickelten sich um alle Gedanken Der Ältere der Jungen sackte nach vorn Der Griffel rutschte ihm aus der Hand und ergähnte Dabei schlug die Goldmünze, die er an einem Lederband am Hals trug Mit einem leisen Klimpern auf dem Holz auf Dieses Geräusch löste bei Grit eine ganze Lawine von klirrenden Münzen in ihrem Kopf aus Zahlenreihen tanzten um Prozente und Zinsen, Abschreibungen und Kredite Nullen purzelten durcheinander und Gewinne verdoppelten sich Zitat das, was sie schon die letzten Tage tun wollte Sie stand auf, griff nach dem schwarzen Rechnungsbuch und schlug es auf Wie sie erwartet hatte, gab es nur unordentliche kreuz und quer aufs Blatt geworfene Zahlen und Tintenkleckse Ein lauter Schnarcher ließ sie aufblicken Van Clevens Sohn schlief auf seiner Wachstafel Und sein Bruder grinste sie herausfordernd an Sie knallte das Buch vor dem verblüfften Jungen auf das Pult und erklärte ihm alles, was ihr in den Kopf schoss Zahlentürme von Gewinn und Verlust reihten sich vor ihrem inneren Auge auf Hektisch tauchte sie die verbogene Feder in den Tintenrest und addierte, rechnete und teilte quer über die alten Rechnungen Gerade als sie mit Schwung die nächste Seite in Angriff nehmen wollte, kam aus dem Nichts ein kleines Messer geflogen Und blieb zitternd im Pergament stecken Erschrocken blickte sie auf und sah in Ursula van Clevens giftige graue Augen Gleich springt sie mir ins Gesicht, dachte Griet und warf hastig die Feder aufs Pult Der ältere Junge erwachte und blinzelte verwirrt Dabei murmelte er Vincere, vincerum vor sich hin In diesem Moment kam ein müde wirkender Jan van Cleven in sein Kontor Er scheuchte die Jungen hinaus, zog das Messer aus dem Buch und sah seine Frau vorwurfsvoll an Ursula van Cleven gab einen kurzen Seufzer von sich und huschte die Treppe hinunter Griet sah nur noch ihre grauen Röcke um die Ecke fliegen Jetzt war der Augenblick gekommen, dem Mann für sein beherztes Eingreifen auf dem Marktplatz zu danken Griet würde ihn zu einem reichen Kaufmann machen und er würde den Einsatz seiner Stiefel sein Lebtag nicht bereuen Sie holte Tiefluft und erklärte ihm den Nutzen von doppelter Buchführung und der getrennt geführten Geld und Warenkonten für das Geschäft Jan van Cleven hörte geduldig zu Ab und zu nickte er Hin und wieder stellte er eine recht vernünftige Frage Als sie fertig war, stand er auf und öffnete einen Fensterladen Er hielt den Kopf in den Abendhimmel, als bräuchte er dringend eine Abkühlung Als er zurückkam, schlug er eine unbeschriebene Seite auf und begann seine Buchführung umzustellen Nach einer Weile fragte er nach, ob man es so in Italien machen würde Als sie nickte, beugte er sich wieder über das Buch Sie schrieben und rechneten die ganze Nacht Irgendwann kam die Frau hereingehuscht und stellte Brot und Käse auf das Pult Das Käsemesser blieb diesmal im Gürtel Als fast der Morgen dämmerte, lehnte sich Jan van Cleven zurück Er musterte Griet und erklärte, dass sie mit Sicherheit eine Kaufmannstochter aus einem sehr fortschrittlichen großen Handelshaus sei Da gäbe es keinen Zweifel Und wenn er sich nicht täuschte, dann sprach sie wie jemand aus der Rheingegend Vielleicht aus Köln? Die falsche Griet blickte zur Seite und erfuhr fort Wenn sie zurück nach Köln wolle, dann wäre es vernünftig, im Goldenen Löwen zu fragen Wie im Gildehaus in London, so kämen in Braunschweig die Kaufleute aus Köln im Goldenen Löwen zusammen Dort würde sie jemanden finden, der sie mit nach Köln nähme Jemand, der wisse, wer in Köln mit doppelter Buchführung seinen Handel führte und eine Tochter vermisste Sie schüttelte den Kopf und Jan van Cleven zuckte mit der Schulter Anscheinend war er nach dieser Nacht zu müde, um den Gedanken weiter zu verfolgen Dem Herrn sei Dank, dachte Griet erleichtert, als sie die Treppe zu ihrer Kammer hinaufstieg Sie war nicht vor Gottfried von der Heide geflohen, um von Jan van Cleven zum Goldenen Löwen gebracht zu werden Wo man sie vielleicht als Marianne Lummersbacher kannte Müde setzte sie sich aufs Bett und gähnte Wenn sie diese Person war, dann konnte sie jedenfalls sehr gut rechnen Und mit Geschäftsbüchern kannte sie sich aus Hatte sie sich mit ihrem Arbeitseifer verraten? Würde Jan van Cleven zum Goldenen Löwen gehen und nach einer vermissten Kölnerin fragen? In dieser Nacht schlief die junge Frau sehr unruhig Den nächsten Tag bereute Griet ihren Arbeitseifer im Kontor noch viel mehr Denn Ursula van Cleven scheuchte sie durch die Küche Jan van Cleven hatte schon früh das Haus verlassen, was Griet beunruhigte Seine graue kleine Frau murmelte etwas von dringenden Geschäften in der Stadt Sie war anscheinend der Meinung, dass eine durchwachte Nacht noch kein Grund zum Müßiggang wäre Wenn die Jungen schon kein Latein lernten, dann sollte sich diese Fremde offensichtlich anders nützlich machen Sie schickte Griet mit mehreren Aufträgen in die Altstadt zum Markt Mit einem großen Korb unter dem Arm und einer holländischen Haube auf dem Kopf ging sie mit schnellen Schritten in Richtung Altstadt Sie war froh, sich umhören zu können, ob es Reisende nach Köln gab, die bereit waren, sie mitzunehmen Sie musste handeln, bevor Jan van Cleven im Goldenen Löwen forschte Doch aus ihren Plänen wurde nichts Am großen Tor holte sie die Tochter der Nachbarin ein, die sich zutraulich bei ihr unterhakte Auf dem Markt herrschte ein großes Gedränge Hausfrauen feilschten laut mit den Bauern, Hühner gackerten und Händler priesen ihre Ware an Die Nachbarstochter zog sie zu den besten Ständen und griff zielstrebig nach den frischesten Heringen und den größten Eiern Bald waren alle Aufträge erledigt und die Körbe hingen schwer an ihren Armen Doch die Nachbarstochter wollte noch nicht nach Hause Sie bat Griet, einen Moment vor der Kirche auf sie zu warten, da sie für ihre Schwester eine Kerze anzünden wollte Ihren vollen Korb stellte sie neben die Kirchentür und bat Griet, auf ihn aufzupassen Griet stellte ihren Korb neben den anderen und ließ ihren Blick gelangweilt über den Markt schweifen Plötzlich berührte sie jemand am Ärmel Sie drehte sich erschrocken um und musste die Augen zusammenkneifen, da die Morgensonne blendete Dann erkannte sie die dicke Frau Martha, rief sie überrascht aus und ärgerte sich über ihre Unbekümmertheit Nun konnte sie die Bekanntschaft nicht leugnen Aber wollte sie das überhaupt? Martha erinnerte sie daran, dass sie weder Griet war noch zu einem holländischen Haushalt im Hagen gehörte Es tat unendlich gut, die dicke Magd wiederzusehen Martha lächelte und sagte freundlich Ich folge euch schon seit längerem und habe mich nicht getraut, euch anzusprechen Die holländische Haube verändert euch sehr Sie verdeckt euer auffälliges Haar Warum seid ihr fortgelaufen und versteckt euch? Sie biss sich verlegen auf die Unterlippe und blickte auf die tote Gans im Korb Der Gänsehals hing verdreht über den Korbrand und die schwarzen Augen blickten trübe zum Himmel Wie geht es Arno? fragte sie ausweichend Arno geht es gut, doch der junge Herr ist sehr verzweifelt Als euer Verschwinden bemerkt wurde, hat er das ganze Burggelände absuchen lassen Er hat sich auch bei den Stadtherren nach euch erkundigt Seit Tagen hat er dunkle Ringe unter den Augen und spricht nur noch das Nötigste Ihr solltet euch schämen, rief Martha und starrte wütend auf den toten Gänsekopf Eine Windböe brachte die Federn in Bewegung und es sah einen Moment lang so aus, als ob der Vogel wieder lebendig würde Warum ist er denn so in Sorge? Ich bin ihm nichts schuldig und kann gut auf mich selbst Acht geben, erwiderte sie etwas schnippisch Dann erinnerte sie sich, wie sie an ihrem ersten Tag allein von einem Nabengesicht und einer gierigen Menge umzingelt worden war Kleinlaut fügte sie hinzu Gott hat seine schützende Hand über mich gehalten Richte ihm aus, dass ich zurechtkomme Martha stemmte ihre Hände in die Hüften und sagte, streng wie eine Äbtissin Wo kann Anselm euch finden? Ihr müsst es mir sagen Als sie keine Antwort erhielt, drehte sie sich enttäuscht um und ging Kurz bevor sie in der Menge verschwand, rief sie jedoch noch über ihre Schulter Übrigens ist das englische Silber eingetroffen Zwar nicht mit fünfzig Rössern, aber fünf waren es immerhin, bis oben beladen Nicht einmal das konnte den jungen Herrn aufmuntern Das englische Silber, dachte die junge Frau verblüfft, so schnell? Nun konnte Otto die Reichsfürsten bestechen und benötigte das Kölner Silber gar nicht mehr Vielleicht würden sie endlich aufhören, so hartnäckig nach einer Lommersbacherin zu suchen Sie musste unbedingt Anselm sprechen Warte! Sie versuchte Martha zu folgen Dabei stolperte sie über einen Hund, der laut bellend nach ihr schnappte Martha drehte sich verwundert nach dem Aufruhr hinter ihr um Wo kann ich ihn treffen? rief sie Martha zu und versuchte dem grimmigen Hund auszuweichen Martha dachte nach, dann rief sie Das Haus meiner Schwester in der Klopperstrate, an der Ecke zur Gordelingerstrate Am Sonntag nach der Messe Und verschwand endgültig in der Menge Als die junge Frau zurück zur Kirchentür kam, blickte ihr die Nachbarstochter wütend entgegen Wie konntest du fortgehen und unsere Einkäufe zurücklassen? fragte sie aufgebracht Die Körbe sind doch noch da Aber die Gans ist fort Was wird nun aus dem Braten? Die schöne Gans, sie war so ein fettes Federvieh, jammerte die Nachbarstochter Einen Augenblick lang sah die Beschuldigte vor sich, wie die Gans einfach fortgeflogen war Irgendwie war sie erleichtert, dass die tote Gans fort war Fast schien es ihr, als hätte die Gans ihr Gespräch mit Martha belauscht Sie seufzte und sagte zerknirscht Es tut mir so leid, ich werde es wieder gut machen Doch in Gedanken war sie schon nicht mehr bei der Gans Sie dachte daran, dass Anselm sie vermisste Das war ein gutes Gefühl Außerdem war Richard Silber eingetroffen Wer fragte da schon nach, ein paar Münzen in ihrem Saum Sie machte einen fröhlichen Hüpfer und der schwere Korb an ihrem Arm kippte gefährlich nach vorn Fast wären die Eier herausgefallen Die Nachbarstochter zog missbilligend die Augenbrauen nach oben Am Abend kam Jan van Cleven nicht zum Abendessen nach Hause Gret saß mit den beiden Jungen auf der schmalen Bank in der Küche und beobachtete, wie Ursula van Cleven aus dem Fenster spähte Mehrmals nahm sie das Käsemesser vom Gürtel und kratzte damit Wachsflecken von der Fensterbank Zerschnitt eine Brotkante und rührte damit in der Suppe über dem Feuer Als die Tür aufging, huschte Ursula van Cleven mit dem Messerchen in der Faust in den Hausflur Und empfing ihren Mann mit eindringlichem Wispern und Flüstern Die Küchentür fiel zu und die Jungen zogen angespannt die Luft ein Gret rollte ein Käsestück über den Tisch und versuchte, das Zischen vor der Tür nicht zu beachten Aber es wurde immer lauter und einzelne Satzfetzen waren gedämpft zu verstehen Es war ein unentwirrbares Durcheinander von Dein Mann war noch ein einfacher Tuchweber Hochgearbeitet, Verkauf von Webarbeiten die ganze Nacht Die Gans der Nachbarin, eine Schande Niemals, der Ruf dieses Hauses Nach diesem Schwall von Worten brüllte Jan van Cleven los Er polterte gegen die Tür und schrie etwas Zusammenhangloses von Hurenhäusern, Buchführung, Weibsbildern und Käsemessern Doch alles hätte Gret stumm ertragen können Nur nicht das daraufhin einsetzende Weinen und Wimmern der Frau Es klang unendlich verstört und gequält Als die Tür schließlich aufging, kam ein grimmig dreinblickender Jan van Cleven herein Er nahm sich unwirsch einen Holzteller vom Tisch Füllte ihn mit Suppe aus dem dampfenden Topf Und setzte sich schweigend auf die Bank Seine Frau blieb verschwunden Gret erklärte ihm stotternd, dass es alles ihre Schuld wäre Sie hätte besser auf die Gans aufpassen sollen Sie versicherte kleinlaut, dass sie die Gans ersetzen würde Und wenn sie dafür den ganzen Tag Töpfe scheuern müsse Jan van Cleven löffelte stumm seine Suppe Als er fertig war, faltete er die Arme vor der Brust Und erklärte ernst, dass er es seiner Frau nicht länger zumuten könne Eine Fremde im Haus zu dulden Es wäre das Beste, sie würden sofort zum Goldenen Löwen aufbrechen Und jemanden suchen, der sie mit nach Köln nehme Zu Griets Überraschung protestierten seine Söhne lauthals dagegen Sie versprachen, fleißig Latein üben zu wollen Und nie mehr beim Lernen einzuschlafen Jan van Cleven schüttelte bedauernd den Kopf Und forderte die junge Frau auf, ihre Sachen zusammenzusuchen Da sie sofort aufbrechen würden Gret lief wie beträubt nach oben Sein Ton hatte ganz deutlich gemacht, dass er keinen Widerspruch duldete Oh, diese verfluchte Gans Ihr hatte sie es zu verdanken, dass sie nun doch Im Goldenen Löwen den Kölnern gegenüberstehen würde Der Goldene Löwe war eines der größeren Gasthäuser Und genoss einen guten Ruf Es gab unvermischten Wein Das Brot war ohne die üblichen kleinen Steine darin Und das Stroh auf dem Boden wurde regelmäßig ausgewechselt An diesem Abend war nicht viel los Und nur ein paar Männer in Reisekleidung saßen An dem großen Tisch in der Mitte des Raumes Sie flüsterten verschwörerisch miteinander Und Jan van Cleven fühlte sich sichtlich unwohl Seine junge Begleiterin schaute sich ängstlich um Sie trug wieder ihre eigenen Kleider Die holländische Haube hatte sie sorgfältig gefaltet Und auf das Bett gelegt Lange hatte sie den moosgrünen Mantel Mit dem Wappen der Lummersbacher betrachtet In dem Augenblick war sie fast erleichtert gewesen Dass die Flucht bald ein Ende haben würde Nun saß sie im goldenen Löwen Und niemand beachtete sie Van Cleven winkte nach dem Wirt Der war ein hagerer, glatzköpfiger Mann Mit einem freundlichen Gesicht Als der Holländer ihm leise seine Wünsche beschrieb Beugte er sich zu ihm Und nickte immer wieder verständnisvoll Sie dachte nicht daran Ihren moosgrünen Mantel abzulegen Was spielte das Wappen noch für eine Rolle? Gleich würde der alte Kusinus An ihren Tisch geführt werden und ausrufen Das ist sie, die Lummersbacher Verräterin Dann war sowieso alles vorbei Mutlos starrte sie auf die zerkratzte Tischplatte Dort hatte jemand eine Gleichung hineingeritzt Unter dem Strich stand ein zu hohes Ergebnis Ein Kaufmann hatte hier seinen Geschäftspartner übers Ohr gehauen Jan van Cleven schüttelte sie am Arm Und erklärte, dass der alte Kusinus bald erscheinen würde Man hätte ihm versichert, dass er der Mann wäre Der alle Kölner Familien kannte Sie nickte nur gleichgültig Er hatte es den ganzen Tag geplant Die Sache mit der Gans hatte die Dinge nur beschleunigt Plötzlich wurden Stimmen von der Tür her laut Alle im Raum drehten sich neugierig in die Richtung Langsam und ohne wirkliches Interesse drehte sie den Kopf zu den Neuankömmlingen Helles Licht kam durch die offene Tür Und sie konnte nur Silhouetten erkennen Mechthild, rief jemand Eine Flügeltür in ihrem Kopf schlug zurück Und ein buntes Lager aus Erinnerungen und Erlebnissen kam zum Vorschein Die Bilder stürmten durch ihren Kopf Als würden Ballen, Truhen und Fässer durcheinandergeworfen Viel zu viele vertraute Gesichter, Plätze und Gegenstände Ihr wurde ganz übel davon Sie hatte das Gefühl, ihr Herz würde einen Moment aussetzen Und sie zwang sich zu atmen Jemand hatte die Tür des Gasthofes geschlossen Und nun konnte sie ein faltiges Gesicht erkennen Dort stand ein alter Kaufmann und sah sie erstaunt an Mechthild, flüsterte sie benommen Ihr wurde schwindlig, denn sie erkannte seinen hochgewachsenen Begleiter Es war Gottfried von der Heide Er sah fast noch besser aus als bei ihrer letzten Begegnung Seine braunen, glänzenden Haare fielen in weichen Wellen um sein sonnengebräuntes Gesicht Als er sie bemerkte, lächelte er triumphierend und sagte zufrieden Da ist sie! Habe ich sie endlich gefunden! Sein Ton klang nach Kerker, Ketten und Knebeln Seine Hand fuhr zum Schwertknauf und er trat einen Schritt vor Der Drang zu fliehen war so stark, dass sie sofort aufsprang Ihre hektisch umherschweifenden Augen suchten den Ausgang zum Innenhof des Gasthofes Als sie ihn gefunden hatte, lief sie ohne zu zögern darauf zu und nach draußen Sie hörte hinter sich die aufgeregten Stimmen der überraschten Männer Rasch blickte sie sich im Hof um Hier gab es nur ein großes Tor zur Straße Und das wurde gerade von einem Fuhrwagen blockiert Die Knechte des Gastwirts waren dabei, große Fässer mit Wein vom Wagen zu rollen Heilige Margareta, hilf mir, flehte sie Ihre Verfolger kamen in den Hof gerannt Sie schlängelte sich an dem Wagen vorbei und so gleichzeitig eine Nadel aus ihren Haaren Verzeih, du guter Brauner, flüsterte sie dem kräftigen Zugpferd zu Das geduldig auf seine verdiente Ration Hafer wartete Dann stieß sie die Nadel in den Hintern des Gauls Das gutmütige Tier wierte empört auf und machte einen gewaltigen Satz nach vorn Sie konnte noch hören, wie die Fässer dröhnend in den Hof rollten Sie nutzte die Verwirrung und rannte los Gerade in dem Moment setzte ein heftiger Wind ein, der einen Regenguss ankündigte Die Böen trafen sie mit Wucht von hinten Und es war, als würde sie vom Gasthof fortgeweht werden Die ersten schweren, großen Regentropfen fielen Die Pflastersteine glänzten wie Spiegel Und sie musste aufpassen, dass sie nicht ausrutschte Sie lief immer weiter und wollte nie mehr anhalten Bloß nicht nachdenken Ein Bein vor das andere setzen Nicht über den langen Rock stolpern und den Fuhrwerken und Pferden ausweichen Sie begann zu keuchen und bekam Seitenstiche Sie würde nicht ewig so weiterlaufen können Der große Marktplatz kam in Sichtweite Und die Pfarrkirche St. Martini ragte vor ihr auf Ohne nachzudenken stürzte sie in die Kirche Dort hatten sich die Gläubigen zur Abendmesse versammelt Und ein paar drehten sich um, als sie einen Schwall Regen mit hereinbrachte Sie bemühte sich, ihr atemloses Keuchen zu unterdrücken Und hielt sich die schmerzende Seite Das Wasser lief ihr den Rücken hinunter Und es tropfte von ihrem schweren Mantel auf den Boden Da fiel ihr ein, dass Marthas Schwester ganz in der Nähe wohnte Was hatte sie gesagt? Klopperstrate, Ecke Gordelingerstrate Der Pfarrer begann seinen liturgischen Gesang Und er vergriff sich furchtbar in der Tonlage Ein paar Kinder neben ihr zeigten kichernd auf die kleinen Rinnensaale Die sich um ihre Füße gebildet hatten Die ist wohl ins Taufbecken gefallen, flüsterte ein kleiner Junge Du frecher kleiner Kerl! So über die heilige Taufe zu sprechen Ich werd's deinem Beichtvater erzählen Der zieht dir die Ohren lang, zischte Mechthild Der kleine Junge sah sie ernsthaft besorgt an Gut, ich tue es nicht Aber du musst mir nach der Messe den Weg zur Klopperstrate zeigen Der Junge war einverstanden Zusammen mit den Gläubigen verließen sie die Kirche Und traten auf den Marktplatz Draußen war es Abend geworden und der Regen hatte aufgehört Ich kann dir kein Geld geben, da ich nichts bei mir habe Sagte Mechthild entschuldigend Ihr könnt mir die silberne Nadel schenken, die ihr in der Hand haltet Erwiderte das Kind und grinste herausfordernd Erstaunt blickte Mechthild auf ihre rechte Hand Sie hielt immer noch die Haarnadel umklammert Bald standen sie vor dem kleinen Haus an der Ecke zur Klopperstrate Mechthild schenkte dem Jungen die silberne Nadel und sah ihm hinterher, bis er außer Sichtweite war Dann blickte sie auf die bunt bemalte Eingangstür Regentropfen liefen von den grob geschnitzten Buchstaben über der Tür Sie las Gott segne dieses Haus und schütze es vor Raub und Rauch Und ihr könnt euch wirklich nicht mehr daran erinnern, was in jener Nacht geschehen ist? Mechthild schüttelte heftig den Kopf Anselm schwieg eine Weile Dann sah er sie eindringlich an und griff nach ihrer Hand Sein Daumen fuhr langsam über ihren Handrücken Es fühlte sich wunderbar warm und vertraut an Sie schloss verwirrt die Augen Das hätte sie lieber nicht tun sollen Irgendwo aus der Tiefe kamen die Bilder, die sie die ganze Zeit so mühevoll gesucht hatte Dunkle Tannenzweige schaukelten vor ihren Augen Ein Schwert zischte durch die Luft Ein roter Blitz leuchtete auf Menschen schrien Entsetztres Mechthild die Augen wieder auf Es Ich Etwas Rotes Etwas Rotes leuchtet auf und durchschneidet die Luft Es ist Es ist ein Stein Ein Stein auf einem Schwertgriff Ein Schwert tötet Es tötet Menschen Es ist furchtbar, sie schreien Er drückte ihre Hand jetzt so fest, dass es weh tat Was passierte dann? Ich weiß es nicht Anselm begann aufgeregt im Zimmer auf- und abzulaufen Ein Überfall Der Überfall auf die Kölner Gesandten Und ihr wart dabei Wer auch immer ihr seid Ihr wart dabei Das Schwert mit dem roten Stein im Griff stammt aus dem Stadtschatz der Kölner Es gibt noch einen passenden Dolch dazu und einen rubinbesetzten Gürtel Doch das Schwert war das wertvollste Alles sollte uns zusammen mit dem Kölner Silber vor der Stadt übergeben werden Die Kölner Gesandten sind jedoch niemals dort angekommen Ich weiß nichts darüber Aber wir Vor wenigen Tagen haben wir endlich Nachricht aus Köln erhalten Die Gesandten sind im Wald überfallen worden Einer von ihnen ist sicher, den jungen Lommersbacher erkannt zu haben Dann gehört ihm der moosgrüne Mantel mit dem springenden Eber Sagte sie erleichtert und dachte Genauso wie der Ring mit der Innschrift? Das klang nicht sehr überzeugend Aber sie zog es vor zu schweigen Er schien es nicht zu bemerken und fuhr unbeirrt fort Die Kölner Gesandten haben den Lommersbacher sofort verfolgt Er hat sie lange an der Nase herumgeführt Und dann haben sie seine Spur irgendwo vor Köln verloren Bei dem Überfall soll es Tote gegeben haben Teile des Stadtschatzes konnten gerettet werden Doch der Lommersbacher konnte mit dem Schwert und fünf Säcken Silber entkommen Fünf Säcke Silber? Fragte sie benommen Was war sie für ein Schaf gewesen, dachte sie beschämt Wie hatte sie annehmen können, dass es sich bei dem Silber im Saum um das Kölner Silber handelte? Natürlich waren es fünf Säcke und nicht ein kleiner Lederbeutel, der in einen Saum passte Sie musste ziemlich seltsam dreingeblickt haben Denn Anselm runzelte die Stirn und sagte Macht euch keine Sorgen Das Silber aus England ist eingetroffen Genau zum richtigen Zeitpunkt Jetzt, wo Philipp uns zuvor gekommen ist Das Silber aus England wird Otto zum König machen Gott sei gelobt Ein Welfe wird das Reich regieren Eine Glocke schlug und Anselm rannte zur Tür Im Fortgehen rief er noch Wir reden morgen weiter Ich habe dem Torwächter versprochen beim Schlag der Glocke Dann war er fort Mechthild schlief in dieser Nacht nur ein paar Stunden Das Bett in der kleinen Kammer war hart Und die alten Kissen rochen streng Zwei verärgerte Mägde hatten sich murrend in die Küche an den Herd verzogen Und ihr das Bett überlassen Doch ihr Opfer war sinnlos gewesen Ihre Gedanken drehten sich im Kreis Sie versuchte sich auf Dinge zu konzentrieren, an die sie sich erinnern konnte Es war beunruhigend Sie hätte ihr Lieblingskleid genau beschreiben können Aber sie wusste nicht, ob sie verheiratet war oder nicht Kleine, unwichtige Dinge fielen ihr ein Aber wesentliche Informationen fehlten ihr Als der Morgen dämmerte, wusste sie plötzlich, dass es Tante Heraths mahnende Stimme war Und nicht die einer Tante Lommersbacher Tante Herath tauchte immer unerwartet in ihrem Kopf auf und kritisierte ihr Betragen Wo war Tante Herath jetzt? Wartete sie in Köln auf ihre verschwundene Nichte? Die ersten Vögel zwitscherten Und sie legte sich erschöpft auf das Bett Langsam glitt sie in den Schlaf hinüber und ärgerte sich dabei über die stinkenden Kissen Der aufdringliche Geruch wurde zum schlechten Atem eines Mannes, der dicht vor ihr stand Gunther beugte sich lächelnd über sie und zeigte ihr seinen blutverklebten Nierendolch Plötzlich hatte er Gottfrieds Gesichtszüge und die langen Locken fielen ihm ins Gesicht Er sucht das Silber aus dem Saum, dachte sie im Schlaf und wälzte sich herum Als Mechthild erwachte, war ihr so übel, dass sie die Hände auf den schmerzenden Magen pressen musste Sie hatte doch länger geschlafen, denn helles Sonnenlicht drang durch die Ritzen der Fensterläden Sie betrachtete verärgert den zerknitterten Stoff ihres blauen Überkleides Die unruhige Nacht hatte ihm nicht gut getan Sie verzog angewidert das Gesicht Zu allem Überfluss klebte nun auch noch der muffige Geruch aus den Kissen an ihr Mit hektischen Bewegungen versuchte sie, ihr zerzaustes Haar zu bändigen Als sie dann die Treppe hinunterstieg, stiegen ihr verführerische Gerüche in die Nase Ihr Magen begann laut zu knorren Unten waren bereits fleißige Hände dabei, zu kochen und zu braten Es war nicht schwer, den Weg in die Küche zu finden Mechthilds zerknittertes Kleid und ihre ungekämmten Haare schienen hier niemanden zu stören Die Magd reichte ihr schweigend einen Becher Milch und einen kannten Brot Und wandte sich gleich wieder dem Bergrüben auf dem Tisch zu Mechthild saß schläfrig und fröstelnd am Feuer und nippte vorsichtig an der dampfenden Milch Es roch angenehm nach Eiern und geröstetem Brot Die Magd schellte mit gleichmäßigen Bewegungen eine Rübe nach der anderen Mechthild genoss es, nichts denken zu müssen und tauchte selbstvergessen ihren Brotkanten in die Milch Sie wollte nur die heiße Milch in ihrem Bauch fühlen und das knusprige Brot im Mund schmecken Alles andere erschien weit weg zu sein Doch die zufriedene Ruhe in der Küche dauerte nicht lange Mit polternden Schritten stürzte ein gut gekleideter Junge herein Es war Arno Mechthild setzte sich so hastig auf, dass Milch auf ihr Kleid kleckerte Arno verbeugte sich vor ihr und wünschte höflich einen guten Morgen Als sie ihn nur fragend ansah, öffnete er den Beutel an seinem Gürtel und holte eine kleine Rolle hervor Mechthild griff hastig nach dem Schreiben und entrollte es Ihre Augen flogen hektisch über die elegante Schrift Rasch ein paar Zeilen Nach Philipps Wahl hat Otto seine Zeit mit Trunkweibern und dem Würfelspiel verschwendet Nun ist er endlich erwacht Gott sei gepriesen Wir brechen in drei Tagen nach Köln auf In Köln werde ich mit dem Kölner Erzbischof, der von Alters her das Recht hat, die deutschen Könige zu krönen, verhandeln Euch nehme ich in meinem Proviantwagen mit Wenn es Gott so fügt, ist allen geholfen Ihr findet in Köln eine Familie und Otto eine Krone Seid ohne Sorge Die Ritter Raimund und Gottfried sind bereits nach Köln aufgebrochen, um Ottos Ankunft vorzubereiten Übergebt das Pergament dem Feuer Als sie zu Ende gelesen hatte, ging sie zum Feuer und warf das Pergament hinein Während das Schriftstück in den Flammen zerfiel, wandte sie sich zu Arno um und bat ihn, auf die Antwort zu warten Sie scheuchte die Markt auf, Schreibzeug musste her, ein Pergamentstück, Feder und Tinte Die Rüben konnten warten Kurz darauf setzte Mechthild sich in eine ruhige Ecke und nahm die Feder zur Hand Ihre Gedanken überschlugen sich, alle Müdigkeit war wie weggeblasen Sie kaute nachdenklich auf ihrer Unterlippe herum, dann beugte sie sich über das schmale Pergamentstück und schrieb Fühlt euch gegrüßt Da ich nicht all eure Titel und Ehren kenne, beginne ich gleich mit dem Wesentlichen Ich, Mechthild, eine Frau ohne Erinnerungen und männlichen Schutz, beuge mich euren Anordnungen Vertrauend auf Gott und hoffend auf den Beistand seiner Heiligen Mein Vater wird euch für euer ritterliches Verhalten reich belohnen Gottes Lohn ist euch jetzt schon gewiss Ich muss noch anfügen, ich erinnere mich, ein Kleid aus dunkelblauer Seide mit goldenen Borten in Köln zurückgelassen zu haben So Gott will, werde ich es dort für euch tragen Arno verstaute den Brief eilig in seiner Gürteltasche und verschwand wieder Mechthild hatte sich den letzten Satz nicht verkneifen können Anselm war sicher der Meinung, alle Frauen würden ständig an nichts anderes als an Kleider denken Dachte er das auch über sie? Nie war sie sich sicher, was er wirklich von ihr hielt Doch in drei Tagen sollte sie ihn nach Köln begleiten Endlich kam sie nach Köln Es war viel einfacher, als sie gedacht hatte Natürlich musste Otto nach Köln Der Erzbischof von Köln musste ihn krönen Die Kölner Kaufleute würden schon dafür sorgen Und Anselm war seinem Ziel so nah wie nie zuvor Nur über mein Silber wird er nicht verfügen, dachte Mechthild trotzig Das Silber war ihr Geheimnis Sie beschloss ihm nichts davon zu erzählen Und sie würde auch nicht nach Köln gehen und das Silber zurücklassen Wer weiß, von wem das Silber in Köln erwartet wurde Sie hatte drei Tage Zeit, um das Silber aus dem Felsenversteck zu holen Irgendwie musste sie Marthas Schwester überzeugen, ihr ein Pferd und zwei Knechte zu überlassen Das erwies sich jedoch als viel schwieriger, als sie gedacht hatte Ein Pferd war sehr wertvoll und Arbeitskräfte konnten nicht für mehrere Tage entbehrt werden Immer mehr Lügen musste sie erfinden, doch Marthas Schwester blieb misstrauisch Sie war jedoch auch eine treue Vasallin und wollte auf keinen Fall jemanden aus der Burg verärgern Mechthild erkannte das schnell und tat sehr geheimnisvoll Sie erwähnte eine wichtige Aufgabe, die ihr von Anselm übertragen worden sei Sie versicherte ihr, dass sie damit der herrschenden Familie einen großen Dienst erweisen würde Mechthild bemühte sich, ihrer Stimme einen befehlsgewohnten Klang zu geben Als sie dann noch so tat, als kenne sie Otto persönlich, gab die eingeschüchterte Frau nach Nun saß Mechthild auf dem einzigen Pferd der Familie und ritt gemächlich aus der Stadt Auf einem Eselkarren begleitete sie ein alter Knecht und eine der mürrischen Mägde Doch anstatt sich über ihren gelungenen Plan zu freuen, fühlte Mechthild sich elend Ihr Benehmen war wirklich abscheulich gewesen Heilige Margareta, vergib mir, dachte sie zerknirscht Welche Buße war in diesem Fall die richtige? Sollte sie ein kratziges Hemd unterziehen, um ihren Hochmut zu zähmen? Was hatte sie nicht schon alles an Schuld auf sich geladen in den letzten Wochen? Als sie das Stadttor hinter sich gelassen hatten, breiteten sich die Wiesen und Wälder vor ihnen aus Es war ein schöner, sonniger Morgen und von überall kam lautes Vogelgezwitscher Überall gab es Knospen und frisches Grün Die Birken hatten zarte, hellgrüne Blätter und gelber Löwenzahn leuchtete am Wegrand Der Gang des Pferdes war locker und beschwingt Es freute sich anscheinend über diesen Ausflug aus der Stadt Mechthild fand die frühlingshafte Stimmung nur lästig Sie hatte keinen Plan und das machte sie nervös Vor lauter Aufbruchwirbel hatte sie völlig die Frage verdrängt Wie sie es denn anstellen sollte, das Silber aus dem Versteck zu holen Die Leute beim Lehnshof würden misstrauisch werden, wenn eine Dame in ihren Felsen herumkletterte Besser sie schickte den Braunschweiger Knecht und die Magd vor Mechthild nahm sich vor, ihr Vertrauen zu gewinnen Aber, aber, eine Dame plaudert doch nicht mit ihren Knechten und Mägden Sagte die Stimme von Tante Herrad streng Mechthild war richtig erleichtert, dass die innere Stimme noch da war Es war, als ob ein Stück Vergangenheit sie begleiten würde Nur was nützten ihr Ratschläge für das Betragen von vornehmen Damen, wenn sie ganz allein auf einem einsamen Weg ins Ungewisse war So einsam war der Weg allerdings gar nicht Es gab zwar keine edlen Herrschaften, aber beladene Bauern und pilgernde Mönche kamen ihnen entgegen Ein paar Mal machten sie Halt und ließen die Tiere an einem Bach trinken Tante Herrad konnte zufrieden sein Mechthild hatte immer noch nicht den Mut aufgebracht, mit der Magd und dem Knecht zu sprechen Heilige Margareta, das war schlimmer als ein Büßergewand Als die Sonne hochstand, wurde es sommerlich warm Mechthild ran der Schweiß den Rücken hinunter Und das Haar klebte in ihrem Nacken Ihr erschien dies ein guter Zeitpunkt, um zu rasten und endlich das Schweigen zwischen ihnen zu brechen Mechthild nahm ihren schweren Mantel ab und rollte ihn zusammen Der Knecht beobachtete sie misstrauisch Sie kramte umständlich einen gut verstöpselten Krug Wein aus der Satteltasche Goss einen Becher voll und reichte ihn dem alten Mann Wein half manchmal mehr als tausend Worte Er zögerte einen Moment, dann trank er und wischte sich zufrieden über den Mund Nach einer Weile sagte er Ich kenne die Gegend hier gut Als junger Mann bin ich Leibeigener auf einem der großen Höfe gewesen Als die Hungersnot kam, starben meine Eltern und meine Geschwister Ich bin in die Stadt geflohen Habe es geschafft, ein Jahr und einen Tag dort zu bleiben Niemand hat gesucht, da in diesem Winter viele starben Fast wäre ich auch gestorben, aber ich war jung und zäh Nach dieser langen Rede hielt er erschöpft inne Er musste erst einen weiteren kräftigen Schluck aus dem Becher nehmen Du warst seitdem immer innerhalb der Stadtmauern? fragte sie freundlich Ja, vierzig Jahre lang Ich bin froh, noch einmal hierher zu kommen Sieht es noch so aus, wie du es in Erinnerung hattest? Oh nein! Der Wald ist gerodet worden und überall sind Felder, soweit man sehen kann Wo sind die Bären und Füchse hin, die es in meiner Jugend noch gab? Kein Wald bietet ihnen mehr Schutz Wo sammeln die Menschen ihr Holz? Es muss sehr schön gewesen sein Alles Wald Trotzdem reicht das Getreide auf den Feldern immer noch nicht, um alle satt zu machen Typisch Kaufmannstochter, dachte sie spöttisch Als sie wieder aufbrachen, schaute die Magd nicht mehr ganz so mürrisch Sie musterte Mechthild erstaunt Sicher fand sie es ungewöhnlich, dass eine Dame so vertraulich mit einem Knecht war Mechthild sah ihren fragenden Blick und lächelte ihr zu Tante Herat gab einen empörten Seufzer von sich Am späten Nachmittag kam ihnen ein ungewöhnlicher Reisender entgegen Der Mann trug trotz der Wärme einen dicken Umhang Der Stoff war aus allen möglichen Resten zusammengeflickt worden Es schienen Blätter, Federn, Wollknäuel und tote Mäuse darin verarbeitet worden zu sein Von seinem schwarzen Hut wippten getrocknete Blumenstängel Der breite Rand verdeckte völlig das Gesicht Sein Wagen schien lebendig zu sein Alles an ihm flatterte und klimperte Lange getrocknete Kräuterbündel waren daran befestigt Glöckchen klingelten im Rhythmus des holprigen Weges Ein schwarzer, struppiger Vogel hockte auf einer Stange Und seltsame Töne waren hinter dem Verdeck zu hören Der Wagen atmete richtig und stieß hin und wieder eine Dampfwolke übler Essenzen aus Der alte Knecht zog unauffällig sein Messer Langsam, fast zögernd, zog sich der Fremde den Hut vom Kopf Mächtet blickte in das hässlichste Gesicht, das sie jemals gesehen hatte Sein schrumpeliger, kahler Schädel war mit einer fleckigen, braunen Haut überzogen Und er hatte nur eine halbe Nase Anstelle der Nase war ein lila Krater, aus dem zwei dunkle Löcher herausragten Nur Dieben, Hexern und Betrügern wurden die Nasen abgeschnitten Solchen unglücklichen Gestalten ging man besser aus dem Weg Als er sich zu ihr wandte, konnte sie sehen, dass ihm auch ein Ohr fehlte Er war ein Rechtloser, ein ausgestoßenes Geschöpf Bedrohlich und unheimlich für jene, die ihm begegneten Sie wollte sich schon abwenden, da trafen sie seine Augen Es waren die klugen, milden Augen eines Mannes, der schon alles gesehen hatte und dem nichts verborgen blieb Es waren gütige, vergebende Augen, die das Grauen erfahren hatten und dennoch lächeln konnten Es waren die Augen eines besonderen Mannes mit einer besonderen Geschichte Sie erzählten von den Reichtümern dieser Erde, vom Glitzern des Meeres und der Weite des Himmels Mächtelt konnte sich diesen seltsamen, dunklen Augen nicht entziehen Sie vergaß die abgeschnittenen Gliedmaßen Wie in Trance brachte sie ihr Pferd zum Stehen Der Fremde blinzelte und es waren plötzlich wieder die ganz normalen Augen eines alten Mannes Der Zauber war verflogen und es blieb nur eine verwirrende Erinnerung zurück Belladonna nicht weiter reiten Dort nicht gut, sagte der Fremde Er hatte eine melodische, sanfte Stimme Seine Warnung klang eher wie ein hingeworfener Liedanfang Warum ist es dort nicht gut? fragte Mächtelt Der Knecht schien darüber sehr beunruhigt zu sein, denn er stieg hastig vom Eselkarren und stellte sich neben sie Böse, schlechte Menschen an Brücke über Fluss Großer Mann stehlen Leuten ihr Geld Nicht gut für Belladonna Ein Raubritter, der Brückenzoll erhebt? Aber in dieser Gegend gibt es doch gar keine reichen Fernhändler oder reisende Hofleute Kennst du einen anderen Weg über den Fluss? Si, si, ich anderen Weg über Fluss? Könntest du mir den sicheren Weg zeigen? Gott wird es dir lohnen Ich bin Mächtelt und besuche meine alte Amme im Lehenshof auf der anderen Seite des Flusses Bei ihren Worten runzelte der Knecht unwillig die Stirn Und man sah ihm an, dass er kurz davor war, etwas zu sagen Das er dann doch lieber für sich behielt Der Fremde deutete eine leichte Verbeugung an Ich bin Salvatore da Venezia Großer Barbier Frakturen und Luxationen Zahnschmerzen, Ausschlag und schlechte Träume Kein Problemo Reise nach Braunschweig Mache kleinen Umweg für Belladonna Er wendete seinen Wagen und das müde Pferd sträubte sich, den Weg wieder zurückzulaufen Er flüsterte ihm etwas ins Ohr und das Tier schnaubte zustimmend Die Magd beugte sich hinüber zum Knecht und zischte etwas von Hexerei und ewiger Verdammnis Nach einiger Zeit schlugen sie einen kleinen Weg ein, auf dem sie nur hintereinander Platz hatten Mächtelt hatte die Abzweigung vorher gar nicht bemerkt Die Magd und der Knecht warfen sich beunruhigte Blicke zu Die Magd bekreuzigte sich und murmelte ein Schutzgebet gegen Geister und dunkle heidnische Mächte Salvatore prüfte skeptisch den Stand der Sonne und zupfte nachdenklich an seinem einen Ohr Mächtelt stieg von ihrem Pferd und gab ihren beiden Begleitern ein Zeichen Ich werde es auch allein schaffen, hab Dank für deine Hilfe, sagte sie mit fester Stimme Sie bemühte sich den Tonfall zu treffen, der in Braunschweig so viel Eindruck hinterlassen hatte Die Magd sah sehr erleichtert aus und warf dem Fremden einen triumphierenden Blick zu Anstatt umzukehren, folgte Salvatore ihnen jedoch zum Fluss Um kein Aufsehen zu erregen, lagerten sie in dieser Nacht weit weg vom Lehnshof Mächtelt war so müde, dass sie sofort einschlief Doch am frühen Morgen wurde sie ziemlich unsanft geweckt Ein schwerer Sack plumpste auf ihren Bauch und sie fuhr mit einem kleinen Aufschrei hoch Sie blickte in ein paar neugierige Augen, die sie interessiert musterten Geh runter, du tust mir weh, zischte sie den kleinen Affen an Der Affe war davon unbeeindruckt Er begann ihre Haare zu zerwühlen und suchte offensichtlich Läuse Mächtelt schüttelte unwillig den Kopf und schob den Affen runter Als sie aufstand, griff das Tier zutraulich nach ihrer Hand Er muss aus dem Wagen des Barbiers entwischt sein, überlegte sie Alle anderen schliefen noch und er hatte sich gelangweilt Wie heißt du denn? fragte sie Der Affe gab ein paar Töne von sich und wackelte gebückt neben ihr her Geh zurück, husch husch, befahl sie streng und wedelte mit ihrer Hand in Richtung des Wagens Doch der kleine Affe folgte ihr zum Fluss und beobachtete sie bei ihrer Morgenwäsche Seine klugen Augen verfolgten alles ganz genau Er hockte sich neben sie ans Ufer und machte sich ebenfalls Wasser ins Gesicht Danach bleckte er seine Zähne wie zu einem Grinsen Du bist vielleicht ein Schelm, sagte Mächtelt lachend und setzte sich zu ihm ins Gras Während sie das Tier im Nacken kraulte, dachte sie über ihre Lage nach Was soll ich bloß tun? fragte sie den Affen, der den Kopf schräg hielt und aufmerksam zuhörte Soll ich den Knecht bitten, das Silber für mich auszugraben? Nein, er wird es niemals finden Das muss ich allein tun Mächtelt seufzte und schlang die Arme um ihre Knie Sie stützte ihren Kopf auf die Arme und zwang sich nicht auf der Unterlippe zu kauen Als sie eine Zeit lang so ruhig da gesessen hatte, wollte der Affe wieder ihre Aufmerksamkeit Er griff nach ihrer glänzenden Schapel und zog sie ihr vom Kopf Dabei erwischte er auch ein paar Haare Autsch! Schrie sie und sprang auf Der Affe kreischte, rannte ein Stück weit vor, schaute sich dann herausfordernd um In dieser Richtung musste auch der Felsen mit ihrem Silberversteck liegen Mächtelt beschloss, dies als ein Zeichen von oben zu deuten Sie folgte dem Affen und bald erreichten sie einen Platz, an den sie sich erinnern konnte Vor ihr lag der kleine, bewaldete Abhang Von hier war es nicht weit bis zum Ziel ihrer Reise Es war eine günstige Gelegenheit Niemand beobachtete sie Sie konnte nachher behaupten, sie hätte nur den Affen gesucht und sich dann verirrt Sie vergaß den Affen und begann die Felsen zu suchen Sie kam diesmal von der anderen Seite und hatte zuerst Schwierigkeiten, den Ort wiederzuerkennen Doch dann atmete sie erleichtert auf Zwar hatte sich alles verändert, da der Frühling nun auch den Wald erreicht hatte Aber sie fand die richtige Stelle wieder Die zwei Steine lagen noch genau so auf dem Moosbüschel Oder waren sie doch verrutscht? Ihr Herz klopfte heftig, als sie anfing, den Silberbeutel zu suchen Während sie grub, dachte sie daran, wie schmutzig ihre Fingernägel nach dem Vergraben gewesen waren Sie nahm sich fest vor, diesmal ihre Hände gründlich im Fluss zu waschen Sie konnte den Lederbeutel zuerst nicht finden Es kamen ihr Zweifel, ob dies die richtige Stelle war Sie grub immer hektischer Und die lehmige Erde flog in Brocken herum und machte ihr kleidfleckig Sie hatte schon ein riesiges Loch gegraben Und war fest davon überzeugt, dass das Silber gestohlen worden sei Da konnte sie mit den Fingern etwas Weiches fühlen Gepriesen seist du, Herr, entfuhr es ihr Und sie zog an einer ganz anderen Stelle, als sie vermutet hatte, den Silberbeutel hervor Doch als sie ihn triumphierend hochhielt, griff eine pelzige Hand danach Der Affe gab ein paar Töne von sich und wackelte gebückt neben ihr her Geh zurück, husch, husch, befahl sie streng und wedelte mit ihrer Hand in Richtung des Wagens Doch der kleine Affe folgte ihr zum Fluss und beobachtete sie bei ihrer Morgenwäsche Seine klugen Augen verfolgten alles ganz genau Er hockte sich neben sie ans Ufer und machte sich ebenfalls Wasser ins Gesicht Danach bleckte er seine Zähne wie zu einem Grinsen Du bist vielleicht ein Schelm, sagte Mechthild lachend und setzte sich zu ihm ins Gras Während sie das Tier im Nacken kraulte, dachte sie über ihre Lage nach Was soll ich bloß tun, fragte sie den Affen, der den Kopf schräg hielt und aufmerksam zuhörte Soll ich den Knecht bitten, das Silber für mich auszugraben? Nein, er wird es niemals finden Das muss ich allein tun Mechthild seufzte und schlang die Arme um ihre Knie Sie stützte ihren Kopf auf die Arme und zwang sich nicht auf der Unterlippe zu kauen Als sie eine Zeit lang so ruhig da gesessen hatte, wollte der Affe wieder ihre Aufmerksamkeit Mechthild kletterte auf den Wagen und kroch geduckt ins Innere Dort hockte der Affe vor seinem Herrn und warf ihm den Lederbeutel vor die Füße Der Beutel ging auf und die Silberstücke rollten über den Boden Sie rollten in alle Richtungen davon Mit einem kleinen Aufschrei ging Mechthild in die Hocke und versuchte die herumkullernden Silberstücke einzusammeln Plötzlich kam sie sich sehr lächerlich vor Sie hielt inne und blickte verschämt in die fragenden Augen des Barbiers Er hatte zwei winzige fremdländische Öllämpchen vor sich aufgestellt, die ein grünliches, zuckendes Licht verbreiteten Seine Augen hatten wieder diesen merkwürdigen Ausdruck und machten ihr Angst Er wurde bewusst, dass an ihren Fingern Erde klebte und ihr Kleid schmutzig war Erschöpft lehnte sie sich an eine staubige Kiste und blickte sich um Es war ein vollgestopfter Wagen, in dem jeder Winkel mit irgendetwas Seltsamem behängt zu sein schien An den Holzbalken waren duftende Kräuterbündel festgenagelt Und aus den offenen Säcken quollen glänzende Körner und gebogene Holzchen, die aussahen wie Krallen In kleinen Käfigen krabbelten riesige Käfer mit zitternden Geweihen Ein Wiesel starrte sie neugierig aus einem grob geflochtenen Korb an Sie entdeckte im Schatten des grünen Lichtes eine schillernde Schlangenhaut und einen grinsenden Totenkopf Aus einem kleinen Topf dampfte es unablässig Mechthild stotterte Entschuldige mein Eindringen Er hat es mir gestohlen Ich meine, er wollte nur spielen Aber es gehört nicht mir Das heißt, höchstwahrscheinlich gehört es doch mir Der Barbier lächelte wissend und half ihr, das Silber im Wagen zusammenzusuchen Mechthild stopfte das Silber zurück in den Lederbeutel Und bat ihn mit der Stimme eines kleinen, eingeschüchterten Mädchens um Nähzeug Salvatore wühlte in einer muschelgeschmückten kleinen Truhe Und reichte ihr eine verbogene Nadel und einen schmutzigen Faden Sie nähte mit ungeschickten Stichen und schmutzigen Fingern den Lederbeutel in ihr Unterkleid Salvatore beobachtete sie schweigend, während er den Affen mit trockenen Brotscheiben fütterte Giacomo mag Belladonna Wer gut zu Tieren, ist gute Mensch Sagte Salvatore und reichte ihr mit einer eleganten Bewegung ein weiches Stück Käse Das er aus dem dampfenden Topf gefischt hatte Der Käse roch angenehm würzig nach Tannennadeln und frisch geschlagenem Holz Mechthild hatte noch nicht gefrühstückt Sie vergaß die Käfer, die Schlangenhaut und den Totenkopf und griff nach dem Käse Beide aßen genussvoll und schweigend den leckeren, würzigen Käse Ab und zu durfte der Affe auch ein kleines Stück naschen Mechthild war erleichtert, dass der Barbier keine Fragen zu dem Silber stellte Sie hätte ihm alles erzählen müssen, dabei wusste sie gar nicht, ob sie ihm vertrauen konnte Doch wie hatte er noch gesagt? Wer gut zu einem Tier ist, ist ein guter Mensch Galt das auch in Anbetracht eines großen Beutels voller Silber? Sie schob sich das letzte Stück Käse in den Mund und fuhr mit den Fingerspitzen über die Muscheln auf der Truhe Sie musste aus einem sehr fernen Land stammen und uralt sein Der Nutzen der verschiedenen getrockneten Kräuterbüschel, Flüssigkeiten in dunklen Flaschen und wunderlichen Werkzeuge war ihr ein Rätsel Salvatore bemerkte, dass ihr Blick im Wagen herumwanderte und reckte sich stolz Salvatore hat alles Weihrauch aus Konstantinopel, Reliquien aus dem Heiligen Land, zerstoßene Skorpione vom Nildelta oder getrocknete Fledermäuse Ein Problemo Gebrochene Arm, Wunde von Messer, Eiternder Zahn oder Verwirrung des Geistes Er intonierte einen leirigen Singsang, der Affe tanzte dazu Bietest du so deine Dienste an? Wo hat Giacomo das Tanzen gelernt? Fürchten sich die Leute nicht vor ihm? Er sieht so menschlich aus, wenn er tanzt Und sie wusste im Stillen, dass sich die Leute auch vor Salvatores Gesicht fürchteten Menschen wollen Magiker Gut für Geschäft Belladonna wird sehen Giacomo und Salvatore gehen mit nach Braunschweig Das geht nicht, sagte sie erschrocken Oh, Belladonna kennt große Ritter und Herren Magd hat geprahlt Giacomo und Salvatore werden berühmt Als er sah, wie sie ihn entsetzt anstarrte, fuhr er mit honigsüßer Stimme fort Silber ist unser Geheimnis Kein Problemo Er legte den Finger an den Mund und blinzelte sie verschwörerisch an Seine Augen waren gar nicht mehr geheimnisvoll, nur die Augen eines gerissenen Schelms Mechthild hatte sehr wohl den drohenden Unterton gehört Er war ein schlauer Geschäftsmann und schlug einen einfachen Handel vor Schweigen gegen Protektion Doch konnte sie ihm wirklich nützlich sein? Was machte sie sich darüber überhaupt Gedanken? Sie war sowieso bald auf dem Weg nach Köln Mechthild zuckte mit den Schultern und setzte ein gleichgültiges Gesicht auf Komm mit und zeig, ob du würdig bist, den Großen zu dienen Oder ob du nur die Niederen an der Nase herumführen kannst Sie zuckte erschrocken zusammen Er mochte es sicher nicht, wenn man ihn auf seine Nase ansprach Doch Salvatore lachte nur Es war ein gurrendes Lachen und kam von ganz tief aus seinem Körper Der Affe merkte, dass die Stimmung sich wieder entspannte und sprang auf ihren Schoß Er faltete die Hände und schaute bittend zu ihr hoch Mechthild lachte Wer kann dir etwas abschlagen? Du mit deinen treuen Augen Ich werde euch ja mitnehmen Aber du musst versprechen, mir nichts mehr zu stehlen Der Affe klatschte in die Hände und gab zustimmende Laute von sich Der Weg nach Braunschweig zurück war weitaus amüsanter als die Hinreise Salvatore plapperte über seine Erlebnisse in fernen Ländern Manches davon klang so fantastisch, dass Mechthild kein Wort davon glauben konnte Trotzdem fesselte es sie Es weckte die Sehnsucht in ihr, all diese fremden Gerüche und Geräusche zu erleben Er konnte so lebendig erzählen, dass sie goldene Städte und prächtige Tempel vor sich sah Salvatores sanfte, melodische Stimme schwor tapfere Helden in schimmernden Rüstungen und fauchende Tiger herauf Mechthild vergaß alles und tauchte in diese Welt ein Erst als die Türme der Stadt zu sehen waren, dachte Mechthild besorgt daran was wohl Anselm zu ihrer neuen Bekanntschaft sagen würde April 1198 auf der Burg Triefels Johanna vermisste Konrads lustige Lieder und lachte nur selten Das Aprilwetter war launisch und wechselhaft und die Herzogin litt bei jedem Wetterumschwung unter Kopfschmerzen Dann kamen die Träume wieder Die blutigen Träume vom Untergang der Staufer, vom Tod des Herzogs und von brennenden Städten Sobald Johanna ihre Hände auf die Stirn der Herzogin legte, flimmerten die schrecklichen Bilder vor ihren Augen Johanna fühlte, dass das Heilen sie austrocknete, ihr allen Saft entzog und sie immer müder und erschöpfter zurückließ Sie ging nicht mehr zur Beichte und mied die Burgkapelle Dort lauerte der Zorn Gottes in Vater Ambrosius' wütenden Blicken Sie sehnte sich nach einem tröstenden Wort und suchte an diesem Morgen verzweifelt nach ihrem kleinen Psalter Gundas Stärkungstrunk tat zwar gut, doch nun brauchte sie dringend den geistigen Trost aus einem Psalm Bevor Johanna ihren Psalter in der Reisetruhe gefunden hatte, wurde sie gestört Der Einäugige stand im Türrahmen und schwenkte triumphierend eine Briefrolle Sie ließ vor Schreck den schweren Deckel ihrer Reisetruhe fallen und klemmte sich die Finger Der Schmerz lenkte sie für einen Moment ab Als sie wieder klar denken konnte, fuhr sie den Wachsoldaten an Warum störst du mich mit diesem Unsinn? Es gibt keine Briefrolle für Dame Johanna Oh doch, der Bote war ganz sicher, dass es für Dame Johanna ist Von einem edlen Herrn Er grinste anzüglich Die Sache schien ihm einen Riesenspaß zu machen Johanna schüttelte ihre schmerzenden Finger Ein edler Herr, dachte sie verwirrt Wolfram Sie griff hastig nach der Briefrolle, doch der Einäugige zog sie fort und knurrte Der Bote hat vergessen, mich zu entlohnen Johanna klappte schweigend die Truhe auf, kramte ein paar Blechmünzen heraus und klappte sie vorsichtig wieder zu Dann legte sie die zerbeulten Münzen auf den Deckel der Truhe Der Einäugige blinzelte zufrieden und legte die Briefrolle daneben Dann war er fort Johanna zögerte einen Moment, bevor sie das Wachssiegel erbrach Sie hatte noch nie einen Brief von Wolfram bekommen und wollte das Gefühl einen Augenblick genießen Im Gegensatz zu ihrem Bruder, der immer jemanden beauftragen musste, konnte Wolfram schreiben Er war ein gebildeter Mann, gut aussehend und sehr beliebt Was konnte es so Wichtiges geben, dass er es ihr mitteilen musste? Vielleicht war er krank oder verletzt? Ungeduldig erbrach sie das Siegel, entrollte den Brief und las Gott schütze die edle Dame Johanna am Hof der Herzogin von Schwaben Ich, Wolfram von Isenberg, Ritter des Herzogs Philipp von Schwaben, schreibe in Eile von Dingen, die ich in tausenden von Worten erklären möchte Der edle Herzog Philipp, der sowohl mein als auch euer Dienstherr ist, hat darauf bestanden, dass ich die Verlobung mit euch löse Er hat eine junge Dame mit Besitz für mich ausgewählt Sowohl euch als auch dem Herzog habe ich mich einst im Schwur verpflichtet Als gehorsamer Gefolgsmann widerrufe ich das Eheversprechen, das ich euch im Sommer gegeben habe Meine Liebe zu euch kann ich nicht widerrufen Gott steh mir bei Johanna musste den Brief dreimal lesen, bevor sie begriff, was dort stand Benommen stützte sie sich auf die Reisetruhe Sie hatte immer angenommen, dass der Herzog über die Verlobung informiert worden war Natürlich hatte sie geglaubt, dass er einverstanden gewesen war Wolfram hatte sie das glauben lassen Mit jedem schmeichelnden Wort und jeder zärtlichen Geste Er hatte sie betrogen, ihre Gutgläubigkeit ausgenutzt und sich einen leidenschaftlichen Kuss verschafft Nun verließ er sie wegen einer größeren Mitgift Er demütigte sie vor dem gesamten Hof Alle würden sie mit diesem mitleidigen Blick ansehen, mit dem man sitzengelassene Jungfrauen bedauerte Die Pagen würden mit den Fingern hinter ihr herzeigen und kichern Dame Giselbertha würde herumlaufen und die Neuigkeit mit schaurigem Wohlgenuss verbreiten Dame Richhilde würde ein paar gerierte Tränen vergießen Und Dame Engeltrud würde auf die Ehrlosigkeit der jungen Ritter schimpfen Ihre Augen füllten sich mit Tränen und sie schniefte hilflos Kein Psalm der Welt konnte sie jetzt mehr trösten Welcher Ritter würde sie noch nehmen? Die abgelegte Dame eines anderen Sie war für immer verloren Als Johanna in die Reisetruhe griff, berührten ihre Finger etwas Klebriges Angewidert zog sie Konrads nach Essig stinkende Schuhe hervor Die sie aus irgendeinem Grund nicht hatte wegwerfen können Beim Anblick der Schuhe musste sie an Konrads Froschlied für Maria denken Sie steckte die Briefrolle in einen der Schuhe Wischte sich das nasse Gesicht mit dem Ärmel ab Und fühlte sich schon etwas besser Er würde wiederkommen April 1198 im Herzogtum Franken Trotz anhaltend kaltem, feuchten Wetter entschied Herzogin Irene von Schwaben Dass der Hof dem zukünftigen König entgegenreiten sollte Johanna war darüber sehr erleichtert Das Reisen war zwar unbequem Doch es würde sie ablenken von den Gedanken Die immerfort um Wolfram von Isenberg kreisten Schon wenige Tage nach dem Befehl Schlängelte sich ein endlos langer Zug Reisewagen, Pferde und Maultiere die Straße entlang Johanna war den Anblick des reisenden Hofes gewöhnt Dennoch war sie erstaunt darüber, dass die Herzogin mit so vielen Wagen aufbrach Es war ungewöhnlich, dass die Frau eines Fürsten ihren eigenen Truchses, Kämmerer, Marschall und Küchenmeister mitnahm Nun ja, sie war Prinzessin Irene aus Byzanz Und vielleicht herrschten dort andere Sitten Natürlich begleiteten sie neben ihren Griechinnen noch 50 Hofdamen Und viele davon von hohem Adel Alle hatten sie noch eine Menge Mägde und Knechte dabei Sie würden nur sehr langsam vorankommen Als das Signal zum Halten gegeben wurde Hatte ein heftiger Wind eingesetzt Und die ersten dicken, schweren Regentropfen fielen bereits Sie würden bis zum Abend beschäftigt sein, die vielen Zelte aufzubauen Es wurde sofort damit begonnen, die bunten Prunkzelte aus Seide aufzustellen Obwohl die kleinen, dachförmigen Zelte für das Gefolge viel schneller aufzubauen gewesen wären Der Regen wurde immer heftiger Und die empfindlichen, farbenfrohen Bilder auf den Prunkzelten Mussten mit gewachsenen Leinentüchern abgedeckt werden Fröstelnd zog Johanna sich den Mantel enger um die Schultern Und wünschte, sie würden sich beeilen Johanna teilte ihr Zelt wie immer mit den Damen Giselbertha, Engeltrud und Richilde Und nebenan wohnten ihre Mägde Dort war auch Gunda, die Johanna als Markt begleitete Als die Damen endlich im Trockenen saßen Wirkte der prasselnde Regen beruhigend und einschläfernd Die drei Damen hatten gerade gegessen und waren satt und müde Dame Engeltrud setzte sich mit ihrem Stickrahmen näher ans Feuer Und begann mit grünen Seidenfelden einen Drachen mit winzigen Stichen zum Leben zu erwecken Ich habe den Drachen in der Margaretenlegende immer besonders gemocht Einen Drachen zu besiegen, wie herrlich, flüsterte Engeltrud verträumt Jeder hat seine eigenen Drachen, die er besiegen muss Vater Ambrosius sagt immer, der gefährlichste Drache ist der Drache des Stolzes Er führt uns immer wieder in Versuchung Aber Gott kennt viele Wege, um uns dafür zu bestrafen Bemerkte ihre Freundin Richilde streng Johanna zuckte zusammen Die Damen blickten in ihre Richtung Sie tat so, als wäre sie ganz davon in Anspruch genommen Eine abgerissene Borte anzunähen Zum Glück musste sie nicht antworten Da in diesem Augenblick die Zeltbahn zurückgeworfen wurde Und sich ein Schwall Regen ins Innere ergoss Dame Johanna, ihr sollt sofort zur Herzogin kommen Japste atemlos ein Edelknappe, dem die Haare zu beiden Seiten des Gesichts tropfnass herunterhingen Johanna sprang auf und warf sich ihren Mantel über Als sie hinter dem Jungen hereilte, wirbelten ihr tausend Gedanken durch den Kopf Auch die Worte über den Drachen des Stolzes kamen ihr in den Sinn Die Damen hielten ihre gelöste Verlobung offensichtlich für eine Strafe Gottes Eine, die Hexenkünste anwandte, musste sich nicht wundern, wenn der Segen des Herrn nicht mehr über ihrem Leben stand O Herr, hilf mir, betete sie leise Als sie beim riesigen Prunkzelt der Herzogin angelangt waren, waren ihre Schuhe völlig durchweicht Und sie hinterließ Schlammspuren auf dem schönen Teppich Sie stand in einer Art Vorraum und musste warten, bis der Edelknappe sie angekündigt hatte Verstohlen untersuchte sie ihre Schuhe Sie versuchte gerade, die dicksten Dreckklumpen abzustreifen Da rauschte ein dicker kleiner Mann durch den Vorhang und funkelte sie zornig an Er trug einen braunen Wollmantel mit einer goldenen Zierborte am Saum Sein weißer, langer Bart war in winzige Zapfe geflochten worden, die bis zur Gürtellinie herunterhingen Auf seinem Kopf thronte ein spitzer Judenhut Seine lebhaften Augen waren von winzigen Fältchen und von buschigen weißen Augenbrauen eingerahmt Er fuchtelte aufgeregt mit seinen dicken Fingern vor Johannas Gesicht herum Da ist sie also Die Pfuscherin, die alle meine Bemühungen zunichte macht Unwissenschaftlich, gottlos und weibisch Wie nennt ihr denn eure Kunst, junge Dame? Doch nicht etwa Medizin, Heilkunst oder Pharmakologie? Meister Jakobus, ich habe euch nicht erlaubt, euch zu entfernen Ertönte die gequälte Stimme der Herzogin von hinten Nein, das habt ihr nicht Aber ich werde mir dieses gotteslästerliche Schauspiel nicht auch noch ansehen Rief er und beugte sich zu Johanna Er blähte seine Nasenflügel, seine Bartzöpfe wippten und seine buschigen Augenbrauen berührten sich fast Er schnaufte ihr ins Gesicht Weib, glaubt ja nicht, ihr könntet mich ersetzen Ich war auf den besten Universitäten In Salerno, Montpellier und Paris Ich gehöre zum Collegium Hippocraticum Und euch werde ich vernichten wie eine lästige Fliege Er wedelte ungeduldig mit seinen Fingern Dann rauschte er aus dem Zelt Der Edelknappe öffnete den Seidenvorhang und winkte Johanna Sie war noch ganz benommen von ihrem Zusammentreffen mit diesem Medikus Den sie noch nie bei Hofe gesehen hatte Als sie das Innere des Zeltes betrat, mussten sich ihre Augen erst an die Dunkelheit gewöhnen Die Herzogin saß mit geschlossenen Augen auf dem Klappbett und hielt sich die Schläfe Sie sah noch blasser aus als sonst Und ihre Stimme klang schwach, als sie sagte Hört nicht auf diesen in seinem Stolz gekränkten Gockel Er wollte mir gerade Brennkegel auf die Stirn setzen, um mir die Träume herauszubrennen Heute Nacht war es besonders schlimm Ich träumte, wie Richard mir seinen Neffen zeigte Otto macht sich bereit und zieht nach Köln Nach blutlechzende Drachen ziehen mit ihm Sie bringen den Tod Es wird alles gut, flüsterte Johanna Eisige Kälte legte sich über ihre zitternden Finger Als sie die Stirn der Herzogin berührte, war ihr, als würde sie über zerbrechende Eisschollen laufen Sie schloss die Augen und stürzte in einen kalten Abgrund Erst als die Herzogin fest schlief, tauchte Johanna wieder auf Ihre Hände waren wie steif gefroren und sie hatte eiskalte Füße Sie schob den Seidenvorhang zurück, nickte dem Edelknappen zu und verließ erschöpft das Zelt Erstaunt bemerkte sie, dass es schon tief in der Nacht sein musste Sie suchte sich mühevoll ihren Weg zurück zum Zelt Ihre Ledersohlen machten ein quietschendes Geräusch auf dem nassen Boden Und mehrere Hunde schlugen an Vor dem Zelteingang stolperte sie über eine zusammengekauerte Magd, die sich schläfrig aufrichtete Nicht erschrecken, ich bin es nur, Dame Johanna Gibt es im Feuer noch Blut für eine Kerze? Wärme Sie wollte ihre Hände über die kleine Flamme halten und Wärme spüren Ja, Herrin, auf der großen Truhe muss noch eine Kerze stehen, krummelte die Magd und wollte aufstehen Nein, bleib ruhig liegen, ich komme allein zurecht Johanna tastete sich durch das dunkle Zelt Nichts war zu hören, außer den regelmäßigen Atemzügen der Damen Sie machte die Kerze an und hielt ihre zitternden Finger über die kleine Flamme Es kribbelte und tat weh Die Flamme war viel zu klein Sie brauchte ein großes, prasselndes Feuer Sie brauchte Gundas heißen Stärkungstrunk Doch alle schliefen Sie fühlte sich, als wäre alles Lebendige aus ihr herausgezogen worden Hatte Gott sie verlassen? Fühlte man sich so in der Hölle? Sie betrachtete die Stickerei auf dem Webrahmen Der Drache war fast fertig geworden Im Kerzenlicht sah es aus, als ob er sich bewegen würde Goldfäden blitzten auf Der Drache bekam menschliche Gesichtszüge Richards Gesicht aus den blutigen Träumen der Herzogin Er zischte sie an Meine Rache naht Der Welfe ist auf dem Weg Er wird alles vernichten Tod und Verderben dem Geschlechter Stau verbringen Der Welfe ist auf dem Weg Satans Stimme flüsterte aus dem Tuch Die Bilder aus den Träumen der Herzogin verfolgten sie und trieben sie in den Wahn Ohne nachzudenken schleuderte sie die Kerze gegen das bestickte Nesseltuch Es fing sofort Feuer Heißes Feuer Höllenhitze Stechende rote Flammenzungen Johanna schrie Sie schrie und konnte gar nicht mehr aufhören Das Feuer fraß sich hungrig durch die bunten Fäden Gierige Feuerzungen leckten an dem Holzrahmen Johanna hörte ihr eigenes Schreien wie aus weiter Ferne Die heilige Margareta auf dem Stickrahmen der Dame Engeltrud lächelte ihr nachsichtig zu Sie musste die Heilige retten, bevor die Flammen sie verschlingen würden Verzweifelt versuchte sie, die Altardecke vom Holzrahmen zu lösen Doch Margareta und der Drache zerfielen in ihren Händen zur Asche Erstaunt bemerkte sie, dass ihre Hände in Flammen standen Sie konnte gar keinen Schmerz fühlen Es sieht wunderschön aus, dachte sie noch benommen Dann wurde sie ohnmächtig Der Schmerz war sofort da Er war schon da, bevor sie ganz wieder zu sich gekommen war Er wartete auf sie und ließ keinen anderen Gedanken zu Sie war sich sicher, dass ihre Hände immer noch brennen würden Johanna öffnete vorsichtig die Augen Sie blickte in Konrads Gesicht und schloss die Augen sofort wieder Sie war tot Sie musste tot sein und im Himmel Aber warum hatte sie dann diese Schmerzen? Natürlich, das Fegefeuer Konrad war nur ein quälerisches Trugbild Dame Johanna, erkennt ihr mich? rief das Trugbild mit Konrads Stimme Es sollte weggehen Sie konnte sich jetzt nicht mit solcher Art Erscheinungen herumplagen Sie wollte sich ganz auf ihren Schmerz konzentrieren und allein sein Johanna, sagte das Trugbild hartnäckig Gequält öffnete sie die Augen und erkannte neben ihm Gunda Gunda sah gar nicht aus wie ein Trugbild Ihre zornig zusammengekniffenen Augen wirkten sehr echt Sie hockte sich neben Johanna und verscheuchte das Trugbild von Konrad mit einer Handbewegung Dann wickelte sie Leinentücher um die verbrannten Hände Sie hätte genauso gut mit einem Schwert auf die Hände einhauen können Das wird aber Narben geben Was hattet ihr denn vor? Wolltet ihr eure Gabe wegbrennen? Ihr solltet euch schämen, schimpfte sie und zerrte unbarmherzig an den Tüchern Johanna bemerkte jetzt, dass sie in ihrem Zelt lag Es roch noch angebrannt Die Morgensonne glitzerte durch die Ritzen der Zeltnähte Ich bin gestolpert Meine Schuhe waren so glitschig vom Regen Die Kerze ist gegen die Altardecke gefallen Und ich habe versucht, das Feuer zu löschen Hauchte Johanna Während sie den Hergang schilderte Glaubte sie selbst fast jedes ihrer Worte Zum Glück war nur ein Teil der Decke auf dem Webrahmen eingespannt Sagte Gunda nun freundlicher Johanna blickte in das ernste Gesicht über ihr Und hätte sie am liebsten beruhigt Aber sie konnte nicht sagen, dass der Schmerz nicht so schlimm sei Er war furchtbar schlimm Wo ist Konrad? Habe ich nur geträumt, oder war er eben noch hier? Hat er mich gerettet? Ach, der wäre keine große Hilfe gewesen Unser junger Held ist erst heute Morgen hier eingetroffen Als er von dem Feuer erfuhr, wurde er ganz grün im Gesicht Und begann heftig zu zittern Nein, der wäre wirklich keine große Hilfe gewesen Eure Schreie waren nicht zu überhören Die Magd von Dame Richilde war zuerst bei euch Die dumme Gans hat allerdings nur angefangen zu kreischen Dame Engeltrud hat daraufhin gleich einen Haufen Kleider über euch geworfen Und die Flammen erstickt Sie war wirklich großartig Außerdem nimmt sie auch den Verlust ihrer Arbeit nicht schwer Es wurde schon ein neuer Rahmen mit Nessel bespannt Dame Gissel Bertha rennt durchs Lager und erzählt allen, was passiert ist Johanna dachte an Konrads Narben Vielleicht stammten sie auch von einem schrecklichen Erlebnis mit Feuer Nachdenklich starrte sie auf ihre verbundenen Hände Sie sahen aus wie die Hauben alter Jungfrauen Die Herzogin ist sehr in Sorge Sie hat befohlen, dass die Reise einen Tag unterbrochen wird Außerdem will sie ihren Hofarzt schicken Unterbrach Gunda ihre Gedanken Ich brauche etwas gegen die Schmerzen Und ich will, dass du mir ein Schmerzmittel zubereitest Ich traue diesen Meister Jakobus nicht Er hasst mich und wird mich vergiften Rief Johanna und versuchte sich aufzurichten Ihr könnt ihn nicht fortschicken Das wäre eine unverzeihliche Beleidigung Aber ich werde euch schnell etwas gegen die Schmerzen zubereiten Er braucht eure Hände gar nicht anzusehen Ich habe sie schon mit Umschlägen aus Leinenöl behandelt Vorher natürlich die tiefsten Brandstellen mit Mehl und Eiweiß bedeckt Er wird auch keine bessere Methode kennen Er wird dagegen sein, nur um alles besser zu wissen Mandragora, Wurzeln und Bilsenkraut Vielleicht noch einen Hauch Opium Nur eine kleine Menge Und ihr werdet so tief schlafen wie ein Säugling an der Mutterbrust Er wird eine Schlafende doch nicht stören wollen Sagte Gunda listig April 1198 in Braunschweig Mechthild ritt mit ihren Begleitern in den Hof des Braunschweiger Stadthauses Sie hatten es gerade noch vor dem Schließen der Stadttore geschafft Die Sonne ging schon unter Und zauberte auf alles einen rot-orangenen Glanz Die Stimmung war ganz unwirklich Und so konnte sie ihren Augen kaum trauen, als sie durch das Tor kam Sie sah Anselm in Soldatenkleidung Umringt von einer Gruppe bis an die Zähne Bewaffneter Er sah aus, als wäre er gerade aus einer von Salvatores Heldengeschichten gestiegen Und redete zornig auf die völlig in Tränen aufgelöste Frau des Hauses ein Als er die Hufschläge hörte, blickte er auf Was er sah, besänftigte ihn in keiner Weise Er riss die Augen auf und unterbrach seinen Wortschwall Mechthild stellte sich vor, wie er sie in diesem Augenblick sehen musste Eine Frau mit einem Affen auf der Schulter Wirren Haarsträhnen und hochrotem Gesicht Hinter ihr ein rasselnder und klingelnder Wagen mit einem entstellten Hexer Sie sah nicht aus wie eine herrliche Prinzessin aus einer Sage Eher wie eine böse Zauberin mit ihrem Lehrmeister Sie brachte ihr Pferd vor den verblüfften Männern zum Stehen Anselm sah so respekteinflößend aus mit der Lederkappe mit Eisenbeschlägen und dem Kettenhemd Die Schar kampflustiger Männer verstärkte den Eindruck noch Es war nicht der Moment, um Streit mit ihm anzufangen Mechthild stieg so würdevoll wie möglich vom Pferd und schlug einen lockeren Ton an Wie schön, euch zu sehen! Ich habe gerade an euch gedacht! Sie wollte ihm auf keinen Fall Gelegenheit geben, sie vor all diesen Leuten zu beschimpfen Und wandte sich sogleich an die verwirrte Hausfrau Ich bringe deine Leute und das Pferd wohlbehalten wieder zurück Der edle Herr wird dir die vereinbarte Summe geben Aber nun habe ich Hunger Ach, das ist Salvatore aus Salerno, oder war es Venedig? Salvatore zog seinen Hut Salvatore da Venezia, Barbier und Medicus Er deutete eine Verbeugung an und sprang vom Wagen Marthas Schwester fuhr bei seinem Anblick erschrocken zurück Auf ihrem Gesicht spiegelte sich Entsetzen und Widerwillen Sie warf Anselm einen fragenden Blick zu Dann winkte sie Mechthild und Salvatore unsicher, ihr ins Haus zu folgen Doch so einfach sollten sie nicht davon kommen Anselm brüllte Dame Mechthild, wo habt ihr gesteckt? Die Reisevorbereitungen sind schneller vorangegangen als erwartet Wir hätten längst aufbrechen können, doch ihr wart spurlos verschwunden Nur mit Mühe habe ich Otto einen Tag hinhalten können Und das, wo jeder Tag zählt Ihr bringt alles durcheinander Beeilt euch, richtet euch her und dann werdet ihr uns unverzüglich zur Burg begleiten Der Kerl soll mit seinem stinkenden Wagen verschwinden Sonst hetze ich meine Männer auf ihn Mechthild seufzte Dieser neue Anselm war wirklich unbequem Der zerstreute Schreiber war ihr um einiges lieber Überhaupt, was sollte das nun werden? Eine Gefangennahme oder Entführung? Sie würde sich beim Waschen und Kleiderwechsel viel Zeit lassen Sollte er doch ruhig warten Auf dem Weg von der Altstadt zur Burg war Anselm sehr schweigsam Er blickte sie nur hin und wieder mit einem ganz merkwürdigen Blick von der Seite an Seine stille, ernste Art war schlimmer als eine Standpauke Mechthild war kurz davor, sich zu verteidigen Doch immer, wenn sie das Wort an ihn richten wollte Schien ihr plötzlich die Bemerkung unpassend Als sie die Burg erreicht hatten, half er ihr wortlos vom Pferd Und schickte die Männer mit den Pferden zu den Ställen Sie nahmen nicht die prächtige Treppe zu den Sälen Sondern eine kleine Hintertür, die in den Küchentrakt führte Wo es verführerisch nach gebratenem Fleisch und Zwiebeln roch Anselm schob ihr einen Hocker hin und berührte sie leicht an der Schulter Um sie zum Hinsetzen zu bewegen Als sie saß, baute er sich breitbeinig vor ihr auf Und verschränkte seine Arme vor der Brust Er musterte sie kritisch Es kam ihr wie eine Ewigkeit vor Die dunkelblonden Haarsträhnen hingen ihm in die Augen Er blinzelte irritiert und schüttelte den Kopf, um wieder sehen zu können Dabei fiel seine Kappe vom Kopf und rollte scheppernd über den Boden Mechthild musste sich sehr beherrschen, um nicht loszulachen Anselm grinste verlegen und bückte sich nach der Kappe In diesem Augenblick kam Martha in die Küche Ein dreizehn- oder vierzehnjähriges Mädchen mit einem von Pocken Narben entstellten Gesicht und großen braunen Augen folgte ihr Martha erkannte Mechthild und rief Wo wart ihr? Wir waren alle sehr besorgt Meine Schwester sagte uns, ihr wäret aus Braunschweig fortgeritten Warum nur? Oh, ich litt unter Schwindel und Übelkeit Und habe einen Heilkundigen aufgesucht Murmelte Mechthild verlegen und warf Anselm einen kurzen Blick zu Dann fuhr sie zögernd fort Er wird mich nach Köln begleiten Diese elende Kreatur von einem Mann Er muss in unsere Pläne eingeweiht werden und wird überall Aufsehen erregen Ist das wirklich nötig? Fragte Anselm verärgert Ja, ja unbedingt Ohne seine Kräuter kann ich die lange Reise unmöglich durchstehen Mechthild dachte an den Berg von Lügen, der sich in letzter Zeit angesammelt hatte Die Pilgerfahrt nach Jerusalem schien die einzige Rettung für ihre schwarze Seele zu sein Im Morgengrauen brechen wir auf Jedes Aufsehen in der Stadt soll vermieden werden Ein Trupp tapferer und erprobter Soldaten wird den Tross begleiten Denn wir werden durch staufisches Gebiet reisen Eine gefahrvolle Reise Keiner weiß, was Philipp plant und wo er sich aufhält Vielleicht ist er bereits mit einem Heer unterwegs Vielleicht will er Ottos Wahl verhindern Wir rechnen mit bewaffneten Auseinandersetzungen Die junge Magd pulte aufgeregt an ihren Fingernägeln Martha beugte sich vor, um ihre pummelige Hand auf Mechthilds Schulter zu legen Und ergänzte sanft Nur Fußsoldaten und Ritter mit ihrem Gesinde werden dem Tross angehören Für eine junge Dame von Stand ist die Reise viel zu gefährlich Otto selbst hat Bedenken und sorgt sich um eure Sicherheit Mechthild schüttelte Marthas Hand ab und starrte an Sam fassungslos an Sie sollte nicht mitreisen, weil sie eine Dame war? Das konnte nicht ihr ernst sein Aufgebracht rief sie Aber ich bin doch bereits mit Otto und seinem Tross nach Braunschweig gereist Anselm beugte sich zu ihr und sagte leise Da hatten wir auch noch keinen Reisewagen mit fünf Säcken Silber dabei Das englische Silber, dachte sie wütend Sie nahmen das englische Silber mit Warum konnten sie dann keine Dame mitnehmen? Pah, sie glaubte ihnen kein Wort Aber ihr habt es versprochen Ihr wolltet mich mitnehmen Er verzog das Gesicht und erklärte Otto stellt folgende Bedingungen Bedingungen? Otto stellt einer Dame Bedingungen? Mechthild riss entsetzt die Augen auf Was konnte Otto von ihr verlangen? Wollte er, dass sie jede Nacht in sein Zelt schlüpfte? Anselm schien ihre Gedanken erraten zu haben Denn er lächelte und sagte leise Nichts dieser Art Martha, hole ihr einen Krug Kräuterbier und erkläre ihr unseren Plan Ich muss los Mit dem Helm unter dem Arm und soldatisch großen Schritten Marschierte er aus der Küche Martha ging zögernd den Ständer entlang, auf dem die Bierkrüge trockneten Dann griff sie entschlossen nach dem größten Krug Nachdem sie mit einer Kelle mehrmals einen funkelnden Strahl gelbleuchtenden Bieres aus einem Kessel geschöpft und hineingegossen hatte Zog ein würziger Duft durch die Küche Mechthild erinnerte sich daran, dass sie lange nichts mehr gegessen hatte Und stürzte das Bier hinunter Sie rülpste leise und wischte sich mit ihrem Ärmel den Mund Tante Herat wollte gerade etwas über Ungehobeltes Benehmen sagen Aber Martha unterbrach sie Frieda, lauf und hol das schlichte Kleid Vergiss nicht den Umhang und das Gebände Die junge Magd rannte hinaus Und Mechthild hielt ihren Krug auffordernd von sich gestreckt Was sollst du mir erklären? Martha füllte erneut den Krug Während sie darauf achtete, dass er diesmal nur halbvoll wurde, sagte sie Otto wollte euch nicht mitnehmen Er befürchtete, dass eine hübsche Dame wie ihr auf einer so langen Reise Unruhe zwischen den Rittern säen könnte Anselm hat ihn daran erinnert, dass die Kölner Kaufleute sich bei eurer Rückkehr Sicher großzügig erweisen werden Sie werden eine Belohnung bezahlen Das hat Otto überzeugt Um seine Befürchtungen ganz zu zerstreuen, haben wir uns einen Plan ausgedacht Einen Plan? Mechthild nippte an ihrem Kräuterbier und sah dann gespannt auf Ihr werdet als Markt mitreisen In einem schlichten Umhang und einem züchtigen Gebände, welches euer Haar bedeckt In diesem Moment kam Frieda zurück Auf ihrem nabigen Gesicht standen Schweißperlen, die vermuten ließen, dass sie gerannt war Sie nahm Mechthild den Krug ab und reichte ihr einen dunklen Umhang, ein Kleid aus rauem Stoff und ein weißes Gebände Mechthild legte die groben Kleider auf ihren Schoß und ließ die weißen Bänder des Gebändes durch ihre Finger gleiten Sie erinnerte sich, wie sie sonntags bei der Messe eines getragen hatte Missmutig dachte sie daran, wie es sich anfühlte, wenn ein Gebände stramm unter dem Kinn gebunden war Es erschwerte das Reden und machte das Kauen zur Qual Selbst beim Lachen war es hinderlich Es würde keine angenehme Reise werden Doch am Ende würde Köln als Lohn auf sie warten Das strahlende, herrliche Köln aus ihrer Erinnerung Mit den Menschen darin, die sie sehnsüchtig erwarteten Ein geduldiger Vater und eine besorgte Tante Herat in einem Kaufmannshaus mit buntem Giebel am Heumarkt Sie würden die vermisste Mechthild in ihre Arme schließen und stolz darauf sein, dass sie das Silber im Saum zurückgebracht hatte Für all das lohnte sich ein bisschen Unbequemlichkeit auf der Reise Sie schlang die Bänder probeweise um ihren Kopf, lächelte tapfer und sagte So soll es sein Ich werde dir im Proviantwagen zur Hand gehen Es kann nicht schaden, wenn ich lerne, wie Ingwersoße zum Pfefferhasen bereitet wird Mai 1198 Im Herzogtum Sachsen und im Herzogtum Niederlothringen Ottos Tross reiste unter den besten Bedingungen durch das Herzogtum Sachsen Das Wetter war angenehm warm und trocken Überall gab es welfische Burgen und Klöster, die ihm und seinen Männern Unterschlupf gewährten Mechthild allerdings zog das Zeltlager den dunklen und feuchten Steinmauern vor Wenn die Zelte aufgeschlagen waren, waren sie unter sich Sie konnte Otto beobachten, der mit den Rittern würfelte Oder Anselm dabei zusehen, wie er mit den Pergamenten auf den Knien im Gras hockte und arbeitete Natürlich ließ es sich nicht verhindern, dass die Männer auf sie aufmerksam wurden Vor allem, weil sie nicht der Versuchung hatte, widerstehen können, heimlich auf Anselms Laute zu spielen Schon bald scherzten die Ritter Bernhard und Dietrich mit ihr und versuchten, sie zum Singen zu überreden Sie mochte die beiden Ritter, die sich oft in Anselms Nähe aufhielten und ihn einmal sogar ihren Freund nannten Bernhard von Paderborn war der Ältere von beiden Er hatte ein aufbrausendes Wesen und ließ sich leicht von Kleinigkeiten provozieren Besonders empfindlich war er, wenn es jemand wagte, Otto zu kritisieren Mechthild konnte manchmal nicht der Versuchung widerstehen Es machte ihr Spaß, auszuprobieren, wie weit sie gehen konnte Es war, als ob man mit einem schlecht abgerichteten Hund spielen würde, der seine Jagdtriebe nur schwer unter Kontrolle hatte Sie reizte ihn mit Bemerkungen über Ottos Jugend, sein ewiges Würfelspiel oder sein holpriges Deutsch Bernhard knurrte meist, dass aufmüpfige Weiber der Teufel holen solle Dietrich von Utrecht musste in solchen Momenten eingreifen und meistens tat er es, indem er über Musik und Gesang sprach Der stille, rothaarige Mann hatte eine Vorliebe für das Lautenspiel und bat sie immer wieder um ein Lied Mechthild vermutete, dass er sich an seine knappen Zeit erinnert fühlte Die Dame seiner Burg musste die Fahrenden und Sänger sehr gefördert haben Bernhard spottete gern über Dietrichs unglückliche Liebe zu seiner einstigen Burgherrin Wenn ihr die Scherze der Ritter zu heftig wurden, flüchtete Mechthild in den Proviantwagen und sang Frieda Lieder von tapferen Helden vor Martha schüttelte darüber den Kopf, sagte jedoch nichts, sondern rührte geduldig in ihren dampfenden Soßen Manchmal floh Mechthild auch vor Marthas Küchengerüchen in Salvatoreswagen Er heiterte sie mit lustigen Späßen auf und weihte sie manchmal in die Zubereitung von Heiltränken ein Hier konnte sie das Gebände abnehmen und sich das schmerzende Kinn reiben Giacomo zerwühlte ihr Haar und spielte mit den weißen Bändern Salvatore schwatzte von seinem großen Ruhm in der Stadt der Mercantore und bot ihr seinen würzigen Käse an Wenn der Tross sich einer Burg näherte, verzog sich Salvatore in den angrenzenden Wald Für Mechthild waren dann die Zeiten ohne Gebände vorbei Auf einer Burg fiel es ihr besonders schwer, dass sie sich bei dem Gesinde aufhalten musste Wie gern wäre sie dabei gewesen, wenn Otto mit der Familie des Burgherrn speiste So hockte sie in der verrauchten Burgküche, in der es immer eine misstrauische Magd oder einen skeptischen Kämmerer gab Mechthild konnte nicht lange still sitzen Sie nutzte die Zeit, um zu lernen, genau wie es ihr ihr Vater sicher geraten hätte So lernte sie auf dieser Reise von Frieda, wie feine Leinenstoffe gereinigt wurden Und von Martha, wie Anselms Lieblingsnachtisch Mandelpudding mit Rosinen zubereitet wurde Mechthild kannte bald alle Vorlieben und Gewohnheiten von Anselm, aber sie sprach kaum mit ihm Manchmal ärgerte sie sich darüber, wie betont er über sie hinweg sah Umso mehr er ihre Anwesenheit nicht zur Kenntnis nahm, desto mehr wünschte sie sich seine Aufmerksamkeit Sie ertappte sich dabei, dass sie hoffte, er würde eine besonders gelungene Ingwersoße loben Wirklich lächerlich Bei einem Aufenthalt auf einer Burg bemerkte sie beschämt, dass sie auf die Tochter des Burgmannen eifersüchtig war Warum war Anselm bloß so freundlich zu ihr? Sie war doch wirklich langweilig und farblos Mechthild konnte die ganze Nacht nicht schlafen Sie wanderte die kalten Gänge der Burg auf und ab und wehrte sich gegen ihre Gefühle Sie gehörte zur wohlhabenden Kölner Kaufmannschaft, so viel stand fest Er war nur ein unfreier Ministeriale in Ottos Dienst Selbst wenn er reicher und angesehener war als manch verarmter Ritter Sie war eine freie Städterin und stolz darauf Gott hatte es so bestimmt So musste es bleiben Und es war außerdem durchaus möglich, dass in Köln ein Ehemann oder ein Verlobter auf sie wartete Mechthild grübelte so lange, bis ihre Füße Eisklumpen geworden waren Am nächsten Morgen fühlte sie sich völlig zerschlagen So blass und mit den schwarzen Ringen unter den Augen sehe ich auch nicht besser aus als die Burgmannentochter dachte sie, als sie sich im Brunnenwasser betrachtete Sie befahl sich nicht mehr an Anselm zu denken sondern nur noch an die Zubereitung seiner Soßen und den Zustand seiner Kleider Aber das erwies sich als schwieriger, als sie gedacht hatte Als sich ihre Reise dem Ende näherte, wurde es immer schwieriger, Unterkunft zu finden Sie reisten nun durch das Herzogtum Niederlothringen und durch staufisches Gebiet Otto befahl, die Nachtwache zu verdoppeln und die staufischen Burgen zu meiden Er ritt mit ernstem Gesicht neben seinen Rittern dem Tross voran Mechthild fand seinen entschlossenen Blick beängstigend und beruhigend zugleich Immer wieder spähte sie aus dem Proviantwagen und ließ ihren Blick über die Büsche und Baumgruppen gleiten Fast erwartete sie, dass jeden Moment ein Haufen Soldaten mit gezückten Schwertern herausstürzen würde Und auch die Art, wie Otto sich sein Schwertgehänge umband Und der Ton, in dem er Befehle erteilte, wiesen darauf hin, dass er voll gespannter Erwartung war Die Aussicht auf eine kriegerische Auseinandersetzung schien seine Lebensgeister zu wecken Mechthild beobachtete die schwer bewaffneten Männer Ihr war schon aufgefallen, dass sie einen der großen Reisewagen besonders bewachten Sie vermutete das englische Silber darin und wunderte sich nicht, dass die Zahl der Fußsoldaten, die ihn umgaben, verdoppelt worden war Doch obwohl alle Männer auf der Hut waren und sich ständig umblickten, hatte sie so etwas wie eine freudige Erregung ergriffen Ihr fiel auf, dass weniger getrunken wurde Niemand grölte mehr herum und suchte unnötig Streit Stattdessen lauschten alle ergriffen Ottos aufgeheizten kriegerischen Reden, die er in holprigem Deutsch und mit glänzenden Augen vortrug Es wimmelte in diesen Ansprachen von saftigen Flüchen gegen seine staufischen Gegner und von Huldigungen des tapferen Englands Diese feurigen Reden gehörten bald zur Abendunterhaltung und Mechthild ließ es sich nicht nehmen, heimlich zu lauschen Salvatore verkroch sich für den Rest der Reise unter seinem Flickenumhang und zog den Hut tief ins Gesicht Das Gefühl, durch feindliches Gebiet zu reisen, drückte seine Stimmung Er murmelte düstere Prophezeiungen und Giacomo kauerte betrübt neben ihm Dann schlug das Wetter um, es war stürmisch und regnerisch, ganz untypisch für die Rheingegend in dieser Jahreszeit Als es nur noch wenige Tagesreisen bis Köln waren, tobte der Sturm besonders um die Zelte An diesem Abend hockte Mechthild allein im Küchenzelt, denn Martha und Frieda hatten es vorgezogen, im Wagenschutz zu suchen Lustlos sortierte sie die Gewürzbündel In Gedanken notierte sie, was alles auf dem Markt in Köln neu angeschafft werden musste Sie war gerade dabei, auszurechnen, was all die Ingwer-Knollen, Majoran-Nüsse und Paradieskörner kosten würden Als ihr bewusst wurde, dass sich in Köln ihre Wege für immer trennen würden Jemand anders würde die nötigen Gewürze einkaufen müssen Was würde sie in Köln erwarten? Vielleicht war ihr Vater längst gestorben und Tante Herat ins Kloster gegangen Was würde sie dann tun? Je näher Köln kam, desto mehr fürchtete sie sich davor Vielleicht gefiel es ihr gar nicht in ihrem früheren Leben Dann dachte Mechthild plötzlich daran, dass sie Anselm vielleicht nie wiedersehen würde Wenn Otto König wurde, dann würde er als Ratgeber an seiner Seite die Geschicke des Reiches leiten Wenn Otto im Kampf um die Krone fiel, dann würde Anselm dem Bruder dienen, sobald der aus Syrien zurückgekehrt war Für einen Ministerialen am Hof in Braunschweig gab es immer etwas zu tun Wie der Kampf um die Krone auch ausging Anselm würde sich in seinen Urkunden vergraben und sie würde ihr altes Leben wieder aufnehmen Ihre Familie würde nach Ottos Krönung den Handel mit England pflegen Wenn der Staufer die Macht an sich riss, würden sie die Kontakte zu Frankreich ausbauen Ein kluger Kaufmann fand immer einen Weg, um zu Geld zu kommen Die Jahre würden vergehen und sie würde alt werden Sie würde mit einem Gesicht voller Runzeln aus dem Kontorfenster blicken Und an den jungen, blonden Schreiber denken Wie die alte Herzogin auf der Burg dank Waderode würde sie fragen Wie hieß er denn noch, dieser junge Mann? Ich vergesse immer seinen Namen Vielleicht würde sie ihn auch ganz vergessen haben Die Ingwer-Knolle vor ihr sah aus wie ein hüpfendes Männchen Sie nahm das lustige Männchen in die Hand und drehte es zum Tanz Das Feuer warf ihn als großen Schatten an die Zeltwand Und der Wind heulte dazu Dreh dich herum, dreh dich herum, dreh dich, dreh dich, summte sie Plötzlich sprang sie auf und warf das Knollenmännlein zu Boden Ich werde ihn nicht vergessen Das Männlein streckte die Beinchen anklagend in die Luft Leise fügte sie hinzu Die heilige Margareta möge uns beistehen Aber ich muss zu ihm Dann stürmte sie in den Regen hinaus Anselm war nicht allein Arno spielte mit ein paar Knappen ein Würfelspiel Anselm hockte auf dem Boden in einem Haufen Pergamentrollen und Urkunden Er blickte verärgert auf In seinem Gesicht waren Tintenflecken Und er war sich so wild durchs Haar gefahren Dass sie zu allen Seiten vom Kopf abstanden Er war wieder ganz der zerstreute Schreiber Keine Spur mehr vom wilden Soldaten im Kettenhemd Das Biest hat sich in mein Zelt geschlichen und mit den Papieren herumgeworfen Er hat darauf getanzt und einen Teil sogar zerrissen Klagte Anselm Giacomo? Fragte Mechthild vorsichtig Nie wieder nehme ich einen Affen mit Jeden Tag geschieht eine neue Katastrophe Gestern hat er sich Teile einer Rüstung angezogen Und mit einem viel zu großen Helm auf dem Kopf eine der Mägde erschreckt Die Jungen lachten bei der Erinnerung daran Arno lachte am lautesten und rief Sie dachte wohl, ihr Liebster würde zu ihr kommen Seine Freunde kreischten vor Lachen und hielten sich die Bäuche Nun ist es genug Ich muss arbeiten Verschwindet, spielt woanders weiter Sagte Anselm streng Die Jungen verließen murrend das Zelt Als sie fort waren, trat Mechthild zu ihm Sie bückte sich nach dem zerrissenen Stück einer Urkunde und las laut vor Testes horum prestentes sigili fit munitio et subjektatorum personarum Weiter kam sie nicht Anselm legte seinen Arm um ihre Schulter, zog sie zu sich herunter und küsste sie Er küsste sie grimmig und trotzig, als täte er bewusst und mit Genuss etwas Verbotenes Verflucht, dachte Mechthild Das elende Ding stört wirklich immer Sie zerrte an ihrem Kinnband und ließ die weißen Bänder zu Boden gleiten Die Bewegung kam für ihn so unerwartet, dass er das Gleichgewicht verlor Er konnte sie nicht mehr halten und sie kippten um Der besondere Moment war vorüber Sie fanden sich auf den zerknickten Pergamenten wieder Anselm wühlte in dem knisternden Haufen und lachte verlegen Diese Schriftstücke sind nicht mehr wichtig Wenn Otto erst einmal König ist, werden diese Urkunden durch neue ersetzt werden Ein König kann ganz anders rechtsprechen als ein Herzog oder Graf Er ist vor Gott gesalbt worden Ordnung und Gesetz werden herrschen Ordnung und Gesetz? Otto kauft sich eine Krone mit Englandshilfe Sie war sichtlich empört und versuchte ihr Gebände wieder umzubinden Ohne Frieda wollte es allerdings nicht so recht gelingen Er lachte über ihre ungeschickten Versuche und neckte sie Und das sagt eine Kölner Kaufmannstochter? Die großen Kölner Kaufmannsgeschlechter mischen in diesem Handel ordentlich mit Sie wünschen sich Otto auf den Thron, um ihre Geschäftsbeziehungen zu England zu festigen Die Zeiten Karls des Großen sind vorüber Heute bestimmt die Partei mit dem meisten Geld den König Ich flehe zu Gott, dass es Otto sein wird Sie zerrte heftig an den Bändern Was sollte sie darauf erwidern? Sie hoffte, er würde sie nicht vergessen, wenn Otto erst König wäre Sie hoffte, der Kuss war nicht nur ein verwirrter Augenblick gewesen Ja, dass sie sogar wollte, er würde es noch einmal versuchen Unwillig zog sie weiter an den weißen Bändern Das Gebände rutschte nach hinten und lange Haarsträhnen kamen darunter hervor Anselm half ihr, die blonden Strähnen wieder unter die Bänder zu schieben Seine Finger gingen dabei sehr behutsam vor Mechthild genoss diese vertrauliche Geste Sie hielt ganz still und hoffte inständig, er würde sie erneut küssen Er sprach weiter über die Reichspolitik, wenn er dabei auch gefährlich nah mit seinem Mund an ihre Wange kam In Köln haben sich bereits die Reichsfürsten versammelt Die Ritter von der Heide werden sie über Ottos baldiges Eintreffen informieren Und ihnen das Silber aus England in Aussicht stellen Der Königswald steht nichts mehr im Wege Und den Erzbischof von Köln werde ich ködern Er wird einwilligen und Otto zum König krönen Nur die Aachener machen mir Sorgen Sie fürchten sich vor Philipps Vergeltung und könnten Otto den Weg in die Stadt verweigern Otto besteht darauf, wie Karl der Große im Mariendom gekrönt zu werden Und er ist bereit, den Zugang zur Stadt zur Not mit Waffengewalt zu erzwingen Wenn Philipp den Aachnern mit seinem Heer zu Hilfe kommt, dann wird Blut fließen Auch Köln wird dann nicht mehr sicher sein Vergesst das nicht Dann trat Anselm einen Schritt zurück und musterte sie Vielleicht ist er besorgt um den Sitz des Gebändes, dachte sie benommen Doch seine blauen Augen sagten etwas anderes Sie flüsterte mit belegter Stimme Ich werde es nicht vergessen, nie Sein Lächeln zeigte ihr, dass er genau verstanden hatte Er machte einen Schritt auf sie zu Doch sie verließ hastig das Zelt Ihr Herz raste Sie bereute ihre Flucht, sobald die Zeltbahn hinter ihr zugeschlagen war Draußen hatte der Sturm noch an Stärke zugelegt Doch Mechtelt war das egal Er war ganz leicht ums Herz Und es spielte keine Rolle mehr, was in Köln geschehen würde Sie lächelte und betrat das Küchenzelt Die Ingwerknulle lag noch auf dem Boden Sie hob das Ding auf und sagte freundlich zu dem Männchen Er kann wirklich gut küssen Soll sein Otto doch König werden Juni 1198 Vor den Toren Kölns Vor den Toren der Stadt war nichts von Anselms Befürchtungen zu spüren Weder belagerte Philips her die Stadt Noch war von dem Staufer irgendetwas zu sehen Genauso wenig bekamen die Menschen, die in die Stadt strömten Etwas von seinem Widersacher Otto zu sehen Denn Otto hatte seinen bevorstehenden Einzug in die Stadt Am Abend zuvor heftig gefeiert Und lag schnarchend in seinem prächtigen Reisewagen Es würde keine Begrüßungsrede der Kölner Bürger geben Keine Jubelrufe und keine prächtigen Flaggen Im Gegenteil, Anselm hatte angeordnet, alle Fahnen einzuziehen Und möglichst unauffällig in die Stadt zu reiten Mächtelt war es umso lieber Sie nutzte Ottos Abwesenheit, um ihre eigenen Kleider anzuziehen Und Anselm um seine Stute zu bitten Schließlich war es ihr feierlicher Einzug in die Stadt Wie berauscht blickte sie um sich Die helle Mittagssonne funkelte Und schickte ihre Strahlen über die Hüte, Helme, Kettenhemden Schwerter, Schapeln und Schmuckstücke der dahinziehenden Menschen Es war ein wundervolles Durcheinander Von matten, verblichenen Brauntönen Von grellen Purpurfarben und dunklem Samt Es mischten sich Weihrauch, Duft und Rosenöl Mit dem Gestank nach Zwiebeln und Pferdeäpfeln Mächtelt beugte sich im Sattel vor Und zog alles mit einem tiefen Atemzug ein Diese Stadtluft war ihr seit frühester Kindheit vertraut Und doch so aufregend neu Ihre Augen suchten nach allem, was nach Handel aussah Und saugten es begierig auf Sie streiften über die mit Fässern, Truhen und Säcken beladenen Wagen Immer wieder suchte sie zwischen den reisenden Kaufleuten Den Handelsgehilfen und Lehrlingen nach einem bekannten Gesicht Als sie sich enttäuscht eingestehen musste, dass sie niemanden kannte Begann sie stattdessen damit zu erraten, um was für Waren es sich handelte Sie vermutete Heringe aus Hamburg, Leinen aus Regensburg Samt aus Venedig und Fälle aus Novgorod auf den Wagen All das strömte unaufhaltsam in die Stadt Und wurde dort zu klingender Münze Köln lockte Waren und Händler von überall an Köln beschleunigte ihren Herzschlag Und sie hätte vor Freude jauchzen mögen In diesem Moment war sie eine lang vermisste Königin Die in ihr schillerndes Reich zurückkehrte Sie schüttelte ihr langes Haar Und genoss ihre wiedergewonnene Freiheit Als plötzlich die hohe Stadtmauer völlig unerwartet vor ihr aufragte Gerieten die Wagen ins Stocken und vor ihnen begannen sich zwei Bauern zu streiten Das Stadttor hatte zwei mächtige Türme und wirkte wie eine kleine Burg Sie reckte ihre dicken Türme drohend vor ihnen empor Als würden jeden Augenblick Pfeile aus den Schießscharten regnen Die Wagen und Reiter drängelten sich durch den schmalen, offenen Torbogen Mechthild wusste auf einmal, dass sie schon oft durch das Hahnentor gegangen war Sie erinnerte sich an die beiden schlachsigen, immer müden Wachsoldaten, die es bewachten Und an die Straßen dahinter Sie erinnerte sich genau, dass der Turm, der hinter dem Tor aufragte, der Kirchturm von St. Aposteln war Hier fielen auch alle anderen Namen der unzähligen Kölner Stadttore wieder ein Eigelstein-Tor, Gerion-Tor, Friesentor Auch dass die Stadtmauer an manchen Stellen noch unvollendet und trotzdem schon der Stolz der Kölner war Kam ihr in den Sinn Schließlich war sie die teuerste und größte Mauer im Reich Und legte sich als uneinnehmbarer Festungsring um die Stadt Bald würde sie der Römermauer entlang bis zur Rheinvorstadt um St. Martin laufen Und dann zu den Steinhäusern der reichen Kaufleute am Heumarkt Dort würde sich eine Tür unter einem bunten Giebel öffnen Und mit ausgestreckten Armen würde ihr Vater herauskommen Seine klugen, grauen Augen leuchteten vor Freude Kurz bevor sie die dicken Wachtürme erreichten, wurde sie aus ihren Träumen geweckt Der Streit der Bauern war zu einem wilden Handgemenge geworden Die beiden Bauern bewarfen sich mit Äpfeln und schütteten Körbe mit Eiern und Getreidesäcke aus Die Leute hinter ihnen schrien und schimpften Ein Pferd scheute und galoppierte davon Von irgendwo kamen Soldaten gerannt, die mit kurzen Schwertern drohend durch die Luft schwenkten und Befehle brüllten Plötzlich war Anselm neben ihnen, der einen der Wachsoldaten zur Seite zog und wild gestikulierte Der Mann nickte und blickte besorgt auf den prächtigen Reisewagen, in dem Otto schlief Er winkte die Soldaten zu sich, die von den zappelnden Bauern abließen Und sich schützend um Ottos Wagen postierten Mechelt konnte nicht erkennen, was weiter geschah Doch einen Augenblick später forderten Anselm und der Mann der Stadtwache Die Wagen durch Handzeichen auf, weiterzufahren Langsam setzte sich der Zug in Richtung der offenen Wiesen in Bewegung Anscheinend waren sie angewiesen worden, ihre Zelte vor der Stadt aufzuschlagen Nur Ottos Reisewagen blieb zurück Er stand mit dem schlafenden Otto darin, neben den sich immer noch wild beschimpfenden Bauern Anselm stand auf einmal neben Mechthild und griff nach ihren Zügeln Behutsam lenkte er das Pferd durch das Hahnentor Die Ritter Dietrich und Bernhard kamen auf ihren Pferden heran und gesellten sich zu ihr Langsam führte Anselm ihr Pferd durch die Menge und die beiden Ritter folgten nahe hinter ihnen Die Stadt vor ihnen wirkte auf Mechthild wie ein graues und braunes Meer aus Steinen, Stroh und Sonnenlicht Sie klammerte sich mit klopfendem Herzen an den Hals des Pferdes Erst als sie sich in einer Seitengasse befand, blieb Anselm stehen Ehe sie ein Wort wechseln konnten, kam Marthas Proviantwagen heran Anselm winkte dem Wagen zu ihnen zu kommen Als Martha und Frieda sie erreicht hatten, nickte Anselm zufrieden Als er sprach, klang seine Stimme erschöpft Ich musste schnell handeln Die Torwache sagte, dass der Palast des Erzbischofs überfüllt sei mit Gästen Sämtliche Reichsfürsten haben sich dort eingenistet Sie erwarten ungeduldig Ottos Ankunft Doch für seine Ritter und Soldaten ist dort kein Platz Der Tross soll vor Köln lagern Otto selbst werde ich so schnell wie möglich zum Palast bringen Er hielt inne Und Mechthild dachte daran, wie Ottos Reisewagen einsam und unerkannt zwischen den Bauern und dem Gemüse gestanden hatte Sie musste lächeln Anselm sah sie eindringlich an und erklärte, ohne sie dabei aus den Augen zu lassen Ich kann euch daher nicht zu dem Haus mit dem bunten Giebel begleiten Die edlen Ritter hier werden das tun Und da mit dem Anstand Genüge getan ist, kommt Frieda mit Sie ist schmächtig und passt noch auf meine brave Stute Martha und der Proviantwagen folgen mir zum Palast Wer weiß, ob wir dort unterkommen können Ich befürchte, dass wir ebenfalls vor der Stadt lagern müssen Später suche ich euch am Heumarkt auf So ist alles geregelt Mechthild starrte ihn verblüfft an Er hatte wirklich wieder alles wunderbar geplant Es würde nun kein herzliches Willkommen am Heumarkt mit Anselm an ihrer Seite geben Denn er war mit der großen Politik beschäftigt Und es war ja auch nie die Rede davon gewesen, dass er sie bis nach Hause bringen sollte Unzufrieden biss sie auf ihre Unterlippe Sie hatte ihn gar nicht nötig und würde es auch allein schaffen Anselm zupfte sie plötzlich am Ärmel und machte Anstalten ihr vom Pferd zu helfen Verwundert nahm sie seinen angebotenen Arm und sprang hinunter Bernhard verzog spöttisch sein Gesicht und Anselm führte Mechthild verlegen ein Stück zur Seite Als sie außer Hörweite waren, blickte er auf seine schmutzigen Stiefel und blies sich mit nervösen kleinen Pustern seine Strähnen aus dem Gesicht Mechthild blickte sich um und bemerkte, wie Martha sich flüsternd zufriede beugte und ihr einen kleinen Proviantbeutel reichte, den diese am Gürtel befestigte Die beiden Ritter starrten betont gleichgültig in die Sonne Niemand schien sich um sie zu kümmern Gespannt wartete Mechthild darauf, was Anselm nun tun würde Würde er sie an sich ziehen und ihr einen Abschiedskuss geben? Würde er sich wortreich bei ihr für seinen hastigen Aufbruch zum Palast des Erzbischofs entschuldigen? Würde er ihr kluge und vernünftige Ratschläge für ihren Ritt zum Heumarkt erteilen? Nach einer Weile sah er auf, stotterte ein paar Mal Ich denke, ich möchte Dann schüttelte er verärgert über sich selbst den Kopf Armer Kerl, dachte sie amüsiert Sonst hält er belehrende Reden über die Lage im Reich Und nun fehlten ihm offensichtlich die Worte Die Ritter sahen nun doch unruhig zu ihnen herüber Und die Pferde scharrten mit den Hufen auf dem staubigen Lehmboden Es war fast nicht auszuhalten Sie musste unbedingt etwas unternehmen Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und hauchte ihm einen Kuss auf die Wange Kaum hörbar wisperte sie einen Segensspruch, der ihn vor Unheil bewahren sollte Anselms Handrücken fuhr erschrocken an die von ihren Lippen berührte Stelle Er blickte hastig zu Bernhard und Dietrich, die sich grinsend abwandten Wenn er es wagt, den Kuss abzuwischen, dann schlage ich ihn, dachte Mechthild und ließ ihn nicht aus den Augen Doch er presste seine Hand auf die Wange, als wolle er ihren Kuss eindrücken Sie lächelte zufrieden Wäre sie eine Edeldame und eher ein Ritter Dann würde sie ihren Ärmel abtrennen und er würde ihn auf sein Schild nageln, bevor er in den Kampf ritt Sie hatte noch nicht einmal einen Blumenkranz, den sie ihm auf minnigliche Weise überreichen konnte Es wäre so ein romantischer Abschied, wenn er etwas von ihr erhalten würde Ganz nach den Regeln der ritterlichen Minne Das Geräusch seiner Stiefel auf dem harten Lehm schreckte sie hoch Er ging ohne ein weiteres Wort zum Proviantwagen hinüber, half Frieda herunter, setzte sich neben Martha und schüttelte die Zügel Er vollführte ein umständliches Wendemanöver in der engen Gasse Dann entfernte sich der Wagen mit knarrenden Rädern Juni 1198 in Köln Die Glocken von Sankt Aposteln begannen dumpf und monoton zu schlagen Sie dröhnten und heilten in Mechthilds Kopf Ein lähmendes Gefühl ergriff von ihr Besitz Vielleicht gab es gar kein Haus mit bunten Giebeln am Heumarkt Alle waren längst tot und es gab keinen Ort in Köln, wo sie hingehörte Sie lehnte mit geschlossenen Augen an einer Hauswand und atmete die stickige Luft ein Köln erschien ihr auf einmal viel weniger verlockend als in ihrer Erinnerung Anselms Pferd wierte leise neben ihr und erinnerte sie daran, dass zwei Ritter und eine junge Magd auf sie warteten Widerwillig öffnete sie die Augen und bemühte sich in ihren Erinnerungen den Weg zum Heumarkt zu finden Aber da waren nur undurchdringliche Schleier Sie nahm die Zügel der Stute und führte sie zu Frieda hinüber Nachdem die junge Magd auf das Pferd geklettert war, schwang sie sich hinter ihr hinauf und schnalzte mit der Zunge Neben ihr setzten sich die Pferde der Ritter in Bewegung Sie mussten mühsam ihren Weg zur Rheinvorstadt erfragen und kamen nur langsam voran Der Heumarkt kam ihr völlig unbekannt vor Es gab dort allerdings tatsächlich ein auffallend großes Haus mit einem reich verzierten Giebel Er thronte wie ein aufdringlicher Fremdkörper auf dem mehrstöckigen Steinhaus mit den vielen aneinandergereihten hohen Bogenfenstern Die großen Fenster der unteren Stockwerke hatten braune und grüne Butzenscheiben aus Glas Die kleineren Fenster darüber waren nur mit gefetteten Häuten bespannt Hatten Holzläden, hinter denen sich wahrscheinlich die Schlafkammern befanden Mechthild hatte nur eine nebelhafte Vorstellung, wie es dahinter aussah Dabei hatte sie sich doch an alles so klar erinnert Mechthild stand am anderen Ende des Platzes und reckte den Hals Die vielen Reiter und Wagen nahmen ihr immer wieder die Sicht Sie konnte sich nicht vorstellen, dass sie jemals diesen Platz überquert und sich die große, geschnitzte Flügeltür für sie geöffnet hatte Ein kribbeliges Unbehagen packte sie Vielleicht hatte sie das Silber im Saum gestohlen, war fortgelaufen und würde nun dafür büßen müssen Sie entschied, dass Frieda allein ins Haus gehen und sich erst einmal umhören sollte Sie wandte sich mit freundlicher Stimme zu Frieda um Geh bitte vor, das erregt weniger Aufsehen Siehst du das Tor neben der Treppe? Dort gehen in wohlhabenden Häusern die Knechte und Mägde in den Hof Von dort kommst du bestimmt in die Küche Sie half Frieda vom Pferd und diese spähte ängstlich zum Haus Kleinlaut fragte sie Und was soll ich dort sagen? Nach kurzem Zögern nahm Mechthild ihre silberne Spange vom Gürtel Du fragst, ob jemand im Hause diese Spange verloren hat Erkläre ihnen, du hättest sie soeben auf dem Heumarkt gefunden Nachdenklich fuhr sie mit ihren Fingern über die ineinander verschlungenen Schlangen Jeder würde sie sofort als Mechthilds Spange erkennen In der Küche würden sie wissen, ob eine Mechthild im Haus willkommen war Wenn sie die Spange erkennen, sollen sie dir sagen, wem sie gehört Hör gut hin, was sie über die Besitzerin sagen Und nun schau nicht so ängstlich, sie werden dich nicht fressen Beruhigte Mechthild sie Dabei war sie selbst nicht davon überzeugt Frieda überquerte langsam und zögernd den Platz Sie sah sich immer wieder unsicher nach Mechthild um Diese nickte ihr zu und wedelte aufmunternd mit der Hand Als Frieda am Haus war, wurden ihre Schritte noch langsamer Ein großer Mann eilte plötzlich aus dem Tor und hätte Frieda fast umgerannt Ohne anzuhalten lief er zu einer Gruppe Wartender und schwang sich auf ein Pferd Bernhard begann mit einer jungen Magd zu scherzen, die mit Körben beladen dahergekommen war und ihn bewundernd anlächelte Mechthild war so ungeduldig, dass sie ein Stück weiter nach vorn ritt und versuchte, zwischen den vielen Menschen hindurch etwas zu erkennen Dietrich und Bernhard blieben zurück und alberten mit der Magd herum, deren Körbe nun neben den Pferden standen Mechthild ließ das Tor nicht aus den Augen Es schien eine Ewigkeit zu vergehen, bis Frieda sich wieder dort zeigte Doch dann kam sie mit hochrotem Gesicht auf sie zugerannt Als sie vor ihr stand, keuchte sie atemlos Ihr müsst fliehen Die Alte hat es in den Runen gelesen Sie sagt, die Tochter des Hauses befinde sich in Gefahr Ein Löwe streckt seine Krallen nach ihr aus und ein Drache Oder war es umgekehrt? Oh, er kommt, wir müssen hier weg Wovon sprichst du? Welcher Alte? Hast du etwas über den Herrn des Hauses erfahren? Wie heißt er? Ist er mein Vater? Frieda wollte nicht reden Sie hatte offensichtlich große Angst und blickte über ihre Schulter zum Tor des Hauses zurück Als würde sie von dort einen Drachen erwarten Mechthild folgte ihrem Blick und sah einen Mann mit langen Locken, der aus dem Haus gerannt kam Mechthild stieß einen überraschten kleinen Schrei aus und schlug sich erschrocken die Hände vor den Mund Der Mann mit den braunen Locken war ohne Zweifel Gottfried von der Heide Was hatte er in diesem Haus zu suchen? War er noch immer auf der Suche nach ihr? Hatte er sie bereits erwartet? Ehe sie entscheiden konnte, was zu tun sei, kam er über den Platz gelaufen Er schien sie noch nicht entdeckt zu haben Seine Augen waren auf die beiden Ritter gerichtet, die etwas entfernt mit der jungen Magd scherzten Gottfried brüllte Bernhard, Dietrich! Gott sei Dank, ihr habt ausgeruhte Pferde! Ihr müsst mir helfen, sie zu verfolgen! Schnell, überlasst mir ein Pferd! Mechthild beobachtete, wie er auf die beiden erstaunten Ritter zueilte und aufgeregt mit den Händen fuchtelte Ein großes Fuhrwerk versperrte ihr die Sicht Es kam zum Stehen und verbarg die Geschehnisse hinter seiner schmutzigen Plane Ihre Gedanken rasten Was hatte Frieda gesagt? Sie sollte vor einem Löwen fliehen? Es war eine Warnung gewesen Hastig zog sie die totenblasse Frieda hinter sich auf das Pferd Die schlang sofort zitternd die Arme um Mechthilds Körper und klammerte sich an sie Ohne sich noch einmal umzublicken, ritten sie eilig über den Platz Während des Ritts beruhigte Frieda sich etwas Sie hörte damit auf, sich ständig nach möglichen Verfolgern umzusehen Mechthild spürte, wie sie den Griff um ihren Körper lockerte Sie ist weg! Ich habe sie verloren! Oh nein, was werdet ihr jetzt mit mir machen? Fragte sie ängstlich und krümmte sich, als ob ihr schlecht wäre Was ist weg? Fragte Mechthild irritiert Sie ließ die Stute noch langsamer gehen und blickte sich um Frieda rief Na, eure Gürtelspange Sie schickten mich aus der Küche ins Kontor, um sie dem Herrn des Hauses zu zeigen Da hatte ich sie noch in der Hand Als ich ihn dort in seinem Blut liegen sah, habe ich geschrien und bin hinausgelaufen Was? rief Mechthild und brachte das Pferd zum Stehen Sie löste sich aus Friedas Griff und sprang vom Pferd Aufgeregt griff sie nach Friedas Arm und schüttelte sie Was hast du da gesagt? Wer lag in seinem Blut? So rede doch! Anselms Pferd wich zur Seite und wierte empört Mechthild sah den Vater aus ihren Erinnerungen mit Blut in seinem grauen Haar da liegen Hinter den geschlossenen Lidern befanden sich ganz sicher seine grauen, klugen Augen Oh heilige Jungfrau Welcher Teufel hat mich geritten, dass ich nicht selbst hingegangen bin? Da hatte ich sie noch in der Hand, aber nun ist sie fort, jammerte Frieda und rieb sich den Arm Hör doch auf, von dieser Spange zu reden Was war mit dem Mann? Lebt er? Frieda riss ängstlich die Augen auf Ich glaube ja, weiß nicht so genau Es ging alles so schnell Plötzlich waren überall Menschen, die geschrien haben Die alte Magd, die mich hereingelassen hatte, zog mich fort Sie riet mir schnell zu verschwinden, da man sonst mich für die Täterin halten würde Und dann bist du auf den Platz gelaufen? Nein, die alte zog mich in eine dunkle Kammer Ich dachte nun, würde ich vor meinen Schöpfer gerufen werden Aber sie wollte mich gar nicht verzaubern Dort muss ich die Spange verloren haben Und dann hat die alte dir die seltsame Botschaft zugeflüstert? Das mit den Löwenkrallen? Was hat sie genau gesagt? Ich habe es vergessen Es war irgendetwas mit Löwen und Drachen Frieda kratzte sich beschämt Die Stute schnaufte und warf den Kopf hin und her Sie traut sich noch nicht einmal, mir in die Augen zu sehen, dachte Mechthild Sie musste versuchen, sie zu beruhigen, sonst würde sie nichts aus Frieda herausbringen Es wird dir später gewiss noch einfallen Frieda begann zu zittern und Tränen liefen ihr über das Gesicht Mechthild sah sie an und hatte plötzlich Mitleid Sie überlegte, ob Frieda schon 14 Jahre alt war Auf jeden Fall war sie selbst mindestens vier oder fünf Jahre älter Martha würde erwarten, dass sie gut auf Frieda Acht gab Sie stieg wieder vor Frieda aufs Pferd und sagte etwas freundlicher Ich suche uns einen sicheren Ort, wo Ritter Gottfried uns nicht finden kann Und wenn er meinen Vater niedergeschlagen hat, so bewahre ihn Gott Die Suche nach einem sicheren Ort erwies sich jedoch als schwierig Erst nachdem sie den Heumarkt und den alten römischen Stadtteil weit hinter sich gelassen hatten Und Mechthild mehrere flehende Gebete an die heilige Margareta gesandt hatte Kamen sie durch ein zerfallenes Tor der alten Stadtmauer in eine ruhigere Gegend, in der es noch unbebaute Flächen und einzelne Wiesen gab Dort erkannte Mechthild das mächtige Kloster, das vor ihnen aufragte Sankt Panther Leon war ein sicherer Ort, ganz bestimmt Der heiligen Margareta sei Dank Dann erinnerte sie sich plötzlich, dass es unter den Mönchen im Kloster berühmte Goldschmiede, Metallhandwerker und Buchmaler gab Und hier war auch die Krone gefertigt worden, um die sich die Welfen und Staufer nun zankten Sie hatte das Kloster Sankt Panther Leon viele Male besucht, das wusste sie nun ganz genau Seine Werkstätten, Reliquien, Schreine und Altäre hatten sie immer beeindruckt Und in schweren Zeiten hatte sie hier Zuflucht gesucht Sie erinnerte sich an zwei große, bronzene Kerzenhalter, die einen Altar in einer Seitenkapelle schmückten Dort war das Grab der Kaiserin Theophanou Die schweren Kerzenhalter mit den Löwenfüßen waren ihr immer so friedvoll und verlässlich vorgekommen An dieses Gefühl konnte sie sich gut erinnern Dort würde sie sich sicher fühlen In St. Pantaleon wurde fleißig gearbeitet Mechzelt konnte schon von weitem das Hämmern der Meißel hören Als sie näher kamen, sahen sie, dass im Vorhof des Klosters eifrig an neuen Kapitellen, Säulen und Figuren gearbeitet wurde Als sie die Stute im Stall des Gästehauses untergebracht hatten, blieben sie einen Moment stehen und sahen einem Meister bei der Arbeit zu Er schlug mit sicheren und gleichmäßigen Schlägen große Blätter und Ranken in den Kalkstein Seid ihr Gäste des Klosters? fragte er zwischen zwei Schlägen Mechzelt gab einen unbestimmten Laut von sich Der Mann hörte auf zu klopfen und sah sie neugierig an Wir wollen hier beten Warum nur Pflanzen? Gelingen euch die Tiere nicht so gut? Oder sind sie unerwünscht? Wo habt ihr eure Augen? Könnt ihr nicht erkennen, dass sich hier ein Drachenschwanz schlängelt und dort eine Schlange herausschaut? Er wies gekränkt auf die Stellen im Stein Oh, das ist wirklich geschickt Ja, jetzt sehe ich es auch Der Meister grunzte zufrieden und fuhr mit seiner Arbeit fort Sie ließen sich von einem abwesend wirkenden Mönch den Weg zur Kapelle der Kaiserin zeigen Es war dort angenehm ruhig und kühl Wie aus weiter Ferne klang das Hämmern zu ihnen herüber Mechthild ging langsam am steinernen Grab der Kaiserin vorbei und stellte sich vor den Altar Die bronzenen Kerzenhalter waren viel kleiner als in ihrer Erinnerung Sie waren lange nicht geputzt worden Und in den Rillen der Löwenpfoten hatte sich Staub gesammelt Über Löwen und Ottern wirst du gehen Und junge Löwen und Drachen niedertreten Sagte Frieda in die Stille des Raumes hinein Ein dumpfes Echo kam von den Wänden zurück Mechthild zuckte erschrocken zusammen Und wandte sich verärgert nach ihr um Frieda starrte auf ein goldenes Tablett mit heiligen Geräten für liturgische Handlungen Dort hockte ein goldener Löwe und trat zwei Drachen nieder Ein dritter ringelte sich hinter seinem Rücken hoch und bildete einen Griff Das hat sie gesagt, die Alte, erklärte Frieda und machte ein zufriedenes Gesicht Es ist aus einem Psalm Mechthild versuchte sich zu erinnern, welcher es war Denn der Herr ist deine Zuversicht Der Höchste ist deine Zuflucht Überlegte sie laut Wozu wird es benutzt? Unterbrach Frieda sie Wie benutzt? Na, das Löwending da Ach, das ist eine Aquamanile Man benötigt sie zum Händewaschen Durch das fehlende Ohr wird das Wasser gegossen Erklärte Mechthild ungeduldig Ich finde es wunderschön Ist es wertvoll? Fragte Frieda träumerisch und fuhr dem kleinen Löwen liebevoll über den Rücken Das Tablett dürfte hier gar nicht stehen Ein Mönch muss vergessen haben, es vorzuräumen Der wird ordentlich Ärger bekommen Wir müssen ihm Bescheid sagen Sagte Frieda besorgt Mechthild überhörte die letzte Bemerkung Und schob einen großen Wandteppich zurück Dahinter befand sich ein versteckter Raum Mit einer kleinen Bank vor einem Gekreuzigten Hier hatte sie sich schon öfter zurückgezogen Und nie war jemand gekommen Es gab nur einen kleinen Spalt in der Mauer Durch den genug Licht hereinkam Um die Staubschicht auf den verblichenen Samtkissen Und die Spinnenweben an den Wänden zu zeigen Selbst um die ausgestreckten dünnen Arme des Gekreuzigten Hatten sich Spinnenfäden gewickelt Es war ein gutes Versteck Mechthild setzte sich auf eins der staubigen Kissen Frieda setzte sich neben sie Und nahm Marthas Beutel von ihrem Gürtel Umständlich knotete sie ihn auf Und holte zwei kleine Haferkuchen heraus Sie waren fettig und süß Und weckten Erinnerungen an Martha Sie schlangen ihren Kuchen hinunter Und wischten sich zufrieden seufzend Die fettigen Hände an ihren Kleidern ab Mechthild schielte Fragen zu dem Gekreuzigten Vielleicht war es sündhaft hier Haferkuchen zu essen Irgendwie sah sein schmales Gesicht jetzt noch kummervoller aus Sie hoffte, dass er mit Hungrigen und Verfolgten ein Nachsehen haben würde Ich muss mal Ganz dringend Jammerte Frieda und sprang auf Gerade jetzt? Ich halte es schon den ganzen Morgen zurück Geh auf die Latrine im Gästehaus Aber komm schnell zurück Und sprich mit niemandem Hast du verstanden? Frieda rannte hinaus Der Wandteppich geriet dabei ins Pendeln Und graue Staubflocken wurden herumgewirbelt Von irgendwoher war liturgischer Gesang zu hören Einzelne Worte wohlklingender Stimmen Deum nostre patris Halleluja Mechthilds Atemzüge wurden immer gleichmäßiger Und ihre Augen immer kleiner Dann schlief sie ein Anselm ahnte zur selben Zeit nichts von Mechthilds aufregenden Erlebnissen Er wartete ungeduldig im Vorzimmer des Erzbischofs Es war ein kahler, muffiger Raum Und durch die grünen Butzenscheiben am Fenster fiel kaum Licht Anselm hockte auf dem kühlen Fliesenboden Und betrachtete mürrisch die vielen kleinen Wappen des Erzbischofs von Köln Die auf jeder Fliese prunkten Nur ein niederer Gast musste im Vorzimmer warten Währends der Herr des Hauses speiste Anselm wurde hier wieder einmal daran erinnert Dass er nur ein unfreier Ministeriale war Die Mahlzeit des Erzbischofs Adolf von Köln Dauerte nun schon zwei Stunden Immer wieder wurden appetitlich duftende Platten hineingetragen Gefüllte Fasane Fakelköpfe mit Äpfeln in der Schnauze Und Barsch im Honigmantel Anselms Magen begann laut zu knurren Er hatte seit gestern Nacht nichts mehr gegessen Und in den letzten Tagen sehr hart gearbeitet Dabei hatte er den einzig möglichen Kompromiss zwischen den Interessen des zukünftigen Königs Otto IV. Und des Erzbischofs von Köln ersonnen Otto wartete in einem anderen Teil des Palastes auf Antwort Er vertraut mir und hält es nicht für nötig, sich um die Kleinigkeiten selbst zu kümmern Dachte Anselm zufrieden Wahrscheinlich wollte der Erzbischof beim Schlemmen noch gewieftere Schachzüge ersinnen Dabei war längst klar, dass er ihm in allen Punkten nachgeben würde Vor dem Essen erzurnte ihn die Frage um das Eigengut zu Saalfeld Nach dem Essen würde es sicher der Zoll in Kaisers Wert sein Anselm blickte unzufrieden auf den Packen Pergamente, der neben ihm auf den Fliesen lag Er würde den Erzbischof mit dem Versprechen ködern, dass die Güter an der oberen Mosel wieder in seine Hände fallen würden Der Erzbischof würde seiner Gier nachgeben und die Verhandlungen würden endlich abgeschlossen werden Vorhin hatte der Erzbischof mit seiner edelsteingeschmückten Hand fordernd gegen Anselms Wange geklopft Anselm hatte das Gefühl gehabt, er würde noch mehr aus ihm herausklopfen wollen Als wäre es nicht genug entgegenkommen gewesen, ihm die Zerstörung der Burg Bärenstein zu gestatten Ein hochnäsiger Diener kam leise herein Er stellte eine Platte mit abgenagten Knochen, zerkrümelten Brotresten und einem schmierigen Weinkelch vor Anselm auf die Fliesen Es schepperte unangenehm Der Herr nimmt seinen Mittagsschlaf Er schickt dies in seiner Großzügigkeit, sagte der Diener und verschwand genauso lautlos, wie er gekommen war Anselm griff nach einer halbgegessenen Hühnchenkeule und seufzte Er bekam die Reste, als wäre er nur ein Sänger oder Spielmann Er wünschte dem Erzbischof schwere Träume und biss in die Keule Dann blickte er schlecht gelaunt in den Weinkrug Auf einer winzigen Pfütze schwammen Fettaugen und Krümel Die Träume des Erzbischofs sollten von schwarzen Teufeln belagert sein, dachte Anselm wütend Der arrogante Kerl sollte Sodbrennen und Bauchgrimmen bekommen Mechtel träumte, dass sie einen Packen Seide prüfte und den Wert abschätzte Da wurde unsanft an ihr gerüttelt Der moosgrüne Mantel rutschte ihr von der Schulter und ihr Arm wurde gepackt Sie brauchte einen Moment, bis sie zu sich kam Ihre Gedanken kreisten immer noch um die Verarbeitung von Rohseide Sie blinzelte müde Da erkannte sie den Mann Erschrocken setzte sie sich auf und griff nach ihrem Mantel Gunther, Gottfrieds Schattenmann Er verstärkte seinen Griff und zog sie brutal hoch Nochmal entwisch dir nicht Er brüllte so laut, dass es bis in den Klosterhof zu hören sein musste Von dort kam nur gleichmäßiges Klopfen und Hämmern herüber Hinter ihm erschien Friedas ängstliches Gesicht Ihre Lippen zitterten und sie hauchte Ich habe euch nicht verraten Der hämmernde Meister draußen am Kalksanstein war es Gunther schüttelte Mechthild im Rhythmus seiner abgehackten Sätze Da suche ich ganz Köln ab und sie schläft selig in der Kapelle Wie ein unschuldiges Lämmchen Dabei ist sie davongelaufen wie eine Diebin Er hörte auf, sie durchzuschütteln und schubste sie zum Wandteppich Sie versuchte zu begreifen, was seine Worte zu bedeuten hatten Was wusste dieser widerliche Kerl? Wusste er etwas von dem Silber in ihrem Saum? Was es auch war, sie würde nicht mitkommen Zumindest würde sie es ihm nicht so einfach machen Sie ließ ihren Mantel fallen und versuchte sich aus Gunthers hartem Griff zu wenden Ihre Hilflosigkeit machte sie wütend Sie trat nach ihm und rief zornig Lass mich los! Wovon redest du überhaupt? Er lachte über ihre kläglichen Versuche, sich zu wehren und sagte spöttisch Das wisst ihr ganz genau, meine Schöne Gunther kam ganz nah heran und zeigte seine schwarzen Zahnstümpfe Dann hob er plötzlich den staubigen Wandteppich und drängte sie hinaus Frieda beachtete er nicht Bevor der Teppich herunterfiel, drehte sich Mechthild kurz nach ihr um Und machte ihr heimlich ein Zeichen Frieda wusste nicht, was Mechthild wollte Und zuckte hilflos mit der Schulter Mechthild machte noch eine Geste mit der flachen Hand Da verstand Frieda, dass sie zurückbleiben sollte Unglücklich blickte sie zu dem traurigen Gekreuzigten an der Wand Doch der gab ihr auch keinen Hinweis darauf, was sie jetzt tun sollte Hilflos setzte sie sich auf das verschlissene Samtkissen Sie konnte noch Mechthilds Körperwärme fühlen Da blitzte etwas vor ihren Füßen auf Und sie bückte sich danach Es war die verlorene Gürtelspange Sie drehte die hübsche, silberne Spange nachdenklich zwischen ihren Fingern Offensichtlich hatte sich die Spange zwischen Marters Proviantbeutel und dem Gürtel verfangen Und war beim Lösen des Beutels unbemerkt heruntergefallen Hastig steckte sie die Spange in den Beutel Und knotete ihn sorgsam zu Sie bückte sich nach Mechthilds grünem Mantel Und legte ihn sich ebenso sorgsam über den Arm Gedankenverloren strich sie über den flauschigen Wollstoff Ob sie jemals die Spange und den Mantel zurückgeben konnte Was würde Martha dazu sagen, dass Dame Mechthild von einem grimmigen Mann weggeschleppt worden war Hoffentlich schimpfte sie nicht mit ihr Es war doch nicht ihre Schuld gewesen Als sie beim Hinausgehen an dem goldenen Tablett vorbeikam Fuhr sie dem goldenen Löwen noch einmal mit den Fingerkuppen über seine gelockte Mähne Sein arrogantes Lächeln wirkte plötzlich sehr lebendig Warum hast du nicht gebrüllt? Hättest du sie nicht wecken können? Tadelte sie ihn ernst Der Löwe schien noch ein bisschen mehr zu lächeln Und Frieda verließ schnell die Kapelle Als Anselm erschöpft aus dem hohen Portal des erzbischöflichen Palastes trat Dachte er zum ersten Mal wieder an Mechthild Vorher hatte er keinen Augenblick Zeit dazu gehabt Was für ein ereignisreicher Vormittag Nach seinem üppigen Mahl und dem kleinen Nickerchen war der Erzbischof in aufgeräumter Stimmung gewesen Vielleicht war er auch noch ein wenig schläfrig gewesen Es war unwichtig, wieso es plötzlich alles ganz schnell gegangen war Wichtig war nur, dass es vollbracht war Sobald die Zustimmung in allen Punkten erreicht war, war Anselm durch den Palast gelaufen und hatte Otto die gute Neuigkeit überbracht Der hatte keinen Moment gezögert und in der ganzen Stadt Boten ausgesandt, um die wartenden Reichsfürsten zusammenzurufen Die hohen Herren waren unverzüglich herbeigeeilt Und Anselm war sich sicher, dass die Aussicht auf das Silber aus England die Sache erheblich beschleunigt hatte Trotz der Eile hatte es noch eine volle Stunde gedauert Dann waren alle im großen Saal des Palastes versammelt Nachdem der Erzbischof erklärt hatte, dass er bereit sei, Otto in Aachen zum König zu krönen Konnte die Wahl Ottos durch die anwesenden Reichsfürsten erfolgen Es war ein eindrucksvoller Moment Die wichtigsten Männer des Reiches hatten sich nacheinander mit andächtig ernsten Gesichtern über das Pergament gebeugt Und ihr Siegel in das weiche Wachs gedrückt Niemand wagte die bedeutungsschwere Stille durch ein Wort zu zerstören Ein würdiger Augenblick, der Anselm mit Stolz und Freude erfüllte Nun lief er eilig die schmalen Stufen des Palastes hinunter Und fragte sich bei jeder Stufe, was Mechthild wohl gerade tat Sicher saß sie bereits im Kontor ihres Vaters und plante große Geschäfte Vor seinen Augen tauchte eine junge blonde Frau auf, die sich auf die Unterlippe Biss und Zahlenreihen schrieb Er fuhr sich selbstvergessen über die Wange, wo ihre Lippen ihn berührt hatten Beinahe wäre er über die letzte Stufe gestolpert Es musste an der unerträglichen Hitze liegen Das war kein Juni-Wetter, selbst am Rhein war diese stechende Sonne im Frühling ungewöhnlich In Braunschweig wäre sie undenkbar gewesen Die Schwüle flimmerte über dem Hof und beim Überqueren schien es ihm, als müsse er die dicke Luft durchschneiden Bei den Stellen des Erzbischofs klopfte er dem geliehenen Pferd zur Begrüßung auf den Hals Und warf dem Stalljungen einen verbogenen Blechpfennig zu Einer der Ritter war heute Morgen so freundlich gewesen, ihm sein Pferd zu leihen Das Saufgelage der Ritter im Zeltlager vor der Stadt musste warten Während Otto vom Erzbischof ein festliches Essen aufgetischt bekam, bei dem nur die ehrwürdigsten Vertreter geladen waren, würden die anderen Ritter Ottos Wahl heute Nacht kräftig mit Wein begießen Doch für ihn würde die Freude erst vollständig sein, wenn er Mechthild vorher gesprochen hatte Er musste wissen, ob es ihr gut ging Am Heumarkt kam bereits der kräftige Wind auf, der einem Gewitter vorausging Anselm ritt die lange Reihe der großen Steinhäuser ab und blieb unschlüssig vor dem Haus mit dem seltsamen bunten Holzgiebel stehen Er legte den Kopf in den Nacken und betrachtete den Giebel Grüne Blätter rankten sich darüber, rote Echsen schauten hervor und eine gelbe Grimasse grinste herunter Die abwechselnd braunen und grünen Butzenscheiben gefielen ihm schon besser Er lenkte das Pferd in den Innenhof und führte es in den Stall, um es anzubinden Es war kein Mensch zu sehen und die unheimliche Stille beunruhigte ihn Er öffnete die angelehnte Tür zur Küche und spähte in einen dunklen, mit Holzdielen bedeckten Flur Die gedrückte Stimmung schien in allen Ecken zu lauern Vielleicht hätte er vorher ein Badehaus aufsuchen sollen, sein müder Kopf schien ihm einen Streich zu spielen In der Ferne grummelte das heranziehende Gewitter Endlich waren Schritte zu hören Eine schrumpelige alte Magd mit einer gebogenen Nase schlurfte den Flur entlang auf ihn zu Sie mümmelte vor sich hin und schien Selbstgespräche zu führen Anselm war sich sicher, dass sie eine Hexe war und Zaubersprüche her sagte Er nahm seinen ganzen Mut zusammen und fragte mit Forscherstimme Was geht hier vor sich? Sind die Herrschaften nicht zu Hause? Die Alte legte den Kopf schief und zischte Der Herr hat eine Kopfverletzung und der Arzt ist bei ihm Niemand kann ihn jetzt stören Der Herr? Der alte Kaufmann? Rudolf Kleingedank! Was dachtet ihr, wo ihr seid? Sie schnaufte empört Ist seine Tochter bei ihm? Kann ich sie sehen? Die Alte wich zurück und starrte ihn an, als sei er ein Geist Was ist los? Ist Mechthild bei ihm? Fragte er besorgt Mechthild war doch eine Kleingedank Oder hatte sie sich in dem Haus geirrt? Sie musterte ihn aus zusammengekniffenen Augen Ihr prüfender Blick jagte ihm eine Gänsehaut über den Rücken Es grollte über ihnen Es schien eine Ewigkeit zu vergehen, bis sie zögernd sagte Ich denke, der Herr sollte mit euch sprechen Ihr seid der Mann, auf den ich gewartet habe Sie winkte ihm, ihr zu folgen Es gefiel ihm gar nicht, dass er der Mann war, auf den sie gewartet hatte Er folgte ihr die knarrende Treppe hinauf Es waren sehr viele Stufen, bis sie die Schlafkammer des Kaufmanns erreichten Die alte Magd schob ihn einfach durch die Tür, schloss sie leise und verschwand Es war ein beeindruckendes Zimmer Es gab keinen Kamin und keinen Gegenstand, der verspielt oder überflüssig wirkte Keine Bilder, Wandteppiche oder Spiegel Das einzig Schmückende war das Holzmodell eines Rheinschiffs, das von der Decke hing Durch die matten Tierhäute an den Fenstern fiel weiches Licht auf eine schlichte Truhe und ein kastenförmiges Bett in der Mitte Der Kaufmann lag ausgestreckt auf grauen Fellen Selbst im Liegen wirkte er groß und hager Er hatte kurzes graues Haar und eine scharfkantige hervorstehende Nase Ein kleines Männchen beugte sich über sein blasses Gesicht und prüfte den Sitz eines großen Kopfverbandes Die kleinen Messer, Spachtel und spitzen Zangen an seinem Gürtel wiesen ihn als Arzt aus Anselm war es unangenehm, diese intime Szene zu stören Er fühlte sich wie ein Eindringling Rudolf Kleingedank hatte einen verbitterten Zug um den Mund Aus müden, grauen Augen musterte er Anselm Dann schickte er den Arzt mit einer ungeduldigen Geste aus dem Raum Kommt ihr als Freund oder Feind? Wenn die Alte euch durchgelassen hat, so müsst ihr ihr gefallen haben Sie ist sehr streng, sagte der alte Kaufmann und versuchte sich aufzurichten Anselm trat hilfsbereit ans Bett, um ihn zu stützen Er kam gleich zur Sache, da sein Gegenüber nicht wie ein Freund von vielen Worten aussah Es geht um eure Tochter Was? Um meine Tochter? Der Kerl wagt es, einen Mann mit Lösegeldforderungen zu schicken? Das ist dreist Ihr irrt euch Ich bin von niemandem geschickt worden Ich hatte am Morgen zwei Ritter gebeten, eure Tochter zu euch zu bringen Mechthild ist anscheinend nie angekommen Die Ritter waren ausgebildete Kämpfer, was kann geschehen sein? Der alte Kaufmann sah sehr verwirrt aus Mit einer fahrigen Bewegung griff er sich an den Verband Ihr gehört nicht zu seinen Männern? Von wem sprecht ihr? Zu wessen Männern soll ich gehören? Vom Lummersbacher natürlich Hat man Nachricht von ihm und dem verschwundenen Silber? Fragte Anselm erstaunt Warum sollte ich euch das sagen, junger Mann? Der alte Kaufmann runzelte misstrauisch die Augenbrauen Anselm räusperte sich und sagte, ein wenig beleidigt Ich gehöre zu Ottos Ratgebern So? Was will der Wölfe von mir? Wir fanden eine junge Frau Ein paar Tagesreisen vor Braunschweig im Schlamm Die Geschehnisse hatten ihren Kopf verwirrt Sie kann sich nicht erinnern, was im Wald geschehen ist Doch sie erinnert sich an dieses Haus Sie ist von Ottos Männern gefunden worden So spare ich die Lösegeldsumme Der Herr war gnädig Ich hätte sie in ein Kloster stecken sollen Dort wäre sie wenigstens sicher gewesen Oh nein Gott hat hingebungsvollere Dienerinnen als Mechthild Sagte Anselm ohne nachzudenken Der Kaufmann hob verwundert seine Augenbrauen Ihr scheint sie ja gut zu kennen Anselm wollte sich dazu lieber nicht äußern Er dachte an den Kuss in der Sturmnacht Und ihre zärtliche Abschiedsgeste Nach einem kurzen, peinlichen Augenblick Überging er das Thema Er kam zum Wesentlichen und fragte Warum befand sich eure Tochter dort? Habt ihr eine Erklärung dafür, was im Wald geschehen ist? Natürlich habe ich das, junger Mann Ich bin ja selbst bei dem Überfall im Wald dabei gewesen Ich war ein Gesandter der Stadt Köln Und in Begleitung meiner Tochter Mechthild Ihr wart einer der Gesandten, die wir vergeblich erwartet haben? Der Überfall hat unsere Pläne durchkreuzt Der Überfall des Kölner Verräters Ich war derjenige, der den jungen Lommersbacher beim Überfall erkannt hat Ihr müsst wissen, junger Mann Dass er bereits in Köln gegen die Übergabe des Silbers Und zu wertvoller Teile des Stadtschatzes gestimmt hatte Zornig hatte er gedroht, dass das Kölner Silber Otto nie erreichen würde Wir waren auf unserer Reise nach Braunschweig auf der Hut Doch als nichts geschah, nahmen wir an Es wären nur leere Drohungen gewesen und wurden nachlässig Wir fühlten uns sicher Und da hat der Lommersbacher zugeschlagen Viele waren es Und alle gut bewaffnet Die Knechte des Lommersbachers Sie haben die Silbersäcke schnell gefunden Und der Lommersbacher hat Mechthild seinen Mantel übergeworfen Und sie aufs Pferd gezogen Sie trug noch immer seinen Mantel, als wir sie im Wald fanden Jemand erkannte das Zeichen der Lommersbacher Der alte Kaufmann nickte, als hätte er nichts anderes erwartet Und fuhr fort Bedauerlicherweise kam ihnen der dichte Wald zu Hilfe Sie verschwanden, bevor wir uns von unserem Schrecken erholt hatten Er hatte doch nun das Silber Was wollte er da noch mit eurer Tochter? Wir nahmen an, dass der Lommersbacher sie als Sicherheit Für seine eigene Person mitgenommen hatte Eine Geisel, die er gegen seine Freiheit Oder Lösegeld einzutauschen gedachte Falls wir ihn verfolgten Sie muss ihm entwischt sein Nachdem wir die Toten begraben hatten Haben wir einen Boten nach Braunschweig geschickt Und sind nach Köln zurückgekehrt Ich habe ein Dutzend Männer losgeschickt Die Mechthild suchen sollten Ich hätte sie jedoch niemals bei Otto vermutet Ihr sagt, sie kann sich an nichts erinnern? Dann weiß sie nicht, dass ihre Tante Herat bei dem Überfall ums Leben kam Es wird ein Schock für sie sein Herat war die Schwester meiner verstorbenen Frau Auch wenn sie ständig herumstritten Sie war für Mechthild wie eine Mutter Mechthild war als kleines Mädchen sehr schwierig Oh ja, das war sie Die Stimme versagte ihm plötzlich Und er starrte ins Nichts, als würde er in eine ferne Vergangenheit blicken Anselm sagte nichts Alles über Mechthild interessierte ihn Er wünschte, der Kaufmann würde nicht aufhören, über sie zu sprechen Doch Rudolf Kleingedank wirkte plötzlich sehr erschöpft Er lehnte sich in seine Kissen zurück und wischte sich ein paar Schweißtropfen von der Stirn Genug für heute Ich bin euch anscheinend zu Dank verpflichtet Ihr werdet euren verdienten Lohn erhalten Kommt morgen wieder Nun muss ich schlafen Mein Kopf schmerzt unerträglich Aber wo ist eure Tochter? Wir müssen sie doch suchen Rief Anselm und musste sich beherrschen Denn fast hätte er den alten Mann geschüttelt Beruhigt euch Sie wird wieder einen ihrer verrückten Einfälle gehabt haben Vielleicht will sie mich mit etwas überraschen Lasst ihr die Freude Warum sollte sie so etwas tun? Mechthild war schon als Kind unberechenbar Sie hat ihren eigenen Kopf und tut immer, was sie will Ihre arme Tante hat sie damit zur Verzweiflung getrieben Ich war ein Narr und habe meine Tochter immer zu sehr verwöhnt Ihre überstürzten Handelsabschlüsse haben mich viel Geld gekostet Ständig tut sie Dinge, mit denen keiner rechnet Ich vermute, es ist ihr noch was Dringendes eingefallen Und sie wird morgen hier erscheinen Dann wird ihre Erinnerung zurückkehren Und wir werden endlich erfahren, was wirklich im Wald geschehen ist Murmelte Rudolf Kleingedank müde und schloss die Augen Anselm überlegte, ob er den alten Kleingedank noch einmal nach dem Lummersbacher und dem Silber Fragen sollte Er betrachtete das bleiche Gesicht des Kaufmanns Und entschied sich lieber sobald wie möglich bei der Stadtwache zu erkundigen An der Tür stieß er mit der alten Mark zusammen Sie schämte sich offensichtlich gar nicht, beim Lauschen ertappt worden zu sein Und flüsterte Ihr seid der Mann, den die Runen erwähnt haben Ihr findet Ritter Gottfried im Gasthof zur schwarzen Drossel Hier, nehmt lieber dies mit Finstres lässt sich nur mit Finsterem bekämpfen Wer bist du? Warst du im Wald dabei? Was hast du gesehen? Meine Gicht hielt mich in Köln zurück Aber ich lese in den Runen Die Runen sprechen zu mir Jeden Tag sprechen sie Zischte die Alte und verschwand lautlos im Dunkeln In diesem Moment wurde der Flur kurz erleuchtet Und ein gewaltiger Donner krachte über dem Haus Anselm duckte sich instinktiv Und starrte verwundert auf das kalte, glänzende Ding in seiner Hand Es war ein langer Dolch mit einem wertvollen roten Edelstein im Griff Ihm war gar nicht nach Heldentaten zumute Aber er musste unbedingt Mechthild finden Auch ohne Runen Wenn die Runen ihn erwählt hatten, umso besser Als der Donner losbrach Zuckte Mechthild ebenfalls zusammen Sie dachte, dass Gott sehr zornig sein müsse Wenn er so ein starkes Gewitter schickte Jeder Donnerschlag sprach ihr aus der Seele Und sie hätte am liebsten dazu mit dem Fuß aufgestampft Aber sie war an Händen und Füßen gefesselt So blieb ihr nichts anderes übrig Als wütend auf ihre Unterlippe zu beißen Sie beobachtete Gunther, der ihr mit einem eklig stinkenden Kräuterbier gegenüber saß Sie hatten sie mit verbundenen Augen hierher gebracht Die Gerüche und Geräusche gehörten eindeutig zu einem Wirtshaus Es roch nach Bier, Brandwein, angebrannter Fleischsuppe und fauligen Gewürzen Irgendwo unter ihr suchten die Leute im Schankraum Schutz vor dem Unwetter Man konnte sie lachen und murmeln hören Die Fensterklappe der Dachkammer war undicht und es tropfte Kleine Pfützen bildeten sich auf dem schmutzigen Stroh auf dem Boden Und fast wurde die zischende Kerze gelöscht, die im Wachs auf dem Boden klebte Gunther ließ sich weder von den dröhnenden Donnern noch von ihren zornigen Blicken aus der Ruhe bringen Er nippte zufrieden an seinem starken Kräuterbier und genoss offensichtlich seinen Fang Er schien alle Zeit der Welt zu haben Sicher würde es bei diesem Unwetter noch eine Weile dauern, bis sein Herr hier eintraf Aber er irrte sich Als sie nach dem Blitz auf den Donner warteten, wurde die Tür aufgerissen Zusammen mit dem Donner kam Gottfried von der Heide Er war völlig durchnässt und dampfte vor Feuchtigkeit Gunther sprang erschrocken auf und verkleckerte sein Bier Mechthild musste ein Schmunzeln unterdrücken Dieser Auftritt war wirklich gelungen Der Teufel persönlich könnte nicht eindrucksvoller auftreten Aber so bedrohlich sah Gottfried eigentlich gar nicht aus Er wirkte übernächtigt und fahrig Seine braunen Locken waren dem Regen zum Opfer gefallen Und seine wertvollen Kleider klebten an seinem Körper Er warf ihr nur einen kurzen Blick zu Und ließ sich seufzend auf die einzige Bank fallen Die beträchtlich unter diesem Aufprall schwankte Gunther stand fassungslos da Und das Bier tropfte von seinen Fingern Was klotzt du? Geh und hol mir was zu trinken Aber nicht das Bauerngesöff da Den guten Roten Und für sie auch Befall Gottfried mürrisch Er nahm sein Schwertgehänge ab Und legte es neben sich auf die Bank Mechthild war erstaunt, dass er sie überhaupt zur Kenntnis genommen hatte Gottfried war anscheinend gar nicht erfreut darüber, sie nun endlich gefunden zu haben Gunther hatte wohl auch mehr Dankbarkeit erwartet, denn er zog ziemlich beleidigt ab Als er fort war, entspannte sich die Stimmung Das Gewitter war weitergezogen Nur noch hin und wieder war ein schwaches Grummeln und Grollen in der Ferne zu hören Gottfried stützte sein Kinn auf beide Hände und sah sie fragend an In der Stille wirkte das gleichmäßige Tropfen vom Fensterbalken unerträglich laut Die kleine Kerze wäre fast ausgegangen, aber mühsam kämpfte sich die Flamme wieder hoch Er lehnte sich an die feuchte Wand und verschränkte die Arme vor der Brust So tropfnass wirkte er eher mitleiderregend als gefährlich Er raffte sich endlich auf und richtete müde das Wort an sie Ich habe einen anstrengenden Tag hinter mir und möchte eigentlich nur schlafen Ich bin zu müde für lange Erklärungen Ich hatte euch noch gar nicht erwartet Er stand auf und hockte sich neben sie ins Stroh Ein Messer blitzte auf und sie fuhr erschrocken zurück Aber er begann nur, ihr die Fesseln durchzuschneiden Unwillig warf er die losen Bänder ins Stroh Dabei bemerkte sie, dass er ihren kleinen Silberring mit dem Segensspruch der Lommersbacher am kleinen Finger trug Seine braunen Augen sahen sie lange an Dann sagte er mit einer rauen Stimme, die ganz langsam unter ihre Haut kroch Es ist nicht alles so gelaufen, wie es geplant war Die Dinge liegen nun anders zwischen uns Ganz anders Verzeiht Gunters Grobheiten, er wusste es nicht besser Was redete er da? Was sollte nun anders zwischen ihnen geworden sein? Mechthild sah ihn erstaunt an und versuchte, sich seine Verwandlung zu erklären Was war aus ihrem erbarmungslosen Verfolger geworden? Sie hatte alles von ihm erwartet, nur keine Ritterlichkeit Auf seine Angriffe und Verleumdungen hätte sie reagieren können Doch dieser sanfte Ton irritierte sie Sie wollte ihn gerade fragen, was das alles zu bedeuten hatte Da wurde die Tür aufgestoßen Beide drehten sich mit der Erwartung um, dort Gunther mit dem Wein stehen zu sehen Aber da stand Anselm mit einem eleganten Dolch in der Hand Gottfried sprang auf und tastete nach seinem Schwert Er zog es langsam aus der Scheide, ohne dabei seinen Gegner aus den Augen zu lassen Mechthild beobachtete alles wie aus weiter Ferne Sie stellte nüchtern fest, dass die beiden gar nicht ritterlich aussahen Beide Männer waren durchnässt und müde Die langen, feuchten Haarsträhnen hingen ihnen ins Gesicht und sie hatten Ringe unter den Augen Anselm, der Schreiberling! Und was will der mit einem Dolch? Ich kämpfe nicht gegen Tintenkleckser Schwing lieber die weibische Feder, sagte Gottfried verächtlich und steckte sein Schwert wieder zurück in die Scheide Anselm machte Mechthild ein Zeichen ihm zu folgen Gottfrieds dröhnende Stimme ließ sie zusammenzucken Oh nein, sie gehört mir Und du weißt das, Rechtsverdreher Das letzte Wort spuckte er fast aus Und er musterte sein Gegenüber so abfällig, als wäre der soeben aus einem Schweinetrog gestiegen Als Anselm schwieg, fuhr Gottfried zufrieden fort Du selbst hast den Ehevertrag für meinen Vater entworfen Soll ich deinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen? Gleich nach eurer Ankunft hast du meinem Vater den Vertrag überbringen lassen Den Ehevertrag zwischen Gottfried von der Heide und Mechthild Kleingedank In gestochenem Latein und in geschwungenen Lettern Mechthild blickte von einem der Männer zum anderen Was wurde hier gespielt? Waren alle eingeweiht, nur sie nicht? Aufgebracht rief sie Ich soll euch heiraten? Das kann nicht sein! Gottfried machte einen Schritt in ihre Richtung Hub besänftigend die Hände und erklärte ruhig Es war schon lange zwischen unseren Vätern beschlossen worden Ich selbst habe es erst vor kurzem von meinem Vater erfahren Ein geheimes Abkommen, schriftlich bestätigt und den Kindern verschwiegen Es wurde vereinbart, um die Schulden meines Vaters mit eurer Mitgift zu begleichen Und um eurer Familie einen Titel hinzuzufügen Schaut mich doch jetzt nicht so entsetzt an Ist es denn so schlimm, meine Frau zu werden? Bin ich vielleicht ein Unmensch? Nein, dachte sie benommen Nein, sicher nicht Doch er war der Mann, der vorgeschlagen hatte, dass sie in Ketten gelegt werden sollte Er hatte sie mit einem Dolch bedroht und gewaltsam hierher bringen lassen Sie würde ihm niemals vertrauen Als hätte er ihre Gedanken erraten, flüsterte er Ihr habt Angst vor mir, nicht wahr? Seit ich euch irrtümlicherweise für Marianne Lommersbacher hielt, fürchtet ihr euch vor mir Deshalb seid ihr im Goldenen Löwen vor mir davongerannt, als man euch Mechthild nannte Ihr hattet eure Hand am Schwert Ich habe selbst von der geplanten Hochzeit erst an dem Abend erfahren Dann riefen mich die Geschäfte nach Köln Und erst heute Morgen habe ich es geschafft, euren Vater aufzusuchen Und da, hastig, fiel sie ihm ins Wort Und da habt ihr ihn niedergeschlagen Ich habe gesehen, wie ihr aus dem Haus meines Vaters gerannt seid und fliehen wolltet Streitet es nicht ab Ihr seid ein Lügner, Gottfried von der Heide Ich glaube euch kein Wort Mechthild, bitte Gottfried versuchte, nach ihren Händen zu greifen Doch Anselm kam ihm zuvor Er griff nach ihrer Hand, drehte ihr gerötetes Handgelenk zwischen seinen Fingern Und sah sie verständnisvoll an Die roten Striemen erzählten ihm, was passiert war Es schien ihn ziemlich wütend zu machen Und Mechthild fuhr erschrocken zusammen, als er brüllte Was seid ihr für ein Ritter, wenn ihr eine Dame gefesselt in solch eine Umgebung bringt Wollt ihr sie entehren? Ist das euer Plan, um euch so die Mitgift zu sichern, falls ihr ihr Einverständnis zur Ehe verweigert? Sie tut gut daran, genau das zu tun Gottfried griff mit beiden Händen nach seinem Schwertgriff Ohne Anselm aus den Augen zu lassen, zog er es mit einem kräftigen Ruck heraus und zischte Das versteht ein Rechtsverdreher von solchen Dingen Verschwinde! Ich kämpfe nur gegen freie Ritter Los, ich muss dich sonst töten Wie um seine Worte zu unterstreichen, machte Gottfried einen Satz nach vorn Dabei glitt er auf dem nassen Stroh aus und stürzte zu Boden Mechthild und Anselm nutzten den Moment, um zu flüchten Sie rannten die schmale, steile Treppe hinunter Auf halbem Weg zur Schankstube rempelte Anselm den verdutzten Gunther an Nach dem Zusammenprall war Gottfrieds Gefolgsmann mit Wein übergossen Er rief ihnen die deftigsten Flüche hinterher, die Mechthild jemals gehört hatte Hand in Hand drängelten sie sich durch den überfüllten Raum Sie stießen die vor Feuchtigkeit dampfenden Leute zur Seite und schubsten im Weg stehende Bänke um Volle Krüge krachten zu Boden und verspritzten ihren Inhalt Der Wirt verfolgte sie mit erhobenen Fäusten, als Anselm die schwere Tür mit seiner Schulter aufdrückte Der Regen knallte ihnen mit so einer Heftigkeit ins Gesicht, dass Mechthild erschrocken aufschrie Mit geduckten Köpfen kämpften sie sich durch die Regenwand Vor dem bereitstehenden Pferd blieb sie zögernd stehen Anselm legte entschlossen seine Hände um ihr durchnäßtes Kleid und hob sie auf den glitschigen Sattel Sie rutschte und kreilte sich am Sattelknauf fest Plötzlich saß er hinter ihr und presste sie an sich Als er das Pferd antrieb, konnte sie seine Körperwärme durch sein nasses, dünnes Gewand spüren Sie flogen durch einen tosenden Wasserfall Der prasselnde Regen schlug vor ihnen auf die Pflastersteine Das dröhnende Rauschen feuerte sie an Los weg, los weg, los weg Mechthilds schweres Kleid klatschte gegen ihre Beine Im Nacken kribbelte Anselms warmer Atem Und sie glaubte, seinen schnellen Herzschlag zu fühlen Sie versuchte herauszufinden, wo sie sich befanden Aber der dichte Regen nahm ihr die Sicht Holzhäuser, Hütten und Ställe zogen wie ein unscharfes Geflimmer vorbei Die Hufe knallten in die Pfützen und das Wasser spritzte hoch Sie stürmten auf ein ihr völlig unbekanntes Stadttor zu Durch einen grauen Schleier sah sie die verdutzten Gesichter der Wachsoldaten, die sich vor dem Regen in eine Nische verkrochen hatten Wie nasse Eulen blinzelten sie aus den Mauersteinen hervor Das Pferd hatte Mühe, auf dem matschigen Lehmboden Halt zu finden Sie kamen jetzt langsamer voran und quälten sich einen Hügel hinauf Der heftige Regen war inzwischen zu einem ruhigen Tröpfeln geworden Als sie ein kleines Waldstück auf der Kuppe des Hügels erreichten, regnete es nur noch ganz leicht Es war ein freundliches Nieseln, das unter den Tannenzweigen und Ästen kaum zu spüren war Anselm lehnte sich zurück Sofort fühlte Mechthild die kühle Luft ihren Rücken hinaufkriechen Er rutschte aus dem Sattel und schüttelte sein Haar, wie ein Hund, der im Rhein geschwommen war Anselm sah zu ihr auf und streckte ihr auffordernd seine Arme entgegen Sie wischte sich über ihr nasses Gesicht Sie wollte in seine Arme gleiten, doch plötzlich kam ihr ein furchtbarer Gedanke Sie hielt in der Bewegung inne und starrte ihn an Einen Ehevertrag vom Rechtsverdreher entworfen Anselm hatte die ganze Zeit gewusst, dass sie Gottfried heiraten sollte Sie hatte Anselm vertraut und er hatte es ihr verschwiegen Oh, dieser Mistkerl! Zitternd vor Erregung und Kälte sprang sie vom Pferd, ballte ihre Hände zu Fäusten und begann auf Anselm einzuhämmern Er hielt seine Unterarme vor sein Gesicht und duckte sich Das Pferd wierte nervös und tänzelte zur Seite Sie prügelte auf Anselms nassen Ärmel ein und schrie Ihr habt es die ganze Zeit gewusst, Verräter, Heuchler! Anselm versuchte ihre rutschigen Handgelenke zu packen und flehte sie an Ich habe nicht gewusst, dass ihr, Mechthild, Kleingedank seid Ich kenne so viele Mechthilds und hielt es für einen Zufall Vielleicht wollte ich es auch nicht wahrhaben Vielleicht hatte ich Angst, euch zu verlieren Ich, ihr Mechthild, du bedeutest mir etwas Sie hörte auf zu schlagen Misstrauisch sah sie ihn an und sagte streng Weiter Selbst als ich im Haus eures Vaters war und den Namen Kleingedank hörte Habe ich es immer noch nicht begriffen Ich wollte es nicht verstehen Außerdem war ich so erschöpft von der vielen Arbeit die letzten Tage Die Königswahl hat meine ganze Aufmerksamkeit gekostet Und als Raimund von der Heide mich auf dem Weg nach Braunschweig bat Einen Ehevertrag für seinen Sohn aufzusetzen Da hielt ich es für einen guten Einfall Arno den Entwurf und die Abschrift zu überlassen Arno muss alles lernen, was ein Schreiber wissen muss Dazu gehören auch Eheverträge Ich war so beschäftigt, dass ich nur einen flüchtigen Blick darauf geworfen Und Arno damit zu Ritter Raimund geschickt habe Ich bin nicht darauf gekommen, dass ihr die Mechthild aus dem Vertrag seid Das ist die Wahrheit Schwört es bei Gott und allen seinen Heiligen Schwört es bei der Ehre eurer Vorfahren Ich schwöre es, so wie ihr es verlangt Erklärte er feierlich und presste die Handflächen aneinander Als wolle er einen Lehenseid leisten Sie senkte die Fäuste Dann entfernte sie sich ein Stück Und schaute den Hügel hinunter auf die Stadt Die Abendsonne schien durch die Lücken der dunklen Wolken Und schickte lange Strahlen zur Stadt hinunter Das Meer der regennassen Häuserdächer glitzerte Und von den vielen Kirchtürmen glänzte es golden Es sah wunderschön aus So mussten sich die Kreuzritter fühlen Das ewige Jerusalem zu ihren Füßen Tante Herats Lieblingszitat kam ihr in den Sinn Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen Ach, könnte sie doch sanftmütig sein Mit überkreuzten Händen rieb sie heftig an ihren nassen Ärmeln auf und ab Die Luft war nach dem Gewitter entsetzlich kalt Ihre Zähne begannen zu klappern In dem nassen Kleid würde sie sich sicher den Tod holen Sie presste die Arme fest an sich Und fühlte, wie ihre Lippen blau wurden und ihre Füße einschliefen Anselm zog seinen gefalteten Mantel zwischen Sattel und Satteldecke hervor Und kam zu ihr Er legte den klammen Mantel sorgsam um ihre Schultern Mächtet wickelte sich in den nach Mann und Tinte riechenden Mantel Und erklärte mit zittriger Stimme Ich habe meinen Mantel verloren Ich glaube, als Gottfrieds Mann mich entdeckt hat Hoffentlich hat Frida den Mantel zu Martha gebracht Können wir zu ihnen? Anselm sagte nichts Er nahm seinen Gürtel ab Zog sich sein nasses Gewand aus und wrang es zwischen seinen Händen Es kam ein Schwall Wasser heraus Die Beinlinge klebten wie eine zweite Haut an seinem Körper Er schlug das Gewandknäuel gegen einen Baum Sie beobachtete ihn beunruhigt Warum sprach er nicht mit ihr? Bereute er schon seine Worte? War er beleidigt? Sie hatte so viele Fragen Er musste einfach wieder mit ihr reden Wart ihr bei meinem Vater? Geht es ihm gut? Wie sieht er aus? Hat er von mir gesprochen? Anselm rollte sein zerknittertes Gewand auseinander Und streifte es wieder über den Kopf Er band sich ruhig den Gürtel mit den klappernden Griffeln und Wachstäfelchen um Und sagte ohne aufzublicken Rudolf Kleingedank hat graue Haare und eine große Nase Und er sucht seine Tochter Mechthild Sie hatte ihn und die Gesandtschaft aus Köln begleitet Beim Überfall hat der Lommersbacher sie auf sein Pferd gezogen Und ist mit ihr im Wald verschwunden Seitdem sucht euer Vater verzweifelt nach euch Er war erleichtert, dass ihr noch am Leben seid Mechthild starrte ihn an Anselm fuhr fort Die Kleingedanks sind eine der reichsten und angesehensten Familien der Stadt Aber es muss etwas vorgefallen sein Denn euer Vater trug einen Kopfverband Und ich sah Gottfried aus dem Haus laufen Und nahm an, dass er meinen Vater niedergeschlagen hatte Ich hatte Frieda vorgeschickt und sie kam eilig zurück und berichtete davon Ich war mir so sicher, dass er es gewesen ist Und floh ins Kloster St. Pantaleon Dort hat Gunther mich gefunden und zum Gasthof gebracht Und nun behauptet Gottfried, dass er euren Vater als dessen zukünftigen Schwiegersohn aufgesucht hat Er fand ihn in seinem Blut und wollte Hilfe holen Ich erinnere mich an seine Worte Verfolgt sie Er meinte die Täter Und ich nahm an, er wollte mich verfolgen Ich dumme Gans Nur wer hat euren Vater niedergeschlagen? Der Lommersbacher? Der Lommersbacher ist sicher längst auf dem Weg zu Philipp von Schwaben Und bringt ihm das Kölner Silber, sagte Mechthild seufzend Sie schwieg eine Zeit lang und rieb sich nachdenklich die nassen Ärmel Sie musste an den Unbekannten denken, der vor Gottfried aus dem Tor gelaufen war Anselm spürte plötzlich die große Anstrengung dieses Tages Wie geistesabwesend murmelte er vor sich hin Im Zeltlager wird schon kräftig auf Ottos Wal getrunken Mechthild fragte verblüfft Sie haben Otto bereits zum König gewählt? So schnell? Oh ja, wir durften keine Zeit verlieren Otto will sich vom Erzbischof in Aachen krönen lassen Bevor Philipp auch nur einen Finger heben Geschweige denn ein Heer zusammenstellen kann Er kommt dem Staufer einfach zuvor und schafft Tatsachen Und ein kluger Kopf hat ihm dazu geraten? Sicher hat er das Anselm grinste erschöpft und zufrieden Sag mir noch eins, kluger Mann Wie hat mein Vater den Umstand erklärt, dass ich mit der Kölner Gesandtschaft nach Braunschweig geritten bin? Anselm runzelte die Stirn Er hat es nicht erwähnt Vielleicht wolltet ihr dort Verwandte oder Geschäftspartner besuchen Sogar eure Tante Herat war dabei Doch sie ist bei dem Überfall im Wald getötet worden Es tut mir so leid Sie hat euch viel bedeutet, nicht wahr? Mechthild hatte das Gefühl, der Boden würde unter ihr zusammensacken Der Hügel schwankte Heiße Schauer durchliefen sie Und es flimmerte um sie herum Tannen, Türme, Wiesen und Wolken drehten sich vor ihren Augen Sie ließ sich ins Gras fallen und schlug die Hände vor ihr Gesicht Es drehte sich und drehte sich Erst als es besser wurde, nahm sie die Hände vom Gesicht und flüsterte Tante Herat, oh Gott Gott, wie kann sie tot sein? Ich höre doch noch immer ihre Stimme Anselm setzte sich neben sie und legte ihr eine Hand auf die Schulter Unwillig schüttelte sie seine Hand ab und rückte ein Stück zur Seite Sie wollte allein sein Sein Trost würde nicht helfen Er konnte es sowieso nicht verstehen Was war nur im Wald vor Braunschweig geschehen? Ein roter Blitz Ein Schwert mit einem roten Stein Hatte der Lommersbacher es geschwungen? Oder einer seiner Knechte? Wenn sie sich doch daran erinnern könnte Sie musste unbedingt zu ihrem Vater und ihn danach fragen Mechthild presste ihre Finger auf die Schläfen und seufzte Dann stand sie mühsam auf Es war, als wäre alles an ihr steif gefroren und kalt Sie nieste dreimal hintereinander und Anselm betrachtete sie besorgt Sie flüsterte Tante Herat wäre niemals einverstanden gewesen, dass ich Gottfried von der Heide heirate Sie hielt schöne Männer für eine Versuchung des Teufels Ihr müsst ihn nicht heiraten Wenn ihr es wünscht, werde ich alles tun, um diese Ehe zu verhindern Ich suche sofort Arno und frage ihn, was in dem Ehevertrag gestanden ist Sicher existiert noch eine Abschrift Wir dürfen keine Zeit verlieren Mir wird schon etwas einfallen, wie wir die Sache für ungültig erklären Mit Worten kämpfen kann ich besser als mit dem Schwert Wie hat Gottfried mich noch genannt? Er legte den Kopf schief und lächelte sie von der Seite an Sie hob den Arm und ließ behutsam ihre Finger wie einen Kamm durch seine feuchten Strähnen gleiten Dann sagte sie leise Ein Tintenkleckser ist genau das, was ich jetzt brauche Drittes Kapitel Otto IV. wird am richtigen Ort gekrönt, aber ohne Reichskrone Juni 1198 Auf der Burg Hohenstaufen Wieder war ein Tag zu Ende, dem Herrn sei Dank Johanna sah gelangweilt in den Burghof und hoffte, es würde noch etwas Spannendes passieren Meister Jakobus, der Hofarzt, hatte sie zur Geduld ermahnt und ihr befohlen, die Hände nicht zu bewegen Nach einigen Tagen hatte sie ihn mit einem Schwall zorniger Worte empfangen Sie könnte nicht einmal ihr Gebände lösen oder das Essen zum Mund führen Der Hofarzt hatte sich all ihre Klagen geduldig angehört und dann bedauernd den Kopf geschüttelt Er hatte darauf hingewiesen, dass ihre Hände erst ganz verheilt sein müssten Selbst dann sei es unsicher, ob sie noch so beweglich seien wie früher Mit dem Stricken würde es wahrscheinlich für immer vorbei sein Vielleicht würde die Beweglichkeit der Hände nach einigen Jahren zurückkehren Gott allein wisse, was das Feuer angerichtet habe Den Gedanken an Narben wischte Johanna beiseite Doch dass er von Jahren der Heilung sprach, war unerträglich Sie musste unbedingt Gunda fragen, was sie dazu sagte Sie wollte endlich etwas anderes tun, als nur da sitzen, aus dem Burgfenster schauen und hier Wurzeln zu schlagen Bald würden aus ihren weißen Verbänden Knospen sprießen Johanna konnte nichts anderes tun, als die anderen zu beobachten Es war so langweilig Lesen konnte sie auch nicht Keine Magd hatte Zeit, ihr die Seiten umzublättern Ihre einzige Abwechslung waren die Messen in der Burgkapelle Sie hatte noch nie in ihrem Leben so regelmäßig an den Messen teilgenommen Bald kannte sie alle Eigenarten von Vater Ambrosius Wie er immer den Kopf in den Nacken warf, wenn er mit der Liturgie zu Ende war Und wie er beim Segen die Augen schloss und die Nase rümpfte Johanna hatte den Verdacht, dass er vom Weihrauch Nasenkribbeln bekam Sie wartete immer gespannt, ob er den Nieser diesmal unterdrücken konnte Schaffte er es nicht und sein kräftiges Niesen hallte in der Kapelle wieder wie die Trompeten des letzten Gerichts War der Tag nicht mehr ganz so eintönig Dabei befand sich Johanna auf ihrer Lieblingsburg Hohenstaufen Trotz ihrer ständigen Schmerzen hatte sie sich gefreut, als der Tross der Herzogin gerade hier mit Herzog Philipp und seinem Gefolge zusammengetroffen war Nun würden sie eine Weile Hof halten und die Entwicklung im Reich abwarten Erleichtert hatte Johanna bei ihrer Ankunft auf der Burg bemerkt, dass Wolfram nicht unter den Rittern war, die den Herzog begleiteten Sie fand den Gedanken unerträglich, ihm mit den Verbänden an den Händen gegenüber zu treten Am liebsten würde sie ihn sowieso nie wiedersehen Sie wollte ihn einfach vergessen Es gab Gerüchte, dass Ritter Wolfram unterwegs wäre, um weitere Reichsfürsten auf Philipps Seite zu ziehen Philipps zögerliche Politik gab so manchen Anlass für Klatsch und wilde Spekulationen Seine Ratgeber drängten ihn inständig, endlich die Königswahl vorzubereiten Doch Philipp blieb untätig Die einen vermuteten, er zögere nach der Krone zu greifen, da sie eigentlich seinem kleinen Neffen zustünde Die anderen meinten, dass Philipp warten würde, bis sich die zerstrittenen Reichsfürsten auf einen Kandidaten geeinigt hätten In jedem Fall ginge es darum, die Spaltung des Reiches zu verhindern Johanna jedoch wusste, was Philipp in Wahrheit davon abhielt, sich krönen zu lassen Es war seine Frau Irene Sie malte ihm ihre Träume in den lebendigsten Farben aus und zitierte Richards Flüche bei jeder Gelegenheit Philipp war ein vernünftiger Mann, der zum Kleriker erzogen worden war und alle Kirchenväter gelesen hatte Und trotzdem, die eindringlichen Prophezeiungen seiner Frau schienen ihn zu lähmen Johanna wusste, dass Meister Jakobus' Verbot, ihre heilenden Hände zu benutzen, die Sache erheblich verschlimmerte Seit er sie nicht mehr zur Herzogin durchließ, lief die Herzogin durch die Gänge der Burg und rief Richards Flüche, die von den Mauern zurückhalten Selbst ein härterer Mann als Philipp von Schwaben wäre davon nicht unberührt geblieben Wenn er weiterhin verstört auf die Mahnungen und Träume seiner Frau hörte, dann würde ihm der Welfe Otto noch zuvorkommen Der sich angeblich bereits auf dem Weg nach Köln befand und vielleicht längst dort eingetroffen war Wenn ich doch nur meine Hände wieder benutzen dürfte, dachte Johanna unglücklich Dann würde Philipp endlich aus seiner Erstarrung erwachen und sich krönen lassen Und selbst Ritter Wolfram musste zurückkehren Allerdings nicht zu mir, überlegte Johanna schlecht gelaunt Wahrscheinlich traf er sich gerade in diesem Augenblick mit seiner reichen Mitgift Johanna besuchte niemand Seit Herzog Philipp zum König gewählt worden war, gingen ständig Boten und Gesandte ein und aus Johanna konnte sie von ihrem Platz aus beobachten, wie sie in den Burghof ritten und um Audienz baten Sie trugen prächtige Gewänder und führten sich auf, als ob das Wohl des Reiches von ihnen abhinge Nun kamen auch viel häufiger Bittsteller und Händler zur Burg Manchmal bildeten sich richtige Schlangen vor dem Vertreter des Kämmerers Es gab wilde Gesandte aus dem Norden mit zottligen Bärten Blasse Jünglinge mit Wappen aus Florenz und Verona an den Samtkappen Hochnäsige Kaufleute mit edlen spanischen Pferden Nur wer ein wichtiges Anliegen hatte oder besonders gute Ware anbot, wurde zum Kämmerer durchgelassen Johanna hätte zu gern die vielen wertvollen Seidenstoffe und Pelze gesehen, die in den Thun hineingetragen wurden Es kamen auch viele Fahrende zur Burg, um ihre Dienste anzubieten Wenn wieder ein neuer Trupp Spielleute, Akrobaten und Sänger eintraf, war für Johanna der Vormittag gerettet Konrad hatte sie vor seiner Abreise mit seinen Liedern über Frösche und Igel unterhalten Die Nachmittage waren schnell vergangen Doch als der Mann, auf den er wartete, nicht auf der Burg eingetroffen war, war er jeden Tag unruhiger geworden Konrad sprach nur noch von der hohen Kunst dieses Sängers aus Österreich Walter von der Vogelweide hieß er, und er konnte alles am besten Johanna hätte sich am liebsten die dicken Verbände vor die Ohren gehalten So waren ihr Konrads Lobpreisungen auf die Nerven gegangen Doch je länger Konrad nun fort war, desto neugieriger wurde sie auf diesen Sänger Ob Philipp den Österreicher als Hofdichter aufnehmen würde? Konrad hatte stolz verkündet, dass er der Einzige im Reich sei, der eines Königs würdig sei Er hatte ihr auch ein paar seiner Lieder vorgesungen Und sie waren in der Tat sehr ungewöhnlich Denn sie priesen statt edler Damen einfache Bauernmädchen und Mägde Johanna verstand nicht, wieso gerade dieser Mann besonders geeignet sein sollte, einem König Loblieder zu singen Als auf einmal im Hof ein lauter Tumult ausbrach, konnte Johanna zunächst gar nichts erkennen, weil die Abendsonne sie blendete Sie hörte einen Hund, der aufgeregt bellte und knurrte Laute Stimmen schrien Befehle, Mägde kreischten und ein Kind weinte Sie reckte neugierig den Hals und kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können Alle drängten sich im Burghof um einen verletzt am Boden liegenden Mann, der sich das Bein hielt Drei Knechte schlugen mit großen Stöcken auf den Hund ein, bis dieser keinen Ton mehr von sich gab Sie traten noch ein paar Mal nach dem Fellbündel und trugen dann den Verletzten in die Burg Ein paar Hunde schnupperten ratlos an dem toten Hund Eine Magd scheuchte sie fort und nahm das weinende Kind auf den Arm Johanna hatte den Hund jeden Tag unten im Burghof gesehen Er hatte noch nie jemanden angegriffen Er war einer von den vielen herumstreunenden und bettelnden Hunden gewesen, die auf der Burg lebten Warum sollte dieser an Menschen gewöhnte Hund jemanden angreifen und verletzen? Johanna hatte gerade entschieden zu fragen, was passiert sei Da kam Gunda, sie war verärgert Ich habe ihnen gesagt, dass ihr Ruhe braucht Wie sollen eure Hände sonst ordentlich heilen? Nein, aber nein, es ist dringend und duldet keinen Aufschub Was? Was duldet keinen Aufschub? Geht es um diesen gefleckten Hund? Dem Hund kann keiner mehr helfen Doch der Österreicher liegt unten im Knappensaal Und der Medikus will euch dort haben Der Himmel weiß wieso Hat der gelehrte Meister nicht selbstbestimmt, dass ihr eure Hände nicht einsetzen dürft? Noch nicht einmal, um der Herzogin zu helfen? Gunda schüttelte missbilligend den Kopf Hm, dann muss es wirklich dringend sein Einen Hundebiss kann Meister Jakobus doch selbst versorgen Trotzdem folgte Johanna der davoneilenden Gunda und rief Warte doch, hast du etwas von einem Österreicher gesagt? Johanna stolperte über ihre lange Schleppe Ihre verbundenen Hände fuhren instinktiv zu den Stoffbahnen Aber natürlich konnte sie die Schleppe nicht raffen So kam sie nur langsam voran Ihre Hände trug sie wie Kissen vor sich her Sie schritt in den Knappensaal Als ob sie eine kostbare Reliquie bringen würde Sobald sie im Saal erschien, wandten sich ihr alle Köpfe zu Überall Männer Männer in Decken gewickelt Am Boden kauernd Sich rasierend und würfelnd In diesem dämmerigen Saal schliefen die Knappen Und tagsüber trieben sich hier zwischen den Waffenübungen die Soldaten herum Es war furchtbar unordentlich Ihre Schleppe schleifte über Kettenhemden mit zerbrochenen Ringen Umgekippte Spielfiguren Und verfing sich an Übungsschwertern Ohne aufzublicken folgte sie Gunda zu der Gruppe Die einen kleinen, rotgesichtigen Mann umringte Sie sahen alle sehr besorgt aus Besonders Konrad, der Nebenmeister Jakobus kniete Und ein paar unheimlich aussehende Arztinstrumente in den Händen hielt Konrad nickte ihr unauffällig zu und flüsterte dem Verwundeten etwas zu Der hob den Blick und schaute hoffnungsvoll zu ihr hoch Sein Gesicht war schweißnaß und kleine dunkle Löckchen klebten an seiner Stirn Johanna hatte sich den Sänger aus Österreich ganz anders vorgestellt Irgendwie beeindruckender Der Mann war nicht mehr jung, vielleicht Mitte 30 Und trug einen dunklen, gepflegten Bart Alles an ihm war klein und rund Er hatte ein Gesicht wie ein Vollmond und ein Doppelkinn Er wirkte jedoch gar nicht mehr lächerlich, als er den Mund aufmachte und sprach Seine Stimme war klar und männlich Ein ritterlicher Held hätte keine schönere Stimme haben können Die wundersame Johanna Euer junger Freund hier hat den ganzen Weg über nichts anderes gesprochen als über eure Schönheit Sprach er mit einer besonderen Melodie Keiner konnte sich seinen Worten entziehen Sie zogen jeden in den Bann Johanna mochte den Mann sofort und kniete sich neben ihn Was ist mit ihm? Ist er Walter von der Vogelweide? Fragte sie leise und legte ihre Hände so vorsichtig in den Schoß, als wären sie sehr zerbrechlich Meister Jakobus nickte und beugte sich zu ihr herüber, um etwas in ihr Ohr zu flüstern Ich vermute, der Hund war toll Wir müssen die Tollheit aus der Wunde ziehen, sonst gibt es keine Rettung Wenn ich die Wunde gereinigt habe, nehme ich euch die Verbände ab Wir müssen es versuchen Ihr selbst habt es doch verboten, flüsterte sie zurück Hier geht es um die hohe Dichtung Um sie für die Nachwelt zu retten, muss ich eine Ausnahme machen Ihr müsst dem Sänger mit euren Händen das Leben retten Es ist der einzige Weg Ich kenne kein Mittel gegen die Tollheit bei Mensch und Tier Nicht vor all diesen Männern Sie spürte die Blicke der Soldaten und Knappen in ihrem Rücken Sie waren während ihres Geflüsters unbemerkt näher gekommen und umringten sie Der Knappensaal war kein Ort, um zu heilen Sie war an das ruhige Schlafgemacht der Königin gewöhnt Wir werden ihn in den Gästetrakt tragen Hebt ihn vorsichtig an, sonst verteilt sich das Gift auf seinen ganzen Körper Wies der Arzt die umstehenden Männer an Als zwei der Soldaten den Sänger anhoben, zog Konrad scharf die Luft ein Er leidet, als ob er selbst verwundet wäre, dachte Johanna Sie fand, dass Konrad sehr jung und blass aussah Er umklammerte eine gebogene Zange und ein rostiges Messer Der Schrecken schien ihm noch in den Gliedern zu stecken Gunda eilte hinaus und rief etwas von Wasser holen Als Johanna sich einen Weg durch die Menge bahnte, machten die Männer im Saal ihr ehrfürchtig Platz In ihren Augen spiegelten sich Angst und Bewunderung Johanna blickte in ihre zurückweichenden, regungslosen Gesichter und fragte sich, welche Gerüchte über ihre Heilkunst hier die Runde machten Sie ging so schnell wie möglich hinaus und hatte das Gefühl, als würde der Schweiß und die Angst der Soldaten und Knappen an ihr hängen bleiben Vorsichtig trugen die beiden Soldaten den Sänger die Treppe hinauf in eine helle Kammer Johanna sah sich erleichtert um Alles auf der Burg Hohenstaufen war angenehmer als auf Triefels Die Burg war voll mit geschnitzten Kunstwerken, Glasfenstern und Holzböden und im Gästetrakt gab es auch keine schwitzenden Soldaten Das schmale Bett war zwar nur ein in die Wand geschlagenes Loch Es war jedoch mit frischem Stroh bedeckt und Kräuterbündel hingen von der Decke Konrad machte sich daran, mit den Holzresten und einem Kerzenstummel ein Feuer zu entfachen und der alte Hofarzt beugte sich über die blutige Wunde Der Sänger atmete schwer und gab ab und zu kleine Schnaufer von sich Johanna hockte sich neben ihn auf den Boden und hielt ihre Hände in die Höhe Meister Jakobus wickelte mit gleichmäßigen Bewegungen die Verbände ab Keiner sagte ein Wort In der erwartungsvollen Stille hatte Johanna den Blick auf Konrads winzige Flamme gerichtet Als der Hofarzt fertig war, zwang sie sich, ihre Hände zu betrachten Rote Furchen zeichneten sich ab bis zum Handgelenk herunter Es gab tiefe Krater mit rosa Rändern, die noch sehr zart aussahen und zum Zerreißen gespannt waren Manche Stellen waren wie zerknittertes Pergament und andere wieder glatt und glänzend Dem Hofarzt entfuhr ein Laut der Überraschung Es ist ein Wunder Ich habe noch nie erlebt, dass eine Brandwunde so gut und so schnell verheilt ist Dankt eurem Gott, denn er war gnädig Seht eure Finger, die Finger sind fast unversehrt Es sind die hässlichsten Hände, die ich je gesehen habe, rief Johanna So sehr verstörte sie der Anblick ihrer Hände Walter von der Vogelweide setzte sich auf und stützte sich dabei auf seine Unterarme Er schien seine eigenen Schmerzen völlig vergessen zu haben, beugte sich interessiert vor und sagte liebevoll Wenn Gott sie zu seinem Werkzeug machen will, sind sie die schönsten Hände der Welt Seine weiche, schöne Stimme tröstete sie, als hätte er einen Segen über ihren Händen gesprochen Sie legte die Hände vorsichtig auf die Bisswunde an seinem Bein Dann schloss er die Augen und sank zurück Johanna schloss ebenfalls ihre Augen und flehte zu Gott Für Walter von der Vogelweide wollte sie nach so langer Zeit wieder heilen Sie schlug Gott einen Handel vor Sie würde nicht mehr über die Folgen des Feuers klagen, wenn er ihr die Gabe wieder schenkte Sie versprach, nie wieder auf die Träume zu hören und sich nie wieder von einem Drachen mit Richards Gesicht aus der Fassung bringen zu lassen Die Träume der Herzogin würden keine Macht mehr über sie haben Das nächste Mal würde sie auf Gott vertrauen und allen bösen Einflüsterungen widerstehen Sein heiliger Geist war stärker als jeder Fluch Nach diesem Gebet fühlte sie sich seltsam befreit Es war, als ob ihre Hände in Flammen standen und das Feuer auf die Wunde des Sängers übersprang Als sie die Augen aufschlug, zitterte sie am ganzen Körper Sie erkannte sofort das Gefühl der Erschöpfung wieder Nur stimmte es sie dieses Mal froh und sie begrüßte es wie einen lange vermissten Freund Liebevoll betrachtete sie ihre zerstörten Hände und schickte ein Dankgebet zum Himmel Dann bemerkte sie die angespannte Stimmung um sich herum Mögen euch Hunde nicht besonders gern? fragte Johanna den Sänger Da ich immer etwas zu essen für sie dabei habe, mögen sie mich eigentlich sehr Nur dieser Kerl hat mich von hinten angesprungen Seht, ich habe immer die guten Hartwürste aus meiner Heimat dabei Mit diesen Worten hob er sein Gewand Er holte eine lange Kette roter Würste hervor Alle starrten auf die Würste Meister Jakobus schüttelte entgeistert den Kopf Seine Bartzöpfe zitterten vor Empörung, als er erneut die Verbände um Johannas Hände wickelte Er machte ihr und Konrad ein Zeichen, ihm nach draußen zu folgen Walter von der Vogelweide setzte sich wieder auf und rief ihnen mit seiner tiefen, vollen Stimme hinterher Johanna mit den heilenden Händen, ich danke euch und werde euch ein Lied widmen Johanna kam zu ihm zurück und hob abwehrend die verbundenen Hände Ich bitte euch, tut das nicht Es hatte ihr gerade noch gefehlt, dass Lieder über sie gesungen wurden Walter zog verwundert eine Augenbraue hoch Dann gibt es auch keinen unsterblichen Ruhm für euch Alle Großen des Reiches, auch ihre Damen, wünschen, dass ich sie für die Nachwelt besinge Dann dichtet für Könige Nutzt eure Zeit, um für Philipp ein Lied zu schreiben Er sah nicht überzeugt aus Vielleicht sollte ich lieber bei den Liebesliedern bleiben Die politische Lage im Reich ist im Moment schwierig Sollte ein Sänger da seine Stimme erheben, noch dazu in deutscher Sprache, das hat bis jetzt noch keiner gewagt Johanna sah auf ihre weißen Verbände und sagte ernst Jeder sollte seine Gaben nutzen, dort wo Gott ihn braucht Wir sind alle sein Werkzeug Der Sänger nickte nachdenklich Ich werde mein Bestes tun, um dem richtigen Mann auf den Thron zu helfen Lieder können sehr viel bewirken Meister Jakobus hatte hinter ihnen im Türrahmen gestanden und jedes Wort mit angehört Johanna merkte ihm an, für wie überflüssig er solche Gespräche hielt Er konnte es gar nicht abwarten, hinauszukommen Konrad verharrte immer noch an der Feuerstelle und sah den Sänger an, als hätte der soeben die klügste Bemerkung der Welt gemacht Zögernd griff er nach den Arztinstrumenten, die er neben sich abgelegt hatte Und folgte Johanna nicht ohne sich noch ein paar Mal umzublicken Er benimmt sich wie ein verliebter Esel, dachte Johanna Draußen hatte ein milder Frühsommerabend begonnen Und die Gerüche des Abendessens schlugen ihnen aus dem Küchentrakt entgegen Und da es nicht Triefels war, stank es nicht nach angebranntem Fisch Sondern roch angenehm nach gedünstetem Gemüse Der Arzt schüttelte immer wieder fassungslos den Kopf Seine Bartzöpfe flogen hin und her Und er knurrte So ein Wirrkopf Als ob man mit Liedern eine Königswahl entscheiden könnte Aber seine Wunde wird ihm keine Tollheit bringen Wenn es doch die Würste waren, die den Hund toll gemacht haben Armes Tier Ihr hättet meine Hilfe gar nicht gebraucht, sagte Johanna Und dachte, dass alles nur wegen Hartwürsten Alle Schwüre zu Gott Alles Gerede über Gottes Werkzeuge Der Hofarzt sagte mürrisch Oh, es wird ihm helfen Keine Eiterung und kein Fieber Allein weil der Kranke an den Zauber glaubt Ich halte mich weiter an die Wissenschaft Nächstes Mal befrage ich zuerst den Patienten nach dem Hergang des Unfalls So wie die Araber es lehren Österreichische Hartwürste Ich habe mit eurer Erlaubnis meine Hände benutzt Die Herzogin wird davon erfahren und nach mir schicken lassen So sei es denn, knurrte der Hofarzt Er nahm Konrad die Arztinstrumente aus den Händen und ging ohne Abschied über den Hof Dabei murmelte er weiter vor sich hin und schüttelte immer wieder den Kopf Sein Hut schwankte in der Abendsonne wie ein Schiff auf See Konrad sah ihm wütend hinterher Was er über die Lieder zur Königswahl gesagt hat, ist nicht wahr Vielleicht sprechen die Würste gegen ihn Aber Walter von der Vogelweide ist bestimmt kein Wirrkopf Johanna musste ihm Recht geben Dieser Walter war ein sympathischer Mensch Nachdenklich sagte sie Hoffentlich bringt er sich nicht in Gefahr, wenn er sich in die hohe Politik einmischt Vielleicht sollte er doch bei Liebesliedern bleiben Wenn einer so gut ist wie er, dann kann er alles machen Frühlingslieder und politische Lieder Bauernmärkte und Könige besingen Fasste sie zusammen und wandte sich um Wartet, ich bringe euch noch nach oben Sagte er schnell und folgte ihr In der Cheminate, die sie wieder mit den drei alten Hofdamen teilte War es angenehm kühl und ruhig Wahrscheinlich waren alle beim Abendessen Dame Giselberta hatte in einem Korb alles Essbare getürmt, was sie den Küchenmärkten hatte abschwatzen können Es war ein buntes Gemisch aus Gebäck, Rosinen und Früchten Ein paar angebissene Haferkuchen lagen neben ihrem offenen Tiegel Gesichtscreme Dame Richilde hatte auf ihrer Schafwolldecke einen Stapel kleiner Bücher liegen Der bemalte Buchdeckel des Psalters hob sich bunt vom schwarzen Einband des Gebetbuches ab Als Lesezeichen hatte sie einen Kamm in das Buch geschoben Dame Engeltruths Ecke war ganz der Stickerei gewidmet Hier lagen grüne, purpurne und goldene Seidenstränge ordentlich neben spitzen Nadeln aus Knochen Ihr Stickrahmen beherrschte den ganzen Raum Niemand konnte sich dem heiligen Bild auf dem Tuch entziehen Dame Engeltruth verstand wirklich etwas von ihrer Kunst Johanna war jedes Mal, wenn sie den Raum betrat, gespannt zu sehen, wie weit das Bild vorangekommen war Sie stellte sich vor den großen Rahmen und betrachtete das Bild Es stellte den heiligen Georg dar, wie er den Drachen bekämpfte Johanna drehte den Kopf ein wenig, um das Gesicht des Heiligen besser betrachten zu können Er trug ganz ohne Zweifel Konrads Gesichtszüge Dame Engeltruth hatte die seltene Gabe, ihren Figuren Leben einzuhauchen Die Augen blickten aus dem Tuch, als wären sie lebendig Wie schaffte Dame Engeltruth es, Konrads Fröhlichkeit und seine Unbesonnenheit einzufangen? Sie überlegte gerade, welche Stiche dem Gesicht Leben einhauchten, als Konrad ihre Taille umfasste und ihren Hals ungeschickt mit heftigen kleinen Küssen bedeckte Johanna erschrak furchtbar und hätte fast das Gleichgewicht verloren Als er seinen ungeschickten Versuch beschämt abbrach, näherte sie sich seinem verlegenen Gesicht Sie hielt ihre Hände hinter ihren Rücken und stellte sich auf die Zehenspitzen Dann legte sie ganz zart ihre Lippen auf seine So verharrte sie für einen qualvollen Moment Er zog überrascht die Luft ein und wagte nicht, sich zu rühren Johanna musste an Wolframs harten und fordernden Kuss denken Dies hier war ganz anders Sie lehnte ihre Stirn an seine Schultern Und Konrad fuhr zärtlich mit seinen Händen an den Schnürungen des Kleides auf und ab Dann spielte er mit den Bändern und murmelte ihren Namen Johanna fühlte sich gar nicht mehr müde und erschöpft Dies war besser als jeder Stärkungstrunk von Gunda Wir machen es nach den Regeln der Minne Zur Prüfung muss der Verehrer neben seiner Herren liegen, ohne sie zu berühren So zeigt er ihr seine Verehrung, flüsterte er und zog sie auf das Bett Sie schloss die Augen und wünschte, er würde endlich aufhören, von den Regeln der Minne zu reden Am nächsten Morgen saß Walter von der Vogelweide auf einem Stein und hatte die Knie übereinander geschlagen Dabei verdeckte ein langes Gewand den Verband an der verletzten Wade Johanna sah ihn schon von Weitem Sie kam aus der Burgkapelle, wo sie den ganzen Morgen auf den harten Steinen gekniet und gebetet hatte Nun war sie steif und durchgefroren Sie wollte sich an Walter vorbeischleichen, um seine tiefen Gedanken nicht zu stören Doch als er ihren Schatten bemerkte, sah er zu ihr auf Er holte eine Hartwurst hervor und biss ein großes Stück davon ab Dann sagte er Ich finde keinen Anfang Ich kann doch Philipp nicht gleich meine Gedanken über Frieden und Recht um die Ohren schlagen Ihr könntet als Einleitung beschreiben, wie ihr hier auf dem Stein sitzt und denkt Es sieht wirklich sehr beeindruckend aus, schlug Johanna vor Das ist wunderbar, so werde ich es machen, rief er begeistert und biss noch mal von der Wurst ab Er kaute nachdenklich und suchte nach Worten Dann schluckte er die Wurst hinunter und hob die Stimme Ich saß auf einem Steine und dachte Bein auf Beine Er zog die Stirn kraus und suchte wieder nach Worten Johanna entfernte sich leise Sie hatte am Morgen schon von Gisel Bertha gehört, dass heute Walters großer Tag war Er durfte Philipp seine Lieder vortragen Philipp würde entscheiden, ob er Walter in seinen Dienst nehmen wollte Wenn Walter blieb, tat Konrad es ohne Zweifel auch An Konrad wollte Johanna lieber nicht denken Er hatte Wort gehalten Doch wenn sie an die Abendstunde dachte, schämte sie sich entsetzlich Denn Gott kannte auch ihre unkeuschen Gedanken Sie hatte Gott in der Burgkapelle angefleht, ihr zu vergeben Und vermutete, dass sie noch viele Stunden vor dem Altar würde knien müssen Johanna schlug den Weg zum Küchentrakt ein Dort gab es ein tröstliches, warmes Feuer und etwas zu essen Die Küche auf Hohen Staufen war ein guter Ort Fast so gut wie der Kräutergarten auf Burg Triefels Es gab glänzende Pfannen an den Wänden Knollen und duftende Beutel hingen von der Decke Und es blubberte und brodelte immer etwas im Topf über dem Feuer Johanna konnte sich mit Gunda unterhalten und ihr beim Kochen und Backen zusehen Ab und zu durfte sie von der großen Kelle probieren Und wurde in Gundas Geheimnisse eingeweiht Doch heute Morgen war Gunda nicht da In der Feuerstelle im Küchentrakt war ein großes Feuer geschürt worden Die Flammen brachten die Schatten an den verrusten Wänden zum Tanzen Und Johanna zuckte zusammen Irene von Schwaben kauerte vor der Feuerstelle wie eine schwarze Winterkrähe Die Herzogin war noch nie in der Küche gewesen Ihre glänzenden Augen musterten Johanna Die flackernden, zischenden Flammen spiegelten sich als winzige, zuckende Punkte darin Es war ihrem entrückten Blick nicht anzumerken, ob sie etwas wahrnahm Johanna hockte sich neben sie und flüsterte Was tut ihr hier? Es ist viel zu heiß und zu hell Habt ihr wieder geträumt? Ich träumte von Otto Ganz in Rot gekleidet Mit einer Krone aus lebendigen Schlangen Die Worte kamen sehr zögerlich Es klang als tropfte Tau von den Dächern Es war nur ein Traum Seid versichert, meine Hände werden ihn verscheuchen Doch gewährt mir zuvor etwas, flüsterte Johanna Alles, sagte die Herzogin Und ihr Ton machte klar, dass sie damit wirklich alles meinte Das abwartende Schweigen der Herzogin legte sich wie eine kühle Decke über den Raum Es schien Johanna, als krochen Eisblumen über die Pfannen, Töpfe, Messer und Kellen Die Flamme in der Feuerstelle schien kleiner zu werden Ein kalter Wind brachte die Knollen- und Leinenbeutel an der Decke zum Schaukeln Johanna sagte rasch Schenkt heute Abend im großen Saal einem Sänger euer Wohlwollen Er heißt Walter von der Vogelweide und wird seine Dienste anbieten Die Herzogin nickte fast unmerklich Dann bat Johanna sie, ihr die Verbände von ihren Händen zu wickeln, was sie ungeschickt tat Johanna presste ihre Hände übereinandergelegt auf die Stirn der Herzogin Sofort verschwanden die Eisblumen und die Flammen wuchsen wieder in die Höhe Johanna schloss die Augen und dachte an die Nacht mit dem brennenden Stickrahmen Ihre Gabe war zurückgekehrt Die Heilkraft strömte aus den vernarbten Händen Sie schmolz alles Erstarte und Verfrorene und legte sich wie ein schützendes Nest um die Gedanken Ihre Hände waren Gottes Werkzeug, genau wie Walter es gesagt hatte Sie würde den Drachen mit Richards Gesicht vernichten Und Philipp würde endlich den Mut haben, sich krönen zu lassen Dann würde es keinen König Otto mit Schlangenkrone geben Außerdem hatte Johanna nun vorgesorgt, dass Walter von der Vogelweide am Hof blieb Die Herzogin konnte am Abend befreit von ihren Träumen im Saal erscheinen Walters Dichtkunst und seine beeindruckende Vortragsweise würden den Rest tun Als die Herzogin sich schließlich erhob und die Küche verließ Kam Johanna der Gedanke, dass ihr Wunsch nicht ganz selbstlos war Wenn Walter im Dienst der Stau verstand, würde auch Konrad bleiben Johanna hoffte, dass Gott für diese zufällige Verkettung der Umstände Verständnis hätte Juni 1198 in Köln Am selben Morgen ritt Mechthild neben zwei schweigsamen Rittern in die Stadt Die Ritter hatten offensichtlich schlechte Laune Ihre mürrischen Gesichter ließen darauf schließen, dass sie ganz bestimmt Kopfschmerzen hatten Bei den Mengen Wein, die sie gestern Nacht getrunken hatten, war das auch nicht weiter verwunderlich Mit roten, glänzenden Gesichtern hatten sie Philipp zum Teufel gewünscht und Otto hochleben lassen Als Mechthild mit Anselm im Zeltlager vor den Toren Kölns angekommen war Durch Nest war Anselm weiter zum Palast geritten Jedoch nicht bevor er die Ritter Bernhard und Dietrich mit der Aufgabe betraute Mechthild noch einmal in das Haus ihres Vaters zu geleiten Mechthild war zu Martha ins Proviantzelt geflohen, die sie mit mütterlichen Armen aufgenommen hatte Mit dem Gegröle der Ritter in den Ohren und Marthas Kräutertee im Magen war Mechthild eingeschlafen Am Morgen waren Dietrich und Bernhard ziemlich spät vor Marthas Zelt erschienen Mit zerknitterten Gesichtern und verquollenen Augen hatten sie erklärt, dass sie nun bereit seien, die Dame in die Stadt zu begleiten Sie waren seitdem keine angenehmen Reisebegleiter Mechthild schaute sich um Ein klingelnder und klimpernder Wagen hielt plötzlich an Und erfreut erkannte sie Salvatore Salvatore sprang auf und rief ihr aufgeregt entgegen Da ist Bella Donna, die verlorene Tochter des großen Mercantore Silber gut versteckt? Bernhard griff brüllend nach seinem Schwertknauf Wovon schwatzst du? Hat dir die heiße Junisonne den Kopf verbrannt? Non, non, aber ganze Land verrückt Wellen zwei Könige, Padre in Roma hat Problemu Welchen Salben? Rief Salvatore fröhlich Pass auf, was du sagst, Alter Der Welfe Otto wird König, daran gibt es keinen Zweifel Und Innozenz wird ihn zum Kaiser krönen Fuhr ihn Bernhard an Salvatore duckte sich scherzhaft Ich nur kleine Barbiere Wisse nichts von großem Mondo Ritter einen schmerzenden Zahn oder eiterige Beule, bot er sich an Bernhard wollte an ihm vorbeireiten, aber Mechthild hielt ihn zurück Es war die Gelegenheit, die beiden Ritter loszuwerden Es würde viel amüsanter sein, mit Salvatores Wagen durch Köln zu fahren Wartet, ich werde in seinem Wagen nach Köln fahren Unter der Plane versteckt, das ist am sichersten Sie sprang vom Pferd und überließ Dietrich die Zügel Dann kletterte sie auf Salvatores Wagen Si, si, bei Salvatore und Giacomo so sicher wie Bambini bei Mama Pronto Rief Salvatore den Rittern zu und trieb seine Maulesel an Während Mechthild unter die Plane kroch, konnte sie Dietrichs entsetztes Gesicht sehen Und hören, wie Bernhard sagte Soll sie doch Hat Anselm nicht gesagt, sie sei ein bisschen Dann trieben sie ihre Pferde an und machten, dass sie wegkamen Mechthild spähte durch einen Schlitz nach draußen Köln sah plötzlich so beruhigend vertraut aus Bis zur Rheinvorstadt war es nicht mehr weit Ihr Herz begann wild zu klopfen Nun würde sie endlich ihren Vater wiedersehen Sie würde ihre Erinnerungen wiederfinden Und dann wäre es ein leichtes, Gottfried und den Ehevertrag loszuwerden Doch zuerst musste sie wieder die alte Mechthild Kleingedank werden Die kluge und geschäftstüchtige Kaufmannstochter Die irgendwo vor Braunschweig verloren gegangen war Salvatore brachte seinen Wagen vor der Reihe der prächtigen Steinhäuser am Heumarkt zum Stehen Und schneiste anerkennend mit der Zunge Mechthild schlug die Plane zurück Und bemerkte erstaunt, dass aus der Toröffnung des Hauses mit dem bunten Giebel Zwei Stallknechte herauskamen Sie winkten den bunten Wagen in den Innenhof Und halfen Mechthild höflich herunter Salvatore grunzte verblüfft Er war es anscheinend gewöhnt, fortgejagt zu werden Von überall kamen Mägde gerannt Und umringten Mechthild rufend und lachend Die vor Schreck keinen Ton herausbringen konnte Eine Magd setzte ihr einen Blumenkranz auf den Kopf Und eine andere drückte Salvatore einen Krug Kräuterbier in die Hand Mit einem Mal hatte Mechthild ganz deutlich das Gefühl Jemand würde sie beobachten Sie reckte den Kopf und blickte sich um Am Eingang zur Küche stand eine uralte Magd und lächelte zufrieden Sie lächelte, als würde sie etwas wiedererkennen, was sie schon einmal gesehen hatte Mechthild erinnerte sich daran, wie die alte Magd immer über den Runen gehockt Und Tante Herat seltsame Dinge zugeflüstert hatte Ihr fiel ein, dass die alte Frau bekannt dafür war, mehr zu wissen als andere Jetzt verstand sie die herzliche Begrüßung Mechthild griff nach der runzeligen kleinen Hand der Magd und drückte sie erleichtert Du lebst, Gott sei Dank Ja, das tue ich Und ich werde leben, bis sich Ulrich Lommersbachers Los erfüllt So wie die Runen es bestimmt haben, sagte die alte Ernst Und erwiderte den Händedruck kräftiger, als man ihr zugetraut hätte Sie zog Mechthild in die Küche und drückte sie auf eine Bank Die vertraute Küche trug jedoch nicht dazu bei, dass sie sich erinnerte Eher verwirrten sie die Hitze und die vielen Gerüche Mechthild runzelte die Stirn und biss sich auf die Unterlippe Die alte schnarrte Hör auf damit, sie werden wieder bluten Meine Herren hat das nie geduldet Waren denn alle ihre Bemühungen umsonst? Mechthild zuckte zusammen und blickte schuldbewusst ins Feuer der großen Feuerstelle Die alte machte eine Handbewegung durch die Luft und flüsterte fremde Worte Es flackerte auf und blitzte Wie der rote Rubin im Wald, schoss es Mechthild in den Kopf Sie blickte in das zischende Feuer und sah, wie ein roter Stein in einem Schwertgriff blitzte Ein Mann wirbelte es durch die Luft Lauf, lauf! Doch sie konnte sich nicht rühren Das Schwert traf, Blut spritzte, Schreie und Stöhnen Jemand atmete laut und ungleichmäßig Mechthild bemerkte plötzlich, dass sie es selbst war, die vor Angst keuchte und nach Atem rang Die alte legte ihr eine schwere Hand auf die Schulter und das Bild veränderte sich Der Mann mit dem Schwert bekam ein Gesicht Es war ein braunhaariger, hohlwangiger Mann mit einem vollen, kurzen Bart und hungrig blickenden Augen Sie schweiften auf der Suche nach etwas herum Als er gefunden zu haben schien, was er suchte, senkte er das blutige Schwert und rief Mechthild! Nun konnte sie plötzlich laufen Während sie lief, blickte sie sich um Ihr Verfolger war auf einmal ein halbwüchsiger Junge mit einem braunen Pflaumen unter dem Kinn Sie blieb stehen und er fiel vor ihr auf die Knie Unbeholfen steckte er ihr einen silbernen Ring an den Finger Als er aufblickte, war er wieder der braunhaarige Mann Er sprang auf und warf ihr seinen grünen Mantel über Sie versuchte verzweifelt, das kratzige Ding loszuwerden Jemand hielt plötzlich ihre Hände umklammert, schüttelte sie und rief mit der Stimme der alten Magd Mechthild! Mechthild! Wach auf! Mechthild hielt in der Bewegung inne und blickte sich um Die Alte ließ ihre Hände los Und Mechthild sagte mit schwerer, tiefer Stimme, die gar nicht ihr zu gehören schien Ich habe ihn geliebt Ihr beide wart seelenverwandte und füreinander bestimmt Jeden Tag habt ihr als Kinder zusammengespielt Keine vierzehn war er, als er zu mir kam und mich bat, Zauber auf einen Ring zu legen, der euch für immer aneinander binden würde Ich tat mein Bestes, ließ den Ring eine Nacht im Katzenblut ziehen und rieb ihn mit allerlei Gekröse ein Doch er hat nichts getaugt Als dein Vater Ulrich deine Hand verweigert hat, da hast du ihm den Ring zurückgegeben Hast ihn genau wie alle anderen den Sohn eines Franzosenfreundes und staufischen Verräters genannt Enttäuschung hat Wut geboren, und Wut ist die Schwester der Verzweiflung Aus Enttäuschung hat Ulrich die Frau geheiratet, die alle nur die Franzosen Marianne nennen Aus Wut hat er den Überfall geplant und Dame Herat getötet Aus Verzweiflung hat er dich entführt Der Ring hat nichts getaugt Aber ich trug den Ring, als ich im Wald erwacht bin Er hat ihn dir im Wald wieder angesteckt Er wollte nun alles haben, dich, das Silber und den Stadtschatz Der Stadtschatz mit den roten Rubinen? Gehörte nicht ein Dolch mit einem roten Stein dazu? Du hast Anselm so einen Dolch gegeben, woher hattest du die Waffe? Ha, der Dolch war in Herats Mantelsaum eingenäht gewesen Warum hat er ihn nicht gefunden? Sie nährte doch immer alles in Säume, erinnerst du dich nicht? Mechtel starrte sie verblüfft an Das erste Mal seit langem wieder dachte sie an das Silber in ihrem Saum Leise fragte sie Tante Herat hat das Silber in meinen Saum genäht? Die alte Magd kicherte vergnügt und fuhr fort Nur das Schwert war zu groß Doch den Dolch hat sie im Saum versteckt Und sie haben ihn erst entdeckt, als sie zu Grabe getragen wurde Seitdem lag das Ding im Kontor Und ich dachte, der junge Mann kann es besser verwenden Anselm heißt er also Netter junger Mann Er hätte meiner Herren gefallen So ernst und gebildet Die Runen haben ihn für dich erwählt Und sie haben gut gewählt Sagte die Alte und entblößte ihren zahnlosen Mund zu einem Grinsen Salvatore trat in die Küche Wischte sich den Bierschaum vom Mund und sagte zufrieden Bella Donna bei Padre Salvatore geht jetzt Mechtel war froh über diese Unterbrechung Sie sprang von der Küchenbank und rief Oh, warte, ich hole noch deinen Lohn Sie lief ins Haupthaus und stürzte ins Kontor Dort standen zwei Lehrlinge und sahen verdutzt von den Büchern hoch Ihr war, als sei sie mitten in eine Erinnerung hineingelaufen Das Kontor vor ihr passte zu dem Bild, das sie seit Wochen mit sich herumtrog Genau wie bei Van Cleven gab es ein großes glänzendes Hauptpult, auf dem sich die dicken Geschäftsbücher Die kleinen zerkratzten Pulte umringten es wie folgsame Soldaten Auf ihnen lagen Tintenfässer, Federn und Pergamente verstreut Riesige geschwungene Öllampen erhellten den Raum und ihr Licht spiegelte sich in den braunen und grünen Butzenscheiben in den Fenstern Öllampen waren sehr teuer, genauso wie ein Boden aus grünen Fliesen und Kacheln mit Rheinschiffen an den Wänden Sie betrachtete einen Moment verzückt den behaglichen Wohlstand Die vertrauten Gegenstände, die sie schon hundertmal zwischen den Fingern gehabt Und das leere Pult am Fenster, an dem sie immer gestanden hatte Ihr Pult mit der kurzen Schreibfeder und den vielen Tintenflecken Sie war so in den Anblick des Kontors vertieft, dass sie Salvatore völlig vergaß Erst jetzt bemerkte sie die beiden Lehrlinge, die mit offenen Mündern dastanden Der blasse Kleine hieß ganz sicher Gutebold und der pickelige hieß Eckehart Sie würden Salvatore zu seinen Münzen verhelfen Gutebold, ich brauche zehn Pfennige Vermerke es im grünen Buch unter Reisekosten Mechthild Typisch meine Tochter, kam es spöttisch von der Tür hinter ihr Kaum ist sie wieder da, braucht sie Geld Mechthild drehte sich um und fiel ihrem Vater in die Arme Gutebold und Eckehart verließen rücksichtsvoll das Kontor, um die beiden nicht zu stören Gutebold drehte sich an der Tür noch einmal um und versprach, dass der Fahrende die Pfennige erhalten werde Ihr Vater trug den Federhut und den pelzbesetzten Mantel, den er immer anhatte, wenn er mit den Schiffern am Rhein verhandelte Der warme Mantel trieb Schweißperlen auf seine Stirn Er setzte seinen Hut ab und legte ihn auf das Pult Die Fasanfeder wippte wie ein mahnender Zeigefinger Ihr Vater sah älter aus als der Mann ihrer Erinnerungen Doch sein kantiges Gesicht mit der großen Nase und die klugen grauen Augen waren ihr vertraut Es waren Adleraugen, die stechenden Augen eines erfolgreichen Geschäftsmannes Nun musterten sie Mechthild scharf Wie ist es dir ergangen? Ich hörte, du warst schon einmal auf dem Weg zu mir Ich stand schon auf dem Heumarkt, und dann traute ich mich nicht hinein Ich schickte eine Magd vor Als sie wiederkam, erzählte sie ganz aufgeregt, dass der Herr des Hauses gerade niedergeschlagen worden sei Kurz darauf sah ich einen gewissen Gottfried aus dem Tor kommen Ich bin vor ihm geflohen Er hatte mich seit Monaten als Marianne Lommersbacher verfolgt Und nun behauptet er, dass er einen Ehevertrag mit mir hat Ihr Vater lachte und sagte Du warst auf dem Weg zu diesem gewissen Gottfried Als der Lommersbacher uns kurz vor Braunschweig überfiel Dann wurde er wieder ernst und erklärte Nicht er hat mich gestern Morgen niedergeschlagen, sondern Ulrich Lommersbacher Ulrich Lommersbacher? Ich dachte, er wäre nach dem Überfall vor Braunschweig längst über alle Berge Wir dachten das bei unserer Rückkehr ebenfalls Doch dann saß der Mann seelenruhig in seinem Kontor und hat alles abgestritten Selbst nach langem Suchen wurde nichts bei ihm gefunden Kein Silber, kein Schwert aus dem Stadtschatz, nichts Er hat behauptet, dass er in Geschäften unterwegs gewesen sei Und konnte sogar Zeugen dafür benennen Es gab keine Beweise Und er behauptete, wir hätten ihn mit einem braunhaarigen Raubritter verwechselt Und wirklich, als ich es vor dem Erzbischof beschwören sollte Da war ich mir plötzlich nicht mehr sicher, ob ich ihn wirklich erkannt hatte Der Erzbischof hat seinen Männern befohlen, überall nach dir zu suchen Du bist eine wichtige Zeugin und alle hofften auf die Nachricht deiner sicheren Rückkehr Aber niemand wusste, wo du warst Gestern hat Ulrich es gewagt, in mein Kontor zu kommen Er hat versucht, mich auf die andere Seite zu ziehen Er hat mir viel Geld versprochen und Frankreichs Schutz, wenn ich ihm helfen würde, das Silber aus der Stadt zu schmuggeln Er wollte mich zum Verrat anstiften Ich bin sehr deutlich geworden, habe ihn einen Lügner, Verräter und Heuchler genannt Ich habe ihn gefragt, was er meiner Tochter im Wald vor Braunschweig angetan hätte Da hat er zugeschlagen Nicht einmal, nein, ein paar Mal Und ich bin auf die Fliesen gestürzt und habe die Besinnung verloren So muss Ritter Gottfried mich gefunden haben Er hat sofort Hilfe geholt und die Stadtwache alarmiert Als ich erwachte, habe ich das Vorgefallene berichtet Doch obwohl die Stadtwache sofort zum Haus des Lommersbachers geritten ist Hat sie alles verschlossen und verriegelt vorgefunden Der Lommersbacher muss sich in Windeseile mit seiner Frau Marianne und dem Silber davon gemacht haben Nun suchen sie überall, doch sie haben noch keine Spur von ihnen Doch was schert mich das Silber? Du bist wieder da, das allein zählt Der junge Mann, Ottos Ratgeber, hat mir gestern alles erzählt Gott hat gut auf dich Acht gegeben, er sei gepriesen Und Gottfried hat dich mit Marianne Lommersbacher verwechselt? Was für eine Verwirrung Als ich dich mit nach Braunschweig nahm, da dachte ich, es wäre die Gelegenheit, beides miteinander zu verbinden Meine Geschäfte als Gesandter der Stadt Köln und deine Heiratspläne Meine Heiratspläne? Ich war einverstanden, Gottfried zu heiraten? Daran kann ich mich nicht erinnern Es kann nicht wahr sein Ich hatte ihn doch noch nie zuvor gesehen Der Vater wischte ihren Einwand mit einer Handbewegung weg und erklärte ungeduldig Das ist bei einer Eheschließung nun wirklich nicht von Bedeutung Gerade du hast das vor unserem Aufbruch immer wieder betont Du warst ganz angetan von der Vorstellung, einen Ritter zu heiraten Weißt du das denn nicht mehr? Sie schüttelte den Kopf so heftig, dass die Schreibfedern vom Pult wehten Was spielten ihr die Erinnerungen für Streiche? Gottfrieds Name hatte nichts in ihrem Kopf wachgerüttelt Beruhige dich Er ist der Sohn eines angesehenen Reichsritters Wir können uns glücklich schätzen, dass er eingewilligt hat, unter seinem Stand zu heiraten Sie spielte nervös mit dem Tintenfass und versuchte, das Gehörte zu verarbeiten Nun saß sie in ihrer vertrauten Umgebung und doch klang alles so unwirklich Ihr kamen plötzlich Anselms Worte in den Sinn und sie blickte auf Es geht Gottfried nur um eine große Mitgift, nicht wahr? Ihr Vater seufzte und erklärte müde Die Mitgift ist ein Problem Seit dem Überfall ist die Mitgift verschwunden Selbst die hat der Lomasbacher an sich bringen können Die Hochzeit wird warten müssen, bis ich das Geld wieder zusammen habe Die Neuigkeit wirbelte durch ihren Kopf Obwohl dort ein einziges Durcheinander herrschte, wusste sie ganz genau, wo die Mitgift war Ihr Vater beugte sich zu ihr herab und legte seine Hand auf ihre Schulter Ruhig erklärte er Es wird noch ein paar Wochen dauern, die Mitgift zu ersetzen Bis dahin hast du dich an den Gedanken gewöhnt Es ist deine Pflicht, dich den Interessen der Familie unterzuordnen Dein Bruder wird nach seiner Lehrzeit bald aus London kommen Und wird sich freuen, von deiner Vermählung mit einem so angesehenen Ritter zu hören Ihr Bruder? Wie hatte sie ihn vergessen können? Lothar sollte ein blühendes Geschäft übernehmen Und sie Gottfried heiraten Ihr Vater hatte alles sorgsam geplant Dem Wohlstand und Gedeihen der Kleingedanks stand nichts mehr im Wege Doch, dachte sie trotzig, ich stehe ihm im Wege Es tut mir leid Ich kann Gottfried von der Heide nicht heiraten Es ist so vieles geschehen, flüsterte sie Und traute sich nicht, ihren Vater anzusehen Der Kaufmann seufzte und nahm seine Hand von ihrer Schulter Dann hat Ulrich Lomasbacher mehr angerichtet, als ich befürchtet habe Doch es gibt kein Zurück mehr Die Familien sind sich einig Und Gottfried ist sehr angetan von dir Er besteht auf dieser Heirat Kann ich nicht einfach bei dir bleiben und dir im Kontor bei den Geschäften zur Hand gehen? So wie es früher war Nein, du wirst ihn heiraten Du hast ein Wort gegeben Es tut mir leid Sagte ihr Vater bedauernd Er blickte zu den Fenstern Und sein Gesicht wirkte hart und verschlossen Mechthild kannte diesen Gesichtsausdruck gut So sah ihr Vater immer aus, wenn er seinen Geschäftspartnern das letzte Angebot machte Sie wusste, dass es in diesem Augenblick das Beste war zu schweigen Jedes weitere Wort war sinnlos Doch eine kleine Geste konnte Wunder bewirken Schon als kleines Mädchen konnte sie ihn besänftigen, indem sie ganz zart seine Hand berührte Als er ihre sanfte Berührung spürte, sah er auf und sagte versöhnlich Wir werden sagen, dass du nach den Ereignissen der letzten Monate ein wenig Ruhe brauchst Gegen eine Verzögerung aus gesundheitlichen Gründen wird niemand etwas haben Zumal ich erst einmal die Mitgift wieder zusammenbringen muss Nun komm schon, schau nicht so trübsinnig Wir werden heute Abend einen besonders guten Wein kommen lassen Wir müssen doch feiern, dass du wieder da bist Mechthild stand auf und folgte ihm Sie war noch ganz benommen von all dem, was er ihr erzählt hatte Nun wusste sie, dass sie die ganze Zeit ihre eigene Mitgift mit sich herumgetragen hatte Das Silber im Saum würde ihr Geheimnis bleiben Sie war nicht mehr die Kaufmannstochter, die nur an das Gedeihen des Geschäfts dachte Und schuld daran war ein unfreier Mann aus Ottos Dienst Juni 1198 auf der Burg Hohenstaufen Konrad suchte schon den ganzen Morgen nach Walter von der Vogelweide Er lief am Burggraben entlang und seine Laute hing ihm klappernd über die Schulter Die Türme der Burg warfen ihre kurzen Schatten auf die Wiese Und die Zinnen der Burg malten abwechselnd helle und dunkle Muster auf sein grün gestreiftes Gewand Es würde ein sehr heißer und stickiger Tag werden Bevor er matt und träge wurde, wollte er seinen morgendlichen Entschluss in die Tat umsetzen Er lief noch ein bisschen schneller, wie um seinen Zweifeln und Ängsten davon zu laufen Ehe ihn der Mut verließ, musste er den Hofdichter finden und ihm sein neues Lied vortragen Seit der Sänger in Philipps Gunst stand, sah man ihn kaum noch Er dichtete an den unmöglichsten Orten Man konnte ihn auf dem Dach eines Steils oder in einem Heuhaufen sitzen sehen Er hockte mit übereinander geschlagenen Beinen im Keller hinter den Weinfässern Oder wanderte dichtend um die Stickrahmen der Hofdamen herum Wo er auch dichtete, die Verse sprudelten nur noch so aus dem kleinen Österreicher hervor Konrad dagegen brachte kaum noch etwas zustande Er träumte den ganzen Tag ziellos vor sich hin und konnte sich nicht konzentrieren Anstatt von der Liebe inspiriert zu werden, lähmte sie ihn Wenn er an Johanna dachte, überfiel ihn eine unerklärliche Unruhe Er hatte das Gefühl, jeder Augenblick ohne sie sei ein Verschwendeter Und es gab im Moment viele Augenblicke ohne sie Die Herzogin wollte Johanna immer um sich wissen Und sie wurde für ihn unerreichbar Konrad seufzte und beschloss, Walter am Brunnen bei der Zugbrücke zu suchen Erst gestern hatte er ihn dort beim Dichten überrascht Es war ein schattiger Ort, an den nur selten jemand zum Wasserholen kam Er legte die Laute nieder und ging los Um sich Mut für seinen Vortrag zu machen, summte er eines von Walters Liedern Er hatte es gestern auf dem Liederabend zum ersten Mal gehört Vor allem war er hingegangen, um Johanna dort zu sehen Sie saß jedoch zwischen den anderen Hofdamen Und Konrad konnte sie nur von Weitem bewundern Und am Ende stand sie bei der Gruppe, die sich um Walter drängte Und ihn mit Jubelrufen feierte Natürlich freute Konrad sich, wenn der kleine Sänger so erfolgreich war Er gönnte es ihm wirklich Nur, musste Johanna ihm unbedingt ihren Blumenkranz Auf die schwarzen Locken drücken und dabei erröten? Dieses Bild hatte ihn die ganze Nacht nicht losgelassen Und ihn zum Dichten getrieben Es war das beste Lied, das er je gedichtet hatte Nun würde er es Walter vorsingen Und ihn darum bitten, es bei Hofe vorzutragen Konrad musste bei dem Gedanken lächeln Und beschleunigte seine Schritte Er sah vor sich, wie Walter sich nach dem Vortrag verbeugte Und mit seiner schönen, tiefen Stimme verkündete Dass Konrad der Dichter dieser wunderbaren Verse sei Er konnte schon das überraschte Raunen der Hofdamen hören Und sah die bewundernden Blicke, die sie ihm zuwarfen Johanna würde ihn mit diesem Leuchten in den Augen ansehen Sein schöner Tagtraum wurde durch ein gackerndes Frauenlachen unterbrochen Es kam aus den Büschen Eine dicke Magd zwängte sich japsend und kichernd unter den Zweigen hervor Und rannte ihn fast um Walter von der Vogelweide war ihr dicht auf den Fersen Konrad starrte sein großes Vorbild entsetzt an Der umjubelte Sänger war völlig außer Atem Und sein rundes Gesicht glänzte vor Schweiß Er wollte gerade grinsend seine kleinen Finger in die fülligen Massen der Magd vergraben Da hielt er mitten in der Bewegung inne Konrad hätte sich am liebsten verkrochen Doch Walter rief Konrad, junger Freund Ihr habt sicher vermutet, dass ich an diesem schattigen Platz am Brunnen sitze und arbeite Das hatte ich auch vor Aber der Tag hält so viele Leckerbissen für einen Mann bereit Wer kann da widerstehen? Walter ließ sich ins Gras fallen und griff mit einer Hand nach seiner Laute, die am Brunnen gelehnt hatte Und mit der anderen zog er die Magd neben sich Die Magd kicherte verlegen Es war nicht einfach, Walter, um eine Gunst zu bitten Vor allem, wenn der nur Augen für die Brüste einer Magd hatte Konrad räusperte sich Ich habe die ganze Nacht an einem Lied geschrieben Ich wollte euch bitten, dass ihr es euch anhört Walter seufzte und wischte sich den Schweiß von der Stirn Mit leerem Magen vertrage ich keinen Gesang Er begann hektisch unter seinem Gewand etwas zu suchen Ich dachte, ich hätte noch welche dabei In Gottes Namen, ich bin verloren ohne meine Hartwürste Die Magd fragte besorgt, ob sie laufen und einen Krug Kräuterbier und Schinken aus der Küche holen sollte Walter gab ihr einen zärtlichen Klaps und sie rannte fort Er wandte sich gönnerhaft zu Konrad und sagte munter Na, fangt schon an Allein die Aussicht auf eine Stärkung beruhigt meine knurrenden Eingeweide Konrad war froh, dass die Magd fort war Er setzte sich auf den Brunnenrand und legte sich die Laute auf den Schoß Dann schloss er die Augen und versuchte, die Empfindungen der heimlichen Stunden mit Johanna in den Frauengemärchern heraufzubeschwören Walter hatte mit geschlossenen Augen zugehört Als der letzte Ton verklungen war, hielt Konrad gespannt inne Walter lachte schallend Er schlug sich auf die Schenkel und wischte sich die tränenden Augen Konrad starrte ihn an und konnte es nicht fassen Sein Lied war vielleicht noch etwas unfertig, doch hatte er geglaubt, die ehrlichen Worte würden jeden Zuhörer anrühren Walter beruhigte sich ein wenig und blickte grinsend zu ihm auf Da habt ihr aber ein rührseliges Liedlein gedichtet Die französische Liebesdichtung hat euch wohl den Kopf verdreht Das ist doch alles veraltet Welcher Minnesänger liegt eine Nacht neben seiner Angebeteten und berührt sie nicht? So etwas passiert nicht wirklich Die Hofgesellschaft will nichts mehr von solchen Prüfungen hören Sie langweilen die Leute Niemand hat mehr Verständnis für einen, der seine Lüste im Zaum hält Ich selbst denke, der Mann ist eher ein Dummkopf als ein Held Der eine gute Gelegenheit vorübergehen lässt Konrad hatte das Gefühl, vor Scham sterben zu müssen Erröten zupfte er an seiner Laute herum und versuchte, etwas von seiner Ehre zu retten Er hatte den Kopf gesenkt, sodass seine glatten Haare wie ein Vorhang vor sein Gesicht fielen Und flüsterte hoffnungsvoll Gut, das Thema ist vielleicht uninteressant Doch die Wortwahl und die Reime Sie sind doch nicht völlig misslungen Jeder Ritter, der lesen kann, denkt, er müsste auf einer Laute herumklimpern Wie Pilze schießen sie im Moment aus dem Boden Die französische Dichtung macht aus Kämpfern liebestolle Narren Die Hälfte eurer Worte sind gestohlen Eure Reime klingen, als ob sie sagen wollten Hört mal, wie hübsch wir klingen Zieht nicht so ein Gesicht Ihr seid ein guter Lautenspieler und habt eine schöne Stimme Sucht euch einen kleinen Hof und bietet dort eure Dienste an Ihr könntet meine Lieder dort bekannt machen Ich wäre euch sehr dankbar Konrad warf mit einer heftigen Bewegung die Laute ins Gras Sprang vom Brunnenrand und wollte gerade fortlaufen Als die dicke Magd mit einem Krug in der einen und einem riesigen Schinken in der anderen Hand zurückkam Sie sah ihn verwundert an und er hielt beschämt inne Wenn er schlecht war, dann sollte er der Wahrheit ins Auge sehen Und sich nach einer anderen Möglichkeit umsehen Walter rief erleichtert Da kommt endlich das Essen Konrad setzt euch wieder zu mir Entschuldigt meine harten Worte Doch Hunger macht mich immer grantig Ich hätte es euch vorsichtiger beibringen sollen Er war wieder ganz der charmante Freund, der sich um seinen Schützling sorgte Er nahm sein hartes Urteil jedoch nicht zurück Konrad musste sich damit abfinden Er war einfach nicht gut genug Er ließ sich neben ihm im Gras nieder und schlang seine Arme um die Beine Seufzend stützte er das Kinn auf die Knie Ihr habt ja recht Ich werde nie so ein großer Sänger werden Einer wie ihr es seid Und ich kann nicht fortgehen Ich bin immer fortgegangen Nie habe ich es lange auf einer Burg ausgehalten Doch das unruhige Leben eines Fahrenden habe ich so satt Ich dachte, ich hätte endlich ein Zuhause gefunden Walter nahm einen großen Schluck Kräuterbier und leckte sich genussvoll die Lippen Dann reichte er den Krug an Konrad weiter Das Leben an Philipps Hof ist recht angenehm Die ewige Herumzieherei wird in einem gewissen Alter zu anstrengend Wenn ich erst einmal von Philipp als Anerkennung ein Lehen erhalten habe Dann werden mir die Würste nicht mehr ausgehen Konrad kaute nachdenklich an dem Schinken und sah traurig auf seine Laute Die Bänder waren schmutzig geworden und eine Seite gerissen Walter stand auf, reckte sich und rülpste laut Dann bückte er sich nach Konrads Laute und legte sie ihm in den Schoß Behandelt sie gut? Der dicke Sänger drückte der Markt lächelnd den leeren Krug in die Hand Legte den Arm um sie und schlenderte mit ihr Richtung Wald Konrad sah ihnen lange nach Dann stand er auf und hielt die Laute über den Brunnenschacht Gerade als er sie in den Abgrund fallen lassen wollte, sagte jemand Überleg es dir Es wäre schade Ein Instrument kann viel bewirken Ich habe schon erlebt, dass es Kranke wieder gesund gemacht hat Konrad sah sich erschrocken um Hinter ihm stand Meister Jakobus mit einem ledernen Eimer Und zog seine weißen Augenbrauen verärgert in die Höhe Ich warte schon ziemlich lange auf diese dusselige Magd, die mehr Wasser holen sollte Da, zieh es für mich hoch Dann kannst du mich zum Krankenzimmer begleiten Es wartet viel Arbeit Ich kann gut einen Helfer gebrauchen Die Medizin hat noch immer einen fähigen Medikus ernährt Ich werde dir im Krankenzimmer deine erste Lektion erteilen Konrad nahm gehorsam den Eimer und ließ ihn in den Brunnen hinunter Es kam ihm so vor, als hätte Gott den Hofarzt genau im richtigen Moment geschickt Wenn er zum Dichten keine Begabung hatte, dann konnte er sich genauso gut mit der Medizin befassen Als er den vollen Eimer hochgezogen hatte, stand sein Entschluss fest Er würde keine Lieder mehr schreiben Es gab noch so vieles, was er lernen musste Und da konnte er gleich bei Meister Jakobus damit beginnen Juni 1198 in Köln Im Kaufmannshaus am Heumarkt hatte sich Mechthild nach den ersten verwirrenden Stunden wieder eingelebt Und auch ihre Erinnerungen kamen nach und nach wieder Erfreut hatte sie den Wandteppich mit der fröhlichen Hirschjagd in der Halle Und die mit Palmut verzierte Truhe im Flur begrüßt Aufgeregt war sie durch die Lagerräume gerannt Und mit flatternden Händen über die weißen und grünen Stoffballen gefahren Sie hatte in Kisten und Fässer gespäht und tief eingeatmet Lavendel aus Frankreich, Zimt von den Paradiesinseln und Olivenöl aus Sizilien Gut gelaunt hatte sie in ihrer alten Kammer herumgestöbert Sie hatte im Schmuckkästchen mit der Vita der heiligen Verena auf dem Deckel Den weißen Walrosszahnkamm entdeckt Und aus einem Minnebeutel ihren zerknitterten Psalter gezogen Doch nach dem ersten Tag, an dem immer wieder neue Schätze aus ihrer Erinnerung hervorgezaubert wurden War es nun ruhiger geworden Die Sonne stand schon ziemlich tief Als Mechthild am steinernen Tor lehnte das zum Hof des Kaufmannshauses führte Durch dieses Tor war der Lommersbacher geflüchtet, nachdem er ihren Vater niedergeschlagen hatte Sie hatte den ganzen Tag nicht mehr an Ulrich Lommersbacher gedacht Nun sah sie plötzlich sein schmales Gesicht mit dem sorgsam gestutzten braunen Bart wieder vor sich Und erinnerte sich an die Worte von Herr Ratzmarkt Sie hatte immer wieder gesagt, dass der Ring nichts getaugt hätte Wo war der Ring mit dem Segensspruch der Lommersbacher jetzt? Sie dachte angestrengt nach Und es dauerte eine Weile, bis ihr wieder einfiel, dass Gottfried im Gasthaus den Ring am kleinen Finger getragen hatte Er war sehr sanft mit ihr gewesen Und nun war ihr, als ob jede Geste ein Versöhnungsangebot gewesen wäre Und seine Augen sie die ganze Zeit über um Verzeihung gebeten hätten Welche Worte hätte er wohl gewählt, um ihr von dem Ehevertrag zu erzählen, wenn Anselm nicht unvermutet aufgetaucht wäre? Hätte er um sie geworben? Wäre er auf die Knie gefallen? Hätte er ihre Fingerspitzen geküsst? Ihre Wangen berührt? In Gedanken versunken verfolgte sie die vorbeifahrenden Fuhrwerke auf dem Heumarkt Im Haus wurde ein Fenster zugeschlagen und sie zuckte schuldbewusst zusammen War sie verrückt geworden? Anselm tat sein Bestes, um ihr zu helfen Und sie träumte von der Berührung eines anderen Mannes Sicher war der Ring schuld Er hatte vielleicht nichts getaugt, um sie an Ulrich Lommersbacher zu binden Doch er hatte noch genügend Kraft, um sie zu verwirren Sie konnte nur hoffen, dass Gottfried den Ring verlor Bevor er an seinem Finger noch mehr Schaden anrichtete Und sie musste dringend etwas unternehmen, um die Annullierung des Ehevertrages voranzutreiben Bis zum Schließen der Stadttore blieben noch ein paar Stunden Zeit Genügend Zeit, um Anselm im Zeltlager vor der Stadt zu suchen Sie würde ins Kontor laufen und ihrem Vater erklären Dass sie den Mantel des Lommersbacher im Zeltlager zurückgelassen hatte Der Wein zum Mittag hatte ihn milde gestimmt Und er würde ihr sicherlich erlauben, dorthin zu reiten Wenn er Einwände hätte, dann würde sie ihn so anblicken, wie sie es als kleines Mädchen getan hatte Wenn sie runter zum Rhein laufen wollte, um die Schiffe zu beobachten Er hatte ihr noch nie etwas ausschlagen können Nur kurze Zeit später rannte Mechthild im Umhang einer Küchenmarkt Durch das steinerne Tor auf den Platz Dichte Wolken verdunkelten die Sonne und die ersten Regentropfen fielen Sie winkte einem der Fuhrwerke, warf dem Bauern nach ein paar hastig gewechselten Worten ein paar Münzen zu Und sprang neben ihm auf den Wagen Der Bauer trieb seinen alten Gaul an und Mechthild wickelte sich zufrieden in ihren Umhang Ihr Vater hatte zwar etwas von einem der Lehrlinge gemurmelt, der sie begleiten sollte Doch sie hatte keine Lust auf gute Bolz oder Eckeharz neugierige Fragen gehabt Der Wind zerrte an ihrem Umhang und der Regen wurde kräftiger Mechthild zog den Umhang über ihren Kopf und stellte sich vor, wie überrascht alle sein würden, sie wiederzusehen In ihren Umhang gewickelt wanderte sie schließlich zwischen den vielen Reisezelten hindurch und suchte das Proviantzelt Nach den ausgelassenen Feiern wirkte das Lager still und friedlich Die Männer hockten vor den Zelten und kümmerten sich etwas lustlos um längst überfällige Arbeiten Mechthild schlich sich an einem bärtigen Soldaten vorbei, der seinen Schuh nähte und kaum aufblickte Sie kamen an einer Gruppe Jungen vorbei, die im Kreis saßen und darüber diskutierten, wie man am besten Kettenringe reinigte Ein Stück weiter war ein Waffenmeister dabei, Übungsschwerter zu sortieren und schnaufte nur kurz, als er sie bemerkte Nur der Heeresmedikus runzelte unwillig die Stirn, als sie an seinem Zelt vorbeikam, aus dem es dampfte und nach Urin und Kampfer stank Mechthild rannte nun und rutschte fast aus, als sie in einen matschigen Haufen trat Sie wischte ihren Schuh an einem Grasbüschel ab und ließ die Augen über die Zeltreihen wandern Beim Anblick von Martas Proviantzelt vergaß sie den Schuh und rannte weiter Es war ein vertrauter Anblick, den sie nach nur einem Tag im Kaufmannshaus schon vermisst hatte Kräuterbündel hingen zum Trocknen in der Abendsonne, gewaschene Bänder flatterten am Eingang und saubere Töpfe stapelten sich Aus dem Inneren drangen leise Stimmen Voller Vorfreude auf Martas überraschten Gesichtsausdruck schlug sie die Zeltbahn zurück Marta, Arno und Frieda waren wirklich überrascht, sie so unvermutet zu sehen Marta begann sofort, sie aus dem Umhang zu wickeln und auf sie einzureden Dame Mechthild, ihr müsst ja ganz durchweichte Schuhe haben Wie geht es eurem Vater? Ich hörte, er wäre überfallen worden Setzt euch doch! Soll ich euch einen Kräutertee bereiten? Ich habe zu Hause gesagt, dass ich den Mantel holen müsste Wisst ihr etwas über den moosgrünen Mantel? Frieda nickte eifrig und sagte stolz Als ihr mich im Kloster zurückgelassen habt, da habe ich den Mantel aufgehoben und mitgenommen Die Gürtelspange habe ich auch wieder gefunden Sie war hinter meinen Beutel gerutscht und hatte sich verklemmt Ihr wurdet von diesem bösen Mann weggebracht Und ich war vor Sorge ganz verzweifelt Und trotzdem habe ich es geschafft, das Pferd zum Zeltlager zu führen Marta lächelte sie an und fügte hinzu Das hat sie gut gemacht, unsere Frieda Ich denke, der Mantel liegt ganz unten in der großen Truhe Ich muss ihn suchen Setzt euch doch so lange Mechthild blickte sich beunruhigt um Ist Anselm nicht hier? Ist er noch im Palast des Erzbischofs? Bei Otto? Nein, dort war er den ganzen Tag über Nun ist er zurück und er Marta schwieg verlegen und Arno ergänzte vorwurfsvoll Er trinkt mit den Rittern Mechthild hob erstaunt die Augenbrauen Da hatte sie angenommen, dass Anselm Tag und Nacht über ihrem Ehevertrag grübeln würde Und er amüsierte sich mit den Rittern Arno sagte mit Grabesstimme Ihr könnt ihn nicht verfehlen Er ist in seinem Zelt Die Ritter Bernhard und Dietrich sind bei ihm Sie haben mich rausgeworfen und ihre Knappen durften bleiben Aber sie werden sich freuen, eine Dame zu sehen Vor allem, wenn sie so aussieht wie die Die Schuhe vom Schlamm durchweicht Die Lippen blutig gebissen und völlig zerwühlte Haare Sei still, Arno Du weißt, dass du den Herrn verärgert hast Es war alles deine Schuld Und nun beklage dich nicht in einem Fort Es war richtig, dich zu bestrafen Ich hätte dich dafür so geprügelt, dass du es nie mehr vergisst Sagte Martha streng und tätschelte beruhigend Mechthilds Arm Mit einer ganz anderen Stimme sagte sie zu Mechthild Geht nur, ihr habt von den Rittern nichts zu befürchten Anselm wird sich freuen, euch wiederzusehen Arno schnaufte vielsagend und verdrehte die Augen zum Himmel Sobald Mechthild in Anselms Zelt stand, erkannte sie, dass Arno sich geirrt hatte Anselm amüsierte sich nicht mit den anderen Rittern Er lag beuchlings auf dem Boden und brütete angestrengt über seinen Pargamenten Während Bernhard und Dietrich an seinem Reisetisch Schach spielten Sie hielten dabei Weinkelche in den Händen und stritten sich laut Bernhard brüllte immer wieder Hurensohn, Philipp ist ein Hurensohn Und Dietrich lachte Anselm ließ sich davon nicht ablenken und hieb mit der Feder auf einen Pargamentfetzen ein Die Ritter am Reisetisch entdeckten Mechthild zuerst Sie begrüßten sie mit unflätigen Bemerkungen Grölten etwas von weiblicher Gunst und lieblichem Busen Mechthild nahm an, dass beide Herren schon etwas angetrunken waren Anselm blickte verwirrt um sich Rasch bat sie mit ihrer kleinen Mädchenstimme um einen Schluck Wein Dietrich sprang so hastig auf, dass das Schachbrett umgerissen wurde Er nahm einen Kelch vom Tisch und befahl Bernhards Knappen ihn zu füllen Dietrich bückte sich nach der Figur des Königs, die genau vor ihre Füße gerollt war Mechthild kam ihm zuvor und hob die faustgroße Schachfigur auf Entsetzt stellte sie fest, dass der König keinen Kopf mehr hatte Der Rumpf des Königs saß stolz und aufrecht auf seinem Ross mit viel zu kurzen Beinen Er hielt noch den Reichsapfel in der Hand Bernhard nahm ihr die kopflose Figur aus der Hand und rief aufgebracht Wie kann ein deutscher König gekrönt werden ohne die gesegnete Reichskrone Karls des Großen? Ich bin mir sicher, ohne diese Krone wird er für niemanden der richtige König sein Wieso? Was ist mit der Reichskrone? Fragte Mechthild erstaunt in Anselms Richtung Anselm kroch ohne zu antworten unter das Klapptischchen, auf dem die Reste des Schachspiels standen Dann tauchte er mit dem Kopf des Königs wieder auf Er drehte ihn zwischen seinen Fingern und betrachtete ihn beim Sprechen nachdenklich Die Krone gehört zum Reichsschatz, und der ist in den Händen der Staufer Philipp von Schwabens Krönung mit der richtigen Krone steht also nichts im Wege Bernhard schnaufte wütend, und Anselm hob beschwörend die Hand, um ihn am Sprechen zu hindern Es muss eine neue Krone angefertigt werden, die genau so aussieht wie die Reichskrone Wir werden Otto vorschlagen, sie sogleich in Auftrag zu geben Und schon hat der König seine Krone Mit diesen Worten nahm er Bernhard den kopflosen Reiter aus der Hand Und setzte ihm zufrieden den abgeschlagenen Kopf wieder auf Es wird nicht dasselbe sein, es sind die heiligen Insignien des Reiches Sie sind nicht ersetzbar, rief Bernhard Der Erzbischof von Köln ist auf unserer Seite, und er allein ist berechtigt zu krönen Und ist nicht Aachen der Ort, wo die Krönung seit ewigen Zeiten stattfinden muss, wandte Anselm ein Bernhard schlug mit der Faust auf den Tisch, sodass die umgekippten Figuren auf dem Schachbrett Wie ein empörtes Volk in die Höhe sprangen und brüllte Oh, ich werde diesem Hurensohn Philipp von Schwaben den Reichsschatz samt Krone unter dem Hintern wegreißen Gott vernichte das Stauferpack Niemand sagte etwas Bernhards Knappe reichte Mächtelt einen Kelchwein Sie nahm einen tiefen Schluck und sagte in die Runde So ein kostbares Schachspiel Und nun ist der weiße König kopflos Vielleicht lässt sich der Kopf mit Harz wieder ankleben Bernhard murmelte Was für eine Welt Gott sei uns gnädig Ein angeklebter Kopf und eine falsche Reichskrone Und er vergrub seinen Kopf in den Händen Mächtelt stellte den Kelch mit einem lauten Knall zwischen die Schachfiguren Anselm fuhr auf und schlug vor, dass er sie auf seiner gefleckten Stute nach Hause bringen könne Sie nickte dankbar und zusammen verließen sie das Zelt Im Proviantzelt bekam sie von Martha den moosgrünen Mantel Von Frieda die wiedergefundene Gürtelspange Und von Arno einen mürrischen Blick Dann gingen sie zu den Zelten, in denen die Pferde untergebracht waren Und holten die gefleckte Stute Schweigend half Anselm Mächtelt in den Sattel Und führte das Pferd an den Zügeln aus dem Zeltlager In gemächlichem Schritt und von Anselm zu Fuß begleitet Ritt Mächtelt zurück in die Stadt Sie nahm kaum etwas von den Menschen auf den Straßen wahr Denn ihre Gedanken drehten sich immer noch um die fehlende Reichskrone Über und über mit Edelsteinen besetzt und mit heiligen Symbolen geschmückt Die Krone war mit Gottes Vollmacht gesegnet und machte den König einzigartig Tief in Gedanken versunken blickte sie auf Anselms Rücken Sie wünschte, er würde sich umdrehen und mit ihr sprechen Mehr noch wünschte sie, er würde vor ihr auf dem Pferd sitzen So wie er es bei ihrer Flucht vom Gasthof getan hatte Anselm durfte bei der Krönung in Aachen dabei sein Er würde sie verlassen Vielleicht würde die fehlende Reichskrone Ottos Aufbruch nach Aachen verzögern Sie lehnte sich im Sattel vor und fragte Anselms Rücken Wann wird Otto zur Krönung nach Aachen ziehen? So bald wie möglich Anselm ging mit gleichmäßigen Schritten weiter Doch dann wandte er sich um, ging ein paar Schritte rückwärts und erklärte Ich werde ihn begleiten müssen Bis dahin muss ich unbedingt die Abschrift des Ehevertrages wiederfinden Stellt euch vor, Arno hat sie verloren Dieser Dummkopf Den ganzen Tag träumt er nur von Ritterturnieren und Schwertleiten Aber seine Sachen ordentlich wegräumen, das kann er nicht Sicher hat er einen fettigen Kuchen darin eingewickelt Ihr könnt mir glauben, ich habe ihn mit harten Worten gemaßregelt Ohne ein weiteres Wort drehte er sich um und ging weiter Die letzten Sonnenstrahlen warfen ihre schrägen Strahlen zwischen den Häusern hindurch Ein Straßenhändler, der behängt mit seinen Waren daherkam, musterte Anselm, zog dann jedoch pfeifend weiter Offensichtlich hatte er entschieden, dass selbst mit guten Töpfen und Besen nichts an einem Schreiber zu verdienen war Mechthild verstand jetzt, weshalb Anselm so schweigsam und wieso Arno so mürrisch gewesen war Arnos Träumerei und Unachtsamkeit brachte alles durcheinander Wie sollte Anselm nun einen Weg finden, um den Vertrag zu annullieren? Er kannte ja nicht einmal den genauen Wortlaut Verärgert starrte sie auf das grüne Mantelbündel in ihrem Schoß Es war der Beweis, dass der Lummersbacher die Kölner Gesandtschaft überfallen hatte Sie verspürte große Lust, Arno eine saftige Ohrfeige zu geben Am nächsten Morgen saß Mechthild auf einer Bank vor dem Küchentrakt und spielte auf ihrer Laute Sie begann lustlos eine kleine Melodie Die Töne schwebten durch den Küchengarten, tanzten träge über den Heumarkt und flatterten über die Stadtmauer in das Zeltlager vor die Stadt Dort würde Anselm aus dem Zelt treten und überrascht den Kopf heben Mechthild stellte sich vor, wie die Töne in den Palast des Erzbischofs flogen und den vornehmen Herrschaften um die Köpfe wirbelten Im Palast befand sich auch Ritter Gottfried mit seinem Vater Sie wünschte, ihre Melodie könnte Gottfried betören und ihn dazu bringen keine Lust mehr auf Kaufmannstöchter zu verspüren Sie brach ihr klägliches Spiel ab und legte die Laute zur Seite Skeptisch blickte sie zum Himmel Die dicken Wolken gefielen ihr gar nicht Sie trug nur ihr Unterkleid und froh ein wenig Die Mägde hatten heute früh ihre Kleider gewaschen Sie hätte sich auch etwas Sauberes aus der Truhe in ihrer Kammer heraussuchen können aber sie wollte unbedingt wieder das blaue Oberkleid mit Schleppe anziehen in dem sie Anselm das erste Mal begegnet war Die Magd hatte geschimpft, dass die schmalen Zierborten an den Ärmeln schon ganz zerschlissen aussehen und den Kopf über die Launen ihrer Herrin geschüttelt Nun trug Mechthild das etwas fleckige Unterkleid ohne Ärmel Die Magd hatte unbedingt auch dieses waschen wollen Doch hatte sich Mechthild erfolgreich dagegen gewehrt Schließlich steckte im Saum noch das Silber wo es viel sicherer war als in ihrer Truhe Sie fröstelte und begann wieder auf der Laute zu klimpern Nach der großen Hitze war es empfindlich kühl geworden Als sie sich schließlich erhob, um ins Haus zu gehen entdeckte sie Bernhards Knappen Er kam durch das steinerne Tor und blickte sich suchend um Sie winkte ihm und nach kurzem Zögern trat er näher Als er vor ihr stand, reichte er ihr mit einer höflichen Verbeugung eine Briefrolle und sagte Dame Mechthild, das soll ich euch von meinem Herrn bringen Mechthild wunderte sich, was ihr der grimmige Bernhard mitzuteilen hatte Sie entrollte den Brief und fragte Hast du das geschrieben? Ich bin im Kloster erzogen worden Mechthild nickte nur und ihre Augen huschten über die geschwungenen Buchstaben Geehrte Dame, ich diktiere dies meinem Knappen da Anselm der Schreiber es so will Es findet ein Fest zu Ehren Ottos im großen Saal der Residenz des Erzbischofs statt Alle in der Stadt weilenden Ritter und ihre Damen sind geladen Die Ritter Dietrich von Utrecht und Bernhard von Paderborn würden sich glücklich schätzen, dort in Begleitung der Dame Mechthild zu erscheinen Rudolf Kleingedank möge seine Tochter noch vor dem Abendgeläut in unsere Hände übergeben Mechthild blickte verblüfft auf das kleine Stück Pergament in ihrer Hand Was hatte das wieder zu bedeuten? Warum schickte Anselm nicht Arno mit der Briefrolle? Oder kam selbst? Beunruhigt blickte sie auf und sah Bernhards Knappen an Er war ein hübscher Junge mit zarten Gesichtszügen und einem hellwachen Blick Du bist Bernhards Knappe und im Kloster erzogen worden Wie heißt du? Heribert, nach dem heiligen Heribert, dem Gründer des Benediktinerklosters zu Deutz Ich sollte dort Mönch werden, aber Ritter Bernhard ist mein Onkel und als mein Vater starb, hat er mich aus dem Kloster geholt Der heilige Heribert ist ein wichtiger Heiliger, man bittet ihn um Regen Mechthild warf einen Blick auf die dicken grauen Wolken am Himmel und fragte Sag mir, Heribert, kommen wirklich alle Ritter? Heribert hob erstaunt die Augenbrauen und sagte Sie feiern Ottos Wahl zum König und ihr könnt euch glücklich schätzen, meinen Herrn begleiten zu dürfen Sicher Richte ihm meinen Dank aus, sagte Mechthild und blickte ihm nach, wie er davon schlenderte Dann setzte sie sich wieder auf die Bank und stützte nachdenklich das Kinn in die Hand Wenn alle Ritter anwesend waren, dann war auch Gottfried von der Heide dort Sie überlegte, ob sie überall herum erzählen sollte, dass sie schwer erkrankt sei und das Haus nicht verlassen durfte Den Segen ihres Vaters für diese Notlüge hatte sie Doch das würde bedeuten, dass sie einen langweiligen Abend in ihrer Kammer verbringen würde, anstatt zu einem Fest zu gehen Und sie würde niemals erfahren, was Anselm mit dieser Einladung geplant hatte Nein, das konnte sie sich nicht entgehen lassen Vergnügt sprang sie auf und rief nach der Magd Sie sollte ein Bad bereiten, heute Abend wollte sie hübsch und sauber sein Die Feierlichkeiten zur Königswahl würde Mechthild nicht so schnell wieder vergessen Vor allem würde sie sich ihr Leben lang an die Gerüche um sie herum erinnern Es roch unerträglich Im Gegensatz zu ihr hatte Bernhard sich nicht so gründlich auf diesen Abend vorbereitet Seine Kleider waren mindestens seit einem halben Jahr nicht mehr gewaschen worden Und er stank nach Schweiß und Zwiebeln Sie versuchte unauffällig von ihm wegzurücken, aber da saß Dietrich Er roch zwar etwas weniger streng, könnte jedoch ihre Annäherung missverstehen Anselm war nirgends zu sehen Beim Eintritt in den herausgeputzten Prunksaal des Palastes mit den großen bunten Glasfenstern und den funkelnden Kerzenrädern an der Decke, den hohen Säulenbögen und vergoldeten Fensterrahmen war Mechthild überwältigt gewesen Wo gab es im Reich sonst so viele pelzbesetzte Seidengewänder mit Goldstickerei und edelsteingeschmückte Schapeln zu sehen? Leider hatte ihre Begeisterung schnell einen Dämpfer erhalten als sie auf einer harten Bank zwischen Bernhard und Dietrich stundenlang eingezwängt sitzen und warten musste Das aufgeregte Gemurmel verstunkte, als Otto endlich eintrat Er hatte sich über eine Stunde verspätet und der Truchsess war schon mehrmals aufgeregt zwischen dem Küchentrakt und dem großen Saal hin- und hergelaufen Die hohen Fürsten waren bereits verärgert Aber nun, da Otto endlich da war stand einer von ihnen auf und begrüßte ihn mit einer kleinen Rede Mechthild konnte nur Bruchstücke verstehen Sie hörte ihn etwas von Otto dem Vierten der Größe der Welfen und von Gottes Segen sagen Im Saal wurde begeistert applaudiert und geschrien Dietrich flüsterte ihr zu, dass nun eine von Ottos berühmten und gefürchteten Reden käme Sie wären auf dem Schlachtfeld angemessener Sie solle lieber weghören Die Mahnung wäre gar nicht nötig gewesen Schließlich kannte sie Ottos Reden von ihrer Reise nach Köln zu Genüge Außerdem waren seine Worte sowieso kaum zu verstehen Otto stand viel zu weit weg und immer wieder wurden seine Worte durch Zwischenrufe und Gelächter unterbrochen Mechthild hatte Otto auf ihrer Reise von Braunschweig nach Köln ständig gesehen Nach diesen Wochen war sie sicher gewesen, dass sie den Welfen kannte Doch heute Abend wirkte er völlig verändert Er trug ein rotes Gewand, das mit Fabeltieren bestickt zu sein schien Wenn er sich bewegte, blitzten die Goldfäden auf Sein Gürtel war mit grünen Edelsteinen besetzt, die wie Katzenaugen funkelten, wenn er die Hüfte drehte Sein volles, schwarzes Haar wurde von einem Goldreif niedergedrückt, in dessen Mitte sich zwei Löwenpranken trafen, die einen Bernstein hielten Die kostbaren Kleider ließen ihn statt ungeduldig und wild tatkräftig und tapfer erscheinen Sie bewirkten, dass aus launisch und unbeherrscht, befehlsgewohnt und entscheidungskräftig wurde Sie machten aus einem Jüngling, der kaum älter war als sie selbst, den hoffnungsvollen Spross eines alten Herrscherhauses Alle anwesenden Fürsten ließen sich anscheinend davon beeindrucken Sie blickten bewundernd zu ihm auf und wirkten sehr zufrieden mit ihrer Wahl Dann war ihr, als würde ihr Herz für einen Schlag aussetzen Zwei leuchtend braune Augen starrten sie an Während alle anderen zu Otto aufblickten, saß Gottfried ruhig neben seinem Vater und sah zu ihr herüber Das war wirklich dreist Ohne nachzudenken schnitt sie ihm die hässlichste Grimasse, zu der sie fähig war Doch Gottfried blieb davon unbeeindruckt Er blickte sie weiter unverwandt an und lächelte Wie hatte sie Anselm nur herlocken können? Er musste doch gewusst haben, dass Gottfried hier sein würde Wo blieb Anselm nur? Sie reckte den Hals und versuchte ihn hinter irgendeiner Säule zu entdecken Dietrich beugte sich vor und flüsterte besorgt Ist euch warm? Wo ist Anselm? Warum ist er nicht bei Ottos Fest? Ottos Schreiber hat vor dem Aufbruch nach Aachen noch viel zu tun Urkunden vorbereiten, Schreiben an die Stadtherren aufsetzen und solche Sachen Mechtel sagte nichts und blickte wieder zu Otto hinüber Er hielt immer noch mit geröteten Wangen und blitzenden Augen seine endlose Ansprache Sie versuchte ihm die Worte von den Lippen abzulesen Es kam ihr vor, als würde er immer wieder Aachen sagen Aachen, 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 dröhnte es in ihrem Kopf Von wegen Aachen, dachte sie grimmig Sie wusste es besser Arnus verschwundene Abschrift war gefunden worden Und Anselm ersann Schliche, wie sie den Ehevertrag für ungültig erklären konnten Ja, so musste es sein Sie lächelte triumphierend, zog eine weitere Grimasse in Gottfrieds Richtung Und wandte ihre Aufmerksamkeit wieder dem Welfen zu Als Otto endlich am Schluss seiner Rede angekommen war, ließ er sich einen Kelch bringen Er hielt ihn in die Höhe, dann trank er ihn in einem Zug aus Dabei lief ihm der rote Wein aus dem Mund und über seinen goldbestickten Kragen Die Flecken würden nie mehr aus dem kostbaren Seidengewand zu entfernen sein, überlegte Mechtelt Das hätte Martha gar nicht gefallen Die Anhänger Ottos schienen das nicht zu kümmern Sie grölten anerkennend Nun schien endlich das Essen zu kommen Doch mussten zuerst alle hohen Herren nach einem genauen Ablauf bedient werden Ehe Mechtelt eine Platte mit zerkleinertem Fleisch vor sich hatte, war ihr der Appetit schon vergangen Trotzdem tauchte sie ein Stück zartes Fleisch in die helle Soße vor sich Es schmeckte köstlich Eine Pfeffersoße mit kleinen Pilzen Bernhard schien weniger an den Zutaten interessiert Er aß hastig und schlang alles in sich hinein Die Hälfte blieb ihm am Bart kleben und es tropfte von seinem Kinn Mechtelt hatte plötzlich keine Lust mehr zu essen Otto selbst benahm sich so, als würde er im Zeltlager breitbeinig vor dem Feuer sitzen Was auf der Reise angemessen erschien, störte in diesem prächtigen Festsaal Mechtelt stellte erstaunt fest, dass Otto das höfische Leben völlig fremd zu sein schien Sie schob hastig ihren Teller von sich Er war ganz übel Er seht so blass aus Geht es euch gut? Fragte Dietrich besorgt Wenigstens ein höfisch gesinnter Mann in diesem Haufen Danke Ich habe nur keinen Hunger Kennen Sie in England nicht die französischen Regeln des höfischen Lebens? Fragte sie leise Natürlich tun sie das An Otto wurde jedoch immer nur das Kriegerische gefördert Das liebte sein Onkel Richard Löwenherz besonders an ihm Schon der dreijährige Otto hat sich am liebsten geprügelt Nettes Kind Und was für ein sympathischer englischer Onkel, dachte Mechtelt Laut fragte sie Denkt ihr, er ist gut für seine Aufgabe als König vorbereitet? Ich hoffe es, erwiderte Dietrich Und bemühte sich, den Fettrand von ihrem gemeinsamen Kelch zu wischen Bevor er ihn ihr reichte Mechtelt lehnte dankend ab Sie verzichtete auch auf die Süßspeisen Die Puddinge und Kuchen, die sie sonst so sehr liebte Bei den Darbietungen der bunt gekleideten Sänger und ausländischen Akrobaten Ging es ihr schon etwas besser Immer wieder beobachtete sie Otto, der zunehmend betrunkener wurde Und sein Benehmen immer weniger unter Kontrolle hatte Dieser Mann entsprach gar nicht dem König ihrer Heldenlieder Hielt er Verträge? Besaß er Ehre? Oder war er nur darauf bedacht, seine Macht zu vergrößern? Ob die Kölner Kaufleute wussten, worauf sie sich einließen? Was würde aus dem Reich werden, wenn er König war? Mechtelt seufzte und nahm doch noch einen Schluck von dem öligen Wein Sie bereute es sofort, als sie feststellte, dass Essensreste darin herumschwammen Sie spuckte den Wein angeekelt aus Und ein paar Spritzer trafen Dietrichs Ärmel Doch der bemerkte es gar nicht So vertieft war er in den Vortrag eines dicken Sängers, der viel zu hoch sang Und dessen Stimme am Ende kippte Mechtelt wünschte, der gewählte König würde gehen, damit sie es auch tun konnte Sie wollte fort von hier Fort aus diesem überfüllten Saal Von diesem Sänger und diesem ungekrönten König Sie wollte diesen betrunkenen Mann, dem sie alle verpflichtet waren, nie wiedersehen Viele Stunden später ritt Mechtelt auf das Zeltlager vor der Stadt zu Sie wollte nur noch eins, mit Anselm sprechen Sie steckte inmitten eines bunt zusammengewürfelten Haufens aus angetrunkenen Rittern überdrehten Knappen und kichernden, leicht bekleideten Damen Deren Herkunft sie nur erahnen konnte Im Gewühl vor dem Palast hatte sie Bernhard und Dietrich aus den Augen verloren Und sich kurz entschlossen dieser ausgelassenen Gruppe angeschlossen Natürlich hatten sie ein Pferd für sie Und natürlich stellten sie keine Fragen Warum auch? Jede gut gelaunte Frau, die bereit war, den Rittern die Stunden bis zum Sonnenaufgang zu versüßen Wurde freudig begrüßt Als sie die ersten Zelte erreichten, begann die gemischte Gesellschaft, sich zu zerstreuen Ein paar junge Ritter versuchten Mechtelt zu überreden, sie zu ihrem Zelt zu begleiten Als Mechtelt ihre Grimasse zog, zogen die Ritter murrend ab Endlich war sie allein Sie stieg vom Pferd und legte den Kopf in den Nacken Der Himmel war sternenklar und hatte die Farbe von schwarzem Samt Die funkelnden Sterne konnten es ohne weiteres mit den Edelsteinen im Prunksaal aufnehmen Eine Eule schrie zur Begrüßung und die Blätter flüsterten im Wind Die Stille der Nacht war wie ein Geschenk nach dem Lärm und Geschrei Sie nahm die Zügel und führte das Pferd die Zeltreihe entlang zu Anselms Zelt Sie bemerkte, dass noch Licht brannte und lächelte zufrieden Anselm musste die Pferdehufe gehört haben, denn es huschte ein Schatten über die Zeltbahn Und kurz darauf trat er in die Nacht hinaus Er wirkte überarbeitet und müde und rieb sich mit den tintenbeschmierten Fingern die Augen Sie fragte spöttisch Vergrabt ihr euch wieder in die Arbeit, anstatt die Früchte derselben zu genießen? Er griff nach den Zügeln und band das Pferd an einem Pflock neben seinem Zelt fest Es begann sofort zu grasen Anselm sah eine Weile dabei zu Dann sagte er grinsend Meine Arbeit ist erst beendet, wenn Otto mir eine seiner Burgen zur Verwaltung überlässt Dann setze ich mich zur Ruhe und werde dick und gemütlich Das wird nicht so bald geschehen Ich habe nicht viel von Ottos Rede mitbekommen Doch sie schien mir von einem Wort beherrscht gewesen zu sein Aachen Alle Welt blickt jetzt nach Aachen Die ganze Nacht schon bereite ich Ottos Herzog vor Ich stelle Listen mit Waffen zusammen Entwerfe mögliche Kapitulationserklärungen der Stadt Und schreibe Briefe an die angesehensten Goldschmiede Damit sie eine Kopie der Reichskrone entwerfen Er hatte die Nacht genau so genutzt, wie Dietrich vermutet hatte Wie dumm von ihr anzunehmen, er würde für sie arbeiten Aufgebracht schleuderte sie ihm ihre Enttäuschung entgegen Ihr arbeitet für Otto, natürlich Und ich dachte, dass ihr längst einen Plan hättet, wie wir den Ehevertrag für ungültig erklären können Habt ihr einen Plan? Die Abschrift ist weg Was soll ich denn machen? Sie konnte im Mondlicht seine Gesichtszüge kaum erkennen Doch was sie sah, wirkte nicht gerade schuldbewusst Wütend rief sie Warum habt ihr mich dann zu Ottos Feier in den Palast kommen lassen? Weil ich dachte, ihr würdet gern daran teilnehmen Gefiel es euch nicht? Wie bitte? Ob es mir gefallen hat, einem Haufen schmatzender Ritter beim Essen zuzusehen? Gottfried war dort und hat mich mit Blicken verschlungen Na, hoffentlich seid ihr ihm bekommen Das hätte er nicht sagen dürfen Wenn es nicht so dunkel gewesen wäre, dann hätte er den mordlustigen Blick gesehen, den sie ihm zuwarf So konnte er nur den bitteren Ton in ihrer Stimme hören Hofft nur weiter auf euer ruhiges Leben als Burgverwalter und amüsiert euch bis dahin mit Urkundentexten Sie wandte sich ab und wollte in die Nacht hineinlaufen Sollten sie doch die Wölfe fressen und die Nebelgeister holen Es war ihr sowieso schon alles egal Wartet! Was werdet ihr denn jetzt tun? Rief er ihr besorgt hinterher Gottfried heiraten Ihr könnt nicht zurück in die Stadt Die Stadttore sind geschlossen Ihr werdet hier bleiben müssen Sie hielt inne und dachte einen Moment nach Dann entschied sie seufzend Ich schlafe heute Nacht in Martas Proviantzelt Wenn der gnädige Herr nichts dagegen hat Dann legte sie den Kopf schief und erklärte trotzig Und dann heirate ich Gottfried Ehe sie Martas Zelt erreicht hatte, hatte er sie eingeholt Er packte sie mit beiden Händen an den frisch gewaschenen Ärmeln Er wird Tintenflecke hinterlassen, dachte sie besorgt Und sah in seine funkelnden Augen, in denen sich die Sterne zu spiegeln schienen Das könnt ihr nicht tun, flüsterte er heiser Mechtild schüttelte mit einer wilden Bewegung seine Hände ab Was soll ich denn sonst tun? Bei euch bleiben und euch heiraten? Euch? Einen unfreien Mann? Er sog hörbar die Luft ein, aber sie machte einfach weiter Um irgendwann auf einer Burg zu leben, die uns nicht einmal gehört? Und bis dahin? Eure Tintenflecken aus der Kleidung waschen? Anselm zuckte zusammen, als hätte sie ihn geschlagen Sie wandte sich um und rannte zum Proviantzelt hinüber Ihr Herz klopfte heftig, sie bekam kaum Luft Und ihr war, als ob ganze Horden von Nebelgeistern sie verfolgen würden Atemlos stürzte sie in Marthas Zelt Martha musste alles mit angehört haben, denn sie runzelte besorgt die Stirn Die Zeltwände waren eben dünn Wahrscheinlich hatte das ganze Lager mitgehört Martha schüttete Pfefferkörner in einen dreibeinigen Topf und tat sehr beschäftigt Mechtild war immer noch in der Stimmung, ihre Meinung laut zu sagen Martha begriff gar nichts, sie war immer zufrieden und gelassen Mechtild wollte sie unbedingt aus der Ruhe bringen Du hast mir auch was vorgemacht Anselms angesehene Position bei den Welfen Er ist nur ein ganz kleines, unwichtiges Licht an Ottos Himmel Abhängig und unfrei Da schert es niemanden, wie klug sein Vater war Martha antwortete nicht und wandte sich gekränkt ihrer Feuerstelle zu Mechtild stiegen die Tränen in die Augen Warum musste sie alle verletzen, die sie liebte? Sie setzte sich auf die Decke am Feuer, schloss die Augen und zwang sich, einen Psalm aufzusetzen Der Psalm der alten Magd kam ihr in den Sinn Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten Sie schlang die Arme um die Knie und legte den Kopf darauf Dann wiegte sie sich ganz leicht vor und zurück Immer wieder wiederholte sie den Psalm, bis eine große Müdigkeit über sie kam Sie schlief ein mit dem Gedanken, dass eigentlich alles ganz einfach war Sie musste nur den Mut haben, über Löwen und Ottern zu gehen Gott würde ihr schon helfen Am nächsten Morgen verschlief Mechthild die Vögel und ihren Morgengesang Sie verschlief auch das Frühstück und Anselms Aufbruch in die Stadt Als sie endlich draußen erschien, war Bernhards Knappe dabei, zwei Pferde zu satteln Bernhard stand breitbeinig daneben und biss laut krachend in einen Apfel Er sagte kauend, wir müssen uns beeilen, Anselm hat gesagt, ich soll euch in die Stadt bringen Wo ist Anselm? Anselm fragte sie müde und rieb sich die Augen Anselm ist ziemlich früh in die Stadt geritten Irgendwelche Verträge, die ihr Otto vorlegen muss Mechthilds Gedanken rasten Anselm hatte schon wieder für sie geplant Eigentlich müsste sie ablehnen, doch sie wollte so schnell wie möglich zu ihrem Vater, der sich sicher bereits Sorgen machte Natürlich wollte sie Gottfried nicht heiraten Im hellen Sonnenlicht erschien es ihr völlig unmöglich, auf Gottfrieds Burg zu leben Wieso hatte sie nur all diese furchtbaren Dinge zu Anselm gesagt? Sie hatte wieder alles verkehrt gemacht Was ist nun? Unterbrach Bernhard ihre Gedanken Ich werde mich noch von Martha verabschieden Das ist eure Angelegenheit, beeilt euch Sagte Bernhard und prüfte den Sitz seiner Stiefel Mechthild fand Martha beim Scheuern der Töpfe am Bach Frieda saß neben ihr auf einem Stein Sie trug einen Umhang und hatte ein Bündel auf ihrem Schoß liegen Als sie Mechthild herankommen sah, sprang sie auf und rief Dame Mechthild, ihr müsst mich mitnehmen Mechthild blickte erstaunt zu Frieda und dann zu Martha Deren Augen ruten auf Friedas kleinem, vernarbten Gesicht Und sie erklärte in ernstem Ton Anselm befürchtet, dass es vor Aachen zu Kampfhandlungen kommen wird Soldaten sind unberechenbar Ich bin eine alte Frau, aber ich mache mir Sorgen um Frieda Mechthild nickte Sie kann bei mir bleiben Ich werde gut auf sie Acht geben Gott wird es euch vergelten Frieda umarmte Martha heftig Und die wischte sich unauffällig über die Augen Dann sagte Mechthild Martha Kannst du Anselm ausrichten, dass ich nicht gemeint habe, was ich gesagt habe? Ich meine, es war alles nicht wahr Kein Wort daran Martha lächelte und sagte leise Er weiß es bereits Juli 1198 vor den Toren Aachens Einen Monat später lagerte Ottos Heer vor verschlossenen Stadttoren Die Aachener verwehrten dem jungen Welfen den feierlichen Einzug in ihre Stadt Sie fühlten sich als die Verteidiger von Karls Thron Hatten alle Tore verriegelt und hüllten sich in Schweigen Otto stand bewegungslos vor dem Adalbertstor und blickte hinauf Er hatte die Arme vor der Brust verschränkt und den Kopf weit in den Nacken gelegt Schräg hinter ihm ragte der hohe Turm von St. Adalbert in den Himmel Wolken türmten sich zu mächtigen Gebilden auf Und schienen sich schützend über die Stadt legen zu wollen In der erwartungsvollen Stille wirkte die moosbewachsene Stadtmauer hinter dem stinkenden Wassergraben Wie ein lauerndes Ungeheuer Der Hofkaplan murmelte unablässig Psalmen, in denen die Zerstörung Jerusalems beklagt wurde Und der Truchses seufzte an den passenden Stellen Vom geröteten Nacken des Kämmerers rannen die Schweißtropfen in den Kragen seines Gewandes Anselm konnte die Angst um sich herum fast riechen Er schwitzte in seinem dunklen Mantel, ihn schmerzten die Finger vom vielen Schreiben Seine Augen tränten vom Staub, und er wünschte, es wäre schon vorbei Vor ihm bildeten die breiten Rücken der Soldaten eine dichte Wand Und er konnte nicht sehen, was vorn an der Stadtmauer geschah Ottos Soldaten hatten sich breitbeinig in einer Reihe aufgestellt Und klopften mit den Wurfsperren auf den harten Lehmboden Es war ein beunruhigendes Klopfen Der Soldat vor ihm bewegte den Kopf Und endlich konnte Anselm einen Blick auf die wartenden Reiter werfen Ihre edlen Pferde standen im Halbkreis vor dem Stadttor Sie boten einen sehenswerten Anblick In den glänzenden Topfhelmen spiegelten sich die Wolken Und die bunten Wappentücher auf den Pferderücken flatterten kaum merklich im Wind Neben Anselm seufzte jemand sehnsuchtsvoll Anselm blinzelte Arno zu und versuchte ein aufmunterndes Lächeln Obwohl Mittag längst vorüber war, hatte Arno noch nicht einmal gefragt, wann es etwas zu essen gäbe Er hüpfte unruhig neben ihm von einem Bein aufs andere und reckte den Kopf Durch das gleichmäßige Klopfen hindurch flüsterte er kaum hörbar Was tut er da? Warum tut er denn nichts? Anselm beugte sich zu ihm und wisperte Otto wartet darauf, dass sich der Vogt, der Schultheiß und der Meier auf der Stadtmauer zeigen Wer sind die denn? Warum greift Otto nicht endlich an? Es sind die königlichen Beamten Sie sind noch vom Kaiser eingesetzt worden, um die Stadt zu verwalten Sie wollen den Staufern die Treue halten und Ottos Krönung in der Stadt verhindern Na und? Dann sucht Otto sich eben eine andere Stadt Anselm konnte nun sehen, wie Otto vor der Stadtmauer auf- und abmarschierte Hin und wieder blieb er stehen und spuckte aus Ein Pferd tänzelte nervös und das Klopfen der Wurfspeere klang noch bedrohlicher Anselm löste seinen Blick von Otto und blickte Arno streng an Aachen ist nicht irgendeine Stadt Das musst du als angehender Ministeriale wissen Friedrich Barbarossa selbst hat den Aachen an das Karlsprivileg verliehen und erklärte die Stadt zum Haupt des Reiches, Caput Regni Teutonici Merk dir das? Hm? machte Arno gelangweilt und betrachtete versonnen die Kettenhemden der Ritter Anselm stieß ihn an und zischte Du sollst zuhören, wenn ich dir etwas erkläre Eine Krönung in Aachen ist die Besitzergreifung des Thrones Karls des Großen Der feierliche Einzug in die Stadt, die Salbung und die Einkleidung in königliche Gewänder Alles kann woanders stattfinden, aber nur in Aachen steht Karls Thron Es geht los, hauchte Arno und starrte in die dicken weißen Wolken, die vor ihm über die Stadtmauer ragten Anselm folgte seinem Blick und bemerkte die drei kleinen Köpfe, die am Rand der Mauer erschienen waren Goldketten hingen um ihre Hälse und einer hatte einen langen grauen Bart Der Älteste von ihnen stellte sich auf den Rand der Mauer, entrollte ein Pargament und begann es zu verlesen Seine Stimme drang nicht bis zu den Wartenden, Otto jedoch stützte die Hände in die Seiten und trat einen Schritt vor Die Wurfspeere waren verstummt und die Soldaten blickten gespannt nach oben Anselm konnte sich schon denken, was der Mann verlas, denn plötzlich tauchten unzählige Pfeilspitzen auf der Mauer auf Als der Mann fertig gelesen hatte und das Pergament zusammenrollte, streckte Otto beide Arme in die Höhe Er schüttelte seine Fäuste und ließ ein zorniges Gebrüll ertönen Keiner wagte zu atmen und der Ton drang allen in die Glieder Das war das Signal Plötzlich ging alles ganz schnell Befehle wurden gebrüllt und alles setzte sich gleichzeitig in Bewegung Die Soldaten stürmten schreiend nach vorn, mit vier oder fünf großen Schritten hatten sie den schmalen Wassergraben durchquert Seile und Leitern wurden über die Mauer geworfen Wurfspeere flogen und bohrten sich in das Holz des Tores, wo sie zitternd stecken blieben Anselm schien es, als ob ein Meer gegen die alten Steine brandete Ein Meer aus gepanzerten Hemden, Lederkappen und Holzschilden Eisen klirrte, Stiefel knallten auf dem Lehmboden und Männer keuchten Anselm wurde mit nach vorn geschwemmt Da sah er plötzlich Arno inmitten der Soldaten zum Tor stürmen Arnos Gesicht war wutverzerrt Seine Haare flogen ihm um den Kopf und sein Mund war weit geöffnet Durch Staub und Lärm hindurch schrie Anselm mit aller Kraft, zu der er fähig war Arno! Nein! Ohne zu denken stürzte er hinterher Das Gewühl aus nach vorn drängenden Körpern riss ihn mit Er verlor Arno aus den Augen und stolperte vorwärts Ein Pfeilregen prasselte vom Himmel Die Geschosse kamen in großen Wellen von der Mauer geregnet Ein lautes Triumphgeheul begleitete sie Die Pfeile prallten an den Lederkappen ab Bohrten sich in die Holzschilde und Leitern Unzählige blieben in den Männern stecken Sie ragten aus Oberschenkeln, Schultern und Gesäßen Blut spritzte und Männer jaulten vor Schmerz Anselm schrie nach Arno und drängte einen Mann zur Seite, der sich die Hände auf den Bauch presste Sein Lederhemd war rot von Blut und hing in Fetzen herunter Er wankte mit glasigem Blick auf Anselm zu und stürzte sich auf ihn Für einen kurzen Augenblick vibrierte der Tod in der Luft Dann wurde Anselm mit Wucht in den Graben geschleudert Er landete auf dem Bauch im flachen, schmutzigen Wasser Die stinkende, lauwarme Brühe lief ihm in den Mund und bildete einen sandigen Pelz auf seiner Zunge Er stützte sich auf die Hände und riss den Kopf nach oben Während er das Wasser ausspuckte, rannten die Männer über ihn hinweg Sie traten ihm in den Rücken und stolperten über seine ausgestreckten Beine Er winkelte die Knie an, zog sich hoch und hockte hustend im Wasser Es regnete noch immer Pfeile von der Mauer Überall um ihn herum fielen die getroffenen Männer Sie stürzten schreiend an ihm vorbei und klatschten ins Wasser Blut sprudelte aus ihren Mündern und sie röchelten in Todesqualen Ein paar Mal verfehlten ihm die Pfeile nur knapp, zischten an seinem Ohr vorbei Streiften seine Schulter und seine Beine und fielen ins Wasser Vor ihm trieb ein Mann mit weit geöffneten Augen Ein Pfeilbündel steckte in seiner Brust Plötzlich tauchte das blasse Gesicht eines Toten auf, dem das Blut aus dem Mundwinkel lief Das braune Wasser färbte sich langsam rot Anselm kämpfte sich mühsam hoch aus dem Graben Sein tropfnasser Mantel schleifte hinter ihm her Seine Stiefel klatschten auf den Lehmboden und das Wasser rann aus seinen Haaren Er warf sich mit letzter Kraft nach vorn und stützte seine Handballen auf die Steine der Mauer Er lehnte sich an die dreckige feuchte Wand und keuchte Arno, du Dummkopf Hinter ihm wurde ein Befehl gebrüllt und alles erwachte erneut zum Leben Hunderte von Stiefeln setzten sich in Bewegung Er konnte es platschen hören, als sie den schmalen Graben überquerten Dann waren sie plötzlich um ihn Er war nicht fähig, sich von der Stelle zu rühren Und zog nur wie eine Schildkröte den Kopf ein Mit Wucht wurde eine Leiter neben ihm an die Mauer geknallt Noch eine folgte und Stiefelsohlen schwangen sich auf die Sprossen Ein Fuß traf ihn im Genick und seine Knie gaben nach Die Hände rutschten an den rauen Steinen entlang und sein Kopf sackte nach vorn Als er wieder zu sich kam, konnte er immer noch das faulige Wasser riechen Er fühlte sich klebrig und schwindlig Vorsichtig öffnete er die Augen und weißes Licht blendete ihn Sofort schloss er die Augen wieder Ein Flüstern ließ ihn zusammenfahren Es ist in Ordnung, ihr könnt die Augen aufmachen Euch ist nichts geschehen, mir auch nicht Ihr seid im Zelt des Heeresmedikus Anselm schlug die Augen auf, hob vorsichtig den Kopf und betrachtete kurz die Männer neben ihm Sie lagen stöhnend und schnaufend, in Decken gewickelt auf dem Boden Anselm ließ den Kopf wieder sinken, blickte in Arnos schmutziges Gesicht und fragte leise Ist es vorbei? Ziehen wir uns zurück? Nein, wieso sollten wir? Es war ein großartiger Sieg Otto hat Aachen eingenommen Aber wie? Na, ihre Pfeile waren schnell verbraucht Sie hatten nicht viele Männer auf der Mauer postiert Es war ein Kinderspiel, sie wollten uns nur einschüchtern Wir waren hartnäckig Otto ist bereits auf der Pfalz, er erwartet euch Anselm setzte sich so hastig auf, dass ihm schwindlig wurde Er musste die Fingerspitzen auf die Schläfen pressen und ein paar Mal tief Luft holen Er sah Arno an und sagte mit belegter Stimme Gott hat uns den Sieg geschenkt Arno nickte eifrig Anselms Herz begann wie wild zu schlagen Ich werde dabei sein, dachte er von dem Gedanken wie berauscht Ich werde dabei sein, wenn Otto auf Karls Thron steigt Ich werde dabei sein, wenn er zum König gesalbt wird Und ihm die Reichskrone aufs Haupt gesetzt wird Plötzlich fühlte er, wie sein Herz einen Schlag aussetzte Er warf die Tücher von sich und rief Die Krone Oh, die hatte ich fast vergessen Otto braucht eine Krone Ich muss sofort die Goldschmiede in Aachen aufsuchen Arno schnell Besorge trockene Kleidung und sattle mein Pferd Ich muss sofort in die Stadt Ich muss sofort in die Stadt Ich muss sofort in die Stadt